Kapitel 12 Konkurrenzstreben Das banale Skript Ungleichheit Zum Spiel Rettungsaktion braucht man immer eine Person, die sich oben und okay fühlt, der Retter oder Ankläger, und eine andere Person, die sich unten und nicht okay fühlt, das Opfer. Diese Beziehung der Überlegenheit und Unterlegenheit steht im Gegensatz zu einer Beziehung zwischen gleichrangigen Personen, die einander mit der Einstellung begegnen. Ich bin okay, du bist okay. Die typische amerikanische Familie vermittelt ihren Kindern durch das Spiel Rettungsaktion noch ein weiteres Lernziel, das so amerikanisch ist wie der Apple Pie, Apfelkuchen. Konkurrenzstreben Alle Menschen sind von Geburt an gleich, meint nichts anderes als, ich bin okay, du bist okay. Keiner ist besser als der andere. Jeder von uns ist ein in sich geschlossenes Ganzes, jeder Mensch ist wertvoll und hat seine Besonderheiten, und jeder ist aufs Ganze gesehen ebenso bedeutend oder unbedeutend wie alle anderen auch. Unsere Stärken auf einem Gebiet werden durch unsere Schwächen auf einem anderen Gebiet kompensiert. Jeder ist irgendwo Experte, und in anderen Dingen Laie. Diesen Grundsatz predigen uns die Richter, die christliche Ethik, unsere Verfassung, unsere Lehrer, und unsere Politiker. Trotzdem glaubt kein Mensch daran. Wir sind einem unwiderstehlichen Druck ausgesetzt, uns selbst für besser als andere, und andere für besser als uns selbst zu halten. Der Gedanke der Gleichheit macht uns erhebliche Schwierigkeiten, und noch schwieriger wird es, wenn wir uns daran halten sollen. Die Schwierigkeit, uns und alle anderen Menschen für gleichwertig zu halten, rührt zum Teil daher, dass uns unser Alltag ständig in Konkurrenzstreben und Individualismus trainiert. Die Weißen Nordamerikaner leben in einer Gesellschaft, deren Werte durch und durch auf Individualismus und Konkurrenzstreben ausgerichtet sind, Eigenschaften, die uns von früher Kindheit an als erstrebenswert gepriesen werden. Beharrlicher Individualismus und Konkurrenzstreben, werden uns, so redet man uns ein, zu Glück und Erfolg führen. Beide Eigenschaften sind untrennbar mit unseren Skripts verbunden. Durch diese Mystifikation sollen wir zu leicht ausbeutbaren Arbeitern geformt werden, wobei der Profit für die Herrschenden darin besteht, dass sich unser Konkurrenzstreben in Produktivität verwandelt. Konkurrenzstreben und Individualismus zerstören meiner Ansicht nach unsere Fähigkeiten, miteinander, mit uns selbst, und mit der Natur in Einklang zu leben. Stattdessen stellen wir alles auf den Kopf und vergessen wie man liebt, wie man denkt, wer wir selbst sind, und was unser ursprüngliches Ziel war. Wir haben uns unser Leben auf einer Leiter eingerichtet. Mit höchstens zwei oder drei Menschen auf der gleichen Sprosse, trampeln wir anderen auf dem Kopf herum, und werden selbst von oben getreten. Ab und zu schafft einmal einer den Sprung nach oben, und schaut dann triumphierend von der obersten Sprosse herab. Und manchmal schlagen wir unten auf dem Boden auf. Meistens jedoch strampeln wir uns irgendwo in der grauen Mittelzone ab, und gelegentlich gelingt uns ein kleiner Schritt nach oben. Das hier hierarchische Denken, irgendjemand muss ja oben und irgendjemand muss ja unten sein, ist uns so selbstverständlich, dass wir unser entsprechendes Leben für ganz natürlich halten, und dass unsere Bestimmung darin liegt, so eifrig wie möglich nach oben zu streben. Die meisten von uns mögen den Konkurrenzkampf eigentlich nicht, und wenn man genauer hinschaut, erweisen sich alle unsere Mühen nicht als ein Kampf nach oben, sondern lediglich als ein Kampf, der unseren Absturz verhindern soll. Trotz aller Einsicht befinden wir uns ständig in Wettbewerb und im Powerplay. Konkurrenzstreben und Individualismus sind die hervorstechendsten Merkmale des guten Amerikaners. Infolgedessen sind diese beiden Eigenschaften fest in unsere Skripts integriert, und verhindern dadurch Kooperation und Gleichheit zwischen uns. Unter Kapitel 12.1 Individualismus Individualistisches Denken lässt uns jeden Erfolg und Misserfolg, auf eine einzelne Person zurückführen. Erfolg und Misserfolg werden unabhängig von den Einflüssen anderer Personen gesehen. Individualistisches Denken verstellt uns das Verständnis für wechselseitige Einflüsse im Guten oder Schlechten. Der Mythos vom Individualismus verschleiert sowohl Unterdrückung als auch Kooperation. Individualismus isoliert die Menschen voneinander, so dass sie sich nicht mehr gegen ihre Unterdrücker zusammenschließen können. Die Menschen werden leicht beeinflussbar, und wenn sie sich als Einzelne gegen ihre Unterdrücker wehren wollen, besonders angreifbar. Individualismus hält uns in Einsamkeit gefangen, wenn wir unglücklich oder unzufrieden sind. Statt sich in der Unterdrückung zusammenzuschließen und gemeinsam aufzulehnen, kümmern die Unterlegenen vor sich hin, jeder in seinem eigenen individuellen, abgeschlossenen, machtlosen, und paranoiden System gefangen. Individualismus als Basis zwischen menschlicher Beziehung, wird zwar in unserer Gesellschaft hoch bewertet, in Wahrheit kann sie jedoch zu selbstzerstörerischem Verhalten führen. Vom Individualismus, Eigennützigkeit, Rücksichtslosigkeit gegen andere, ausschließlich selbstbezogenes Verhalten, möchte ich Individualität, Einzigartigkeit, Identität, Selbstsein, deutlich unterscheiden. Individualität, mit Respekt und Rücksicht auf andere verbunden, muss nicht zu Individualismus führen. Wir können wir selbst sein ohne andere auszubeuten oder zu verleugnen. Ein auf das selbstbezogenes Handeln, authentisches Handeln, kann für die Person und ihre soziale Umwelt gleichermaßen von Vorteil sein. Ich werde später noch gesondert darauf eingehen, siehe Kapitel 23, dass Selbstbewusstsein eine wichtige Voraussetzung für Kooperation ist. Ich behaupte aber, dass Individualismus, im Gegensatz zur Individualität, keine gute Eigenschaft ist, die man Kindern lehren oder aufzwingen sollte. Ich wende mich entschieden gegen die Behauptung, dass Individualismus ein alles überragender Charakterzug sei, dem man bewundernd nacheifern sollte. Es ist unbestritten, dass es Einzelpersonen gibt, deren individuelle Leistung, ihnen selbst und anderen nützt und Segen bringt. In unseren Schulen jedoch werden die hervorragenden Leistungen einzelner Führer, Wissenschaftler und Politiker zu Fallbeispielen missbraucht, um auf dem Weg über Individualität, den Kindern Individualismus und Konkurrenzstreben einzuimpfen. Die Kinder lernen nicht, wie viel Unglück durch Individualismus und Konkurrenzstreben entsteht, und wie wertvoll kooperatives Leben wirklich sein kann. Unter Kapitel 12.2 – Konkurrenzstreben Individualismus und Konkurrenzstreben gehören zusammen Indem wir selbst ausschließlich durch eigenes Verschulden aufsteigen oder fallen, sehen wir auch jeden Mitmenschen als Einzelkämpfer für seinen Erfolg, und pervers genug, erwarten folgerichtig, dass er nur auf unsere Kosten nach oben kommen will. Da Unterlegensein unerträglich ist, bleibt uns in unserer Gesellschaft nichts anderes als der Kampf zur Überlegenheit. Wir verstehen nicht, was Gleichheit heißt. Oft genug denken wir nicht einmal darüber nach. In unserer Kultur wird Konkurrenzstreben von früher Jugend an eingeübt. Zu diesem Thema gibt es einige interessante Forschungsergebnisse, siehe die Veröffentlichung von Lyndon L. Nelson und Spencer Keigen aus dem Jahr 1972. Sie haben gezeigt, dass weiße amerikanische Großstadtkinder, auch dann in ihrem Wettbewerb, Wettbewerbsverhalten verharren, wenn Konkurrenz zum Misserfolg und nur Kooperation zum Erfolg führt. Je älter die Kinder sind, umso mehr neigen sie zu konkurrierendem Verhalten, offensichtlich ist das selbstschädigende Konkurrenzverhalten erlernt. Konkurrenzstreben diktiert jedoch nicht das Leben aller Völker oder Volksgruppen. Die oben genannte Untersuchung weist nach, dass mexikoamerikanische Kinder, weniger selbstschädigendes Konkurrenzverhalten an den Tag legen, als angloamerikanische Kinder. Wer in einer individualistischen Wettbewerbsgesellschaft lebt, wird, sofern er nicht selbst ganz auf Wettbewerb eingestellt ist, untergehen, sein Leben lang unten bleiben, und schließlich entfremdet sein. Gerade deswegen bleibt Konkurrenzstreben in so hohem Ansehen. Wenn jedes Mitglied einer Gesellschaft gegen die jeweils anderen, in schonungslosen Wettbewerb tritt, dann wird man ohne entsprechende Anpassung niemals zu Wohlstand kommen. Die einzige Alternative zu Individualismus und Konkurrenzstreben, die tatsächlich zu Wohlbefinden führt, liegt im kooperativen Zusammenschluss gleicher Menschen. Da wir nur in den Techniken des Wettbewerbs geübt sind, wissen wir kaum, wie man zusammen arbeitet, oder wie man als gleicher untergleichen lebt. Ich habe viele Leute erlebt, Kommunen, Beziehungen, die sich tatsächlich intensiv um Kooperation und Gleichheit in ihren Beziehungen bemüht haben. Die meisten von ihnen sind gescheitert, und sind wieder in ihr altes, vertrautes, und fest etabliertes banales Skript verfallen. Unter Kapitel 12.3 Knappheit Konkurrenzstreben setzt voraus, dass nicht genügend vorhanden ist, um bestehende Bedürfnisse zu befriedigen, dass also das Auskommen gefährdet ist. Wird die Erfüllung der materiellen Bedürfnisse des Menschen drastisch eingeschränkt, dann wird Konkurrenzstreben zur Überlebensstrategie. Wenn es nur einen Leibbrot pro Tag für 20 Familien gibt, dann müssen alle 20 Familien hungern. Wenn es einer Person gelingt, das ganze Brot für seine Familie zu sichern, dann wird diese eine Familie überleben, und die anderen werden verhungern. Bei Knappheit ist der rein Erlös des Konkurrenzstrebens für diejenigen, die sich am Wettbewerb beteiligen und gewinnen, tatsächlich positiv. Aber dort, wo kein Mangel herrscht, wo, wie in den Vereinigten Staaten, genügend da ist, da schafft Konkurrenzstreben erst die Knappheit und den Hunger. Horten gehört zum Konkurrenzstreben dazu. Hierdurch verfügen einzelne Menschen über sehr viel mehr, als sie tatsächlich brauchen, während die große Zahl der anderen, die vom Überschuss der wenigen leben könnten, leer ausgehen. Das Ansammeln und Horten von Gütern, entsteht aus der unbegründeten Furcht vor Knappheit. Von der Furcht vor Knappheit beherrscht, unterdrückt und beherrscht der Hamstern der andere Menschen. Die Ökonomie der Streicheleinheiten ist ein Beispiel dafür, wie ein Grundlebensmittel, also Streicheleinheiten, künstlich verknappt wird. Das Gefühl, okay zu sein, ist knapp. Die Menschen haben Mühe, sich klug zu fühlen, schön, gesund, gut und lebenstüchtig, es sei denn, die jeweils anderen sind es nicht, als ob Schönheit, Intelligenz, Gesundheit und Güte nur für einige wenige reicht. Okay-Gefühle lassen sich ebenso horten, verknappen, und zum Gegenstand ausschließender Konkurrenz machen, wie Nahrungsmittel und Streicheleinheiten. Eine sehr deutliche Gegenüberstellung von Konkurrenz und Kooperation, habe ich zum ersten Mal mit vollem Bewusstsein im Herbst 1969 auf einer Antikriegstagung in den Bergen bei Santa Cruz erlebt. Eines Abends saßen wir alle in einem großen Kreis um das Essen, das wir für diesen Abend mitgebracht hatten. Mit meinen auf Knappheit bedachten Augen schätzte ich, dass das Essen nicht für alle ausreichen würde. Ich hatte Angst, hungrig bleiben zu müssen, und wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Die Schüsseln wurden im Kreis herumgereicht, jeder nahm sich, so viel er brauchte, und gab sie weiter. Als die Schüsseln schließlich bei mir angelangt waren, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass immer noch genug da war, um mich zu sättigen. Aber mein auf Knappheit orientiertes, auf Wettbewerb eingestelltes und individualistisches Bewusstsein, hatte mich schon alarmiert und in Angst versetzt. Als die Schüsseln vor mir standen, nahm ich mehr, als ich brauchte. Ich hatte deshalb auch Schuldgefühle. Als das Essen weitergereicht wurde, grübelte ich schon darüber nach, wie ich noch einmal an sie herankommen könnte. Und mit vollem Backen machte ich mir immer noch Sorgen, die Schüsseln könnten während der zweiten Runde vorzeitig leer werden. Ich aß mehr als ich brauchte, und war unfähig, das Essen zu genießen. So sehr hatten mich die Furcht vor Knappheit und mein Konkurrenzdenken im Griff. Bei der nächsten Mahlzeit dieser Tagung gestattete ich mir eine gelassenere Haltung und das Vertrauen, dass für jeden genug da sein werde. So erst konnte ich die auch am Abend zuvor schon vorhandene Fülle richtig genießen. Ich war auf Kooperation eingestellt und nicht mehr darauf versessen, aus einer Konkurrenzhaltung heraus, eine möglichst große Portion zu erobern. Diese Geschichte soll verdeutlichen, wie sehr wir von Individualismus und Konkurrenzdenken verblendet sind. Wir glauben fest daran, dass uns Konkurrenzstreben und Individualismus gut tun. Tatsächlich jedoch schaden sie uns, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte genug für jeden da ist. Von früher Jugend an lehren uns unsere Eltern das Konkurrenzstreben, und die Schule knüpft mit vermehrter Intensität daran an. Der Schulsport, die Noten und die Prüfungsarbeiten, simulieren Situationen der Knappheit und blöden uns Konkurrenzverhalten ein, mit dem wir dann in das Arbeitsleben, ans Fließband, und in die Bürohäuser einziehen. Am unverhülltesten werden Knaben zu Wettbewerbern gemacht. Mädchen werden in eine subtilere psychologische Variante des Wettbewerbs eingewiesen. Von besonderer Bedeutung für das Training alltäglichen Konkurrenzverhaltens, ist die unneinfühlsame Art von Eltern, mit dem Streit zwischen Geschwistern umzugehen. Wenn Eltern die Rivalitäten zwischen Geschwistern stärken, dann setzen sie damit die ersten Erfahrungsmöglichkeiten für Konkurrenzstreben und Individualismus, die sich im späteren Leben und anderen Zusammenhängen immer wieder auswirken. Unter Kapitel 12.4 Powerplay Nötigung Nötigung stellt eine Art Grundfigur zwischen menschlichen Handelns dar, durch die Individualismus und Konkurrenzstreben zum Tragen kommen. Nötigung ist eine Transaktionsform durch die eine Person von einer anderen Person gegen deren Willen das erhält, was die erste Person haben möchte. Eine genauere Beschreibung von Powerplay gebe ich in Kapitel 17. Nötigung kann brutal sein und unmittelbaren physischen Zwang einschließen. Nötigung geschieht aber auch auf hintergründigere Weise, indem Menschen sich gegenseitig Dinge abschwätzen, oder sich auf andere Art gegenseitig so manipulieren, dass sie vom anderen das Gewünschte erhalten. Wenn ein Mensch einem anderen einen Leibbrot entreißt und ihn schlägt, weil dieser sein Brot wieder zurückhaben will, dann ist das die einfachste, offenste Form von Nötigung oder Powerplay. Die gleiche Wirkung, nämlich das Brot wegnehmen, kann durch psychische Mittel erreicht werden. Auch das ist Powerplay. In jedem Fall gilt. Wenn man jemandem etwas wegnimmt, was ihm rechtmäßig gehört, dann ist dies Nötigung. Durch Beziehungen, die auf Nötigung beruhen, geraten die Menschen in eine unglückselige Folge von Scharmützeln, Schlachten und schließlich großen Kriegen, bei denen alle Seiten verlieren. Im Leben der Kinder ist Nötigung ein ständiges Merkmal alltäglicher Erlebnisse, und trägt mit zum Skript bei, einer muss ja verlieren. Die Entwicklung unserer Kinder zur Selbstständigkeit wird durch eine Art alltäglichen Lehrplan zerstört, der folgende Fächer enthält. Die Ökonomie der Streicheleinheiten, Leugnung, Abtrennung des Körpers, Rettungsspiel, Konkurrenzstreben, Nötigung, Powerplay, und Geschlechtsrollen, siehe das folgende Kapitel. Im Teil 5 dieses Buches, erörtere ich Möglichkeiten, wie dieser Zerstörung zu begegnen ist. Das gute Leben Teil 3 Beziehungsformen Kapitel 13 Geschlechtsrollenanteile bei der Skriptbildung von Männern und Frauen Das nun folgende Kapitel 13 hat Hucki Wickhoff geschrieben. Es bildet einen wichtigen Beitrag zur Theorie banaler Skripts. Bei der geschlechtsspezifischen Sozialisation von Männern und Frauen, wird jeweils nur ein bestimmter Teil unserer Persönlichkeit entwickelt, während die Entwicklung des verbleibenden Teils ausgehemmt wird. Eine derartige einseitige Programmierung führt zu einem im Vorhinein festgelegten Lebensstil, der immer wiederkehrende Grundfiguren enthält, und in seiner Gestelltheit alles andere als einen harmonischen Lebenslauf festlegt. Auf die Bildung solcher repetitiver Grundfiguren bezieht sich auch das Kapitel 7, Banale Skripts. Derartige sich ständig wiederholende banale Geschlechtsrollenskripts, durchdringen und bestimmen unser alltägliches Leben in jeder Hinsicht. Vom Tag der Geburt an machen Kinder eine lückenlose geschlechtsspezifische Sozialisation durch, und während ihres ganzen Lebens werden sie ständig ihrer Rollendefinition erneut verpflichtet. Ein richtiger Mann muss rational, produktiv und arbeitsam sein. Ein richtiger Mann darf nicht emotional sein, seine Gefühle zeigen. Sein Verhalten darf auch nicht über ein bestimmtes Maß hinaus, von Liebesregungen bestimmt sein. Die richtige Frau dagegen sollte nicht rational denken. Die Bankabrechnungen sind für sie ein Buch mit sieben Siegeln, und Macht passt auch nicht zu ihr. Sie darf den Mann, dem sie verbunden ist, mit all den Emotionen und Gefühlen versorgen, die ihm abhandengekommen sind, und er erledigt für sie alles Geschäftliche. Dies sind sicherlich nur die Extremfälle männlicher und weiblicher Geschlechtsrollenanpassung. Nicht alle Menschen passen sich diesen Rollen so vollständig an. Trotzdem neigt jeder von uns dazu, die Definition des eigenen Selbst, den gesellschaftlichen Erwartungen an Mann und Frau anzupassen. Ein besonders unheilvolles Resultat unserer Geschlechtsrollenerziehung liegt in der Kluft, die sie zwischen uns, so wie wir geworden sind, und einem ganzheitlichen Menschsein gegraben hat. Eine Folge hiervon ist das Gefühl, ein unvollständiger Mensch zu sein, wenn man keinen Partner des anderen Geschlechts hat. Entsprechend sucht man seine Vervollständigung oder auch Erfüllung ständig in jemand anderem. Ohne einen Partner des anderen Geschlechts fühlt man sich nicht okay. In diesem Selbstverständnis als unvollständige Teile eines nur in der Paarbeziehung vollständigen Ganzen, setzen Männer und Frauen ihre Energie auf die Suche nach einem passenden Partner, und oder sie hängen voller Angst an einer bereits bestehenden Beziehung wechselseitiger Abhängigkeit. Unter Kapitel 13.1 Strukturanalyse der Geschlechtsrolle Mann Die Ich-Funktionen des Mannes sind nicht nur eingeschränkt, sie unterliegen geradezu einem Konformitätszwang zur Anpassung an bestimmte Skripts. Ihr Erwachsenen-Ich lässt sie zu rationalen und in jeder Hinsicht logisch denkenden Menschen werden, wie geschaffen für Mathematik und Naturwissenschaften. Gleichzeitig ist ihnen jedoch ihr näherndes Eltern-Ich, in Bezug auf sich selbst und auf andere abhandengekommen. Schon das Selbstbild des kleinen Jungen wird kaum die Fähigkeit zur Pflege anderer Kinder oder der Betreuung und Fürsorge anderer Personen einschließen. Ein Junge wird eher dann ein positives Selbstbild haben, wenn er seine Sachen beieinander halten kann, einen guten Geschäftssinn entwickelt hat und körperlich stark ist. Seine Zuwendungsfähigkeit zu anderen Menschen wird also erst über sein Erwachsenen-Ich vermittelt. Man erwartet von ihm, dass er ein ausgeprägtes Erwachsenen-Ich entwickelt, und hält es in seiner Erziehung für unnötig, wenn nicht gar für falsch, ein starkes Nähren des Eltern-Ich aufzubauen. Da nun aber von Männern oft erwartet wird, dass sie sich hegend und schützend verhalten, und ihren Anteil an der Kindererziehung übernehmen, fühlen sie sich schnell schuldig und übernehmen die Retterrolle. Ihr Schweine-Eltern-Ich setzt ihnen so lange zu, bis sie entgegen ihrem eigenen Willen etwas für andere Menschen tun. Die Erziehung des Mannes verwehrt ihm den Kontakt zu seinem eigenen natürlichen Kindheits-Ich. Während seiner Erziehung wird ihm angedeutet, dass er keine Gefühle haben darf und dass er ihnen misstrauen muss. Wenn wir all den Lügen unserer Erziehung glauben wollen, dann ist es für den Mann tatsächlich das Beste, wenn er nicht übermäßig emotional ist. Ein Knabe würde kaum in den männlichen Wettkampf eintreten und zum Beispiel eine Verletzung im Football-Spiel riskieren, wenn er sich nach seinen Gefühlen richten würde. Dann nämlich würde er sich vor Kampf und Verletzung fürchten. Ein Mann sollte sich auch nicht allzu sehr nach seinem kleinen Professor, dem intuitiven Anteil seines Kindheits-Ich richten. Wenn zum Beispiel der kleine Professor von Mr. Jones, während einer Geschäftsverhandlung spürt, dass sein Verhandlungspartner Mr. Braun im Laufe der Verhandlungen den Kürzeren zu ziehen beginnt, und Angst bekommt, und Mr. Jones gleichzeitig, mit einem guten Draht zu seinem nähernden Eltern-Ich, mit Gefühl und einen Sinn für Fairness entwickelt, dann würde er seine Kampfstrategie in der Verhandlung vielleicht abbrechen, kooperativ und verständnisvoll werden, und Mr. Braun eine Atempause gewähren. Ein Mann, der die Verbindung zu seiner Empfindungsfähigkeit und zu seinen Gefühlen noch nicht abgebrochen hat, ist nicht nur unfähig andere auszubeuten, sondern wird auch sich selbst und den eigenen Körper nicht mehr ausbeuten. Er würde unangenehme und langweilige Arbeit verweigern, und er wird auch nicht mehr sein eigenes Leben und das anderer Menschen im Kriegsdienst aufs Spiel setzen. Da Männern der Zugang zu den eigenen Gefühlen verwehrt ist, neigen sie auch eher als Frauen zum Rauschmittelmissbrauch. Der Mann ist ständig in Gefahr, sich in einem Skript der Lustlosigkeit zu verfangen, das seinen Kopf von seinem übrigen Körper trennt, siehe Kapitel 10. Die Hauptaufgabe des männlichen Schweineeltern-Ich besteht darin, dass es das Erwachsenen-Ich ständig zur Anpassung zwingt, um ein echter Mann zu werden. Der echte Mann ist ein Mensch, dem jeder Kontakt zum näherentwärmenden, intuitiven und lustbezogenen Gefühlsbereich, abhandengekommen ist. In Abbildung 9 ist die Ich-Entwicklung des Mannes in einem Zustand dargestellt, der der banalen Skriptbildung seiner geschlechtsspezifischen Rolle entspricht. Abbildung 9 Das Geschlechtsrollenskript Ein Mann Das Eltern-Ich 2 ist, schwaches näherndes Eltern-Ich. Das Erwachsenen-Ich 2 ist, starkes Erwachsenen-Ich. Das Eltern-Ich 1 im Kindheits-Ich 2 ist, starkes Schweineeltern-Ich. Das Erwachsenen-Ich 1 im Kindheits-Ich 2 ist, schwacher kleiner Professor. Das Kindheits-Ich 1 im Kindheits-Ich 2 ist, schwaches natürliches Kindheits-Ich. Unter Kapitel 13.2 Strukturanalyse der Geschlechtsrolle Frau Frauen werden darauf programmiert, die produktive Hälfte des männlichen Daseins komplementär zu ergänzen. Genauer gesagt, der Mann wird durch die Frau vervollständigt, und nicht umgekehrt. Frauen werden zur Anpassungsfähigkeit erzogen. Sie sind es auch, die ein starkes Nähren des Eltern-Ich einbringen sollen. Ihnen obliegt die Kindererziehung, sie müssen, besonders ihren Mann, pflegen. Sie müssen wärmen, pflegen und erfüllen. Ein starkes Erwachsenen-Ich gehört nicht in den weiblichen Erziehungsplan. Eine Frau, die ihre Lohnsteuererklärung nicht ausfüllen kann, und keinen Sinn für Mathematik und die Funktionen eines technischen Gerätes hat, ist okay. Man erwartet von ihr auch kein rationales und logisches Denken. In ihrer Rolle als untergeordnete Hilfskraft ihres Mannes, als Weibchen, das sich gerne in alle Aufgaben fügt und die Hausarbeit unentgeltlich macht, ist ein schwaches Erwachsenen-Ich geradezu eine Voraussetzung zum angepassten Funktionieren. Auch sie braucht ein Schweineeltern-Ich. Es zwingt sie in die Gebote ihres Skripts, in die Situation der ständig Unterlegenen. Die Grundform des Skripts für eine Frau in unserer Gesellschaft, führt zu einem prinzipiellen Unterlegenheitsgefühl. Strukturanalytisch ausgedrückt, fehlt uns Frauen die Urteilskraft des Erwachsenen-Ich, wir neigen zur Irrationalität, und es fällt uns schwer, verantwortlich zu entscheiden und zu handeln. Unser Skript schreibt uns vor, nach Rettern Ausschau zu halten, insbesondere nach männlichen Rettern. Wir trauen weder uns noch anderen Frauen eine verantwortliche Stellung in Politik und Wirtschaft zu. Andererseits steht es einer Frau wohl an, einen gut funktionierenden kleinen Professor zu haben, und intuitiv die Befindlichkeit anderer Personen zu erfassen, um mit unseren nähernden Eigenschaften rechtzeitig zur Stelle zu sein. Ist eine Frau richtig eingestimmt, dann kann sie anderen Menschen die Wünsche vom Gesicht ablesen und braucht nicht einmal mehr nach deren Bedürfnissen zu fragen. Im Spiel Rettungsaktion, ist dies die übliche weibliche Rolle. Strukturanalytisch gesprochen darf die Frau auch kein natürliches Kindheits-Ich entwickeln. Dieses würde uns, ganz im Gegensatz zu unserer Rollenerwartung, auf unsere eigenen Bedürfnisse einstimmen. Das Bodyskript der Frau, schreibt eine Anpassung an die schöne Frau der Massenmedien vor. Es ist wichtig, dass sie äußerlich gut aussieht, und es ist weniger wichtig, ob sie sich in ihrem Innersten auch gut fühlt. Die Idealfrau, Typ Barbie, hat schwache Arme, lange Fingernägel, die sie im Gebrauch ihrer Hände behindern, eine schmale Taille, der Magen ist eingezogen, die Beine sind lang, schlank und nicht besonders stark, dafür sehen sie gut aus. Sie hat kleine und spitze Füße, auf denen sie schlecht stehen kann, und schließlich hat sie zwei gefühlsarme Brüste. Bei alledem sind die weiblichen Brüste ein besonders wichtiges Thema. Sie werden derart taxiert und mit den Standards der Massenmedien verglichen, dass sie eher Gegenstände der Einschätzung, denn Körperteile mit Gefühlen sind. Eine Frau fühlt ihre Brüste nicht mehr als eigenen Körperteil, sondern eher als Gegenstände, die wegen ihres visuellen Reizes von anderen in Besitz genommen wurden. Während der Menstruation, einer Zeit erhöhter Sensibilität und Emotionalität, soll sich die Frau nicht okay und niedergeschlagen fühlen, anstatt ihr erhöhtes Bewusstsein für ihre Gefühle zu genießen. Abbildung 10 Das Geschlechtsrollenskript Eine Frau Das Eltern-Ich 2 ist Starkes näherndes Eltern-Ich Das Erwachsenen-Ich 2 ist Schwaches Erwachsenen-Ich Das Eltern-Ich 1 im Kindheits-Ich 2 ist Starkes Schweine-Eltern-Ich Das Erwachsenen-Ich 1 im Kindheits-Ich 2 ist Starker kleiner Professor Das Kindheits-Ich 1 im Kindheits-Ich 2 ist Schwaches natürliches Kindheits-Ich Unter Kapitel 13.3 Geschlechtsrolle und Familie In der Kernfamilie befinden sich Mann und Frau in einem ständigen wechselseitigen Rettungsspiel, siehe Kapitel 11, dem sie in unzähligen Varianten frunnen. Papi rettet die Familie, wenn er den Wagen in Schuss hält, den Lohnsteuerjahresausgleich ausfüllt, und seinen, gehassten, 40 Stunden Job macht. Mami tritt als ständige Retterin auf, indem sie fast alle Bedürfnisse der Familie nach Pflege, Wärme, und emotionaler Erfüllung befriedigt, indem sie sich ständig in die Bedürfnisse der anderen einfühlt und sie befriedigt, noch bevor sie darum gebeten werden musste, und indem sie ihren Kindern sehr viel mehr gibt, als sie jemals zurückzubekommen hoffen kann. Darüber hinaus rettet Papi seine Frau, indem er den größeren Teil ihres gemeinsamen Sexuallebens gestaltet. Meist ist er es, der zum Geschlechtsverkehr auffordert und den Ablauf des Beisammenseins bestimmt. Allmählich entsteht in Mami ein heimlicher Groll über diese platte und unpartnerschaftliche Form des Sexuallebens, besonders dann, wenn sie keinen Orgasmus erfährt. Hierzu kommt es, weil Papi durch sein männliches Skript, von seinen eigenen Gefühlen und von den Bedürfnissen und Gefühlen seiner Frau abgeschnitten ist, weil er ihre Wünsche nicht mehr wahrnimmt, und ihr nicht genügend Liebe geben kann. Mami wird jedoch ihren Groll für sich bewahren und keinesfalls offen darüber sprechen. Ihr Schweineeltern-Ich droht ihr mit der Ablehnung durch die anderen, wenn sie ihre eigenen Gefühle und insbesondere ihre sexuellen Wünsche frei ausspricht. Sie passt sich also an, speichert ihren Groll, und entwickelt sich zur Anklägerin ihres Mannes. An diesem Punkt angelangt, ist der Teufelskreis der Rettungsaktion in vollem Gang. Das Dreieck-Rettungsaktion ist, wie schon gesagt, ein Bäumlein-Wechsel-Dich-Spiel. In unserem Beispiel wird Mami, das sexuelle Opfer, von Papi gerettet. Mami rettet anschließend Papi, indem sie ihm ihre wahren Gefühle verschweigt. Schließlich haben beide genügend Ärger aufgestaut, um sich ein Recht auf die Verfolgerrolle verdient zu haben. Sie wird böse mit ihm und, in ihrer Beziehung zu ihm, frigide. Er macht Seitensprünge und ist, in seiner Beziehung zu ihr, impotent. Bei all dem hat Papi auch sich selbst verleugnet. Männer ahnen oft gar nicht, wie sehr sie sich selbst verleugnen. Durch ihre Erziehung zum Leistungswettbewerb, und zur Verleugnung ihrer Gefühle, kennen die Männer häufig weder ihre eigenen Bedürfnisse noch ihre Gefühle. Es ist sehr schwer, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, da der Mann bei seinen ersten Kontaktversuchen zu sich selbst, zunächst nur unangenehmen Gefühlen wie Angst und Schuld begegnet, siehe Kapitel 27. Deshalb kapselt sich der Mann häufig gegen Gefühlserfahrungen ab. Papi vermeidet es, in sich hineinzuhören, weil er nur Unangenehmes befürchtet. Ronald Lane spricht es ganz deutlich aus. Durch Leugnung werden Menschen zu kröpeln. Und weil Frauen die Nähe zu ihrem intuitiven Kindheits-Ich gestattet ist, sind sie auch der Gefahr der Leugnung in viel stärkerem Maße ausgesetzt. Marie sagt zu Fred, Ich glaube, du liebst mich nicht mehr. Und Fred antwortet, Das stimmt nicht, ich liebe dich doch. Weil er sich schuldig fühlt und oder den Kontakt zu seinen Gefühlen verloren hat. In der Folge glaubt sie, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Sie wird vielleicht bei sich denken. Ich verstehe das nicht. Mein Gefühl sagt mir ganz deutlich, dass er mich nicht mehr liebt. Aber er sagt, Das stimmt nicht. Woher habe ich nur dieses Gefühl? Ach, wäre ich doch nicht so durcheinander. Auf diese Weise werden Frauen häufig auf Distanz zu ihren Gefühlen gebracht. Sie fühlen sich nicht mehr okay, und glauben, dass mit ihnen etwas nicht mehr stimmt. Intuition kann eine sehr wichtige menschliche Stärke sein. Sie ist aber nur dann brauchbar und hilfreich, wenn man von seinem Gegenüber vollkommen ernst genommen wird. Hierzu müssen jedoch die Gefühle, der Kopf und der Rest des Körpers des Anderen, eine echte Einheit bilden, und dürfen nicht gespalten sein. Paranoia als eine Form gesteigerter Wahrnehmungsfähigkeit wurde bereits in Kapitel 9 angeführt. Die Methode, mit der wir unsere intuitiven gegenseitigen Einschätzungen überprüfen können, nennen wir Abklären, siehe Kapitel 23. Zum Abklären gehört, dass wir vollständig aufrichtig sind, uns keine Geheimnisse vorbehalten, und unsere wechselseitigen paranoiden Fantasien, unsere intuitiven, argwöhnischen Verdächtigungen, einander mitteilen, um in ihnen das Körnchen Wahrheit zu suchen. Unter Kapitel 13.4 Geschlechtsrollen und zwischenmenschliche Beziehungsformen Außer der Kommunikation zwischen Schweineeltern-Ich des Mannes und Schweineeltern-Ich der Frau, gibt es noch eine weitere, sehr bedeutsame Kommunikationssebene, nämlich die zwischen natürlichem Kindheits-Ich und natürlichem Kindheits-Ich. Allzu oft ist die Verbindung Kindheits-Ich zu Kindheits-Ich, die einzige Grundlage für eine Liebesbeziehung. Die von Sexualität und Liebe geprägte Anziehungskraft von Kindheits-Ich zu Kindheits-Ich, ist häufig in der Eröffnung einer Beziehung die bestimmende Kraft. Diese Ebene lässt sich jedoch nicht lange aufrecht erhalten, weil die oben beschriebene Situation die Instanz des Kindheits-Ich im weiteren Verlauf der Beziehung hart belastet. Die Situation erinnert an zwei fröhlich lachende Kinder, die gemeinsam eine herrliche Erdbeertorte verzehren. Ohne weiteres Nachdenken genießen sie die saftige Köstlichkeit. Ihre Freude schlägt jedoch rasch in Überraschung und Vertrus um, wenn die Torte aufgegessen ist. Verdrossen und benommen müssen sie feststellen, dass sie nicht gleichzeitig die Torte aufessen und behalten können. Als die Täler noch voll waren, turtelten die beiden noch liebevoll miteinander. Nun fehlt ihnen aber der klare Blick für ihre Bedürfnisse. Sie wussten zwar, diese Torte miteinander zu essen, aber sie konnte sie sich nicht bewahren, geschweige denn neue und womöglich bessere Torten zu backen. Wir haben alle gelernt, uns gegenseitig, wie beliebig weglegbares Spielzeug zu gebrauchen. Wenn ein Mensch abgenutzt und verbraucht ist, oder wenn er nicht mehr richtig funktioniert, dann werfen wir ihn einfach weg, und kaufen einen anderen. Hinter uns liegt eine riesige Halde psychischer Wracks. Verbrauchte und ausgestoßene Menschen. Welch eine Verschwendung von Zuwendung an andere Menschen. Dieses Verhalten hält die Menschen voneinander fern und hält sie davon ab, gemeinsam zusammenzuarbeiten, um ihre Wünsche besser zu befriedigen. Leugnung, siehe Kapitel 9, trägt dazu bei, die Beziehung zwischen Mann und Frau zu zerstören. Besonders schädlich wirkt sich Leugnung auf das psychische Wohlbefinden der Frau aus. Die Tatsache, dass der kleine Professor des Mannes unterentwickelt ist, verschärft dieses Problem. Wenn Marie nach zehn Ehejahren zu Fred sagt, Ich glaube du liebst mich nicht mehr. Ich spüre keine Liebe mehr von dir. Und er antwortet, Das ist absurd, sei nicht so dumm. Aber natürlich liebe ich dich. Oder wenn sie sagt, Wenn du weggehst, habe ich Angst alleine in der Wohnung. Und er antwortet, Hab keine Angst. Deine Angst ist grundlos? Dann wird ein typisches Problem zwischen Mann und Frau deutlich. Er leugnet ihre Gefühle und hat gar kein Gespür für die Frage, ob ihre Erfahrung nicht doch einen wahren Kern hat. Sein Schweineelternich redet ihm ständig ein, dass er seine Frau lieben muss. Und so wird er unter Umständen über lange Zeit von seinen wirklichen Gefühlen ferngehalten, während sie sehr wohl spürt, was in ihm vorgeht. Er leugnet seine Gefühle und ihre intuitive Wahrnehmung. Marie wird schließlich immer verwirrter und irrationaler. Freds Schuldbewusstsein und seine Distanz zu seinen eigenen Gefühlen, wachsen ständig an. Dieses Beziehungsmuster ruiniert viele Beziehungen, die ohne diesen Teufelskreis harmonisch verlaufen könnten. Unter Kapitel 13.5 Die Heimtücke der Geschlechtsrollen Die Skriptvorschriften, die die Beziehung zwischen Mann und Frau regeln, mystifizieren das Zusammenleben beider Geschlechter zu einer Einheit der Gegensätze, wie das chinesische Yin und Yang, wie Erde und Wasser. Diese Mystifikation tauscht eine ideale Ergänzung, eine geradezu wundersame Fügung vor. Das Problem ist nur, dass die Menschen nach diesem Muster gar nicht zusammenpassen. In Wirklichkeit führt diese Vorstellung nur dazu, dass Mann und Frau einander fremd werden, anstatt sich zu einem Ganzen nahtlos zusammenzufügen. Man sagt oft, dass der Mann die Logik der Frau nicht versteht. Aber Frauen verstehen auch nicht die Logik der Männer. Der Glaube an den Mythos der komplementären Geschlechtsrolle unterminiert jede harmonische Beziehung, weil die Kommunikation zwischen Mann und Frau in vielerlei Hinsicht gestört ist. Es gibt zwei Haupthindernisse, die einer tiefen und dauerhaften Beziehung zwischen Mann und Frau im Wege stehen. Erstens, oft sind beide unfähig eine gute intime Liebesbeziehung zueinander aufzunehmen, und zweitens, fällt es ihnen häufig schwer, eine befriedigende und gleichgewichtige Arbeitsteilung in ihrer Beziehung einzurichten. In Abbildung 11a sind die möglichen Transaktionen zwischen Mann und Frau dargestellt. Aus dieser Darstellung lassen sich die Beeinträchtigungen der Kommunikation zwischen beiden ersehen. Häufig laufen Kommunikationen von ihrem nähernden Eltern-Ich zu seinem Kindheits-Ich, selten jedoch umgekehrt. Da die Kommunikation zwischen dem Erwachsenen-Ich beider Seiten nur schwach entwickelt ist, fällt es ihnen auch schwer, eine kooperative und fruchtbringende arbeitsbezogene Verbindung miteinander einzugehen. Auf der Ebene des nähernden Eltern-Ich bestehen ebenfalls wenig Kommunikationsmöglichkeiten, da sein näherndes Eltern-Ich kaum entwickelt ist, und ihr Skript vorschreibt die Hauptlast der Kindererziehung allein zu tragen. Auch die Verbindung zwischen den beiden kleinen Professoren ist schwach. Dieser Umstand führt zu einem Mangel an Intimität, da sie ihre intuitiven Einsichten über den Partner und andere Menschen kaum einander mitteilen können. Fügen wir diese zwei Menschen zusammen und lassen sie eins werden, dann sehen wir, dass dieses neue Ganze tatsächlich weniger ist als dessen zwei Teile. Ab Bildung 11a Ein Mann und eine Frau, Kommunikation zwischen den Geschlechtsrollen Ab Bildung 11b zeigt uns das traurige Ergebnis einer solchen Eins-Werdung. Nur ein näherndes Eltern-Ich, ein Erwachsenen-Ich, ein kleiner Professor, zwei halbe natürliche Kindheits-Ich, und zwei Schweine-Eltern-Ich. Ab Bildung 11b Ein Mann und eine Frau, Verschmelzung Unter Kapitel 13.6 Zum kritisch streitbaren Umgang mit Geschlechtsrollen Um alle Möglichkeiten des menschlichen Daseins wieder voll ausschöpfen zu können, müssen Mann und Frau zusammenarbeiten. Die Frau muss ihr Erwachsenen-Ich, ihre Fähigkeit zu rationalem Denken und zur Durchsetzung ihrer eigenen Wünsche, entwickeln und stärken. Sie muss ihre Retterrolle aufgeben und nicht mehr Wärme, Pflege- und Streicheleinheiten dorthin verschwenden, wo sie nicht erwidert werden. Vor allem aber sollte sie niemanden mehr lieben, der sie nicht ebenso wieder liebt. Der Abbruch der alten Einseitigkeit liegt in ihrem ureigensten Interesse. Die Vorwürfe an den Mann, dass er ihre Liebe nicht erwidere, kann sie sich von nun ansparen, und all die Liebe, die sie zu vergeben hat, kann sie nun sich selbst zukommen lassen, oder solchen Menschen, die sie auch wieder lieben. Der Mann muss sein näherndes Eltern-Ich in Bezug auf sich und andere aufbauen, um wieder Zugang zu den eigenen Gefühlen, insbesondere dem kleinen Professor und dem natürlichen Kindheits-Ich zu bekommen. Der Mann muss wieder lernen, aus seinem eigenen Bedürfnis heraus Dinge zu tun, und nicht mehr nur zur Vermeidung eines Schuldgefühls. Mann und Frau müssen sich von der Unterdrückung durch ihr Schweine-Eltern-Ich befreien. Wenn Mann und Frau ihre vielfältigen Ich-Zustände wieder vollentwickelt haben, siehe Abbildung 12, in Kapitel 19, dann können sie auch auf jeder Ebene wieder miteinander kommunizieren. Ein derart erweitertes Repertoire zwischen menschlicher Kommunikation bildet zweifellos eine viel bessere Basis für eine kooperative Beziehung in wechselseitig erwiderte Liebe. Kapitel 14 – Die banalen Skripts der Frau Das nun folgende Kapitel 14 hat Huck-G. Wickhoff geschrieben. Es bildet einen wichtigen Beitrag zur Theorie banaler Skripts. Die Festschreibung der Geschlechtsrolle der Frau, geschieht nicht nur durch die Eltern und die Massenmedien unserer Tage, sie reicht vielmehr bis in die Anfänge unserer Geschichte zurück, wie sich an den Göttinnen der griechischen Mythologie zeigen lässt. Die Frau, die dem Mann den Rücken stärkt, ist Athena. Hera ist, Mutter ist die Beste. Und Aphrodite ist der Prototyp dessen, was wir heute als synthetische Plastikfrau kennen. Die Geschlechtsrollentypisierung wurde auch von Psychiatern übernommen. Ein Beispiel hierfür sind die Archetypen, Anima und Animus von Carl Gustav Jung. Im Folgenden beschreibe ich einige Frauenskripts, um zu zeigen, wie Frauen immer wieder in den Mythos ihrer Unvollständigkeit, Unzulänglichkeit und Abhängigkeit gedrängt werden. Ich habe möglichst exemplarische Fallbeispiele herausgesucht. Die ausgewählten Skripts sind mir in meiner therapeutischen Gruppenarbeit immer wieder begegnet. Ich möchte jedoch betonen, dass eine Frau durchaus ein Mischskript, aus zwei oder drei der hier angeführten exemplarischen Fälle haben kann, und dass es von Fall zu Fall Abweichungen im Detail geben mag. In jedem Beispiel gebe ich zunächst das Leitmotiv an, den Lebensplan. Hierzu gehört die Unterdrückung von Intimität, Spontanität, und Wahrnehmungsfähigkeit, ihre Möglichkeiten sich zu wehren, die Art ihres Zeitvertreibs, und das mit dem Skript verknüpfte unglückliche Ende. Die übrigen Beschreibungskriterien entsprechen denen von Claude Steiner, siehe Kapitel 7. Unter Kapitel 14.1 Mutter ist die Beste, oder Die Frau, das Rückgrat der Familie. Der Lebensplan An jeder Mann in ihrer Umgebung spendet sie ihr Leben lang Wärme und Fürsorge, nur sich selbst nimmt sie aus. Sie gibt immer mehr, als sie bekommt, und nimmt dies auch so hin, weil sie sich für den unwichtigsten Teil der Familie hält, und eine Bestätigung ihres eigenen Wertes nur im Maße ihrer Verausgabung zu finden glaubt. Die Massenmedien mit ihrer Darstellung der Hausfrauenrolle und Mutterrolle, liefern ständig neue Rechtfertigungen für diese einseitige Hingabe der Frau. Streicheleinheiten und eine Deutung ihrer Daseinsberechtigung, erhält sie nie um ihrer Selbst- und ihrer Arbeit willen, sondern nur als Ausdruck des Wohlergehens von Familie, Ehemann und Kindern. Sie wählt ihr Skript wegen der damit verbundenen Sicherheit, und weil sie mit diesem Skript ihre Angst umgehen kann. Die Angst, ihre Umwelt mit einer unabhängigen und eigenständigen Frau zu konfrontieren. Sie bleibt ihrem Skript treu, weil sie immer dann auf den Zorn und Widerstand ihres Mannes und ihrer Kinder stößt, wenn sie rebelliert und ihren eigenen Wünschen nachgehen will. Die Mutter beherrscht zwar alle Rollen in dem Dreieck Rettungsaktion, siehe Kapitel 11, am vertrautesten ist ihr jedoch die Rolle des Retters. Im Bemühen ihre Zuwendung erwidert zu bekommen, redet sie häufig viel zu viel um die Aufmerksamkeit der anderen auf sich zu lenken. Sie fordert keine Liebe oder die Erfüllung ihrer Wünsche von ihrer Familie, sondern sie versucht bei Mann und Kindern Schuldgefühle zu wecken. Schließlich weigert sie sich auch, mit der Ausrede, zu müde zu sein oder Kopfschmerzen zu haben, mit ihrem Mann zu schlafen, und hofft, hierdurch von ihm Hegende und pflegende Streicheleinheiten zu erhalten. Sie vergleicht sich mit den schlanken und hübschen Mädchen mit ihren Luxuskostümen in den Frauenzeitschriften, und kommt zu dem Schluss, dass sie nicht okay ist. Einerseits bereitet sie die verlockendsten Speisen zu, andererseits macht sie eine Schlankheitskur. Ein echter Teufelskreis. Je weniger sie sich okay fühlt, desto mehr möchte sie rebellieren, die leckersten Speisen kochen und sich daran überessen. Im Alter wird sie niedergeschlagen und einsam, und niemand beachtet sie mehr. Ihre Kinder haben sich von ihr abgewandt, und ihr Mann interessiert sich nicht mehr für sie. Sie haben genug von ihr bekommen, und sie ist verbraucht. Zu allem wird sie häufig auch noch für die Probleme ihrer Kinder verantwortlich gemacht. Ist sie aufgebraucht und zu nichts mehr nutze, dieses Stadium wird häufig gleichzeitig mit der Menopause erreicht, stirbt sie einen psychischen Tod, Etikett-Involutions-Depression, und erhält dann für ihr langes hartes Leben Elektroschocks. Die Gegenskripts Eine eigene Berufstätigkeit erweckt zunächst den Anschein, als ob sie unabhängig geworden und dem alten System entronnen sei. Dieser Anschein trügt jedoch nicht lange, weil sie die Doppelbelastung von Beruf und Haushalt nur eine begrenzte Zeit durchhält. Die Einschärfungen und Zuschreibungen Sei eine gute Mutter. Sei immer lieb und nett. Opfere dich für andere auf. Die Entscheidung Die Frau vom Typ, Mutter ist die Beste, entscheidet sich beim Eintritt in das Erwachsenenalter, lieber eine gute Ehefrau und Mutter zu sein, als eine eigene Karriere anzustreben oder sich den angstbesetzten Konflikten eines selbstbestimmten Lebens auszusetzen. Die mythische Heldin Sie schwärmt für die Fernsehserie Mutter, Das war dein Leben, sah sehr gerne die Waschmittel-Reklame mit Clementine, eine Werbefigur, und dem schlechten Weichspülgewissen, und sie schwärmt für die Vorstellungswelt von Mutter Erde. Der somatische Anteil Sie neigt zu Übergewicht Ihr Körper erfährt zu wenig ausgleichende und gesunde Bewegung. Ihr Körper wird weich, träge und unbeholfen. In der dritten Welt und oder als Frau der Unterschicht, wird sie ihre Gesundheit den Bedürfnissen der Kinder unterordnen. Die Spiele Überlastet Frigide Frau Du siehst ich gebe mir wirklich die größte Mühe. Fußnote 1 Meiner Ansicht nach beinhalten diese Spiele sexistische Vorurteile. Die Diskussion hierüber mit Eric Bern wurde durch seinen Tod abgebrochen. Die Rolle des Therapeuten im Skript Er fordert sie auf, ruhig zu bleiben und sich anzupassen. Für ihr Wohlgefühl und um ihrer Aufgabe weiter gerecht zu werden, gibt er ihr Beruhigungsmittel. Er schlägt ihr eine Abmagerungskur vor, und verordnet ihr Pillen, um schlank, glücklich und ruhig zu bleiben. Schließlich wird er sie mit Elektroschocktherapie traktieren. Die Antithese Sie beginnt ihre eigenen Bedürfnisse im Innern zu spüren und zu respektieren. Sie erhält Streicheleinheiten für das, was sie ist, und nicht für das, was sie gibt. Sie weigert sich strikt dagegen, die Retterrolle zu spielen. Sie lässt sich künftig um Gefälligkeiten bitten, und sie gibt nicht mehr, als sie auch erhält. Als wichtigen Grundsatz stellt sie sich selbst und ihre Bedürfnisse vor die Bedürfnisse der anderen. Sie achtet auf ihren Körper und pflegt ihn, jedoch nicht mit dem Ziel des Covergirls. Sie pflegt ihren Körper, weil sie sich selbst bejaht, und weil sie sich gut fühlen möchte. Sie treibt regelmäßig Sport. Sie interessiert sich für Frauenfragen und für die Geschichte der Frauenbewegung, für Autotechnik und für Ekido, eine defensive moderne japanische Kampfkunst. Ihre psychische und physische Gesundheit nimmt sie wichtiger als alles andere. Für eine Frau, die schon längere Zeit unter diesem Skript gelebt hat, ist es schwer, den eingeschlagenen Weg wieder zu verlassen. Eine übergewichtige Mutter von vier Kindern hat kaum eine andere Alternative. Aber Frauen, die wirklich umsteigen wollen, können dennoch ihr Leben in die eigenen Hände nehmen. Sie können für ihre freie Lebensgestaltung kämpfen, für ein Leben nach ihren Wünschen und Interessen, sie können sich mit anderen Frauen zusammenschließen und sich gegenseitig unterstützen. Sie können sich in der Betreuung ihrer Kinder helfen, und aus dieser Zusammenarbeit schließlich auch Aktionsgruppen für eine bessere Sozialgesetzgebung bilden. Unter Kapitel 14.2 Die synthetische Plastikfrau Der Lebensplan In ihren Bemühungen um Streicheleinheiten, umhüllt sie sich mit künstlichem Dekor. Auffallender Schmuck Hohe Absätze Verführerische Kleidung Und Parfums Und auffallendes Make-up Immer wieder und ohne Erfolg Will sie Schönheit und Okay sein kaufen. Dem Vorbild des Covergirls, ihrem Idol aus Kino- und Frauenzeitschriften, fühlt sie sich ständig unterlegen. Für die Raffinesse, mit der sie einkauft und sich kleidet, hiermit bringt sie ihre gesamte Freizeit zu, erhält sie auch hin und wieder Streicheleinheiten, meist jedoch nur vom Verkäufer. In der Rolle der Konsumentin fühlt sie sich sicher, und wenn sie das, was sie möchte, kaufen kann und sich zu einem Kauf entschließt, dann erlebt sie ein Gefühl der Macht. Außerhalb der Einkaufssituation muss sie sich jedoch eingestehen, dass sie auf ihr Leben recht wenig Einfluss hat, und sie wird im Spiel Rettungsaktion die Rolle des Opfers annehmen. Die ihr zur Verfügung stehende Zeit verplant sie weitgehend mit Einkaufen, Make-up, Wohnungseinrichtung, mit Kinozeitschriften und Modezeitschriften. Wenn sie einmal nicht als Barbie-Puppe auftritt und keinerlei Beachtung durch andere Menschen erfährt, dann fühlt sie sich in ihrem Skript umso mehr bestätigt. Da sie all das, was sie von ihrem Leben haben möchte, nicht kaufen kann, wird sie sich rächen. Vielleicht wird sie zur Ladendieb in, oder sie wird im Zorn auf ihren Mann derart viel Geld verschleudern, dass sie ihn im wahrsten Sinne des Wortes mit der Plastikkreditkarte erschlägt, oder sie geht von seinem Geld, Streicheleinheiten beim Psychiater einkaufen. Sie wird in Depressionen enden, wenn sich die künstliche Schönheit nicht länger auffrischen lässt. Weder von sich selbst noch von den anderen wird sie diejenige Art Streicheleinheiten erhalten, die ihr bis dahin so viel galten. Sie empfindet eine Lehre, die sie mit Alkohol, Beruhigungsmitteln oder anderen Drogen zu füllen versucht. Als alte Frau wird sie ihr Leben mit Nipsachen, Plunder und anderem Schnickschnack dekorieren. Das Gegenskript Wenn sie gerade eine Abmagerungskur hinter sich hat, neue Kleider gekauft hat und sich dann auf einer Kerzenscheinparty wohlfühlt, weil man sie wieder bewundert, dann scheint es, als ob sie mit ihrem Skript doch noch glücklich werden könnte. Die Trinks zum Mittagessen lassen in ihr auch zu Hause oder bei der Arbeit ein angenehm beschwingtes Gefühl aufkommen. Aber der Schwung hält nicht lange an und bald fühlt sie sich wieder leer und unzufrieden. Die Einschärfungen und Zuschreibungen Du darfst nicht alt werden. Du darfst nicht du selbst sein. Immer fesch und reizend sein. Die Entscheidung Während ihrer Oberschulzeit steht sie vor der Wahl, entweder einen kleinen Nachmittagsjob anzunehmen, um ein wenig Geld für schicke Kleider zu verdienen, oder aber bei der Schülerzeitung, bei der sie mitarbeitet, weiterzumachen, und ihr Interesse am Schreiben zu vertiefen. Sie entscheidet sich für das Erstere. Die mythische Heldin Sie schwärmt für Doris D. und andere ähnliche Filmstars. Immer wieder gerne sieht sie Phyllis Diller, Joan Rivers und Carol Channing. Der somatische Anteil Ihr Körper ist schlank und unsportlich. Mit ihren mörderischen Schuhen hat sie ihre Füße ruiniert. Ihre Haut ist von Bräunungsmitteln ausgetrocknet. Die Spiele Kauf mir was Schlemiel Unschuldiges Opfer von Streichen Alkoholiker Pilloholiker Die Rolle des Therapeuten im Skript Der Therapeut verschreibt Pillen aller Art und rät ihr zu einer längeren Psychotherapie. In seiner Diagnose schließt er die Gruppentherapie aus, weil sie so neurotisch ist. Sie kommt drei- oder viermal in der Woche zu Einzelsitzungen. Die Antithese Sie entscheidet sich, sich so zu mögen und anzunehmen, wie sie ursprünglich ist. Sie erkennt, dass ihre Macht als Kundin und Konsumentin nur eine Illusion ist, und indem sie ihre Verantwortung für einen eigenen Lebensplan annimmt, entscheidet sie sich für ein selbstbestimmtes Leben. Sie schluckt keine Pillen mehr, um ihre Unzufriedenheit zu verdrängen. Stattdessen schließt sie sich einer problemorientierten Gesprächsgruppe an, und erfährt allmählich, wie sie an ihrem Leben wirklich etwas ändern kann. Sie beschäftigt sich mit mehr, als nur den äußerlichen Aspekten ihrer Person, und bemüht sich um ein Selbst, das gleichermaßen für sie selbst und ihre Mitmenschen annehmbar und liebenswert ist. Sie treibt Sport und schließt sich einem Wanderverein an, um neue Leute kennenzulernen. Sie hält sich immer wieder dazu an, mehr auf ihre eigenen Gefühle als auf ihre äußerliche Erscheinung zu achten. Unter Kapitel 14.3 Sie setzt alle ihre Fähigkeit und ihre ganze Energie für den Erfolg ihres Ehemannes ein, der zwar häufig weniger begabt als sie ist, aber nach den Regeln dieser sexistischen Gesellschaft, der erfolgreichere sein muss. Sie ist meist kinderlos. Cocktailpartys schmückt sie durch ihr dekoratives Aussehen. Sie ist eine brillante Gastgeberin und Schankwirtin. Sie spielt die Rolle der grauen Eminenz, der durch eine unglückliche Fügung des Schicksals, ihr Geschlecht, die offene Ausübung von Macht nicht ansteht. Seine Steigbügel fest in der Hand, versorgt sie ihn mit vielen Streicheleinheiten, und lässt ihm auch all die Streicheleinheiten und Komplimente zukommen, die eigentlich ihr zustehen. Sie spielt zum Beispiel den Gustweiter für das Buch ihres Mannes. Anerkennung und Ruhm fallen jedoch allein auf ihn. Sie muss sich mit dem Abglanz seines Erfolges zufrieden geben. Sie empfindet es auch als viel leichter, ihr eigenes Erfolgsstreben im Ehemann verwirklicht zu sehen, als sich mit einem harten Konkurrenzleben herumzuschlagen, das mit der Entscheidung zur Karriere Frau, und zu abfälligen Etikettierungen verbunden wäre wie blau-strümpfige Emanze. Wenn er wirklich erfolgreich ist, dann verbringt sie einen guten Teil ihrer Zeit mit der Lektüre seiner Verehrerpost, sie verfolgt seine Fernsehauftritte, hält sich über die Schritte seiner Konkurrenten auf dem Laufenden, kümmert sich um das repräsentative Aussehen der Wohnung, und gibt glänzende Abendgesellschaften, um seinen Chef zu einer Beförderung zu bewegen. Wie unentrinnbar dieses Skript ist, zeigt sich immer dann, wenn ein Verlag ihre Manuskripte, diesmal mit ihrem Namen, ablehnt, und sie es zu nicht mehr als einer Sekretärinnenstelle bringt. Wird sie dieser Ungerechtigkeit überdrüssig, dann kann sie in die Rolle der Femm Fatal wechseln, um ihren Anteil an seiner Arbeit herauszustreichen. Vielleicht zieht sie auch einen Seitensprung mit einem seiner Konkurrenten in Betracht. Hat er schließlich seinen Aufstieg weitgehend geschafft und ist weniger abhängig von ihr geworden, dann wird er vielleicht die Scheidung einreichen, um sich mit einer jüngeren und ihm unterlegeneren Frau zu lieren, die sich zudem als Sexualobjekt besser eignet als seine bisherige Frau. Das Gegenskript Das Gegenskript erweckt den Anschein, als ob der Tatbestand der Ausbeutung fast gegenstandslos geworden sei. Sie wird als die Frau im Hintergrund anerkannt und gewürdigt. Solange ihr Mann ihr diese Rolle wirklich dankt, kann sie sich wohl und okay fühlen. Sobald er aber ihre Dienste nur noch wie selbstverständlich hinnimmt, wird sie eifersüchtig und verdrossen, und hält sich gleichzeitig wegen eben dieser Gefühle für nicht okay. Die Einschärfungen und Zuschreibungen Sei hilfreich Nimm kein Lob an Stelle dich hinter deinen Mann Die Entscheidung Zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Ausbildung entschließt sie sich, abzubrechen und arbeiten zu gehen, um ihrem Mann die Berufsausbildung zu erleichtern. Sie entschließt sich zu dem Motto, dass eine gute Ehefrau ihren Mann unterstützen und nicht überragen sollte. Die mythische Heldin Die Gestalt der Elinne-Rose-Welt fasziniert sie, und sie interessiert sich für Pat Nixon und Jackie Kennedy. Der somatische Anteil Sie geht ein wenig gebeugt und hat die Schultern stets ein wenig hochgezogen, um möglichst unbedrohlich und unauffällig auszusehen. Die Spiele Sie sind wirklich wundervoll, Herr Professor. Wie schön, dass ich helfen darf. Für dich tue ich alles. Die Rolle des Therapeuten im Skript Er führt ihr die Grenzen einer Frau vor Augen und ermahnt sie, ihre Aufgabe als Stütze ihres Mannes anzunehmen. Beim Stichwort Ehescheidung macht er ihr klar, dass sie ihre ganze Weiblichkeit und ihren weiblichen Charme, durch ihre Wut- und Rachegefühle, im Laufe eines Scheidungsprozesses verlieren würde. Die Antithese Um aus diesem Skript herauszukommen, muss sie bereit sein, Lob und Anerkennung für ihre Fähigkeiten anzunehmen, und ihre Fähigkeiten eigennützig anzuwenden. Sie darf sich nicht mehr damit begnügen, abgeschlagen im Abseits zu stehen, ihm die Verantwortung und den Kampf im Konkurrenz erfüllten Außenleben zu überlassen. Als erstes muss sie sich von der inneren Stimme befreien, die ihr einredet, wenn sie sich gelegentlich als stark und mächtig erweist, nicht okay zu sein. Andere Menschen werden aus Furcht vor ihrem Ehrgeiz versuchen, sie klein zu halten. Dem muss sie lernen zu widerstehen. Sie kann lernen, für sich selbst und nach eigenem Ermessen zu arbeiten, und sie kann ihrem Mann vorschlagen, bezahlte Hilfskräfte für Büro und Haushalt anzustellen. Sie muss sich dafür entscheiden, Erfolg direkt und nicht über einen Dritten anzunehmen, und sie muss auch bereit sein, die damit verbundenen Kosten selbst zu tragen. Unter Kapitel 14.4 Der Lebensplan Ihr Leben lang verharrt sie in der Opferrolle und sucht nach einem Retter. Ihre Eltern hatten ihr jede Sorge und jede Verantwortung abgenommen, weil sie ja ein Mädchen war, Mädchen müssen ja hilflos sein, und haben auf diese Weise eine Behinderte aus ihr gemacht, die ganz von ihren Eltern abhängig wurde, und von ihnen lückenlos kontrolliert wurde. Nach einigen Auflehnungsversuchen hat sie schließlich aufgegeben, und sie kommt zum Schluss, dass die Eltern recht haben, und dass sie hilflos ist. Sie heiratet einen Mann mit Führereigenschaften. Es ist häufig ein Psychiater, der den rettenden Papi für das arme hilflose Mädchen spielt. Sie bekommt keine Streicheleinheiten, die sie in ihrer Eigenständigkeit bestärken. Sie fühlt sich ständig nicht okay, weil sie ihre Streicheleinheiten ja nur bekommt, wenn sie wirklich ganz am Boden ist. Ihre Streicheleinheiten haben einen derart bitteren Beigeschmack, dass sie nie richtig wärmen und nähren. Sie erfährt nur äußerst selten echte Intimität in einer gleichwertigen Beziehung. Sie erhält lediglich Intimität aus der Begegnung ihres Kindheits-Ich mit dem Erwachsenen-Ich der anderen. Ihre Zuschreibung erlaubt es ihr, eine Kindfrau zu sein. Ihre Spontanität ist kindhaft und hilflos. Ihr Einfallsreichtum verrückt zu spielen ist gut entwickelt. Sie lernt, dass sich ihre Wünsche leichter erfüllen lassen, wenn sie den anderen von ihrer Hilflosigkeit und ihren Schwierigkeiten erzählt, und hierbei verfestigt sich ihr Selbstbild. Sie klagt ständig darüber, wie schrecklich doch alles ist, und ständig ist sie damit beschäftigt, andere zur Hilfe zu engagieren. Immer wieder beweist sie, dass sie ein Opfer ist. Sie schafft Situationen, in denen sie andere dazu bringt, gegen deren Willen etwas für sie zu tun, und schließlich das arme Kind voll Kroll und Ärger zu verfolgen. Ihr Ehemann bekommt Streicheleinheiten, wenn er ein guter Papi zu seinem Kind Chen ist, sie versieht ihn mit sexuellen Streicheleinheiten und schließlich, wenn sie hoffnungslos zerstört am Boden liegt, streichelt sie ihn in seiner Märtyrerrolle. Um sich aufzulehnen, spielt sie verrückt und macht ihrem Mann öffentliche Zähnen, die ihm peinlich sind. Entweder schürt sie Zweifel an seinen Fähigkeiten als Therapeut, oder an seiner Eignung zum Ehemann. Am Ende ist sie nicht mehr dazu in der Lage, sich angemessen zu verhalten, und endet schließlich in einer auf Unterdrückung basierenden Abhängigkeitsbeziehung mit einem Mann oder in einer Anstalt. Das Gegenskript Zunächst unmittelbar nach der Heirat mit ihrem Helden, scheint das Skript zu ihrer Zufriedenheit abzulaufen, er rettet sie und richtet sie immer wieder auf. Es scheint so, als habe sie eine ganz gute Wahl getroffen. Die Einschärfungen und Zuschreibungen Werde nicht erwachsen Tue, was dir deine Eltern sagen Denke nicht Die Entscheidung In jungen Jahren, nachdem sie jedoch schon genügend Druck ausgesetzt war, und ihre eigenen Meinungen und Gefühle verdrängt hat, entscheidet sie sich dafür, dass ihre Eltern alles am besten wissen, das heißt besser als sie selbstständig. Die mythische Heldin Als Kind hörte sie am liebsten das Märchen vom Aschenputtel, und die Geschichte von Anni das arme Waisenkind. Der somatische Anteil Ihr Körper ist meist schwach, ihre Körperhaltung unsicher. Ihre Augen sind gewöhnlich weit geöffnet. Ihr Gesichtsausdruck ist überwiegend traurig oder überrascht. Die Spiele Ist das nicht alles furchtbar? Dümmchen Tu mir was Die Rolle des Therapeuten im Skript Er übernimmt die Retterrolle Und wenn sie nach kurzem Fortschritt wieder einen Rückfall, hat wird er zum Ankläger, und erklärt sie für unmotiviert oder schizophren. Die Antithese Sie weigert sich in die Opferrolle zu flüchten, oder tu mir was zu spielen. Sie entscheidet sich dafür, dass es sich lohnt erwachsen und selbstständig zu werden. Allmählich bekommt sie auch dann Streicheleinheiten und Botschaften, Du bist okay, wenn sie stark ist. Streicheleinheiten für ihre Opferhaltung lehnt sie ab. Am Selbstbild der Unterlegenen und Geschlagenen findet sie keinen Gefallen mehr. Das unterdrückende und erniedrigende Moment des Gerettetwerdens, wird ihr voll bewusst, und sie entschließt sich, sich nur noch die Hälfte von dem vorzunehmen, was sie gewöhnlich zu tun beabsichtigte. Sie weiß sehr gut, dass Rettung für sie so viel bedeutet wie Heroin. Ihre eigene Kraft beginnt ihr Spaß zu machen. Sie trainiert ihren Körper, um ihre verschütteten Energien wieder freizusetzen, und lernt Karate, um sich auch auf der Straße stark und sicher zu fühlen. Sie entsinnt sich ihres zweiten Vornamens, und bittet ihre Bekannten, sie künftig nicht mehr Susi sondern Choi zu nennen. Unter Kapitel 14.5 Die Bildschönheit Der Lebensplan Sie hat alle Eigenschaften eines sogenannten Covergirls, schätzt sich selbst jedoch nicht sehr hoch ein, und glaubt auch nicht, dass sie wirklich hübsch ist. Sie hält ihre Reize nur für oberflächlich und findet, dass sie darunter mies und hässlich ist. Wenn sie in den Spiegel schaut, dann sieht sie nicht ihre Schönheit, sondern nur ihre Fältchen und Makel. Diese paradoxe Erscheinung nennt man das Schöne-Frauensyndrom. Es entsteht dadurch, dass sich eine Frau nur Körperstelle für Körperstelle betrachtet und dadurch übersieht, dass ihr Körper insgesamt schön ist. Wenn jemand sie für schön hält, dann denkt sie, dass sie ihn getäuscht hat, und hält den vermeintlich Getauschten für dumm. Sie erhält unzählige Streicheleinheiten für ihre Schönheit und leugnet sie alle. Sie möchte als Person als Mensch gemocht werden, aber niemand ist bereit, durch ihre äußere Erscheinung hindurch zu blicken. An ihrer Seite bekommt jeder Mann Streicheleinheiten, weil er einen solchen Schatz im Arm hat. Sie ist ständig auf der Suche nach dem Prinzen ihrer Träume, der ihr Leid beenden möge, und sie mit seiner reinen und tiefen Liebe erst wirklich schön mache und mit Selbstwert erfülle. Sie ist wütend, dass man sie nicht in erster Linie als Mensch schätzt. Sie lehnt sich dagegen auf, indem sie pausenlos raucht und in Gegenwart ihrer Freunde sehr schlampig auftritt. Mit welchen Angeboten auch immer die Männer sich nähern. Sie lockt sie zwar an, wird sich aber nie hingeben. Sich selbst erlebt sie fast ausschließlich als Opfer. Öfter als es der Fall ist, sehen andere Frauen in ihr die Konkurrentin um die Gunst der Männer und neiden ihr die Schönheit. Wegen ihres Aussehens bekommt sie auch leichter als andere ihre Wünsche erfüllt. Durch diesen Vorzug musste sie auch nie lernen, wie man mit anderen Menschen kooperiert. Deshalb führt sie sich zuweilen wie eine Primadonna auf. In der Beziehung zu ihrem Traumprinzen wird ihr Erwachsenen-Ich keine Rolle spielen, und im Laufe ihres Beisammenseins wird er sie emotional zugrunde richten. Ist ihre Schönheit einmal vergangen, wird sie ihr feindliches Verhalten anderen gegenüber beibehalten, mit dem Unterschied allerdings, dass man sie nun einfach für ein Ekel hält. Oft genug endet das Leben der Bildschönheit in Einsamkeit ohne Liebe zu jemand anderem, und nicht einmal zu sich selbst. Das Gegenskript In der ersten Zeit ihres Verliebtseins mit dem Traumprinzen scheint ihr Leben voller Glück und Seligkeit zu sein. Dieser Zustand hält etwa sechs Monate an, und dann, wenn der Prinz sich einer anderen Schönheit zuwendet, bekommt das Glückrisse und bröckelt allmählich ab. Die Einschärfungen und Zuschreibungen Deine Schönheit ist nur oberflächlich. Lasse niemanden zu dicht, an dich heran. Sei nicht du selbst. Die Entscheidung Da sich die Leute anscheinend nur für ihr hübsches Gesicht und nicht für sie selbst interessieren, es also so scheint, als ob ihr die Anerkennung als vollwertiger Mitmensch verwehrt bleiben wird, entscheidet sie sich, sich als Sexualobjekt zu verkaufen, um wenigstens einen Teil ihrer Bedürfnisse befriedigen zu können. Die mythische Heldin Die Marilyn Monroe-Legende übt auf sie eine morbide Faszination aus. Sie bewundert die großen Stars von Bildschirm und Leinwand. Der somatische Anteil Obgleich ihr Körper sehr schön ist, liegt wenig Gefühl in dieser Schönheit. Sie ist häufig so angespannt, dass auch ihr Körper angespannt und hart wird. Sie hat gelegentlich Schwierigkeiten den Orgasmus zu erreichen. Wenn sie lächelt, dann lächelt nur ihr Mund, als ob sie die Falten um ihre Augen herum scheute. Die Spiele Hilfe Vergewaltigung Das tue ich ja nur für dich. Schändung ihrer Selbst Die Rolle des Therapeuten im Skript Er fühlt sich sexuell zu ihr hingezogen und macht ihr Abwunsen, so dass sie alles, was er ihr vielleicht zu sagen hätte, leugnen kann. Die Antithese Sie beginnt unabhängig von ihrer Schönheit, Streicheleinheiten für solche Eigenschaften zu fordern, die andere Leute an ihr mögen. Streicheleinheiten, die sich lediglich auf ihre körperliche Erscheinung beziehen, lehnt sie ab. Sie beginnt sich selbst so zu mögen, wie sie ist. Sie spielt nicht mehr Schändung mit sich selbst. Allmählich gelingt es ihr, ihre inneren und äußeren Schönheiten anzuerkennen und zu genießen. Sie unternimmt Dinge, die ihr wirklich etwas bedeuten, und sie schließt sich einer Frauengruppe an, um zu lernen, wie sie durch Zusammenarbeit mit anderen etwas erreichen kann. Sie entscheidet sich künftig ihr Erwachsenen-Ich zur Grundlage einer gleichberechtigten Beziehung mit einem Partner zu machen, der sie als Person und nicht nur als äußere Erscheinung anerkennt. Allmählich kann sie auch ihre eigene lebensgestalterische Kraft anerkennen, und sie gewinnt eine positive Einstellung zu ihrer weiteren Arbeit an sich selbst. Unter Kapitel 14.6 Die Krankenschwester Der Lebensplan Sie ist eine professionelle Rettehrin. Sie arbeitet in einer Institution, die sie bis an den Rand ihrer Kräfte ausbeutet. Ursprünglich wollte sie sich nur der Pflege anderer Menschen annehmen, aber bald ging sie selbst in ihren Pflegeaufgaben unter. Sie hat gelernt, die Bedürfnisse anderer Menschen von den Augen abzulesen und zu erahnen. Sie hat gelernt, wie man andere Menschen umsorgt. Mit der Zeit jedoch erwartet sie dies auch von den anderen. Sie erwartet, dass auch die anderen ihr die Wünsche von den Augen ablesen, und dass auch sie so umsorgt wird, wie sie dies in ihrem Beruf tut. Ihre Erwartung wird aber enttäuscht. Sie fordert nichts und bekommt auch nichts. Das Einzige, was sie bekommt, und dies zum Überdruss, sind Streicheleinheiten in Form von Pralinenschachteln und Süßigkeiten, die ihr dankbare Patienten und Familienangehörige zukommen lassen. Nachdem sie sich lang genug als Rettehrin aufgerieben hat, fühlt sie sich verbittert und wütend. Da ihre Wünsche nicht erfüllt werden, wechselt sie in die Rolle des Anklägers, indem sie auf professionelle Distanz geht, eine Haltung, die häufig in ein Anti-Rettungsspiel umschlägt, siehe Kapitel 11. Ich tue nur noch das, worum man mich ausdrücklich bittet. Sie investiert viel Zeit in Klagen über die schrecklichen Ärzte und die Oberen, aber ihr fehlen entweder Zeit und Energie, um offen zu opponieren, oder sie fürchtet mögliche Gegenmaßnahmen ihrer Vorgesetzten. Häufig meint die Krankenschwester auch, dass sie zum schieren Überleben ihre Stelle halten und sich anpassen muss, da ihre ganze Familie von ihrem Einkommen abhängig ist. Vielleicht rettet sie mit ihrem Einkommen den Alkoholiker, Ehemann, vielleicht ist sie auch alleinstehende Mutter. Das Scheitern einer Liebesbeziehung erklärt sie meist damit, dass sie ihm zu wenig Hilfestellung, Rettung, gegeben habe. Die Ironie ihres Skripts besteht darin, dass sie im Alter selbst zur regelmäßigen Krankenhauspatientin wird, weil sie in der Sorge um das körperliche Wohlbefinden anderer, am eigenen Körperraubbau betrieben hat. Vielleicht hat sie sich, als sie einen stürzenden Patienten auffangen wollte, eine Rückenverletzung zugezogen, vielleicht hat sie zu viele Aufputschmittel genommen, um den Arbeitstag durchzustehen, und zu viele Beruhigungsmittel und Alkohol, um in der Nacht Ruhe zu finden. Das Gegenskript Während der ersten Zeit nach ihrer Ausbildung sieht es so aus, als habe sie einen wunderbaren Berufsweg vor sich, und als ob alles nach ihren Wünschen liefe. Erst wenn sie spürt, dass sie viel Liebe geben muss und wenig Liebe zurückerhält, nimmt ihr Enthusiasmus ab. Während ihrer Arbeit auf einer Krebsstation verfällt sie in tiefe Depressionen und nimmt Schlaftabletten, um ohne Albträume schlafen zu können. Wenn sie weiße ist und oder der Mittelschicht angehört, trifft sie sich gelegentlich mit einem netten jungen Assistenzarzt. Nach einer Weile stellt sich heraus, dass er schon verheiratet ist. Vielleicht heiratet sie auch, und er lässt sich erst nach Abschluss seiner Assistenzzeit von ihr scheiden. Die Einschärfungen und Zuschreibungen Denke zuerst an andere Stelle keine Forderungen auf Arbeite hart Die Entscheidung Als junge Frau entscheidet sie sich dafür, dass man, um ein guter Mensch zu sein, die eigenen Wünsche zurückstellen muss, und dass alles andere eigennützig, also nicht okay ist. Die mythische Heldin Sie träumt vom Leben einer endlos leidenden, und stets geduldig zuhörenden und gehorchenden Frau, und sie schwärmt von Florence Nightingale. Der somatische Anteil Da sie zu viel stehen muss, ruiniert sie ihre Füße und bekommt Krampfadern an den Beinen. Durch das ständige Heben von Patienten zieht sie sich einen chronischen Rückenschaden zu. Die Spiele Warum nicht? Ja aber Ist das nicht alles furchtbar? Das tue ich ja nur für dich. Die Rolle des Therapeuten im Skript Er hält sie weiter zu ihrer bisherigen Arbeit an, bestätigt sie in ihrer Aufopferung für andere, und natürlich, verteidigt er die patriarchalische Stellung der Ärzte. Damit sie weiter funktioniert, verschreibt er ihr Aufmunterungsmittel für den Tag und Beruhigungsmittel für die Nacht. Vielleicht vertraut er ihr sogar seinen eigenen privaten Kummer an, weil sie ja so viel Verständnis hat und so gut zuhören kann. Die Antithese Vor allem muss sie lernen, Wünsche offen auszusprechen und ihre eigenen Bedürfnisse vor diejenigen anderer Leute zu stellen. Sie muss sich, und das ist ebenso wichtig, gegen ihre Retterrolle entscheiden, und sie muss lernen, wie sie Beziehungen aufnehmen und vertiefen kann, die nicht vom Spiel Rettungsaktion getrübt sind. Unter Umständen muss sie ihre Arbeit im Krankenhaus aufgeben und anderenorts eine halbe Stelle annehmen, um erst einmal Zeit für sich selbst zu haben. Sie muss lernen, sich um sich selbst zu kümmern und auf ihre eigenen Bedürfnisse und ihren Körper Rücksicht zu nehmen. Später sollte sie sich mit anderen Krankenschwestern zusammenschließen, um gegen die ausbeuterischen Arbeitsplätze am Krankenhaus zu kämpfen, um der Arbeit der Krankenschwester den ausschließlichen Charakter eines Rettungsspieles zu nehmen, und um mit Patienten deren Rechte und Verantwortlichkeiten neu zu durchdenken. Unter Kapitel 14.7 Die Fettleibige Der Lebensplan Die Fettleibige schleppt sich ihr Leben lang unter dem Diktat ihrer Badezimmerwaage herum und bemüht sich in endlosen Abmagerungsversuchen, durch Selbstdeprivation, Entzug von etwas Erwünschtem, okay zu werden. Meist hat sie als Kind eine schlechte Essenserziehung durchgemacht, musste viele Kohlehydrate essen, und als Belohnung für gutes Benehmen bekam sie auch immer etwas Gutes zu essen. Sie musste immer ihren Teller leer essen, da es zu Hause als Schande galt, Essen wegzuwerfen, denk doch an die armen Kinder in Indien, und nicht an deinen vollen Magen. Es gelingt ihr nur selten, Ärger und Wut frei zu äußern, und Nein zu sagen fällt ihr sehr schwer. Sie schluckt buchstäblich alles herunter. Ein Vorteil ihrer Fettleibigkeit ist ihr Gefühl, fest auf beiden Beinen zu stehen und in sich zu ruhen. Da sie kaum Nein sagen oder wütend werden kann, schützt sie ihre Fettleibigkeit auch vor Männern, die sie sonst abweisen müsste. Ihr Speck hat auch die Funktion eines Holzbeines. Als Fettleibige hat sie immer eine gute Ausrede, irgendetwas nicht zu tun, und sei es, ein eigenes Ziel zu verfolgen. Sie hätte so gerne Streicheleinheiten für ihre körperliche Erscheinung, bekommt sie aber nie. Ihre Regungen konzentrieren sich auf Essgelegenheiten und die Auswahl unterschiedlicher Speisen. Sie fühlt sich als ein Opfer ihres eigenen Körpers, ihrer mangelnden Selbstkontrolle und der negativen Einschätzung anderer wegen ihres Übergewichts. Sie ist in einem Teufelskreis von Fresserei und Selbstbestrafung gefangen. Wegen ihres Gewichtes hält sie sich für nicht okay. Das ständige Scheitern von Abmagerungskuren beweist ihr, dass sie sich selbst nicht steuern kann, mit anderen Worten, sie ist ein hilfloses Opfer ihrer Sucht. Da sie sich ihr ganzes Leben lang mit dem Kummer über ihr Körpergewicht herumschleppt, und ihr Herz aus Kramm über entgangene Zuwendung und Liebe bricht, entwickelt sie schließlich diejenige Herzkrankheit, die ihr der Arzt ohnehin schon angekündigt hatte. Das Gegenskript Wenn sie gerade eine Kur durchmacht und Gewicht verliert, und immerhin bei Kleidergröße Nummer 44-46 angelangt ist, dann hat es für sie den Anschein, als wäre alles in Ordnung. Aber der Schein trügt, weil sie ständig hungrig ist, ihr Leben weiter um die Waage kreist, und sie immer noch nicht wütend werden und Nein sagen kann. Gerät sie nach Ende der Kur erneut in Schwierigkeiten, dann ist sie wieder zu viel und holt ihre verlorenen Pfunde rasch auf. Die Einschärfungen und Zuschreibungen Sage nicht Nein Du darfst nicht ärgerlich werden Du darfst dich selbst nicht lieben Die Entscheidung Mit 15 Jahren stellt sie endgültig fest, dass sie Probleme mit ihrem Körpergewicht hat, und dass sie nur über wenig Selbstkontrolle verfügt. Die mythische Heldin Sie schätzt die Gemälde von Peter Paul Rubens, und verfolgt mit viel Interesse das Leben der Elisabeth Taylor und deren Sorgen mit dem Körpergewicht. Der somatische Anteil Ihr Speck ist ihr Schutzpanzer. Sie kann ihre körperliche Schwerfälligkeit nur mühsam überwinden, und hat häufig kleinere Verletzungen, etwa einen verstauchten Fuß. Die Spiele Fresssucht Holzbein Ist das nicht alles furchtbar? Die Rolle des Therapeuten im Skript Er ermahnt sie, sich um ihr Problem zu kümmern, und verschreibt ihr Abmagerungspillen und unendlich langweilige Diätvorschriften. Er ist von ihrer körperlichen Erscheinung angewidert. Dies lässt er sie zwischen den Zeilen, und durch seine Haltung ihr Gegenüber erkennen. Die Antithese Ihr Ausweg besteht darin, dass sie sich zu ihrem Körper bekennt. Sie muss lernen, ihren Körper zu lieben und ihn zu pflegen, Vergleiche Fat Liberation von Maya Aldebaron aus dem Jahr 1973. Man sollte ihr helfen, den Ärger über die Erniedrigungen, denen dicke Menschen ausgesetzt sind, zu spüren und auszudrücken. Erst wenn sie ihren eigenen Körper wirklich achtet, hat sie die Möglichkeit, sich auf ihn einzustimmen und auf seine Reaktionen zu achten. Nun erst ist sie in der Lage, ihn nicht mehr zu quälen und zu missbrauchen. Sie kann gesündere Essgewohnheiten annehmen, und lernen nur das zu essen, was ihrem Körper gut schmeckt und angenehm ist. Sie muss lernen, Nein zu sagen und ihren Ärger kundzutun, wenn Menschen sie besonders wegen ihres Gewichts erniedrigen. Sie darf nicht mehr alles schlucken, was man ihr vorsetzt. Auch wenn sie vielleicht niemals im konventionellen Sinne schlank werden sollte, wird sie doch sicherlich um einiges abnehmen und sich in ihrem Inneren wohlfühlen, statt sich ständig mit Hunger und Schuldgefühlen herumzuplagen. Es wird für sie sehr hilfreich sein, wenn sie wieder in Kontakt mit ihrem Körper und dessen Signalen tritt. Sie kann lernen, die Bedürfnisse ihres Körpers für und gegen, bestimmte Nahrungsmittel und andere Reizzufuhr wahrzunehmen, siehe Kapitel 24. Vor allem sollte sie ihren Selbsthass aufgeben und ihren Ärger nicht mehr herunterschlucken. Sie muss auch darauf achten, nicht mehr Streicheleinheiten zu geben als sie bekommt, denn ihr altes Defizit an Streicheleinheiten war einer der Gründe für ihr unmäßiges, kompensierendes Essen. Sie muss auch lernen, sich selbst zu schützen und zu pflegen, und ohne das Narkotikum-Essen zu entspannen. Unter Kapitel 14.8 Die Lehrerin Der Lebensplan Neben finanziellen Gründen war für die Lehrerin bei der Berufswahl entscheidend, dass sie in der Schule den einzigen Ort sah, an dem sie das Wissen ihres Lieblingsfaches, das sie selbst einmal dort gelernt hat, anwenden kann. Gleichzeitig jedoch erfüllt die Lehrerin nicht so ganz genau ihre eigentlichen Erwartungen an das Leben. Einmal festangestellt, reichen die Verlockungen der Sicherheit einer Beamtenstelle aus, um sie für immer festzuhalten. Zwei gesellschaftliche Funktionen sind mit ihrem Beruf verbunden. Die tägliche Schulzeit hat zunächst einmal die für die Eltern selbstverständliche Funktion, die Kinder sicher aufbewahrt zu wissen. Außerdem bereitet die Lehrerin ihre Schüler auf das spätere Arbeitsleben vor, indem sie sie in das Wertesystem unserer Gesellschaft einführt. Sie lehrt ihren Schülern den Wettbewerb, sie zeigt ihnen, wie man sich dem Wettbewerb entsprechend in einer geordneten Reihe aufstellt, wie man Befehle annimmt, und wie man sich anpasst. Als Lehrerin muss sie Anordnungen befolgen, die sie zwar größtenteils selbst ablehnt, aber ihrerseits bei den Kindern durchsetzen muss. Zu ihrem Hauptproblem wird die Tatsache, dass sie den ganzen Arbeitstag mit Kindern verbringt und nur wenig Kontakt zu Gleichaltrigen hat. Als verheiratete Lehrerin ist sie in der Ausschließlichkeit ihrer Zweierbeziehung gefangen. Als Ledige hat sie nur wenig Gelegenheit, ihren Kontaktwünschen nachzugeben. Die Streicheleinheiten ihrer Schüler, Kindheits-Ich zu Eltern-Ich, reichen ihr nicht aus. Ihre berufliche Situation bringt es mit sich, dass sie zumeist mehr Liebe gibt, als sie erhält. Mit der Zeit spürt sie den Mangel an Streicheleinheiten immer deutlicher, und allmählich vergeht ihr der Spaß am Unterricht. Sie entwickelt eine Aversion gegen ihre Schüler, und gerät in die Rolle des Anklägers, wobei sie vielleicht einige Lieblingsschüler ausnimmt. Das Gegenskript Immer wieder gibt es in ihrem Skript ein paar Lichtpunkte. Im Herbst beginnt das neue Schuljahr, und alle freuen sich, sie wieder zu sehen. In den großen Ferien unternimmt sie eine ausgedehnte Reise, und hofft neue Leute kennenzulernen. Aber die Grundeinstellung zu ihrer Arbeit wird im Zähn einerlei ihres Schulalltags deutlich, wenn ihre Wünsche nach Unabhängigkeit und Freizeit unübersehbar werden, und sie sich an ihrem Platz im Lehrerzimmer, oder über ihren Heften zu Hause Hässlichkeiten einredet, ich bin wirklich ein typisches Beispiel dafür, dass Frauen, im Gegensatz zu Männern, mit einer solchen Aufgabe überfordert sind. Die Einschärfungen und Zuschreibungen Sei unabhängig Sei nicht du selbst Tanz nicht aus der Reihe Die Entscheidung Noch in der Oberschulzeit entscheidet sie sich dafür, dass ein typischer Frauenberuf, nämlich Lehrerin, das einzig Richtige für sie ist. In diesem Beruf kann sie Karriere machen und unabhängig sein. Die mythische Heldin Sie verehrte ihre Lehrerin aus der vierten Klasse, Mrs. Schappmann, und ihre Tante Ethel wegen deren ökonomischer Unabhängigkeit. Besonders gerne las sie Texte über Platon und Sokrates. Der somatische Anteil Sie hat häufig Kopfschmerzen und übermüdete Augen. Da sie sich in der Schule nicht wohlfühlt, hat sie während der Menstruation häufig Depressionen. Die Spiele Das tue ich ja nur für dich. Warum nicht? Ja aber. Die werden noch einmal froh sein, dass sie mich gekannt haben. Die Rolle des Therapeuten im Skript Er sagt ihr, dass sie lernen muss, ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Ihre Wegen des Mangels an Streicheleinheiten auftretenden Menopausendepressionen, gibt er an sie mit der Bemerkung zurück, dass sie ihr Verhältnis zu Männern anders hätte regeln müssen, sich also hätte besser anpassen müssen. Er rät ihr sich mehr in ihre Arbeit einzugeben, und nicht mehr so viel zu klagen und selbst mitleidig zu sein. Schließlich habe sie eine sichere Arbeitsstelle und könne jedes Jahr ausführlich Ferien machen. Die Antithese Um aus ihrem alten Trott herauszukommen, sollte sie künftig nur noch so viel eingeben, wie sie auch für sich wiederbekommen kann. Sie sollte sich bemühen, mit ihren Schülern und der Kollegenschaft zu einer gleichberechtigten und auf Kooperation angelegten Beziehung zu kommen. Sie muss sich dafür entscheiden, dass ihr soziales Leben neben den finanziellen und materiellen Aspekten ihres Arbeitsplatzes Priorität hat. Es wäre gut, wenn sie von ihrem Einkommen so viel wie möglich beiseite legen könnte, die Verbeamtung ablehnen würde, und nie mehr als ein paar Jahre hintereinander als Lehrerin arbeiten würde. Wichtig für sie ist, dass sie von Zeit zu Zeit eine Arbeit findet, bei der sie auch Kontakt zu Erwachsenen hat. Ihre kreativen Fähigkeiten könnte sie dafür einsetzen, dass sie sich an der Organisation Alternative Erwachsenenfortbildung und neuer Schulformen für Kinder beteiligt, mit dem Ziel, Lernformen zu entwickeln, die auf Kooperation beruhen, und die Bedürfnisse der Lernenden und Lehrenden zur Grundlage machen. Hierdurch hätte sie nicht nur die Chance, sinnvolle Arbeit zu leisten, gleichzeitig könnte sie auch mit Gleichaltrigen zusammenarbeiten. Unter Kapitel 14.9 Die Subversive Hexe Der Lebensplan Sie ist in der Lage, andere Menschen unmittelbar anzusprechen und auch zu beeinflussen, mit der Besonderheit allerdings, dass sie diese Fähigkeit wenig rational und kontrolliert einsetzt. Diese Fähigkeit, andere zu beeinflussen und anzugreifen, gerät ihr leicht außer Kontrolle und erscheint anderen als unheimliche Eigenart. Strukturell gesehen, entstammt diese Fähigkeit ihrem kleinen Professor und dem Kindheits-Ich, und ist der Kontrolle durch das Erwachsenen-Ich weitgehend entzogen. Gegen das Erwachsenen-Ich und das kritische Eltern-Ich der Männer, kann sie zurückschießen und sich wehren, in einer intuitiven, unterschwelligen und hexigen Art, der jedoch das strategisch-planerische des Erwachsenen-Ich fehlt. Obgleich sie gerne Frau ist, wetteifert sie häufig mit anderen Frauen und handelt meist als einzelnes Individuum, nur selten schließt sie sich mit anderen Frauen zusammen. Sie findet, dass sie anders ist als die anderen, und dass sie mit besonderen Kräften begabt ist. Sie kämpft grundsätzlich aus einer unterlegenen Position heraus, und hält sich selbst für unterlegen. Sie ist häufig misstrauisch und furchtsam, und hat paranoide Verdächte gegen andere. Ihre Mitmenschen halten sie für überspannt und nervtötend. Ihr macht es Spaß, im Zustand der Wut, mit aller Heftigkeit von unten nach oben zu kämpfen und Schläge auszuteilen, besonders gegen Männer. In der Rolle der Anklägerin fühlt sie sich sehr wohl, und sie ist stets kampfbereit. Sie liest viel über Magie, Mystik, und Astrologie. Wenn man ihr etwas versagt, rächt sie sich mit bösen Blicken und übler Nachrede. Wenn sie über jemanden verärgert ist, dann verbreitet sie über ihren Gegner und dessen Mitmenschen geschickt angelegte Gerüchte, siehe Kapitel 4, und stiftet damit allgemeines Misstrauen und Verwirrung. Da sie nie das bekommt, was sie eigentlich gerne möchte, endet sie schließlich in Hass gegen jedermann. All ihre Kraft hat sie weniger darauf verwendet, ihr Leben nach ihren Wünschen zu gestalten, sondern mehr zur Verwirrung und zum Ärger anderer vergeudet. Das Gegenskript Ihr Skript scheint immer dann gut zu laufen, wenn sie, etwa als Sekretärin in einem Büro, ihrem Chef eine reingewürgt hat. Verärgert und verunsichert wird er sie wegen ihrer zahllosen Versuche, seine Position zu untergraben, schließlich entlassen. Sie spürt selbst, dass ihre eigene Stärke nur destruktiv ist. Sie merkt, dass sich ihre Lebenssituation nur verschlechtert, und dass sie durch ihr Verhalten letztlich keinen positiven Einfluss auf ein gleichberechtigteres Arbeitsleben ausübt. Die Einschärfungen und Zuschreibungen Trau niemandem! Halte dich auf Distanz! Du bist etwas ganz Besonderes! Die Entscheidung! Als Kind entscheidet sie, dass sie ihre Eltern nicht zu dem überreden kann, was sie gerne möchte. Sie lernt aber auch, dass sie ihre Eltern manipulieren kann und besonders dann, wenn sie die Eltern wegen der Tochter gegeneinander aufbringen kann, doch zu ihrem Ziel kommt. Die mythische Heldin Besonders gerne liest sie Sagen und Märchen. Am liebsten sieht sie die Fernsehserie verhext, mit einer Hausfrau in der Hauptrolle, die tatsächlich eine Hexe ist. Der somatische Anteil Ihr Körper ist dünn und angespannt. Ihre Fingernägel sind lang und sie hat häufig Schlafstörungen. Die Spiele Einer gegen alle Jetzt hab ich dich endlich, du Schweinehund! Tumult Die Rolle des Therapeuten im Skript Wegen der Ungewöhnlichkeit ihrer Ideen und ihres Verhaltens sagt er ihr, dass sie an Schizophrenie leide und verschreibt ihr ein Neuroleptikum. Hierauf wird sie sehr wütend mit der Folge, dass er Angst vor ihr bekommt und eine weitere Behandlung ablehnt. Die Antithese Voraussetzung ist, dass sie ihre abgehobene Außenseiterrolle Ich bin okay, du bist nicht okay, aufgibt und den Entschluss fasst, keine besondere Sorte Mensch zu sein. Um sich wirklich durchzusetzen und Einfluss auf ihr Leben zu gewinnen, sollte sie sich entschließen mit anderen Frauen freundschaftlich zusammenzuarbeiten. Ihr Ziel bei dieser Zusammenarbeit wird es sein, ihr Erwachsenen-Ich zu entwickeln und die Fähigkeiten ihres intuitiven Kindheits-Ich, mit planvollen Strategien ihres Erwachsenen-Ich zu kombinieren. Sie sollte zu der grundlegenden Einsicht kommen, dass ihre Bedürfnisse und Wünsche denen viele andere Menschen gleichen, und dass es viel leichter ist durch vertrauensvolle Zusammenarbeit mit anderen diese Ziele zu erreichen. Ihre misstrauischen Vorstellungen anderen Menschen gegenüber, sollte sie überprüfen und allmählich abbauen. Hat sie es einmal geschafft, sich in der Gemeinsamkeit mit anderen Menschen wohlzufühlen, dann wird es ihr auch leichter fallen, mit ihren Bedürfnissen und Forderungen konstruktiv umzugehen. Unter Kapitel 14.10 Die Einzelkämpferin Der Lebensplan Ihre Eltern lehren sie, ganz auf sich selbst gestellt zu bleiben, niemandem zu vertrauen, und niemals auf die Hilfe anderer zu rechnen. Sie erlebt ihre Familie als eingeschworene Gemeinschaft im Kampf gegen die böse Welt. Um in diesen Stürmen zu bestehen und erfolgreich zu sein, erwirbt sie eine ganze Reihe männlicher Eigenschaften. Sie ist so sehr mit dem Kampf ums nackte Dasein beschäftigt, dass sie ihr Bedürfnis nach Wärme, Zuwendung und Spaß am Leben gänzlich unterdrückt. Sie erledigt ihre Angelegenheiten sachlich, ohne Gefühl und maskulin. Sie liebt den Wettkampfsport und spielt zuweilen den Muskelmax. Mit Männern, die sie von oben herab behandeln, liegt sie häufig im Streit, sie sind immer schneller und kommen weiter als sie. Oft richtet sich ihr Zorn auch gegen andere Frauen, die nach ihrer Auffassung nur deshalb in den Genuss bestimmter Vorteile gekommen sind, weil sie sich sexuell unterworfen und ausverkauft haben. Ihr Bekanntenkreis, soweit vorhanden, setzt sich meist aus Männern zusammen. Wenn man sie wegen ihrer Unabhängigkeit und ihrer Energie verspottet, dann wehrt sie sich mit harten Worten, sie erklärt ihr Gegenüber als nicht okay und reagiert mit verletzendem Spott. Mit der Rolle des Anklägers ist sie wohl vertraut, da ihr diese Rolle besonders gegenüber Leuten, die ihre Wehrhaftigkeit fürchten, ein Gefühl der Stärke vermittelt. Immer wieder bestätigt sie sich, dass sie niemandem trauen kann, weil man sie ständig beiseite schiebt und fallen lässt, immer wieder produziert und hasst sie solche Situationen, weil sie über den Überlebenswillen hinaus gar nicht so genau weiß, was sie eigentlich will, und ständig lässt sie ihre Mitmenschen spüren, dass sie niemand anderen braucht. Von Männern wird sie für ein Teufelsweib gehalten und gemieden. Wegen ihres Hochmuts und ihrer herablassenden Art, gehen ihr auch die Frauen aus dem Weg. So kommt es, dass sie verbittert und einsam endet. Das Gegenskript Wenn sie sich in einen bewunderten Mann verliebt, dann hat es den Anschein, als ob sie die Intimitätsbarriere ihres Skripts überwunden habe. Aber bald wird sie die damit verbundene Abhängigkeit nicht mehr ertragen können, und sie wird sich nicht überwinden können, ihren Partner um etwas zu bitten. Die Einschärfungen und Zuschreibungen Trau niemandem Schieße zurück Denke zuerst an dich selbst Die Entscheidung Schon früh in ihrem Leben entscheidet sie sich dafür, dass es besser und sicherer ist, seine Bedürfnisse unabhängig von anderen Menschen zu erfüllen. Sie entscheidet sich also für einen weitgehend einsamen Lebenslauf. Die mythische Heldin Sie bewundert Bette Davis, Marlene Dietrich und Katharine Hepburn Der somatische Anteil Ihr Körper ist hart und steif und so gespannt, dass ihre Gefühle nicht nach außen dringen können. Körperliche Beschwerden zeigen sich bei ihr meist in Form von Magen-Darm-Leiden Die Spiele Jetzt hab ich dich endlich, du Schweinehund Tumult Gerichtssaal Die Rolle des Therapeuten im Skript Er versucht, sie zur Anpassung an die traditionelle Geschlechtsrolle der Frau zu bewegen. Hierauf lacht sie ihn aus und verlässt das Sprechzimmer. Die Antithese Ein erster Schritt aus diesem Skript ist für sie die Entscheidung, sich trotz ihrer Ängste zu ihrem Wunsch, nach vertrautem Umgang mit anderen Menschen zu bekennen. Sie muss andere Menschen als okay und vertrauenswürdig anerkennen und lernen, dass es okay ist, einen Versuch zu gemeinsamem Handeln zu machen. Sie muss ihre hochmütige Stellung aufgeben, und mit Menschen wie mit ihresgleichen umgehen, und sie muss lernen, andere um etwas zu bitten, ohne sich selbst dabei erniedrigt zu fühlen. Sie sollte die Erfahrung über den Wert von Kooperation statt Wettkampf zulassen, und sehen, was dabei für sie herausspringt. Sie sollte mit sich selbst so warm und zärtlich wie nur irgend möglich umgehen, um sich dadurch sicher genug für das Risiko einer partnerschaftlichen Begegnung zu fühlen. Unter Kapitel 14.11 Die Selfmade-Frau In ihrem Artikel The Queen Bee Syndrome beschreiben Cremstein S. und andere, im Jahr 1974, die Selfmade-Frau wie folgt. Fußnote 1 Queen Bee Und die Mitglieder der Frauenbewegung hält sie für faule Jammerlappen. Insgeheim ist sie Antifeministin, obwohl sie davon spricht, dass sie selbst ein Ausdruck dieser Bewegung und ihrer Einstellung nach, für die Emanzipation der Frau sei. Der persönliche Aufstieg, den sie hinter sich hat, verleitet sie dazu die Einzigartigkeit ihrer Position zu verteidigen. Sie empfindet es als gegen ihre Interessen gerichtet, wenn andere Frauen einfach aufsteigen, ohne so hart wie sie dafür arbeiten zu müssen. Schlimmer noch, es ist gegen ihr Interesse, andere Frauen an ihrer Seite zu haben. Die Autoren betonen, dass ihre ganze Lebensanschauung auf Einzelkampf ausgerichtet ist, und dass sie keinerlei Gespür für den Charakter der Frauenbewegung als breite soziale Bewegung haben. Nach ihrer Überzeugung verdankt sie ihre Position ihrem eigenen Fleiß, ein Ziel, das ihrer Meinung nach jede andere Frau um den gleichen Preis ebenfalls erreichen kann. Oft genug findet sie in männlichen Chauvinisten Parteigänger, die sie bewundern und stützen, da sie die beste Garantie dafür ist, dass die anderen Frauen, im Betrieb, den Aufstieg nicht schaffen. In einer Umfrage von Psychology Today waren es gerade die Selfmade-Frauen, die die folgenden zwei Fragen mit Ja beantworteten. Frauen sind selbst daran schuld, wenn sie nicht mehr Erfolg haben, und Frauen können die Diskriminierung am besten dadurch überwinden, dass sich jede von ihnen entsprechend anstrengt und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellt. Kapitel 15 Banale Skripts des Mannes Männer haben ebenso wie Frauen bestimmte Stereotype-Skripts, nach denen zu leben sie sich entschließen. Häufig passen diese eng umrissenen Lebensformen ganz genau zu einer entsprechenden weiblichen Lebensform. Der allmächtige Vater und das arme kleine Ding begegnen sich auf einer Party und erleben ihre Liebe auf den ersten Blick, weil ihre Skripts sich derart gut ergänzen und zusammenpassen. Und tatsächlich! Sie sind füreinander wie geschaffen, ein Produkt der Fabrik für banale Lebensstile, der Kernfamilie. Die Eltern der Bildschönheit, das Ehepaar Schmidt, wussten sehr genau, wie ihre Tochter werden musste, um heute so gut zum Playboy der Familie Meyer zu passen. Wenn sich die beiden begegnen und ineinander verlieben, dann kennen sie sich noch gar nicht. Sie passen nur sehr gut zueinander. Sie sind ein Produkt unserer kulturellen Standards für Männer und Frauen, und hierdurch beliebig austauschbar. Da sie nach den Plänen anderer Menschen gestanzt wurden, gibt es keinen Platz mehr für Selbstbestimmung und Intimität. Bewusstsein und Spontanität werden in ihrem künftigen Leben weitgehend verhindert. Brian Allen, im Jahr 1972, führt einige der wichtigsten Einschärfungen und Zuschreibungen bei Männern an. Im Allgemeinen wird Männern eingeredet. Beherrsche dich, sei nie zufrieden, bitte nicht um Hilfe, beherrsche die Frau. Einige der Skripts, die im Folgenden vorgestellt werden, hat Brian Allen schon zu Beginn seiner Untersuchung banaler Skripts erarbeitet. Der allmächtige Vater, und der Muskel Max. Fußnote 1 Die Diskussion zu banalen geschlechtsspezifischen Skripts wurde in Gang gebracht von Hucki Wickhoff, im Jahr 1971. Unter Kapitel 15.1 Der allmächtige Vater Der Lebensplan Der allmächtige Vater ist verantwortungsbewusster Vater und Ehemann in Personalunion und über Größe. Als Partner passt er zu, Mutter ist die Beste, oder zum armen kleinen Ding. Wie auch immer. Sein Leben ertrinkt in Verantwortlichkeit. Er bringt nicht nur als alleiniger Ernährer seiner Familie, viel Geld von der Arbeit nach Hause, sondern er kümmert sich auch bis ins Detail um ihr Wohlergehen, schmiedet die Zukunftspläne für Frau und Kinder, bewahrt sie vor Unannehmlichkeiten und so weiter. Wegen seiner allgemeinen Verantwortlichkeit ist er auch der absolute Herrscher seiner Familie. Alles weiß er besser, und in diesem Punkt duldet er auch keinen Widerspruch. Lässt er einmal einen selbstständigen Gedanken zu, dann nur deshalb, weil er seiner Frau oder seinen Kindern eine Gelegenheit geben möchte, aus ihren eigenen Fehlern zu lernen, und nicht etwa, weil er seine Familienmitglieder für selbstständig und urteilsfähig hält. Die Last der Verantwortung hat ihm jeden Spaß am Leben geraubt. Was ihm bleibt, ist nur noch das Vergnügen, seine Familie zu seinen Füßen liegen zu sehen. Er arbeitet hart und kämpft verbissen um seine Stellung. Wobei sich sein Erfolg im Beruf und in der Karriere in eher bescheidenen Grenzen hält. Wann immer ihm der Gedanke kommt, sich nicht in das Wohlergehen anderer einzumischen, hindern ihn zuverlässig aufkommende Schuldgefühle daran, diesem Gedanken auch wirklich zu folgen. Geht er auf die Pensionierung zu, dann verstärkt sich in den meisten Fällen das Tyrannische an seinem Wesen. Er fordert immer mehr Untertänigkeit und er erbietig dargebotene Streicheleinheiten, weil er allmählich spürt, dass sein Leben eine einzige Verschwendung war. Immer wieder bringt er das Rettungsdreieck, siehe Kapitel 11, in Schwung, verstrickt sich unlösbar darin und hält sich an ihm fest, jedenfalls so lange, wie die anderen mitspielen. Gewöhnlich stirbt er kurz nach seiner Pensionierung, wenn ihm die Macht seiner Arbeitsüberlastung genommen wird, wenn die Kinder aus dem Hause sind und gegen ihn opponieren, und wenn seine Frau, von Verantwortung ungebeugt, die Macht ergreift und ihn wegen seiner Rettungsaktionen anklagt. Häufig überlebt sie ihn und genießt dann die Früchte der gemeinsamen Arbeit. Ein Sonderfall des allmächtigen Vaters ist Dr. Rette dich, der zusätzlich zu seinen familiären Verantwortlichkeiten auch noch die Last der Verantwortung für seine Patienten mitschleppt. Das Gegenskript Er entscheidet sich, die Dinge nicht so schwer zu nehmen. Er macht Urlaub, stellt eine Sekretärin an, und gibt sogar einen Teil seiner Arbeit in der Absicht ab, die Verantwortlichkeiten in seinem Leben besser einzuteilen. Vielleicht trennt er sich gar von seiner Frau und versucht sein Glück in einer neuen Familie, oder er wird Junggeselle, um den vielen Verantwortungen zu entgehen. Aber letztlich bleibt er doch der Retter, der er ist, und versinkt bald wieder in neuen Aufgaben. Die Einschärfungen und Zuschreibungen Du hast immer Recht. Kümmere dich um alles und jeden. Gib keine Schwäche zu. Der mythische Held Die Vaterfigur in der Fernsehserie Bonganza und Vater ist der Beste. Der somatische Anteil Er ist voller Tatkraft, seine Schultern- und Halspartie ist gebeugt, sein Brustkasten ist weit gebläht. Meist geht er aufrecht und steif. Die Spiele Rettungsaktion Gerichtssaal Das tue ich ja nur für dich, für euch. Die Rolle des Therapeuten im Skript Der Therapeut zeigt sein tiefes Mitgefühl. Er verschreibt ihm Beruhigungsmittel zum Entspannen und Schlaftabletten. Da sich der Therapeut in seinem Klienten wiederfindet, ermutigt er ihn zum Durchhalten. Die Antithese Ihm wird bewusst, dass er jedermann rettet, und dass er zum Lohn stets angeklagt wird. Sobald er sein Schuldgefühl als Gefühlsmasche erkennt, überprüft er in jeder künftigen zwischenmenschlichen Situation, ob die Verantwortung auch wirklich gleichmäßig verteilt wird. Er löst allmählich seine Abhängigkeit vom Spiel Rettungsaktion und stellt sein eigenes Leben über das der anderen. Er entscheidet sich, dass gelegentliches Unrechthaben okay ist, da er nicht für jede Entscheidung und jede Kleinigkeit verantwortlich ist. Unter Kapitel 15.2 Der Mann im Vordergrund Der Lebensplan Der Mann im Vordergrund, mit der Frau im Hintergrund, ist tatsächlich lebensuntüchtiger und weniger kompetent, als die Frau im Hintergrund, siehe Kapitel 14.3. Er weiß sehr wohl, dass sein Erfolg nur auf dem Hintergrund der harten Arbeit seiner Ehefrau, oder einer anderen weiblichen Person, möglich ist. Trotzdem muss er stets so tun, als wäre er der führende Kopf der Beziehung. Obwohl er weiß, dass sie in vielerlei Hinsicht kompetenter, geschickter und vielleicht auch intelligenter als er ist, hält er doch den Schwindel ihrer grundsätzlichen Unterlegenheit aufrecht. Seine gelegentlichen Äußerungen über ihre Fähigkeiten sind Lippenbekenntnisse, und er macht stets deutlich, dass er führt. Ihr gemeinsames Briefpapier trägt beide Namen, seinen jedoch zuerst. Bei gemeinsamer Autorenschaft steht zwar auch ihr Name auf dem Buchumschlag, aber seiner zuerst. Immer wieder und oft, ohne dass man genau weiß weshalb, entsteht der Eindruck, dass er die Idee, den Schwung und den Geist in die Arbeit einbringt, während sie lediglich den von ihm konzipierten Rahmen mit der zweitrangigen harten Kleinarbeit auffüllt, die genauso gut von jeder anderen intelligenten Frau geleistet werden könnte. Wegen der Vereinnahmung ihrer Leistungsfähigkeit hat er heftige Schuldgefühle. Auch sein Erfolg macht ihm keine rechte Freude, da er insgeheim weiß, dass es gar nicht sein Erfolg ist. Trotzdem beugt er sich den sexistischen Standards seiner Gesellschaft, und treibt das Spiel weiter, obwohl er es vielleicht viel lieber beenden und seiner Frau ein gleichberechtigter Partner sein möchte. Die Antithese Es wird ihm bewusst, dass in einer wirklich gleichberechtigten Beziehung, die Fähigkeiten seiner Frau viel gültiger zum Ausdruck kommen, zu beider Vorteil. In einer solchen Beziehung könnte er entspannen, und sein Schuldgefühl über das unfaire Spiel loswerden. Er könnte er selbst sein, anstatt den nackten Kaiser im Märchen von den neuen Kleidern zu spielen. Unter Kapitel 15.3 Der Playboy Der Lebensplan Sein Leben lang jagt er hinter der perfekten Frau her, die es nicht gibt. Der Playboy-Mann ist das Opfer der Idealfrau in den Massenmedien. In der Reklame wird der weibliche Körper als Verkaufshilfe ausgenutzt, und er kauft ihn. Er glaubt fest an die Wirklichkeit dieses Idealbildes. Für ihn bedeutet das illustrierten Ideal mehr, als alle die Frauen, denen er alltäglich begegnet. Seine Wahrnehmung wird so zweidimensional wie die Leinwand oder das Titelbild, und entsprechend eingeschränkt und oberflächlich wird sein Reaktionsvermögen auf Frauen. Er ist nie mit seiner Partnerin zufrieden, weil er immer Mäkeln spielt. Da keine Frau dem Standard einer Medienschönheit entspricht, wechselt er von einer zur anderen, findet das Gesuchte nie, und er hat gar kein Gespür für das, was seine jeweilige Partnerin tatsächlich zu bieten hat, weil davon nichts in der Reklame zu finden ist. Wenn er eine zu seinem Idealbild passende Frau aufgetan hat, dann setzt er sie neben sich in seinen Cadillac, ein Auto, und führt sie seinen Playboy-Freunden und Playboy-Freundinnen vor. Mit hässlichen Frauen zeigt er sich niemals in der Öffentlichkeit, selbst wenn er sie mag, und verkehrt mit ihnen höchstens heimlich. Zum Playboy gehören die synthetische Plastikfrau, und die Bildschönheit. Mit Frauen vom Typ Plastikfrau, hat er nur kurze Affären, die er abbricht, sobald er die Partnerin als falsch beurteilt. Seine Beziehungen zur Bildschönheit enden immer damit, dass er einen Korb erhält. Gelegentlich stößt er auf eine subversive Hexe, die ihn erheblich ramponiert, sie statuiert ein Exempel an ihm, worauf er mit Impotenz reagiert. Da er aus den Massenmedien keine wütenden und fordernden Frauen kennt, gerät er völlig durcheinander und verliert angesichts ihres Zorns und ihrer Angriffe jegliche Fassung. Um von den Frauen seines Geschmacks Streicheleinheiten zu ergattern, setzt er einen Großteil seiner Energie ein. Das Geld, das er verdient, verdient er nur, um sich die Plastikfrau und die Bildschönheit leisten zu können. Mit ihnen verbringt er dann die verbleibende Freizeit. Am Ende waren seine Mühen umsonst und ihm bleiben, neben einem Haufen gebrauchten Flitterkrams, viele Schuldgefühle, und eine längere oder kürzere Liste mit den Vornamen der Frauen, mit denen er ein Verhältnis hatte. Das Gegenskript Gelegentlich findet er eine Frau, die perfekt zu ihm passt. Unglücklicherweise ist die Beziehung meist deshalb nicht von langer Dauer, weil sich seine Liebeskunst in den Plattheiten des Fernsehskripts, Liebe auf den ersten Blick, erschöpft, und nie zum erwarteten, dauerhaften, Happy entführt. Die Einschärfungen und Zuschreibungen Gib dich nicht mit zweiter Wahl zufrieden Verschenk dich nicht Der mythische Held Hugh Hefner, Don Juan und Gunther Sachs Die Spiele Hilfe Vergewaltigung Mäkeln Warum nicht Ja aber Die Rolle des Therapeuten im Skript Der Therapeut hat sein Vergnügen an den Berichten über die sexuellen Abenteuer, und beneidet seinen Klienten um seinen Erfolg bei Frauen. Er bemerkt zustimmend, dass Frauen wirklich schwer zu verstehen sind, und erzählt ihm mit einem Augenzwinkern von den eigenen Niederlagen. Die Antithese Er wird sich bewusst, dass er einem unwirklichen Traum hinterherjagt. Zunächst fällt es ihm sehr schwer, an den Frauen denen er alltäglich begegnet, Schönheit zu entdecken. Aber er bricht sein Spielmäkeln ab, und schrittweise wird es ihm möglich, echte Vorzüge wahrzunehmen. Mit der Zeit erschließt sich ihm eine reiche Skala menschlicher Eigenschaften, und ihm wird klar, dass die meisten Frauen in seinem Bekanntenkreis schön sind. Er tritt in eine vertiefte Beziehung mit einer Frau, die sein verspieltes Kindheits-Ich mit dessen sexy Eigenschaften mag, und die ihm zuweilen Seitenblicke oder gar Seitensprünge verzeiht. Unter Kapitel 15.4 Der Muskelmax Der Lebensplan Als Heranwachsender entscheidet sich der Muskelmax dafür, unter dem Einfluss vom Spiel, Gewichtheber, dass des Mannes höchstes Ziel die Welt des Sportes ist. Die Sportart, die er ausübt, beherrscht er meist recht gut. Sein Körper panzert sich mit Muskeln. Obgleich er seinen Körper anbetet, fehlt ihm nicht nur der Zugang zu seinen Gefühlen, sondern sein Selbst ist ironischerweise auch von einem Großteil des Körpers abgeschnitten. Seine sexuelle Energie geht völlig in seiner physischen Aktivität auf. Als junger Erwachsener muss er erleben, dass ihm der Sport ein echter Klotz am Bein wird. Im Gegensatz zu seinen Erwartungen zieht sein athletischer Körper keine Frauen an, und im Sexualleben und all dem, was Frauen an Männern gerne mögen, ist ihm sein übertrainierter Körper nur hinderlich. Nun gibt er seinen Sport auf. Anstelle der Muskeln setzt er Fett an und wird dick. Seine übertriebenen Anstrengungen für einen muskulösen Körper, ließen seine rationalen, intuitiven und spontanen Fähigkeiten verkümmern. In den Augen seiner Konkurrenten und der Frauen, denen er begegnet, ist er ein nichtssagender Hansel. Gutmütig und naiv, wie er ist, überrascht es ihn immer wieder festzustellen, dass man mit Netzsein nicht weit kommt. Und er ist oft überrascht. Oft nimmt er als Zuschauer an sportlichen Ereignissen teil, und denkt dabei an seine guten alten Tage, als er noch stark war und ihn Muskeln zierten. Die Einschärfungen und Zuschreibungen Denke nicht Suche den Wettstreit Der somatische Anteil Er ist mit Muskeln bepackt, und sein Körper ist je nach der ausgeübten Sportart einseitig trainiert. Später entwickelt er Übergewicht Die Spiele Dümchen Urlaub im Beruf Den Typen legen wir mal richtig rein. Opferrolle Die Rolle des Therapeuten im Skript Der Therapeut ist von der Dummheit des Muskelmax überzeugt. Er missachtet ihn. In der Gruppe spricht er ihn nur von oben herab an, und ist froh, wenn Muskelmax die Therapie verlässt. Insgeheim fühlt sich der Therapeut ihm überlegen und glaubt nicht, dass man ihm helfen kann. Die Antithese Er merkt, dass man von ihm nur Ungeschicklichkeit erwartet, und dass er sich diesen Erwartungen angepasst hat. Er entscheidet sich sein Erwachsenen-Ich einzusetzen und sein Spieldümchen aufzugeben. Er merkt, dass Wettkampfsport für ihn ungesund ist, und entwickelt zu seinem Körper ein völlig neues Verhältnis. Seine gutmütige Art und sein Vertrauen in Fairness stehen ihm dann gut an, wenn er genügend Intuition und Rationalität dagegen setzen kann. Unter Kapitel 15.5 Der Intellektuelle Der Lebensplan Ein solcher Mann entscheidet sich als Heranwachsender dafür, dass die Entwicklung des Intellekts das erstrebenswerte Ziel im Leben sei. Lernen geht ihm vor jede körperliche Betätigung. Er ist nur Kopf. Den ganzen Tag lang liest er, studiert und redet, und mit der Zeit empfindet er seinen Körper und seine Emotionen nur noch als Last bei der Verfolgung seiner intellektuellen Ziele. Er lebt ausschließlich aus seinem Erwachsenen-Ich heraus, und kleidet jede Aktivität in ein rationales Kalkül. Da Rationalität in dieser Gesellschaft hoch bewertet wird, macht ihn sein Skript erfolgreich, und umso überzeugter ist er von seiner Lebensart. Emotionalität, besonders Liebe, bleibt ihm zeitlebensverschlossen. Er fühlt sich leer. Sein Leben erscheint ihm unvollständig und schal. Seine zwischenmenschlichen Beziehungen steuert er mit dem Erwachsenen-Ich und scheitert daran. Frauen, die er kennenlernt, beklagen sich, dass er sie nicht liebt, obwohl er meint, sie zu lieben, und dass er sie leugnet, das kann er nicht verstehen. Das Gegenskript Er verliebt sich, sein Kindheits-Ich und Eltern-Ich werden sichtbar, und er erlebt einen ganzen Schub von Emotionen. Auch im Urlaub lässt er sich zuweilen gehen. Aber sein Erwachsenen-Ich lässt sich nicht lange zurückhalten, und bald zieht wieder die Vernunft. Bald fällt er wieder in seinen alten rationalen Trott, und wieder ist alles schwarz und weiß, geradlinig und langweilig. Die Einschärfungen und Zuschreibungen Fühle nicht Du bist klug Gebrauche deinen Kopf Der mythische Held Albert Einstein, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein Der somatische Anteil Sein Kopf beherrscht seinen Körper Die Schultern biegen sich unter der Last des Kopfes Sein Brustkorb ist eingezogen Er atmet flach, um ja keine Emotionen aus seinem Bauch aufsteigen zu lassen Für den Intellektuellen ist der Körper ein Instrument seines Verstandes, und der Verstand ist der Mittelpunkt seines Daseins Die Spiele Gerichtssaal Warum nicht? Ja aber Tu mir was Die Rolle des Therapeuten im Skript Von Sitzung zu Sitzung und ohne Ende, analysiert er die Psyche seines Klienten Das psychoanalytische Verfahren befördert geradezu das Skript des Intellektuellen Alles wird verstanden, und nichts ändert sich Sein matter Körper liegt auf der Couch, sein Kopf brummt, und die Methode der freien Assoziation führt ihn nur noch weiter von seinem Körper weg Die Antithese Über sein Erwachsenen-Ich wird ihm bewusst, dass er auf dem falschen Weg ist, und dass sein Leben fade ist Er erkennt, dass er auf diese Weise sein Leben vergeudet Er entscheidet sich, eine Selbsterfahrungstherapie zu beginnen, Ankontergruppe, Gestalttherapie, Bioenergetik Wenn es seinem Therapeuten gelingt, ihn von der reinen Kopfarbeit abzulenken, dann wird er seine Gefühlsregungen spüren und ihnen auch folgen können Schrittweise erkennt er die Unzulänglichkeiten der Rationalität, erprobt seine intuitiven Fähigkeiten, sein näherndes Eltern-Ich und sein natürliches Kindheits-Ich Er verliert die Furcht vor unmittelbarem Handeln, im Unterschied zum Denken und Reden Allmählich ändern sich sein Verhalten und seine Art, anderen Menschen zu begegnen Unter Kapitel 15.6 Der Frauenhasser Der Lebensplan An seiner Mutter und durch entsprechende Bemerkungen seines Vaters, hat er schon früh in seinem Leben gelernt, dass Frauen nicht okay sind Wahrscheinlich lebt er als Junggeselle und ist beim Militär oder in einem anderen reinen Männerbetrieb angestellt Er beschäftigt sich hauptsächlich mit Tätigkeiten, in denen Frauen nichts zu suchen haben und eindeutig unterlegen sind, also Sport oder Jagen Er hält Frauen für das schwächere Geschlecht, für unfähig und lebensuntüchtig, und er ist stolz darauf, dass er unabhängig von ihnen leben kann Für seine sexuellen Bedürfnisse sucht er sich gelegentlich eine Prostituierte oder schleppt eine Barbekanntschaft ab Er hat keine Achtung vor Frauen, und wünscht sich keinerlei Dauerbeziehung mit ihnen Da man als Unverheirateter in dieser Gesellschaft nicht weit kommt, lebt er verbittert und unglücklich in einem schäbigen Appartement Schmutziges Geschirr im Abwasch, Zigarettenstummel auf dem Boden, das Bett ist nicht gemacht, und die Rollläden bleiben auch am Tag geschlossen Er raucht und trinkt viel Einige Frauenhasser werden hierbei auch zum Alkoholiker Mit Sicherheit schließt er im Laufe der Jahre in sein Vorurteil gegen Frauen, auch Kinder und schließlich alle Lebewesen und Dinge dieser Welt mit ein, die Lust betont sind und Kreativität und Spontanität beinhalten Das Gegenskript Er begegnet einer Frau, die er mag Vielleicht heiratet er sogar und wird gezähmt In diesem Fall durchlebt er eine kurze Zeit mit Liebesgefühlen, Nähe und Geborgenheit Da jedoch seine Einschärfungen gegen Intimität und Spontanität zu tief sitzen, kann er die Gefühle seiner Partnerin nicht erwidern, und schließt sich nach einer kurzen Phase eines freigelebten Kindheits-Ich wieder ein, und die Beziehung welkt dahin Die Einschärfungen und Zuschreibungen Halte dich auf Distanz Trau niemandem Lass dich nicht gehen Der mythische Held General Patton Die Spiele Jetzt hab ich dich endlich, du Schweinehund Mäkeln Das tu ich ja nur für sie, die Frau Die Rolle des Therapeuten im Skript Der Frauenhasser geht wahrscheinlich nie zu einem Therapeuten, und erst recht nicht zu einer Therapeutin Sollte er dennoch in die Sprechstunde kommen, dann wahrscheinlich nur auf Anordnung eines Richters oder Vorgesetzten Der Therapeut wird die negative Einstellung seines Klienten zur Therapie nicht weiter beachten, und deshalb auch nicht zu einer tragfähigen therapeutischen Beziehung kommen, dem Kontrakt, verbindliche Vereinbarung oder Vertrag, siehe Kapitel 20 Nach einiger Zeit bricht der Klient die Therapie ab, ohne für sich etwas gewonnen zu haben Den Therapeuten wird er für einen Weichling oder Eierkopf halten Die Antithese Es ist schwierig, für den Frauenhasser eine Antithese zu finden Vielleicht findet er eine Frau, die ihn mag, und die jeweils den günstigsten Augenblick findet, um Forderungen an ihn zu stellen Vielleicht öffnet er sich und findet zu einem freudvolleren Leben Vielleicht geht er auch eine Liebesbeziehung zu einem anderen Mann ein Aber jede Änderung wird ihm sehr schwer fallen, weil er so verkrustet und sein Leben so eingefahren ist Kapitel 16 Skripts und Beziehungsformen Die Transaktionsanalyse beschäftigt sich mit Beziehungsformen Mit der Analyse einzelner Transaktionsschritte lassen sich Rituale, Spiele und bestimmte Arten des Zeitvertreibs herausschälen Aber Beziehungen sind mehr als die einfache Abfolge von Transaktionen und Zeitvertreib Als Ganzes betrachtet hat eine zwischenmenschliche Beziehung noch weitere Aspekte Wir können zum Beispiel kurze und lang andauernde Beziehungen unterscheiden Wir kennen Beziehungen, die durch Kooperation, und solche, die durch tiefe Zuneigung gekennzeichnet sind Wir kennen Wettstreitbeziehungen und Hassbeziehungen Die Menschen, die in Beziehung zueinander stehen, können einander als gleiche und mit gleicher Macht ausgestattet begegnen oder als ungleiche in einer hierarchischen Beziehung Wir kennen Beziehungen, aus denen alle Beteiligten gleichmäßig profitieren In anderen Fällen profitieren nur wenige, und schließlich gibt es Beziehungen, von denen niemand profitiert In seinem Buch Transactional Analysis in Psychotherapy schreibt Eric Bern, im Jahr 1961, zur Analyse von Beziehungsformen, dass er sie hauptsächlich in der Arbeit mit verheirateten und ähnlichen Zweierbeziehungen einsetzt Die Analyse von Beziehungsformen, verhilft in diesen Fällen zu brauchbaren und treffsicheren Vorhersagen und Rekonstruktionen In Sex in Human Loving Aus dem Jahr 1970, stellt er ein überaus detailliertes Klassifikationsschema für Beziehungsformen vor Die Entwicklung der Beziehungsanalyse hat sich als äußerst fruchtbar und hilfreich erwiesen Sie ist eng mit der Analyse banaler und tragischer Skripts verbunden Unter Kapitel 16.1 Tragische und banale Beziehungsformen Ähnlich den tragischen Skripts, sind auch die tragischen Beziehungen, eher die Ausnahme als die Regel Für eine tragische Mann-Frau Beziehung ist sicher, Romeo und Julia das bekannteste Beispiel Romeo und Julia lieben sich, und werden von ihren Familien aus rassischen, religiösen oder politischen Gründen voneinander ferngehalten Auch Othello ist ein Beispiel für ein Skript mit einer tragischen Beziehung Othello glaubt den Lügen, die ihm Iago über seine geliebte Frau des Dämoner erzählt, und tötet sie schließlich In diesem Beispiel verstößt ein Mann seine geliebte Frau, um einen Dritten, der sie hasst, zufriedenzustellen Odysseus und Penelope ist ein sehr gutes Beispiel für ein Skript ohne Beziehung, von Seiten Odysseus Es sei denn, man unterstellt, dass Odysseus lieber zu Hause gewesen wäre, als in der Welt herumzufahren Für Penelope jedenfalls war die lange Wartezeit auf ihren Mann, wahrscheinlich eine furchtbare Erfahrung Die Beziehungen von Handlungsreisenden, Berufssoldaten, Politikern und Ärzten, sind häufig ähnlicher Natur Tragödien zu Lasten eines der Beteiligten sind keineswegs selten Ein Mann oder eine Frau betrügt den liebenden Partner und beutet ihn aus In Sex in Human Loving teilt Eric Bern, im Jahr 1970, Ehebeziehungen in acht Gruppen ein A, H, 1, 0, 5, V, X, und Y Meines Erachtens sind sie alle Skripts mit banaler Beziehungsform Die Ehe abricht unvermittelt aus Häufig entsteht sie aus einer Notlage Die Partner sind sich völlig fremd, sind jedoch plötzlich durch eine einzelne Verbindungslinie aneinander gebunden, zum Beispiel durch ein Baby Diese Verbindunglinie wird durch den Querstrich im Buchstaben A angedeutet Die Spitze des Buchstaben bedeutet, dass sie sich mit der Zeit immer näher kommen und schließlich echte gemeinsame Interessen haben Die Ehe H beginnt wie die Ehe A Die Partner kommen einander jedoch nicht näher, und die Ehe wird weiterhin nur durch den einen gemeinsamen Anlass gehalten, wenn sie sich nicht trennen und ihre alten Wege gehen In der Ehe 1 sind die Partner von Anfang bis Ende fest zu einer Einheit zusammengeschmiedet Die Ehe 0 dreht sich ständig im Kreise, und tritt bis zur Trennung oder bis zum Tod der Partner auf der Stelle In der Ehe 5 irren die Partner ständig auf der Suche nach ihrem Glück hin und her Es geht zwar auf und ab, aber die Partner kommen nicht weit miteinander, und sind schließlich verärgert und verwirrt Andererseits gibt es genügend Gründe, um sich nicht zu trennen In diesem Hin und Her sind sie gute Kandidaten für eine Psychotherapie Die Ehe V beginnt in enger Eintracht, aber kurz nach dem Start entwickeln sich beide auseinander Vielleicht nach der Hochzeitsreise oder schon nach der ersten Nacht Die Ehe X beginnt zunächst wie H Es folgt eine, allerdings einmalige, Periode von Sonne und Glück, auf deren Wiederkehr die Partner vergeblich warten Ihre Beziehung verläuft schließlich nach Typ V Die Ehe Y beginnt sehr gut, bis sich die Schwierigkeiten häufen, und schließlich jeder seinen eigenen Interessen nachgeht Bei Männerbeziehungen ist die Form der zwei Brüder allgemein bekannt Erst lieben sie sich, und schließlich bringen sie einander um Diese Beziehungsform schließt häufig eine dritte Person mit ein, die als Anlass und oder Ursache für das tragische Ende fungiert Die gleiche Beziehungsform kann zwischen zwei Frauen mit einem Mann als dritte Person vorkommen Weitaus häufiger ist hingegen das alltägliche Scheitern von Eltern-Kind-Beziehungen, Beziehungen zwischen Männern und Frauen, Frauen und Frauen, und schließlich Männern und Männern Da ich mit Beziehungen zwischen Frauen und Männern am vertrautesten bin, werde ich mich hauptsächlich mit dieser Kombination beschäftigen Allerdings sind auch die anderen Kombinationen von Bedeutung und sollten erforscht werden Unter Kapitel 16.2 Die drei Feinde der Liebe Nach meiner Überzeugung sind Sexismus, das Spiel Rettungsaktion, und Powerplay, die für eine Beziehung destruktivsten Einflussfaktoren Unter Kapitel 16.2.1 Sexismus Sexismus ist ein geschlechtsbezogenes Vorurteil, das häufig, aber nicht immer, mit der Annahme der männlichen Überlegenheit verbunden ist Auch dann wenn die geschlechtsbezogenen Vorurteile nicht zu einer Machterweiterung des Mannes führen, wirken sie sich zerstörerisch auf eine Beziehung aus, siehe Hucki Wickhoff, Kapitel 13 Um der Deutlichkeit willen wiederhole ich hier einige Thesen vom Anfang dieses Buches Männer und Frauen werden durch Einschärfung und Zuschreibung in Geschlechtsrollen gepresst, die beide Seiten unterdrücken und schädigen, wobei die Unterdrückung der Frau größer ist, als die des Mannes Die Skripts die aus diesen Geschlechtsrollen entstehen, behindern Mann und Frau in ihrer freien Entfaltung und verhindern Kooperation und Intimität Der Mythos vom Unterschied der Geschlechter hat seinen wahren Kern in ganz bestimmten, echten Unterschieden Die Genitalien, die Körperkraft, die Körpergröße, und möglicherweise auch bestimmte emotionale Unterschiede, soweit sie auf unterschiedlicher biochemischer Ausstattung, Hormone, beruhen Aber diese Unterschiede rechtfertigen in keiner Weise die entstellenden Erwartungen unserer sexistischen Gesellschaft an Mann und Frau Unter Kapitel 16.2.2 Das Rettungsspiel in zwischenmenschlichen Beziehungen Wenn wir uns vom Elternhaus lösen und unsere ersten Beziehungen mit anderen Menschen eingehen, werden wir fast zwangsläufig in ein Überordnungsverhältnis oder Unterordnungsverhältnis gedrängt Es scheint im Wesen jeder Beziehung zu liegen, dass wir entweder der Schwächere sind, abhängiger von der Beziehung, bedürftiger, verliebter, unsicherer, oder der Stärkere und Überlegene, weniger abhängig von der Beziehung, weniger bedürftig, weniger verliebt, sicherer Häufig besteht das Leben eines Menschen aus einer endlosen Kette solcher Beziehungen Die einen müssen immer wieder erleben, dass sie die Schwächeren sind, die anderen sind immer wieder die Überlegenen Im Allgemeinen sind Frauen häufiger die Unterlegenen, die Männer eher die Überlegenen Die Ursache hierfür liegt darin, dass Männer viel gründlicher den Gebrauch, und den Missbrauch, von Macht gelernt haben, und sich selbst viel seltener einem anderen Menschen, im ursprünglichen Sinn des Wortes, widmen. Gerade dies ist eine Eigenschaft, in die die meisten Frauen von früher Jugend an eingeübt werden. Auf diesem Hintergrund entsteht ein äußerst ungleicher Kampf zwischen Mann und Frau, der häufig genug mit der Unterlegenheit der Frau endet. Aber trotzdem gibt es auch in Mann-Mann-Beziehungen, und in Frau-Frau-Beziehungen, die Tendenz zur Ungleichheit. Nur wenige Menschen machen tatsächlich die Erfahrung einer gleichrangigen Beziehung, und oft genug wird eine solche Beziehungsform noch nicht einmal angestrebt. In Beziehungen zwischen Erwachsenen sind die Rollen des Retters und des Opfers alltäglich. Zum einen kommen diese Rollen in offener und krasser Form vor, wenn der eine Partner eindeutig hilflos und ohnmächtig ist, und vom anderen umsorgt oder angeklagt wird. Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitaus subtilere Spielarten dieser Rollen. Immer dann, wenn eine Person in Bezug auf eine andere Person etwas gegen den eigenen Willen tut, liegt ein Fall von Rettung vor. Oft weiß das Opfer noch nicht einmal, dass es gerettet wird. Bei Ehepaaren ist es gar nichts Ungewöhnliches, wenn die Frau zum Beispiel ihren Mann auf den Fußballplatz oder zum Angeln begleitet, obwohl sie sich dafür überhaupt nicht interessiert. Vielleicht kommt sie mit, weil er sie darum gebeten hat, und sie weiß, dass er bei einer Weigerung gekränkt oder sogar für den Rest der Woche ungenießbar wäre. Vielleicht kommt sie auch dann mit, wenn er sie gar nicht darum bittet, und er möglicherweise viel lieber alleine oder in anderer Begleitung ausgeht. Vielleicht hat sie Angst alleine zu sein, und ist lieber in der Retterrolle als in der Opferrolle. Wie auch immer. Sie rettet ihn, indem sie etwas gegen ihren eigenen Willen tut, und gleichzeitig vermutet, dass er sie braucht und auf sich selbst gestellt nicht zufrieden wäre. Die Menschen sind ständig damit beschäftigt, irgendwo hinzugehen, irgendetwas zu tun, oder an etwas teilzunehmen, nur um eine Rettungsaktion durchzuführen, und nur aus Furcht, dass ihre Weigerung einen anderen Menschen verletzen oder beleidigen könnte, aus Furcht, der andere könnte nicht für sich selbst sorgen und alleine auskommen. Eine weitere Variante des Rettens kennen wir, wenn zwei Personen zusammenarbeiten, und eine der beiden mehr Interesse und Einsatz als die andere zeigt. Besonders deutlich wird dies in Situationen, in denen der eine Partner, das Opfer, mit einer Tätigkeit nicht zu Rande kommt, und sobald ihm der andere, der Retter, zur Hilfe eilt, hilflos alle Fähre von sich streckt. Ein Beispiel Eine Hausfrau ist am späten Nachmittag mit Hausarbeit beschäftigt, beaufsichtigt gleichzeitig die Kinder, und das Abendessen steht auf dem Herd. In diesem Augenblick kommt die Nachbarin als Retterin. Sobald nun die Nachbarin in Aktion tritt, lässt die Hausfrau alles stehen und liegen, anstatt wenigstens mit halber Kraft weiter zu arbeiten. Ein zweites Beispiel Ein Ehepaar befindet sich auf Campingurlaub. Der Mann ist mit der Zubereitung des Essens beschäftigt. Als ihm die Kartoffeln überkochen, ruft er seine Frau zur Hilfe. Sobald sie in der vertrauten Rolle der Köchin, die Retterin, am Gaskocher steht, zieht er sich zurück und stellt jegliche Mitarbeit ein. So gesehen verbirgt sich hinter jeder Situation, in der eine Person eine andere um Hilfe bittet, und dann weniger als die Hälfte zur weiteren Arbeit beiträgt, eine Rettungsaktion. Schließlich kommt es auch dann zu Rettungsspielen, wenn die beteiligten Personen sich gegenseitig ihre eigenen Wünsche nicht mitteilen, auch hier wieder aus Furcht vor der Reaktion des anderen. Ehepaare sind häufig in gegenseitige Rettungsaktionen verstrickt, weil beide aus Furcht vor der Reaktion des Partners ihre Wünsche verschweigen. Wenn es gelingt diese Rettungsspiele offen zu legen, und die Beteiligten ermutigt werden ihre wahren Wünsche ganz frei auszusprechen, dann tut sich häufig eine riesige Halde angestauter Unzufriedenheit auf, ein Berg unausgesprochener und den Partnern jeweils unbekannter Bedürfnisse, siehe das Buch von Hucki Wickhoff aus dem Jahr 1973. In meiner therapeutischen Arbeit mit zweier Beziehungen konnten sich die Paare häufig, nachdem wir die gegenseitigen Rettungsaktionen herausgearbeitet hatten, auf eine Regel für ihr weiteres Zusammenleben einigen, nach der beide Seiten ihre Bedürfnisse frei äußern und ebenso frei erfüllen können. Auf diese Weise ließen sich die Beziehungen von allen weiteren Rettungsaktionen befreien. Das Hauptproblem einer Beziehung ohne Rettung liegt in unserer Angewohnheit, die eigenen Bedürfnisse an anderen Menschen auszurichten, mit der Folge, dass wir neu lernen müssen, unsere ursprünglichen Bedürfnisse zu erkennen und auszudrücken. Ein weiterer Lernschritt besteht darin, ein erkanntes Bedürfnis zu einer Forderung zu machen und diese offen auszusprechen. Das folgende Kapitel behandelt das Thema Powerplay. Kapitel 17 Powerplay Die Nötigung Unter Kapitel 17.1 Power Macht Bis heute hat die Transaktionsanalyse den Aspekt der Macht in zwischenmenschlichen Beziehungen vernachlässigt. Deshalb ist es bis heute üblich, die relative Macht der Beteiligten bei der Transaktionsanalyse einer Beziehung, nicht weiter zu berücksichtigen. An dieser Stelle muss ich erklären, was ich mit dem Wort Power meine. Im physikalischen Sinn meint Power, Kraft, die Fähigkeit, während einer bestimmten Zeit, eine bestimmte, Kraft auszuüben. Wenn ich dich gegen deinen Willen quer durchs Zimmer ziehen kann, dann habe ich mehr, physische, Kraft als du. Diese Reugewaltanwendung ist in unserem Zusammenhang jedoch nicht die einzig mögliche Form der Machtausübung. Auch wenn ich physisch in der Lage wäre, dich durchs Zimmer zu schleppen, dann kannst du mich zum Beispiel dadurch an meinem Vorhaben hindern, dass du mir von deinem Leibwächter erzählst, der mich schon beim Versuch, dich auch nur zu berühren, niederschlagen würde. Vielleicht drohst du mir auch gar nicht, sondern du ziehst mich durch deine Attraktivität, deine persönliche Ausstrahlung, oder mit Überzeugungskraft, aus meiner Ecke zu dir hinüber, ohne dass ich an dir das Gleiche ausrichten könnte. Mit Power wird also die Fähigkeit bezeichnet, Menschen zu einer Handlung zu veranlassen. Manche Menschen haben viel von dieser Macht, und andere Menschen haben wenig Macht. Ich hatte vor einiger Zeit die Skriptmatrix für eine Familie, Mutter, Vater, Kind, zu erstellen. Ganz unbewusst und wie selbstverständlich ergab sich hierbei für die weitere Transaktionsanalyse, der Faktor macht. Zum einen zeigte meine Skriptmatrix die zwei Erwachsenen über dem Kind, zum anderen ist in der Struktur der Skriptmatrix die Annahme enthalten, dass Eltern potenziell in der Lage sind, ihr Kind zu einem Verhalten zu zwingen, das es von sich aus nicht zeigen würde. Der Aspekt der Macht kam also über die Skriptmatrix in die Transaktionsanalyse. Als die Skriptanalyse auf geschlechtsspezifische banale Skripts übertragen worden war, wurde uns sehr schnell deutlich, dass die Skripts beider Geschlechter jeweils unterschiedliche Grundzüge tragen, die ihrerseits durch geschlechtsspezifische Rollenerwartungen festgelegt sind. Diese Rollenerwartungen beinhalten ein eindeutiges Machtgefälle zwischen Mann und Frau, zugunsten des Mannes. Im Laufe der weiteren Beschäftigung mit Beziehungsformen zwischen Mann und Frau, erwiesen sich die Machtverhältnisse innerhalb dieser Beziehungen als ganz entscheidende Bestimmungsfaktoren. Ein Therapeut, der diese Machtverhältnisse nicht in seine Arbeit einbezieht, vernachlässigt also einen Hauptaspekt dieses Arbeitsfeldes. Es gehört geradezu zur Ausbildung des Psychotherapeuten, Machtbeziehungen seiner Klientel aus der therapeutischen Arbeit herauszuhalten. Allgemein gesprochen vernachlässigt die psychotherapeutische Praxis insgesamt politische Einflussgrößen, und hierzu gehört Macht, vollständig. Dieser blinde Fleck verstellt dem Psychotherapeuten den Blick für Machtmissbrauch in zwischenmenschlichen Beziehungen, und damit auch für das Leid, das durch Machtmissbrauch entsteht. Sobald jedoch der Therapeut Gewalt und Machtmissbrauch als Kategorien seiner Arbeit zulässt, wird er in den meisten Fällen die berufsübliche, neutrale Beobachterrolle, zugunsten einer engagierten Parteinahme für den Schwächeren aufgeben. Da aber viele Therapeuten nicht zu Parteigängern der Machtlosen werden möchten, beharren sie weiter auf ihrem blinden Fleck. Ich bin über die Beschäftigung mit Haarbeziehungen, siehe unter Abschnitt 16.1, zur Analyse des Powerplay und von Machtverhältnissen innerhalb einer Beziehung gekommen. Dieser Weg hat sich dadurch ergeben, dass ich als praktizierender Therapeut fast immer mit Menschen zu tun habe, die in der einen oder anderen Weise mit ihrer heterosexuellen Beziehung unzufrieden sind. Deshalb beziehen sich auch die folgenden Fallbeispiele und Zitate vornehmlich auf Powerplay zwischen Mann und Frau. Hiermit soll nicht behauptet werden, dass in anderen Konstellationen kein Powerplay stattfindet, oder dass sich die Mann-Frau-Beziehung grundsätzlich von jeder anderen Konstellation unterscheidet. Ich habe lediglich zum gegenwärtigen Zeitpunkt die meisten Erfahrungen mit Machtproben zwischen Mann und Frau machen können. Wie oben bereits erläutert, sind die meisten Menschen durch ihr Skript darauf festgelegt, sich in einer Beziehung mit Machtgefälle einzurichten. Von Geburt an haben sie hören müssen, dass für jeden Menschen ein bestimmter Platz auf diesem Gefälle vorgesehen ist, und dass auch sie sich hier einfügen müssen. Alle Kinder müssen lernen, bestimmten Autoritätspersonen zu gehorchen, und ihnen aus einer untergeordneten Position heraus zu begegnen. Als Kind lernen wir auch, dass das weibliche Geschlecht natürlicherweise dem männlichen Unterlegen ist, dass Arbeiter ihre Vorgesetzten haben müssen, dass Schwarze minderwertiger sind als Weiße, und so weiter. Die Lehre von der natürlichen Ungleichheit der Menschen ist allgegenwärtig, wird allgemein als wahr anerkannt und schlägt sich in unseren Skripts nieder. Die Folge ist, dass wir auch in unseren eigenen Beziehungen, Machtungleichheit erwarten und suchen. Eine Beziehung in der Mann und Frau gleiche Macht haben, wird kaum von Bestand sein, da das unstabile Gleichgewicht dieser Beziehungsform sehr leicht in das Stabilere, einer Überordnung und Unterordnung kippt. Die Menschen fühlen sich erst dann wohl, wenn sie sich nach den Vorschriften ihres Skripts eingerichtet haben. Dieser Satz gilt auch hier. Die Menschen fühlen sich in ihrem Beziehungsgefüge erst dann wohl, wenn es ein Mindestmaß an Machtgefälle aufweist. Sie richten sich nicht nur in vorfindlichen Überordnungsverhältnissen und Unterordnungsverhältnissen ein, sondern sie stellen sie her, und lehnen Beziehungen der Gleichheit ab. Es ist leicht zu verstehen, dass sich Menschen in einer Position der Überlegenheit wohlfühlen. Eine solche Stellung bringt viele Vorteile mit sich. Weshalb aber fühlen sich andere in Positionen wohl, die eindeutig unterlegen und machtlos sind? Arbeiter sagen zum Beispiel oft, dass sie mit ihren reichen Bossen nicht tauschen mögen. Die wissen ja gar nicht, wie man lebt. Als Boss muss man sich viel zu sehr den Kopf zerbrechen. Die sind ja scheintot. Unterlegene und machtlose Menschen neigen häufig dazu, ihr Dasein für besser zu halten als das der Mächtigen. Dieser Hang zur Vertuschung von Machtunterschieden führt dazu, dass Gleichheit erst gar nicht angestrebt wird, und ist ein wichtiger Bestandteil eines Skripts der Machtlosigkeit und Hilflosigkeit, das den Machtlosen in seiner Machtlosigkeit festschreibt. Erst dann, wenn eine Person über längere Zeit hinweg unter der Knute einer anderen Person gelebt hat, weicht das ursprüngliche Wohlbefinden des Unterlegenen, einem Gefühl der Unzufriedenheit und des Zorns. An diesem Punkt versucht sich der Unterlegene meist in einer Guerillataktik, um die Machtposition des Stärkeren zu untergraben. Am Beispiel der Plastikfrau, Sierhuk G. Wickhoff, unter Abschnitt 14.2, lässt sich dies verdeutlichen. Nachdem sie viele Jahre unter dem Diktat ihres Mannes gelebt hat, legt sie die Axt an die Säulen seiner Macht, indem sie ihn finanziell ruiniert, und sich weigert, seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Beide Angriffe stellen einen gewaltsamen Durchbruchsversuch dar, um aus einer Position der Unterlegenheit heraus, dem überlegenen Partner die Macht zu nehmen. Viele Ehen verlaufen nach einem ganz bestimmten Muster. Während der ersten sieben Jahre unterdrückt der Mann die Frau, wobei die Frau willig mitspielt. Nach sieben Jahren rebelliert sie und lässt sich entweder scheiden, oder sie nimmt für die nächsten sieben Jahre den Untergrundkampf gegen seine Position auf. Wenn die Ehe auch diese sieben Jahre überstanden hat, dann kommt es möglicherweise zu einem mühsamen Waffenstillstand, unter dem beide Partner ohne weitere Kommunikation vor sich hin leben, an ihren erreichten Machtpositionen festhalten, und kaum noch etwas miteinander zu tun haben. Unter Kapitel 17.2 Powerplay Jede Methode, mit der ein Mensch gegen seinen Willen zu einer Handlung veranlasst wird, ist ein Powerplay, eine Nötigung. Eine Person greift dann zum Powerplay, wenn sie mit ihren Wünschen durch einfaches Bitten oder Fordern nicht mehr weiterzukommen glaubt. Powerplay setzt also einen tatsächlichen oder vermeintlichen Mangel voraus. Eine gute Beziehung beruht auf der Voraussetzung, dass beide Partner ein wechselseitiges Interesse an der Erfüllung ihrer Bedürfnisse haben. Hat einer der beiden Partner in einer solchen Beziehung ein Bedürfnis, dann müsste er es eigentlich nur aussprechen, damit der andere Partner alles daran setzt, dieses Bedürfnis zu befriedigen. In einer harmonischen Beziehung, in der beide Partner finden, was sie brauchen, ist dies der Fall. Wenn jedoch dieser Mechanismus des gegenseitigen Gebens und Nehmens zusammenbricht, und eine Güterverknappung einsetzt, dann werden die Beteiligten zum Powerplay greifen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Für viele Menschen beginnt eine Zweierbeziehung mit einem heißen Feuer des Kindheits-Ich. Auf der Ebene Kindheits-Ich-Kindheits-Ich, achten die Beteiligten meistens sorgfältig auf die Wünsche des Anderen, und sind auch bereit, die Wünsche des Anderen zu erfüllen. Solange die Beziehung auf dieser Ebene bleibt, werden Gefühle frei geäußert und erwidert, und die Chance ist groß, dass beide Seiten zufrieden sind. Mit der Zeit stellen sich jedoch auch die anderen Beziehungsebenen ein, Erwachsenen-Ich-Erwachsenen-Ich, Eltern-Ich-Kind-Ich, Eltern-Ich-Eltern-Ich, und die ersten Schwierigkeiten treten auf. Die Skripts von Männern und Frauen stehen der Erfüllung der zwei wichtigsten Bedürfnisse entgegen. Das Bedürfnis nach Streicheleinheiten im Zusammenhang mit der alltäglichen Arbeitsteilung, und das Bedürfnis nach Intimität. Streicheleinheiten durch alltägliche Arbeit in guter Partnerschaft, kommen in Paarbeziehungen schon deswegen kaum vor, weil im Skript der Frau, das Erwachsenen-Ich gestrichen ist. In der Folge haben es Männer und Frauen sehr schwer, miteinander zu arbeiten. Im Skript des Mannes fehlt die Fähigkeit zur Intimität, die weitgehend von der Intuition des kleinen Professors, und von der Fähigkeit zum Behüten und Wärmen abhängt. Da die zwei wichtigsten Quellen von Streicheleinheiten durch die geschlechtsspezifischen Skripts verstopft werden, versuchen die Partner, mit Powerplay einander die gewünschten Streicheleinheiten abzupressen. Die Eric-Bernschen-Spiele sind nichts anderes als Machtkämpfe um Streicheleinheiten. Da Streicheleinheiten selten sind und die Nachfrage groß ist, werden auch viele derartige Spiele gespielt. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Dinge, um die der Mensch mit Powerplay kämpft, zum Beispiel Geld, Privilegien. Es gibt zwei Grundsituationen des Powerplay. Powerplay zwischen Gleichstarken, und Powerplay zwischen Nicht-Gleichstarken. Beim Powerplay der zweiten Art sind sich die Beteiligten der Ungleichheit bewusst. Man kann sie auch als Beziehung zwischen Herr und Knecht bezeichnen. Die Situation der Ungleichheit kann hierbei gänzlich unangetastet bleiben. Akzeptieren beide Seiten die Ungleichheit, dann kooperieren sie unter Umständen und verzichten auf das Powerplay. Beispiele hierfür sind selten. Außer in Extremfällen, etwa einem Konzentrationslager oder einem Ehrenhaus, kommt es fast immer zu Macht kämpfen. In diesen Extremfällen lässt der Herr nur seine Wünsche wissen, und der Sklave erfüllt sie. Die meisten Beziehungen mit Machtgefälle funktionieren jedoch nicht reibungslos und führen zu, mehr oder weniger, Powerplay. Beide Seiten, Herr und Sklave, sind zur Durchsetzung ihrer Wünsche auf Powerplay angewiesen, und entsprechend unterscheiden wir zwei Arten des Powerplay. Das Powerplay von oben nach unten, zum Beispiel, bleiben sie am Apparat. Oder, den mach ich fertig. Und das Powerplay von unten nach oben, zum Beispiel, die Guerillataktik. Eine dritte Form des Powerplay-Spiel zwischen gleich starken Partnern. Sie stellt eine Art Entscheidungsschlacht dar. Unter Kapitel 17.2.1, Powerplay von oben nach unten. Powerplay von oben nach unten erfolgt meist in einzelnen Schüben, und mit zunehmender Intensität. Es prasselt sozusagen von oben nach unten. Das Powerplay beginnt meist mit geringer Intensität. Führt dieser Schlag nicht zum Erfolg, dann folgt ein kräftigeres Powerplay. Es handelt sich also um eine Abfolge von Machtproben mit dem Ziel des Machtbeweises. Hier ein kurzes Beispiel. Mr. White und Mrs. White wollen entscheiden, wo sie in diesem Jahr ihre zweiwöchigen Ferien verbringen werden. Mr. White möchte ans Wasser, und Mrs. White möchte in die Berge. Das Thema kommt zur Sprache, wenn Mr. White von der Arbeit zurückkommt, und wohl wissend dass seine Frau gerne in die Berge fahren möchte, erklärt, dass er das Feriendatum schon mit seinem Chef abgesprochen hat, und hierfür schon die Zimmer im See-Hotel bestellt hat. Dies ist das erste Powerplay von oben nach unten. Es wird noch eine lange Serie weiterer Sätze geben, an deren Ende Mr. White schließlich bekommt, was er möchte. In der ersten Runde ist Mrs. White unterlegen. Ohne Rücksicht auf seine Frau hat Mr. White die Entscheidung über das Ferienziel gefällt. Häufig reicht schon dieser eine Machtbeweis, um Mrs. White zum Aufgeben zu veranlassen. Nehmen wir aber an, dass Mrs. White doch nicht so schnell aufgibt. Stattdessen sagt sie. Ich möchte aber in die Berge gehen. Mrs. White erweist sich also als kühler Kopf, weil sie sich nicht einfach zu einem Gegenschlag hinreißen lässt. Ich vereinfache hiermit das Verfahren, weil ein allzu langer und sich zudem noch überschneidender Schusswechsel zu verwirrend wäre. Mrs. White hat also lediglich mit fester und überzeugender Stimme ihren Wunsch mitgeteilt, ein Machtmanöver. Mr. White versucht es nun mit dem Spiel, wo ist da die Logik? Dieses Powerplay fordert logisch begründete Rechtfertigungen für ihren Wunsch. Warum willst du eigentlich in die Berge und nicht ans Wasser? Wenn Mrs. White anbeißt, dann wird sie versuchen, sich zu rechtfertigen, in etwa, weil die Luft dort sauberer ist, oder, weil es dort billiger ist, oder, weniger rational, weil die Kinder ertrinken könnten, oder, weil ich mich da oben wohl leer fühle. Nun kommt Mr. Whites Stärke zum Einsatz, nämlich die logisch-rationale Argumentation seines Erwachsenen-Ich. Er wird nun jedes Argument seiner Frau, sei es logisch oder unlogisch, logisch-rational entwerten. Zum Beispiel. Wozu saubere Luft? So wichtig ist das auch nicht. Und außerdem rauchen wir beide. Oder? Ja, die Hotels in den Bergen sind billiger, aber durch die kürzere Anreise zum Sie sparen wir viel, viel mehr. Oder? Das ist doch lächerlich. Die Kinder können ausgezeichnet schwimmen. Vielleicht gibt Mrs. White nun auf. Aber vielleicht beharrt sie auch einfach darauf, dass sie für ihren Wunsch nach einem Bergurlaub gar keine logische Begründung braucht, weil es eben einfach ihr Wunsch ist. Mit verstärktem Einsatz beginnt Mr. White nun die dritte Runde des Powerplay. Die dritte Runde heißt, wer hat hier die Hosen an, und ist eine Neuauflage von, in der Bibel steht. Ich ernähre die Familie und ich habe den Urlaub dringend nötig. Mit deiner Halsstarrigkeit wirst du mir noch den ganzen Urlaub vermiesen. Ich habe hier die Hosen an, wir fahren an den See. Vielleicht gibt Mrs. White nun auf. Oder sie bleibt eisern. Mrs. White beharrt also darauf, in die Berge zu fahren. Das vierte Powerplay wird eine solide Ausführung des Spiels. Schlechte Laune. Mr. White sagt nun. Gut gehen wir also in die Berge. Während der nächsten vier Wochen lässt er sich nach der Heimkehr von der Arbeit sofort in den Sessel fallen, seufzt, macht ein Bier auf und zieht ungewöhnlich viel fern. Vielleicht betrinkt er sich auch. Gelegentlich klagt er über sein krankes Herz. Er hält ihr einen Artikel aus der Sonntagsbeilage unter die Nase, der über die Gefahren dünner Luft für Herzkranke berichtet. Er weiß ganz genau, dass er nicht in die Berge fahren wird, er lässt nur die Zeit für sich arbeiten, und hofft, dass seine Frau Schuldgefühle bekommt und ihrem Wunsch abschwört. Obwohl über das eigentliche Thema kein Wort verloren wird, spürt Mrs. White doch ganz deutlich, dass die Aussicht auf eine Reise in die Berge ist. Vielleicht fällt sie darauf herein und verwirft voller Fürsorglichkeit die Bergreise. Mit einiger Sicherheit wird Mr. White seine Frau nach einigen Runden besiegt haben, da sie als Frau gute Voraussetzungen für eine Niederlage mitbringt. Sie hat kein starkes Erwachsenen-Ich, und sie neigt zum Retten, und zum Hegen und Pflegen. Angenommen aber, Mrs. White glaubt noch immer an seine vor vier Wochen gegebene Zusage, dann wird Mr. White am Abend vor der Fahrt das Thema noch einmal aufgreifen. Mr. White sagt nun, Hm, ich hab noch mal darüber nachgedacht, und ich denke doch, wir werden ans Wasser und nicht in die Berge fahren. Beides auf einmal geht nicht. Entweder du fährst mit mir ins C-Hotel, oder ich gehe überhaupt nicht in den Urlaub. Dieses Powerplay heißt, ich rühre mich nicht vom Fleck. Von Runde zu Runde wurde Mr. White's Powerplay härter, und es kann sich noch steigern, wenn seine Frau immer noch nicht nachgibt. Das Powerplay kann bis hin zur offenen und brutalen Gewaltanwendung gehen. Bis zum hier geschilderten Stadium hat Mr. White noch keine offene Gewalt, wohl aber schon passive Gewalt eingesetzt. Er droht, sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht von der Stelle zu rühren, falls sie ihren Plan nicht aufgibt. Wenn Mrs. White nicht kapituliert, dann kann er seine physische Gewalt einsetzen. Zunächst droht er mit einer entsprechenden Körperhaltung, dann mit den Fäusten, und schließlich, wenn sie immer noch nicht nachgibt, ohrfeigt er sie oder verprügelt sie sogar. Auseinandersetzungen, die eine solche Stufe des Powerplay erreicht haben, gehen fast immer zugunsten des Mannes aus. Die letzte Runde heißt dann, ich prügele es in dich hinein, eine Variante von, ausradiert. Unter Kapitel 17.2.2 Powerplay von unten nach oben Im Gegensatz zum Powerplay, von oben nach unten, verstärkt sich beim Powerplay von unten nach oben, der Intensitätsgrad nicht von Runde zu Runde. Die Grundhaltung des Powerplay von oben nach unten ist, ich bin okay, du bist nicht okay, mit der ausgedrückt wird, dass der Stärkere recht hat und schließlich auch siegen wird. Das Powerplay von unten nach oben wird aus der Grundhaltung des Unterlegenen, ich bin nicht okay, mit defensiver Grundhaltung gespielt. Zwar versucht der Unterlegene auch etwas durchzusetzen, was der überlegene Partner nicht möchte, aber er wird nicht mehr erreichen, als bestenfalls ein Privileg des Mächtigeren abzubauen. Deshalb nennen wir diesen Powerplay, Guerillataktik. Ähnlich dem Guerillakrieg wird das Powerplay von unten nach oben, von der unterdrückten und schwächeren Seite, mit dem Vorteil des Überraschungsmomentes und der Geländekenntnis geführt. Der schwächere Partner wird sparsam und gezielt kämpfen, und sich nach jedem Angriff wieder zurückziehen. Er führt keine Entscheidungsschlacht, sondern versucht lediglich, das machtgierige Handeln des Stärkeren zu stören. Im Powerplay von unten nach oben gibt es also kein Prasseln und auch keine fortlaufende Steigerung in der Brutalität. Als Beispiel wieder das Ehepaar White. Mr. White kommt nach Hause und erzählt seiner Frau, dass sein Chef ihm den Urlaubstermin gegeben hat, und dass er schon im Seehotel gebucht hat. Diesmal protestiert Mrs. White nicht. Sie fügt sich, weil sie ihre Unterlegenheit richtig einschätzt, und weil ihr Mann ohnehin immer alle Entscheidungen alleine trifft. Zufrieden ist sie dennoch nicht. Zwar hat sie sich äußerlich in ihr Ferienschicksal gefügt, innerlich plant sie aber, die Absichten von Mr. White zu durchkreuzen. Von Zeit zu Zeit setzt sie ein Powerplay von unten nach oben an, um ihn zu verunsichern. Es gibt drei technische Varianten des Powerplay von unten nach oben. Erstens. Schuldbewusstsein wecken. Der überlegene Partner hat ständig ein latentes schlechtes Gewissen, weil sein kleiner Professor die Situation für unverhält, und weil sein Schweineelternich sich gelegentlich mit dem Vorwurf der Eigennützigkeit und Gemeinheit meldet. An diesem Punkt greifen folgende Powerplay-Techniken ein. Weinen, Schluchzen, vorgetäuschte Leiden, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen. Mr. White hört das erstickte Schluchzen seiner Gattin durch die verschlossene Schlafzimmertür. Er bittet um Einlass. Als sie schließlich öffnet, lässt sie sich dabei ertappen, wie sie eine Handvoll Alpen-Ansichtskarten im Morgenrock verschwinden lässt. Er begreift zwar, aber fragt. Was hast du denn? Mrs. White antwortet. Ach, nichts. Er ist wütend, hat aber nur die Wahl zwischen Schuldgefühl und gesteigerte Dominanz. Er verlässt das Schlafzimmer und knallt die Tür zu. Sie lächelt still vor sich hin. Zweitens. Die Technik des Vergeltungsschlages. Diese Technik ist im Guerillakrieg am ähnlichsten. Mr. White und Mrs. White wohnen einander bei. Er ist sexuell sehr erregt, und sie ist wütend. Sie bleibt kühl, und er hat unmittelbar nach Beginn des Beischlafs einen Samenerguss. Sie dreht sich von ihm weg und sagt. Nichts hab ich davon gehabt. Er ist tief getroffen, und sie ist zufrieden. Oder Mrs. White sieht, dass ihr Mann den Haustürschlüssel zu Hause vergessen hat. Beim Weggehen schließt sie sorgfältig alle Türen und Fenster. Mr. White kommt nach Hause und muss eine gute Stunde, während der er eigentlich packen wollte, draußen im Auto warten. Mrs. White kauft sich einen ganzen Stapel neuer Sommerkleider, wodurch die ohnehin schon beträchtlichen Schulden, für die er schon bis zur Erschöpfung Überstunden macht, ins Unermessliche steigen. 3. Techniken, um Zeit und Energie des Unterdrückers zu erschöpfen. Solche Verfahren setzen den Unterdrücker unter Druck. Er kommt zu spät, verursacht ein Chaos, oder macht folgenschwere Fehler, verliert die Selbstkontrolle, lässt sich in einen Kampf ein, und so weiter. Mrs. White soll auf der Bank das Geld für die Ferienreise abholen. Mr. White kommt nach Hause und fragt. Hast du das Geld? Nein, ich hatte eine Panne. Oh, Gott, warum hast du denn kein Taxi genommen oder von irgendjemandem ein Auto geliehen? Ich dachte, wir holen das Geld dann morgen, wenn wir losfahren. Morgen hat die Bank zu. Oh, das tut mir aber wirklich leid. Und nun? Hm, ich rufe Fred an, der hat meistens Bargeld zu Hause. Fred wohnt am anderen Ende der Stadt. Außerdem ist er bereits vor zwei Stunden in seinen Urlaub aufgebrochen. Schließlich gelingt es Mr. White, im Kaufhaus noch einen Scheck einzutauschen. Aber viel ist es nicht. Während der ganzen Reise quält er sich mit dem Gefühl, dass das wenige Bargeld nicht ausreichen könnte. Oder? Sie bekommt Depressionen und wird vielleicht so krank, dass der ganze Urlaub abgeblasen werden muss. Mit jeder dieser Powerplay-Varianten versalzt sie ihm die Freude. Gleichzeitig hofft sie vergebens, dass er ihre Traurigkeit bemerkt und die Ferienpläne ändert. Es versteht sich fast von selbst, dass ihr Powerplay nur zur Folge hat, dass er zornig wird, seine Unterdrückung steigert und immer dominierender wird, und dass er ihr immer mehr Wünsche versagt. Trotz allem vielleicht gelingt es ihr auch seinen Thron zum Wackeln zu bringen, und ihn an der Erfüllung seiner Pläne wirksam zu hindern, auch wenn sie selbst der Erfüllung ihrer eigenen Wünsche keinen Schritt näher kommt. Unter Kapitel 17.3 Die Entscheidungsschlacht Die dritte Form des Powerplay läuft zwischen Personen mit annähernd gleicher Macht und etwa gleich starken Gefühlen zueinander ab. Beide Seiten möchten etwas, wissen es aber nicht auszudrücken. Anstatt das Gewünschte zu erbitten oder zu fordern, manipulieren sie einander so lange, bis sie sich unaufgefordert das Gewünschte geben. Aus einer solchen Haltung heraus lässt sich keine Verständigung erzielen. Die Härte der Diskussion zu einem entsprechenden Thema eskaliert lediglich von Wortwechsel zu Wortwechsel, da jeder der Beteiligten nur daran interessiert ist, Zugumzug Punkte zu sammeln und die heiße Kartoffel wieder dem anderen zuzuwerfen. Eine ähnliche Folge von Transaktionen, das heißt ein Spiel, wurde von Eric Bern entdeckt und Aufruhr genannt. Bei Aufruhr geht es jedoch um Streicheleinheiten. Im Beispiel des Ehepaares Weid, sieht eine Entscheidungsschlacht etwa wie folgt aus. Schatz, ich habe heute erfahren, wann wir Ferien machen können, und da habe ich gleich im Seehotel gebucht. Gut, du kannst ja ruhig zum See gehen, ich mach eine Bergtour. Ach, das ist ja interessant. Wie willst du denn da hinkommen? Du wirst doch nicht etwa meinen Wagen nehmen wollen. Ach so, das ist dein Auto. Ja, nimm nur, dann nehme ich aber die Kreditkarte mit. Wenn du auch nur einen Dollar mit unserer Kreditkarte ausgibst, dann lasse ich dich da streichen. Mach nur, mach nur, mal sehen, ob du das fertig bringst, und vom Sparkonto hebe ich dann auch noch was ab. Und so weiter. Diese Form des Powerplay unterscheidet sich ganz deutlich vom ersten Beispiel, da es zu einer Wortschlacht eskaliert, und es am Ende wahrscheinlich keinen Sieger gibt. Es gibt nur nach jedem Diskussionszug einen kurzfristigen Achtungserfolg, der den Gegner für einen Moment am Boden sieht, bis zum nächsten Schlag ausgeholt wird. Entscheidungsschlacht ist ein Scharmützel mit Worten. Wann immer angestauter Ärger und gegenseitiger Groll einen bestimmten Punkt überschritten haben, bricht das Scharmützel plötzlich aus. Diesen Beispielen von Machtproben in einer Beziehung möchte ich ein Gegenbeispiel anfügen, in dem sich das Paar nach den Wünschen des anderen erkundigt, und ohne Powerplay zu einem beide Seiten zufriedenstellenden Kompromiss kommt. Für ein solches Gespräch müssen beide Partner fähig und willens sein, ihre Wünsche ganz genau darzustellen, und bis zum befriedigenden Ende genaue Auskunft über ihre Gefühle zu geben. Ein solches Gespräch ohne Powerplay könnte etwa wie folgt ablaufen. Schatz, ich habe eben mit dem Chef verabredet, dass wir vom 7. bis zum 21. September Ferien machen können. Ich möchte gerne zum See fahren. Ich möchte gerne in die Berge fahren. Fändest du es sehr schlimm, wenn wir doch an den See gingen? Da sind so viele nette Leute, und dann ist da auch noch das gute Restaurant in der Nähe. Ich habe an die Berge gedacht, weil ich die Luftverschmutzung hier unten nicht mehr aushalte, und ich hätte so gerne gute frische Luft. Du weißt doch, wie vernebelt der See von den Abgasen war. Außerdem habe ich bei der Arbeit immer Leute um mich herum, und ich hätte gerne etwas Ruhe, und ich wollte dieses Jahr nicht so viel Geld ausgeben, damit wir uns den neuen Wagen kaufen können. Ich möchte gerne Leute treffen und gut essen. Und du möchtest frische Luft und ein neues Auto. Dann lass uns doch ans Meer fahren. Ich kann Leute kennenlernen, und du kannst am Strand herumlaufen und alleine sein. Die Luft ist sauber am Meer, und statt des teuren Hotels können wir ein kleines Strandhaus mieten. Wir können dann immer noch essen gehen, und für das Auto bleibt auch noch Geld übrig. Aber das Restaurant am See vermisse ich doch. Ganz gute Idee, nur den Haushalt hätte ich nicht so gerne auch noch in den Ferien. Wie, wenn wir das alte Auto noch eine Weile behalten und doch ins Hotel gehen? Wie findest du das? Wenn in einer Beziehung Powerplay angewandt wird, dann möchte zwar jeder vom anderen etwas haben, ist aber bereit, seinen konkreten Wunsch gegen das kurzlebige Gefühl der Überlegenheit einzutauschen. Powerplay bringt keine Befriedigung und keine Gleichheit. Powerplay verschärft lediglich ein bestehendes Machtgefälle oder stabilisiert es. Ein durch Macht errungener Sieg wirkt nur insofern belohnend, als er zu erhöhter Sicherheit durch stabilisierte Herrschaft führt. Aber Kontrolle und Macht an sich verschaffen kein Wohlbefinden. Wie hoch auch immer Macht und Kontrolle sein mögen, niemals lassen sich mit ihnen die Bedürfnisse eines Menschen voll befriedigen. Wohlergehen und Befriedigung finden wir nur, wenn wir von dem, was wir wirklich brauchen, genug haben, Nahrung, Obdach, Raum, Streicheleinheiten, Liebe und Seelenfrieden. Dies alles bekommen wir nicht durch Powerplay, sondern durch Zusammenarbeit. Unter Kapitel 17.4 Analyse des Powerplay Ein Powerplay lässt sich wie ein Spiel nach verschiedenen Kriterien analysieren. Hier die Analyse von wo ist da die Logik. Name des Powerplay Beweise Machtgefälle Von oben nach unten, unten nach oben, oder kein Gefälle Von oben nach unten. Mangel Um was wird gestritten? Ist der Mangel echt? Wenn ja, ist er künstlich erzeugt oder unvermeidlich, der Streit geht darum, wer mit seinen Forderungen Recht hat. Mr. White und Mrs. White können nicht beide gleichzeitig Recht haben. Der Mangel an Recht haben ist künstlich, da beide mit ihren Wünschen Recht haben. Wenn sie hierüber eine Übereinkunft finden, dann werden sie auch einen gemeinsamen Kompromiss finden können. Die Strategie Dieses Powerplay von oben nach unten, entsteht aus der weit verbreiteten Annahme, das Verhalten immer logisch sein muss. Es wird die Forderung nach einer logisch-rationalen Rechtfertigung für die Wünsche der unterlegenen Person aufgestellt. Der unterlegene Mitspieler lässt sich von dieser Forderung einfangen und nimmt die Herausforderung an. Jede Rechtfertigung wird zurückgewiesen. Ist die Rechtfertigung unlogisch, dann wird dies vom Gegner betont. Ist sie logisch, dann wird sie mit rhetorischen Tricks zerredet. Die unterlegene Person wird Stunden, wenn nicht gar Tage brauchen, um die Unsinnigkeit der Argumente des Gegners zu erkennen. Aber dann ist es schon zu spät. Die Züge Mr. White Ich möchte A Mrs. White Ich möchte B Mr. White Du kriegst B nur, wenn du deinen Wunsch rational begründen kannst. Mrs. White gibt Begründung Mr. White weist Begründung zurück Mrs. White Kapituliert Die Technik Pseudologische Argumente Der Gegner wird niedergeredet. Die Antithese Wie kann das Powerplay gestoppt werden? Mr. White Begründung Mrs. White Ich möchte keine Begründung geben. Ich muss das gar nicht begründen. Ich möchte, was ich möchte, nur weil ich es möchte, und niemand außer mir kann darüber richten, ob mein Wunsch richtig ist oder nicht. Teil 4 Therapie Kapitel 18 Mythen in der Therapie Unter Kapitel 18.1 Einführung Skripts lassen sich in drei Grundformen einteilen. Keine Liebe, Wahn, und keine Lust, siehe Kapitel 8, 9, und 10. Jede dieser Grundformen kann banal oder tragisch sein. Mit ihnen sind auch alle Bereiche psychischer Störungen abgedeckt, mit denen der Psychiater zu tun hat, Depression, Wahnsinn, Drogenabhängigkeit, siehe unter Kapitel 6.1.1, unter Kapitel 6.1.2, und unter Kapitel 6.1.3. Ich unterstelle das mit den drei Skriptkategorien, alle Kategorien des Diagnostischen Manuals, Gebrauchsanleitung, American Psychiatric Association, im Jahr 1968, abgedeckt sind, soweit sie funktionale Störungen, insbesondere solche Störungen, die nicht auf einen physischen Defekt des zentralen Nervensystems zurückgehen, bezeichnen. Eine Person kann von jeder dieser drei Skriptformen, beziehungsweise von einer Mischform betroffen sein. Keine Liebe, und die hieraus abgeleitete Depression, kommt sowohl einzeln, wie auch in Kombination mit Wahnsinn oder Drogenabhängigkeit vor. Die Skripts, Wahn, und keine Lust, schließen einander weitgehend aus, so dass Menschen mit einem hohen Keine-Lust-Skript-Anteil, meist Mitglieder der herrschenden Schicht, das heißt Weiße, Reiche, und so weiter, meist keine Wahn-Anteile haben, während Menschen mit einem Wahn-Skript, meist Mitglieder der Unterschicht, das heißt nicht Weiße, Frauen, Arbeiter, und so weiter, nur selten keine Lust-Anteile haben. Trotzdem finden sich in jedem Skript geringe Anteile aller drei Grundformen, da jedermann den Grundübungen, siehe Kapitel 8, 9, und 10, in unserer Gesellschaft ausgesetzt war. Die Einführung der drei Grundkategorien legt es auch nahe, gesonderte therapeutische Strategien zu entwickeln. Eine skriptanalytische Arbeit, die lediglich neue Skriptformen identifiziert und erklärt, ist für mich nur von marginalem Interesse. Das Hauptziel des vorliegenden Buches soll es sein, therapeutische Wege zu finden, die aus den Fesseln eines banalen oder tragischen Skripts herausführen, und es den Klienten ermöglichen, ein selbstständigeres und authentischeres Leben zu führen. Im Zusammenhang mit psychischer Störung und Psychotherapie, gibt es einige mythische Vorstellungen, die einer skriptanalytisch orientierten Arbeit im Wege stehen. Diese Mythen sind unter Klienten und Therapeuten weit verbreitet, und sind für viele Misserfolge der heutigen Psychotherapie verantwortlich. Unter Kapitel 18.2 Der Mythos von der Zweckmäßigkeit der Einzeltherapie Gerade bei schweren psychischen Störungen wird häufig die Einzeltherapie empfohlen. Ihr Grundschema entspricht der Arzt-Patient-Beziehung im medizinischen Modell, und der Priester-Layen-Beziehung im religiösen Bereich. Beide Methoden des Umgangs mit menschlichen Leiden, stehen wegen ihrer langen Tradition in hohem Ansehen. Aus diesem Grunde wird auch die Einzeltherapie allgemein für die einzige Methode gehalten, um schwere psychische Störungen in hinreichender Tiefe und mit dauerhaftem Erfolg zu behandeln. Soweit sie überhaupt als Therapieform anerkannt wird, gilt die psychotherapeutische Gruppenarbeit als relativ oberflächliches Verfahren, das nur bei geringfügigen Störungen angezeigt ist. Bei schwer gestörten Patienten gilt die Gruppenarbeit nicht als Therapie, sondern als einfache Methode, den Patienten durch wöchentliche Kontakte zu stützen, ohne ihm wirklich zu helfen. Dies halte ich für einen Mythos. Eine fachkundig geleitete psychotherapeutische Gruppenarbeit ist mit Sicherheit ebenso wirksam, nach meiner Überzeugung sogar wirksamer, als eine ebenso fachkundig geleitete Einzeltherapie. Außer in Fällen der Krisenintervention, wo Patienten kurzfristig derart geängstigt oder depressiv sind, dass sie noch keinen zwischenmenschlichen Kontakt aufnehmen können, ist Gruppentherapie, der Einzeltherapie nicht nur ebenbürtig, sondern in gewisser Hinsicht auch überlegen. 1. Die individuelle psychotherapeutische Einzelbehandlung ist keine sinnvolle Methode, um das zwischenmenschliche Verhalten von Personen zu explorieren. Stattdessen lenkt die Einzeltherapie den Blick des Analytikers auf Vorgänge innerhalb des Klienten, und folgt solchermaßen dem Konzept der Endogenität psychischen Leidens, der Ansicht also, dass die Ursachen psychischer Störungen im Individuum zu suchen sind. Es gibt zwar auch unter den Anhängern der Einzelarbeit, Therapeuten, die in ihrer Anamnese auch die zwischenmenschlichen Beziehungen ihrer Patienten einbeziehen, und äußere Ursachen des Leidens berücksichtigen. Der Nachteil der Einzeltherapie ist jedoch, dass ihr konzeptionell der Blick auf soziale Zusammenhänge versperrt ist. Die Einzeltherapie richtet sich vielmehr auf psychoanalytisch erschließbare interne Vorgänge, auf die Analyse der Person, und nicht auf Sozialbeziehungen und nicht auf äußere Umstände. Zweitens Für das unglückliche und mühsame Leben des Klienten, gerät die individuelle Psychotherapie häufig zur wichtigsten zwischenmenschlichen Beziehung überhaupt. Die therapeutische Beziehung wird dann zum idealen Modell, an dem der Klient seine künftigen Beziehungen misst. Es gibt sehr viele Menschen, die über ihren Therapeuten so sprechen, als sei er ein intimer Freund, geliebter oder engerer Bekannter. Solche Begegnungen stimmen mich umso nachdenklicher, je höher das Therapeutenhonorar ist, mit dem der Klient sich seine Beziehung erhalten muss. Die einzeltherapeutische Situation ist in ihrer extremen Künstlichkeit, kein angemessenes Modell für eine von Liebe und Wertschätzung getragene, ich-andere Beziehung, die der Patient braucht und sucht. Man frage einmal einen Klienten, wie lange sein Geld noch reicht, um den Therapeuten zu bezahlen, oder wie hoch das Stundenkontingent seiner Krankenversicherung ist. Dann wird vollends deutlich, was ich meine. Dieses Modell ist keine Grundlage für eine echte Freundschaft. Drittens. Durch die Einzeltherapie wird der Klient in seiner Neigung bestärkt, die eigenen Probleme geheim zu halten, oder sie nur einem einzelnen Fachmann, einem Priester oder Arzt, in der Abgeschiedenheit des Sprechzimmers oder Beichtstuhls anzuvertrauen. Diese Haltung fügt sich nahtlos in die Ziele des Schweineeltern Ich. Wir sollen Schuldgefühle haben und uns schämen, ich bin nicht okay, und wir sollen anderen gegenüber misstrauisch sein, und auf Distanz bleiben, sie sind nicht okay. Das einzeltherapeutische Verfahren bringt uns um ganz wesentliche Erlebnisse und Erkenntnisse. Andere Menschen haben ganz ähnliche Nöte. Niemand braucht sich zu schämen, weil er keine Liebe findet oder geben kann, weil er nicht denken kann oder keine Freude mehr empfindet. Im Gegensatz dazu bietet die psychotherapeutische Gruppenarbeit dem Klienten die Möglichkeit, sein zwischenmenschliches Handeln zu erleben und zu analysieren, und dies mit Menschen, die ihm nicht vorgesetzt oder untergeben sind. In einer guten Gruppenarbeit sind die entscheidenden Beziehungen diejenigen zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern und nicht die Zwischengruppenmitgliedern und Gruppenleitern. Der Gruppenleiter in der Transaktionsanalyse hält sich möglichst im Hintergrund und arbeitet nur als Ratgeber. Er ist nicht so unverzichtbar wie in der Einzeltherapie, und er gerät nicht so leicht in Gefahr, zum Idol zu werden. Die freie Diskussion mit acht anderen Gruppenmitgliedern erleichtert es, offen über die eigenen Probleme zu sprechen, und baut die üblichen Schamgefühle und Schuldgefühle wegen eigener Schwächen und Unzulänglichkeiten ab. Außerdem ist eine gut geführte Gruppentherapie viel billiger als eine Einzeltherapie. Gruppentherapie ist daher auch für weniger wohlhabende Menschen erschwinglich. Zudem lässt sich ein guter Therapeut in der Gruppensituation viel sinnvoller ausnutzen, weil er in einer vergleichbaren Zeit viel mehr Menschen helfen kann. Das hier Gesagte bedeutet nicht, dass ich therapeutische Einzelgespräche für Unsinn halte. Die oben angeführte Kritik bezieht sich auf lange, Monate oder Jahre dauernde, und häufige, ein oder mehrmals die Woche, Einzeltherapien. Unter Kapitel 18.3 Der Mythos von der Nutzlosigkeit des Alltagswissens In der Psychotherapie wird noch ein weiterer Mythos gepflegt. Aus irgendwelchen Gründen soll die schlichte Urteilskraft des Laien und die sogenannte Alltagstheorie, für die therapeutische Arbeit nicht nur nicht taugen, sondern das, was man gesunden Menschenverstand nennt, soll geradezu hinderlich zur Lösung seelischer Konflikte sein. Es wird häufig unterstellt, man könne bei seelischen Dingen, den eigenen Sinnen und der Intelligenz des Klienten nicht trauen. Oft steckt dahinter sogar die Behauptung, wir könnten mit unserer Sinneswahrnehmung und unserer Intelligenz, nur falsch urteilen und handeln. Wenn ein Therapeut den Klienten nach den Ursachen seiner Probleme fragt, und die Antwort bekommt, ich hasse meine Arbeit, und, ich muss woanders hinziehen, dann wird der Therapeut diesen laienhaften Vorschlag mehr oder weniger höflich vom Tisch kehren. Anstatt die Triftigkeit dieser Aussage in Erwägung zu ziehen, wird der Therapeut möglicherweise den Schluss ziehen, dass der Patient an einer passiv-aggressiven Charakterstörung leide, wobei dem Patienten durch Verdrängung und Projektion ein angemessener Wirklichkeitsbezug abhandengekommen sei. Im Gegensatz zum Laien glauben viele Psychotherapeuten auch, dass man einem Patienten ein gewünschtes und voranbringendes Verhalten nicht offen vorschlagen darf. Ein solcher Weg wird vom Therapeuten als manipulativ abgetan. Weiter unten werde ich zeigen, dass einen Vorschlag machen, siehe Kapitel 21, und unter Kapitel 21.7, eine ganz wichtige Funktion in der skriptanalytischen Arbeit hat. Vorschlag meint eine Empfehlung oder auch Erlaubnis, und oft das Beharren des Therapeuten, das sein gegenüber eine bestimmte Handlung ausführt und erprobt. Die meisten traditionellen Therapeuten verwerfen diese therapeutische Strategie. Sie halten ein derartiges Verfahren für manipulativ, und befürchten eine sogenannte paradoxe Reaktion. Mit paradoxer Reaktion ist gemeint, dass eine Person die Bitte um ein bestimmtes Verhalten gerade mit dem gegenteiligen Verhalten beantwortet. Man sagt zum Beispiel, dass man einen Alkoholiker nicht bitten solle, mit dem Trinken aufzuhören, weil er hierauf nur umso mehr trinke. Es wird hinzugefügt, dass der Alkoholiker ganz genau weiß, dass er aufhören sollte, und dass sich der Psychotherapeut eine solche Bitte sparen kann. Aus transaktionsanalytischer Sichtweise lässt sich die paradoxe Reaktion als eng umreißbarer Sonderfall darstellen. Zu einer solchen Reaktion kann es dann kommen, wenn das Eltern-Ich des Therapeuten gegenüber dem Kindheits-Ich des Alkoholikers entweder in Verbotsform oder in Form einer Bitte auftritt. Aus meiner praktischen Erfahrung weiß ich, dass Alkoholiker, die einen Kontrakt, verbindliche Vereinbarung oder Vertrag mit einem Transaktionsanalytiker gemacht hatten, auf einen entsprechenden Hinweis entweder aufhörten zu trinken oder weiter tranken. Mir ist jedoch noch kein Fall begegnet, in dem ein Alkoholiker wegen eines solchen Vorschlages mehr als zuvor getrunken hätte. Vielleicht liegt das daran, dass der transaktionsanalytisch ausgerüstete Therapeut ganz bewusst die Rollen Ankläger, Retter und Opfer meidet, da diese zu paradoxen Reaktionen führen. Stattdessen äußert der Transaktionsanalytiker ganz einfach den Vorschlag zu einer bestimmten Handlungsweise, um einer bestimmten Person aus ihrem Skript zu helfen. Der Laie mag sich über diese Diskussion wundern, weil er den Therapeuten für einen Experten in menschlichen Angelegenheiten hält und von ihm erwartet, dass er Hinweise geben kann und auch tatsächlich gibt. Trotz allem ist es bei Laien und Fachleuten beim Mythos geblieben, nachdem die Therapie nicht direktiv und nicht manipulativ sein soll. Diesem Mythos will ich hier entgegentreten. Die alte Vermutung hat sich längst bestätigt, dass kein Therapeut verhindern kann, sein Wertesystem auf sein Gegenüber zu übertragen, siehe das Buch von Jules Grinspoon aus dem Jahr 1962. So gesehen stellt sich beim Thema Manipulation nur noch die Frage, ob der Therapeut seinen Klienten ganz offen mit seinen Werten und Normen vertraut machen will, oder ob er seine Werte, für beide Seiten unbewusst, zwischen den Zeilen einfließen lassen will. Der therapeutische Kontrakt, verbindliche Vereinbarung oder Vertrag, des Transaktionsanalytikers, beauftragt den Therapeuten ganz ausdrücklich, dem Patienten mit allen für sinnvoll gehaltenen Mitteln aus seiner Lage zu verhelfen. Der Kontrakt enthält also die ausdrückliche Erlaubnis, dass der Therapeut auf dem Hintergrund seines Normensystems und Wertesystems Druck auf den Patienten ausübt. Andererseits darf der Klient vom Therapeuten erwarten, dass sich dieser in der Anwendung seines Wertesystems an die Grenzen des Kontraktes hält. Eine letzte Bemerkung zum Thema Manipulation Wenn sich der Therapeut offen zu seinem Einfluss auf seine Kunden bekennt, und auch weiß, dass die Verfahren zur Verhaltensänderung im Laufe der Jahre immer wirksamer geworden sind, dann muss sich der Therapeut im Voraus um einen klar formulierten Kontrakt, siehe Kapitel 20, bemühen, in dem die vom Klienten erwünschten Verhaltensänderungen genau spezifiziert sind. Therapie ohne einen solchen Kontrakt bedeutet Verhaltensänderung nach Belieben des Therapeuten und wäre eine eindeutige Verletzung des Rechts auf Selbstbestimmung. Kein Mensch auch wenn er Therapeut ist, hat das Recht, anderen Menschen eine Entscheidung abzunehmen, alles andere hat mehr mit Gehirnwäsche als mit Therapie zu tun. Ein Therapeut muss äußerst sorgfältig darauf achten, dass er mit seiner Arbeit innerhalb der vereinbarten Grenzen bleibt. Eng verbunden mit dem Thema Alltagswissen und Manipulation, ist die traditionelle Forderung. Das muss der Patient selbst herausfinden. Einige Psychotherapeuten behaupten ohne allerdings eine genaue Begründung dafür abzugeben, dass alles, was der Patient selbst herausfindet, therapeutisch, wertvoller ist als jeder Vorschlag des Therapeuten. Vielleicht ist dieses Argument auf dem Hintergrund eines streng elternhaften und aufdringlich erziehenden Therapiestils entstanden, der sich als unsinnig erwiesen hat. Das Argument wurde jedoch auf jedes bewusst lehrende Verhalten und auf jede Informationsvorgabe ausgedehnt. Auch das Argument, das muss der Patient selbst herausfinden, widerspricht ganz deutlich der Alltagsmeinung des Laien. Hierzu passt die Geschichte von dem Mann, der sein Streikendes Auto in die Werkstatt schiebt und vom Mechaniker beharrlich aufgefordert wird, den Fehler selbst herauszufinden und den Fehler selbst zu reparieren. Unter der Anleitung eines guten Mechanikers wird er zwar sicherlich zu einer richtigen Diagnose kommen und vielleicht auch den Wagen reparieren können, aber die Freude an der eigenen Findigkeit wird ihn kaum für den Zeitaufwand und Geldaufwand, der mit diesem Verfahren verbunden ist, entschädigen. Im Urteil des Laien ist es Aufgabe des Therapeuten, zu lehren, die eigene Meinung zu sagen, Druck auszuüben, die eigenen Normen und Werte einzubringen, aktiv am Therapiegeschehen teilzunehmen und wirklich alles in seiner Kraft stehende zu tun, um den Kontrakt, verbindliche Vereinbarung oder Vertrag, zu erfüllen. Ich bin fest überzeugt davon, dass diese Erwartungen richtig sind. Es gibt noch eine weitere Verunglimpfung des gesunden Menschenverstandes, die die Wahl des Therapeuten betrifft. Nach dem gesunden Menschenverstand ist es wichtig, dass der Therapeut schon einige Übung und Erfahrung hat, dass aber auch die Persönlichkeit, das Einfühlungsvermögen und andere Eigenschaften des Therapeuten selbst sehr wichtig sind. Hierzu gehört auch, dass sich der Klient bei der Wahl seines Therapeuten auf sein eigenes Urteil verlassen kann. Trotzdem hält es unser Berufsstand für unschicklich, wenn ein angehender Klient seinen potenziellen Therapeuten interviewt. Ein Mensch, der wegen seiner sexuellen Probleme eine Therapie machen möchte, soll nicht fragen können, welche Erfahrung oder welche Übung haben Sie im Umgang mit sexuellen Problemen, sind Sie verheiratet, haben Sie Spaß am Sex, finden Sie, dass Sex wichtig im Leben ist, haben Sie Masters & Johnson gelesen, und so weiter. Ich finde es absolut richtig, wenn die Leute solche Fragen stellen und sich ein Bild aus den Antworten ihres potenziellen Therapeuten machen, und dass derartige Sprechstunden ohne Honorarforderung angeboten werden müssen. Ein Therapeut, der sich nicht auf diese Weise einem Vorinterview stellt, handelt nicht redlich und offen. Die Forderung, dass der Klient für sein Eingangsinterview bezahlen muss, ist ebenso unsinnig wie die Forderung, der Therapeut möge dem Klienten etwas für dieses Interview bezahlen. Unter Kapitel 18.4 über den Mythos der Geisteskrankheit und die Bedeutung der naturwissenschaftlichen Medizin für die Therapie Die Auffassung, dass psychische Störungen etwas mit körperlichen Krankheiten vergleichbares seien, ist ein weiterer verbreiteter Mythos in der Psychotherapie. Der mythische Gehalt dieser Auffassung wurde von Thomas Seys, im Jahr 1961, sehr eindrucksvoll und erschöpfend dargestellt. Es gibt keinen Grund, der die Annahme rechtfertigen würde, dass banale oder extrem tragische Skripts, ganz gleich, ob Depression, Wahnsinn, Drogenabhängigkeit, irgendetwas mit körperlicher Krankheit zu tun haben. Wie schon an früherer Stelle gesagt, verläuft ein Skript in gewisser Weise ähnlich wie eine Krankheit. Beide haben einen Beginn, einen Verlauf und ein Ergebnis. Aber keines der tragischen Skripts passt zur Definition von Krankheit. Abbruch oder Störung einer Organfunktion, krankhafte Veränderung eines Organgewebes oder eines ganzen Organismus, verbunden mit bestimmten Symptomen, die durch spezifische mikroorganische Veränderungen hervorgerufen worden sind, siehe das Buch von Thomas Latrop-Stittmann aus dem Jahr 1962. Da es derartige mikroorganische Veränderungen bei keiner der sogenannten Geisteskrankheiten gibt, ist die Bezeichnung Krankheit schlichtweg falsch. Ebenso wenig kann man erwarten, dass Drogen irgendwelcher Art diese Krankheiten heilen könnten. Bis heute gibt es kein Medikament, das Depressionen, Wahnsinn, oder Drogenabhängigkeit heilen könnte. Von derartigen Medikamenten ist auch nichts zu erwarten, da diese tragischen Skripts, nicht das Resultat chemischer oder mikroorganischer Körperveränderungen sind, sondern das Resultat von zwischenmenschlichen Interaktionen, die durch Skripts festgelegt sind. Der Leser mag einwenden, dass Menschen mit extremen Formen tragischer Skripts, häufig körperlich krank sind und medizinischer Behandlung bedürfen. Das ist richtig. Trotzdem gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen dem eigentlichen Skript einerseits, und Unterernährung, Leberzirrhose, Arthritis, magenge Schwür, und anderen Krankheiten, die durch die Vernachlässigung des Körpers entstehen, und schließlich Angst, von der Menschen in extremen Skripts gepeinigt werden, andererseits. Alkoholismus ist also keine Krankheit, obwohl übermäßiger Alkoholkonsum zu Leberschäden und anderen medizinisch zu behandelnden Krankheiten führen kann. Das gleiche gilt für schwere Depressionen und Wahnsinn. Zwar können beide im Laufe der Zeit eine körperliche Krankheit hervorrufen, sind aber selbst keine Krankheit. Für psychische Störungen und Leiden haben weder die Körpermedizin, noch irgendwelche Drogen eine unmittelbare Bedeutung. Hieraus folgt, dass der medizinisch-naturwissenschaftlich ausgebildete Arzt keine besondere Qualifikation als Therapeut hat, und dass sein Versuch, kompetent ausgebildete Therapeuten von der Behandlung Leidender auszuschließen, nichts anderes ist als eine Kompetenzanmaßung, die ihm nicht zusteht. Psychotherapeutische Erfahrung lässt sich nur durch Ausbildung und Übung im psychotherapeutischen Bereich erwerben. Der medizinischen Ausbildung kommt hierbei keine Bedeutung besonderer Art zu. Siehe auch Doktor der Medizin Allen Esmerana im Jahr 1967 zur Irrelevanz medizinisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung in der Psychotherapie Kapitel 19 Wie sich das Rettungsspiel vermeiden lässt Sowohl Therapeuten, die für Hilfsleistung bezahlt werden, Pfarrer, Bewährungshelfer, Sozialarbeiter, Psychologen, Ärzte, Psychiater, Therapeuten, als auch andere Leute die sich ganz einfach ihrer Mitmenschen annehmen, machen häufig nach einer ersten Phase großen Engagements, eine Zeit der Ernüchterung und Enttäuschung über ihre Helfer-Tätigkeit durch. Sie sind enttäuscht über die Hindernisse die man ihnen in den Weg legt, und bei einem fast grenzenlos gesteigerten Verantwortlichkeitsgefühl, nehmen sie jeden Misserfolg als persönliches Scheitern. Unter den Helferberufen ist diese schlechte Erfahrung so weit verbreitet, dass man von ihnen immer wieder hören kann, das gehört eben dazu. Bereits in der Ausbildung wird der künftige Helfer auf diese Frustrationen vorbereitet. Wer unter solchen Bedingungen arbeiten muss, entwickelt schließlich negative und anklagende Einstellungen gegenüber seiner Klientel. Aus einer solchen Haltung heraus hört man dann immer wieder von den hoffnungslosen Fällen, den hilflosen faulen und unmotivierten Klienten, oder schließlich sogar davon, dass jemand unheilbar krank sei. Die Vertreter der Helferberufe neigen dazu ihren einmal als hilflos, hoffnungslos und unmotiviert bezeichneten Patienten, die ganze Last aller Probleme abzunehmen, und sie in geradezu allmächtiger Manier rundum zu betreuen, ohne noch im geringsten zu erwarten, dass der Klient seinerseits aktiv wird. Wenn man sich mit der Einstellung in die Helferrolle begibt, dass all die vielen Hilfsbedürftigen völlig hilflos sind, und dass ihnen aber gleichzeitig geholfen werden muss, dann wird unser Helfer bald unter der Last seiner Aufgabe zusammenbrechen, und sich letzten Endes als völlig hilfloses Opfer vorkommen müssen. In dieser traurigen Lage befinden sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer allgemein versorgenden Einrichtungen, wo man von ihnen erwartet, dass sie die seelischen Krisen einer ganzen Stadt, eines Landkreises, oder gar eines ganzen Bundeslandes auffangen. Diese Einstellungen sind Ausdruck des Spiels, Rettungsaktion, das in der therapeutischen Arbeit gespielt wird. Unter Kapitel 19.1, das Dreieck Rettungsaktion in der Therapie Hat man einmal klargemacht, was damit gemeint ist, dann kann sich der Therapeut recht leicht in dem Rettungsdreieck wiederfinden, siehe Kapitel 11, und unter Kapitel 11.1. So tritt bei der Psychotherapie von Alkoholikern, der Klient sehr häufig als hilfloses Opfer auf. Der Therapeut nimmt das hin, und macht Therapie ohne sich der aktiven Mitarbeit des Alkoholikers zu versichern. Ohne eine Festlegung der Interessen und der aktiven Teilnahmebereitschaft des Klienten, übernimmt der Therapeut unmittelbar die Rolle des Retters, indem er mehr als die Hälfte der zu leistenden Arbeit auf sich nimmt. Der Alkoholiker hat sich auf kein Behandlungsziel festgelegt, und sein einziger Beitrag besteht vielleicht darin, dass er zu den Therapiesitzungen erscheint. Für ein paar Tage oder Wochen sieht es so aus als mache er Fortschritte, aber dann, wenn alle meinen, dass er über den Berg ist, trinkt er wieder. Häufig sind solche Rückfälle auch Ausdruck von Kroll und Rache gegen die Überlegenheit des Therapeuten. Das Opfer wird Ankläger, und der Retter wird Opfer. Nachdem der Alkoholiker den Therapeuten für dessen Versagen angeklagt hat, und ihn möglicherweise mit nächtlichen Anrufen und dramatischen Hilferufen eingedeckt hat, nimmt der Therapeut wieder die Rolle des Verfolgers ein und nimmt Rache. Der Therapeut überlegt sich, ob er es nicht mit einem Schizophrenen zu tun hat, gestaltet seine weitere Beziehung zum Klienten als Leugnung, siehe Kapitel 9, und unter Kapitel 9.2, und ärgert sich, weil aus dem guten kleinen Opfer ein böses kleines Opfer geworden ist. Damit ist der Retter wieder zum Ankläger geworden, und der Alkoholiker ist wieder in seiner alten Opferrolle. Die meisten Therapeuten haben sich schon voller Enthusiasmus für Menschen eingesetzt, bei denen sie im Laufe der Behandlung nur auf Desinteresse, oder gar Spott und Hohn stießen. Wir haben alle schon mit Personen zu tun gehabt, bei denen unser zunehmender Einsatz von der abnehmenden Aktivität des Klienten begleitet war, und wo wir um das Wohlergehen des Klienten mehr besorgt waren als der Klient selbst. Die meisten von uns sind schon einmal in eine solche Falle des Überengagements geraten, wobei uns unser Star-Patient durch einen Rückfall, einen Selbsttötungsversuch, oder einen Ladendiebstahl wieder von unserem Hohen Ross holte. Wir kennen fast alle das Gefühl, dass wir nach großem Einsatz und anschließendem Scheitern, unsere Wut gegen den Klienten kehrten, und ihn insgeheim oder ganz offen angeklagt haben. Solche Erfahrungen kosten viele Nerven und können einen Therapeuten demoralisieren. Ich möchte im Folgenden einige Hinweise geben, wie sich das Spiel Rettungsaktion in der therapeutischen Arbeit vermeiden lässt. Die therapeutische Arbeit ist immer in Gefahr, die Beteiligten in die Rollen des Dreiecks, Rettungsaktion zu verstricken, insbesondere in die Rollen des Retters und des Opfers. Es gibt sogar einige gruppentherapeutische Verfahren, die den Angriff als therapeutische Methode anwenden, zum Beispiel Synanon, der weltweit ersten Selbsthilfe Organisation von Drogenabhängigen. Hierbei besteht zusätzlich die Gefahr der Anklägerolle. Eine gute therapeutische Arbeit muss davon ausgehen, dass der Hilfesuchende zu Selbstverantwortlichkeit und Eigeninitiative fähig und insofern ein vollwertiger Mensch ist. Solange der Therapeut als Retter auftritt, ist diese Grundvoraussetzung nicht gegeben. Die Rolle des Anklägers ist nach meiner Überzeugung therapeutisch wertlos. Sie räumt zwar mit den Rettungstendenzen einer Gruppe auf, leistet aber ansonsten keinen konstruktiven Beitrag zur Therapie. Therapien, die mit einem Angriffskonzept arbeiten, führen in die Therapie, eine Variante der Anklage ein, die häufig inhuman und ängstigend ist, und die Gruppenmitglieder zu Rückzug und Verschlossenheit zwingt, anstatt ihnen zu einem besseren und glücklicheren Leben zu verhelfen. Kurz. Um nicht in das Rettungsdreieck zu gelangen, muss der Therapeut seinen Klienten mit der Haltung, ich bin okay, du bist okay begegnen. Zu den Grundhaltungen siehe die Einführung. Unter Kapitel 19.2 Anleitung zur Vermeidung des Spiels Rettungsaktion Es gibt Personen, zwischen menschliche Beziehungen, und auch Organisationen, die fast ausschließlich nach dem Muster des Rettungsdreiecks arbeiten. Hierbei ist jeder der Beteiligten zur Anpassung an eine der drei Rollen gezwungen. Wer immer auch Kontakt zu diesen Personen, Beziehungen oder Organisationen aufnimmt, gerät fast automatisch in eine der drei Rollen. Zu einem Alkoholiker, der fast immer in der Rolle des Opfers auftritt, und seinen Retter sucht, gelingt der Kontakt vielleicht nur über die Retter- oder Anklägerrolle. Der Alkoholiker interessiert sich überhaupt nur für Retter oder Ankläger. Das Gleiche gilt auch für andere Menschen, die immer gerettet werden möchten, oder nur als Retter eine Beziehung eingehen können. Es gibt auch einige Organisationen, an deren Arbeit man ausschließlich als Opfer oder Retter teilnehmen kann. Viele psychiatrische Kliniken zählen hierzu, da sie nur zwei Kategorien von Menschen zulassen. Erstens, die Rolle des machtlosen Patienten oder Opfers, der nur Opfer sein darf. Und zweitens, die Rolle des Therapeuten oder Retters, der die Patienten nur als arme gute Opfer oder als arme böse Opfer zu behandeln hat, als Hilfsbedürftige oder Anzuklagende. Will man im Umgang mit solchen Menschen oder Organisationen das Rettungsspiel vermeiden, dann muss man sich auf schwer erträgliche Belastungen gefasst machen. Möglicherweise gelingt es auch gar nicht, sich diesem Spiel zu entziehen, weil man schon für das Nicht-Mitspielen angeklagt wird, und nur die Wahl hat, Opfer zu werden, oder die Mitarbeit ganz einzustellen. Wann immer eine Person eine andere rettet, sei es, dass sie etwas gegen ihren Willen tut, mehr als die Hälfte der Aufgabe erledigt, oder ohne Kenntnis der Bedürfnisse des Anderen handelt, geht der Retter immer von der Annahme aus, dass sein Gegenüber hilflos und unterlegen ist. Rettung erhält und stärkt das Ungleichgewicht zwischen den Handelnden, und verhindert eine ebenbürtige Beziehung. Hiergegen hilft nur die Überzeugung des Helfenden, dass der Andere okay ist, und fähig ist zu verantwortlichem Handeln. Es ist zwar sehr schwierig, die Position der Überlegenheit aufzugeben, und den Anderen nicht mehr für hilflos zu halten, aber der Helfende hat keine andere Wahl, wenn er eine kooperative und wirksame Beziehung gestalten möchte. Folgendes Beispiel. Eines Nachmittags erschien im Therapieraum unseres Radical Psychiatry Center Eine junge, hagere und zerlumpte Frau, siehe Abbildung 13 Abbildung 13 Der Radical Psychiatry Center Action Rap Am Donnerstag, den 3. August 1972, Gruppensitzung von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Sie ließ sich in der Ecke des Raumes auf einen Stuhl fallen, und sah verzweifelt und totenblass aus. Jeder sah sie da sitzen. Ihre Not war offensichtlich. Nach einer Weile schaute sie hoch, und einige der Anwesenden nickten ihr zu. Wie immer nach der ersten Selbstvorstellungsrunde fragte der Therapeut. Wer möchte arbeiten? Es gab einige Meldungen, nur Karol, so hieß die Frau, sagte nichts. Alle merkten, dass sie schwieg. Schließlich fragte jemand, nicht der Therapeut. Und du, Karol? Karol antwortete. Ach, ich weiß nicht. Der Therapeut wartete eine Weile, und sprach dann einen anderen Teilnehmer an. Du willst arbeiten, Fred? Lass uns anfangen. Karol braucht noch Zeit, um sich zu entscheiden. Mit diesem Satz hat der Therapeut ausdrücklich eine Rettung umgangen. Karol machte ein unzufriedenes Gesicht und schwieg. Fred arbeitete etwa 20 Minuten und meinte schließlich. Danke, das reicht mir. Unmittelbar darauf brachte sich Marie ein, und berichtete, wie sie während der vergangenen Woche mit einem Problem umgegangen war. Als Marie abgeschlossen hatte, schwiegen alle und sahen auf Karol, die still und passiv da saß. Der Therapeut wandte sich schließlich zu Karol. Du siehst aus, als ob du irgendwas haben möchtest. Sag uns, was dir fehlt, damit wir sehen können, ob wir dir helfen können. Karol weinte heftig. Karol weinte heftig. Neben ihr saß Jack und legte seinen Arm um sie. Aber Karol wehrte ab. Betroffen und verletzt zog er seinen Arm schnell zurück. Einige in der Gruppe schienen empört über Karol zu sein, und andere waren sichtbar ergriffen. Als Karol etwa eine Minute geweint hatte, sagte der Therapeut. Karol, du siehst so aus, als ob du dich ganz hilflos und hoffnungslos fühlst. Stimmt das? Beim Wort hilflos schaute sie auf und sagte. Ja, genau, hilflos. Ich kann nichts machen, ich bin so fertig. Der Therapeut antwortete. Ich möchte dir sagen, wie wir hier arbeiten. Wir möchten dir gerne helfen, soweit wir können. Aber dabei musst du uns mit deiner ganzen Kraft unterstützen, sonst haben wir ein dummes Gefühl dabei. Ich habe doch gesagt, dass ich nichts tun kann. Du kannst anfangen, etwas zu tun, wenn du sagst, was du möchtest. Das ist doch nicht was tun, sondern hilflos sein. Das sehe ich anders. Aber ich möchte dir helfen, eine Frage zu stellen. Jack schaltete sich ein, ich möchte. Die Gruppe arbeitete nun mit Jack und ließ Karol für ihre Entscheidung Zeit. Dieses Beispiel zeigt, wie man ein aktives Opfer nicht zu retten braucht. Im Laufe der Sitzung konnte Karol schließlich sagen, was ihr fehlte. Sie wollte von einigen der anwesenden Frauen in den Arm genommen werden, sie legte ihren Kopf in den Schuss einer der Frauen, sie weinte und sprach schließlich auch über ihre Probleme. Karol konnte in der Gruppe noch am gleichen Tag einige brauchbare Hinweise bekommen, aber die Hauptsache war, dass es ihr am Ende der Sitzung besser ging, ihr Gang war aufrechter, und am nächsten Tag sagte sie zur Gruppe. Ich habe noch so viel vor mir, aber das war gut gestern. Ich weiß jetzt, woran ich bin. Ich schaffe es. Ab Bildung 12 Eine Frau und ein Mann Frei und emanzipierte Kommunikation Im Folgenden gebe ich einige Anmerkungen, um das Rettungsspiel besser zu verstehen, und um es in der Arbeit zu vermeiden. Erstens Jede Situation, in der eine Person die Hilfe einer anderen braucht, ist potenziell auch eine Retter-und-Opfer-Situation. Die Rolle des Retters ist die des Überlegenen, der die Selbsthilfefähigkeiten des Opfers dadurch verringert, dass er ohne die Gegenforderung nach aktiver und gleichwertiger Mitarbeit, einspringt oder hilft, ohne darum gebeten zu werden. Daher A. Keine Hilfe ohne Kontrakt, verbindliche Vereinbarung oder Vertrag B. Halte niemanden für hilflos, es sei denn, er ist bewusstlos C. Wenn dein Gegenüber sich hilflos fühlt, dann hilf ihm, seine vorhandenen Kräfte zu sammeln D. Der Therapeut darf nie mehr als 50% der Arbeit leisten Der Klient muss zu jeder Zeit mindestens 50% der Arbeit leisten I. Tu nichts, was du nicht auch wirklich tun möchtest 2. Mit der Rolle des Retters ist im Verhältnis zum Opfer, Macht und Überlegenheit verbunden Die Rolle des Opfers beinhaltet Hilflosigkeit und Unterlegenheit, in dessen Beziehung zum Retter Beide Rollen führen unvermeidlich zu einem Stau von Ärger und Vertrus, der beide Rolleninhaber in die Anklägerrolle treibt Die Intensität, mit der die Verfolgerrolle gespielt wird, ist direkt proportional zur Intensität, mit der zuvor die Rollen des Retters oder des Opfers gespielt wurden Daher A. Vermeide alles, was dich in eine Position des Überlegenen bringen kann A. Benutze keinen besonderen Stuhl oder Sessel A. Gehe während der Gruppensitzungen nicht ans Telefon A. Kleide dich nicht teurer als die Gruppenteilnehmer A. Ziehe nur dann die Aufmerksamkeit der Gruppe auf dich, wenn es therapeutisch gerechtfertigt ist A. Und erbrich niemanden A. Weise alle Anreden zurück, die aus einer unterlegenen Position gesprochen werden A. Streicheleinheiten vom Typ, sie sind fantastisch, sind zurückzuweisen A. Sorge dafür, dass zu allen Themen mit dir, aus einer Position der Gleichheit gesprochen wird, außer dort, wo du als Experte, Therapeut, angesprochen wirst A. Auch diese Ungleichheit lässt sich abbauen, indem die Gruppenmitglieder von dir so viel wie möglich über Therapie erfahren Deine Telefonnummer muss im Telefonbuch stehen B. Wenn du über ein Gruppenmitglied ärgerlich bist, dann hast du dich wahrscheinlich auf Rettung eingelassen A. Indem du entweder mehr als die Hälfte der Arbeit geleistet hast B. Indem du etwas gegen deinen Willen getan hast, aus Furcht, den anderen zu verletzen Beispiele Jemandem zu hören, obwohl es dich langweilt In der therapeutischen Arbeit nicht vorwärts kommen Gruppensitzungen, ohne dass du Lust dazu hast, weil du Gruppenmitglieder nicht magst, sie dich langweilen, oder du müde bist Die Hälfte der Verantwortlichkeit liegt bei dir Je wütender du auf ein Gruppenmitglied bist, oder das Gruppenmitglied auf dich, umso wahrscheinlicher spielt ihr Rettung oder Anklage Merke Wenn ein Gruppenmitglied mit dir Rettungsspiel spielt, dann bist du daran ebenso beteiligt, wie der Partner Wirst du öfter als zweimal im Jahr über deine Kontraktpartner wütend, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du selbst in eine Gruppe musst C. Verhindere, dass sich bei dir oder den Gruppenmitgliedern Ärger aufstaut Alle Beteiligten sollten ihren Ärger und ihre Rabattmarken möglichst bald loswerden Ermuntere die Teilnehmer, mit ihrem Erwachsenen ich einander kritisches Feedback zu geben, und dich dabei nicht auszunehmen D. Provoziere kein Anklageverhalten oder Rettungsverhalten bei anderen Manche Therapeuten geben sich unterlegen, um nicht überlegen zu scheinen Sie tragen nachlässige Kleidung, sind häufig krank, sie kommen zu spät, sind verkatert, rauchen ständig, ziehen das Gespräch auf die eigene Person, oder sind einfach inkompetente und hilflose Therapeuten, denen nicht mehr einfällt, als zu sagen Ach, ich bin doch nur einer von euch Wenn das stimmt, dann sollten sie schnellstens ihr Honorar zurückgeben Ein großer Teil der Kunst eines Therapeuten lässt sich an dem Maß ablesen, indem er Rettungsspiele vermeiden kann Kurz Unsere therapeutische Arbeit ist dann in Rettungsaktionen umgeschlagen, wenn wir 1. Gegen unseren Willen für einen anderen etwas tun 2. Mehr als 50% Der nötigen, therapeutischen, Arbeiten leisten Der Kontrakt, verbindliche Vereinbarung oder Vertrag, den wir mit jedem Gruppenmitglied abschließen, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Bemühungen, ohne Rettung, Gruppentherapie zu machen Kapitel 20 Als Gruppenerlebnis können die verschiedensten Dinge von therapeutischem Wert sein Einem Boxkampf oder Fußballspiel zu schauen, mit Fingerfarben malen, tanzen, schreien, oder Gefühle ausdrücken Alle diese Tätigkeiten mögen von therapeutischer Bedeutung sein, sie können aber auch gefährlich sein Der Kontrakt macht einen der grundlegenden Unterschiede zwischen der Transaktionsanalysegruppe und anderer Gruppenarbeit aus In diesem Abschnitt sage ich, was der therapeutische Kontrakt ist, und ich möchte darstellen, wie man ihn erarbeitet und abschließt Mit einem therapeutischen Kontrakt sollte man ebenso sorgfältig umgehen wie mit einem Vertrag auf gesetzlicher Grundlage Die Kriterien für einen gesetzlichen Vertrag sind auf den therapeutischen Vertrag voll anwendbar Fußnote 1 Um rechtlich haltbar zu sein, muss ein Vertrag vier Grundvoraussetzungen erfüllen Als Teil der Rechtsgeschichte sind diese Voraussetzungen das Ergebnis jahrhundertelanger Rechtsauseinandersetzungen Auf dem Hintergrund dieses Entwicklungsprozesses sind diese Grundvoraussetzungen nicht nur rechtlich notwendig, sondern auch hilfreich für einen therapeutischen Kontrakt Fußnote 1 Den Hinweis auf die Vergleichbarkeit therapeutischer Verträge mit den juristisch definierten Handelsverträgen verdanke ich Mr. William Cassidy Unter Kapitel 20.1 Gegenseitige Übereinkunft Die gegenseitige Übereinkunft über den Vertragsgegenstand beinhaltet ein Angebot des Therapeuten und die Annahme dieses Angebotes durch den Klienten Das Angebot muss genau spezifiziert und offengelegt werden Der Therapeut bietet seine Bemühung um Abhilfe für ein bestimmtes Problem oder eine Störung an Um ein vernünftiges Angebot machen zu können, muss der Therapeut die Problemlage gut kennen, und es ist seine Pflicht, gleich zu Beginn der Therapie entsprechendes Wissen zu erarbeiten Der Hilfesuchende muss also seinen Wunsch genau kennzeichnen, und er muss mit beobachtbaren Verhaltensweisen beschreiben, welches Ergebnis er erzielen möchte Das bedeutet zum Beispiel für den Alkoholiker oder den Drogenabhängigen, dass er Kontrolle über das Suchtmittel gewinnt Und genau dieser beobachtbare Verhaltenswandel eignet sich gut zum Vertragsgegenstand Weitere Vertragsgegenstände des Abhängigen können sein Ohne Drogen Lebensfreude empfinden können, Kopfschmerzen oder andere chronische Leiden und Spannungen loswerden, Streicheleinheiten annehmen können, Lachen, Tanzen und Weinen lernen Befriedigender Sexualverkehr, mit Maßen essen oder verzichten auf Konsum als Lustersatz Auch dies sind sinnvolle Vertragsgegenstände Kontrakte, verbindliche Vereinbarungen oder Verträge, mit Depressiven, können zum Beispiel beinhalten Einen großen Teil des Tages fröhlich sein, dauerhafte und kooperative Freundschaften schließen können, Liebesbeziehungen anknüpfen können, Streicheleinheiten annehmen können, nach Belieben schlafen und essen können, keine Selbsttötungsgedanken mehr haben Bei Menschen mit Warnskripts, eignen sich etwa folgende Ziele als Vertragsinhalte Denken können, Probleme lösen können, Rückfälle selbst in den Griff bekommen können, sich häufiger unter Kontrolle haben, verantwortlich handeln, Wünsche und Forderungen aufstellen können, seltener von Furcht gequält sein Wegen ihrer unklaren und damit auch schlecht überprüfbaren Bedeutung, eignen sich folgende Dinge nicht als Gegenstand eines Kontraktes Glücklich werden, statt meistens glücklich sein, bessere zwischenmenschliche Beziehungen haben, anstatt, gute zwischenmenschliche Beziehungen haben, emotionale Reife, Verantwortungsbewusstsein, ein Gefühl für sich selbst bekommen, und viele andere derart vage umschriebene Ziele Als Faustregel mag gelten, dass drei- und mehrsilbige Worte im Allgemeinen wegen ihrer Unbestimmtheit für Kontrakte ungeeignet sind Um die Grundvoraussetzung gegenseitigen Einverständnisses zu erfüllen, müssen sich beide Seiten ganz genau im Klaren darüber sein, was Vertragsgegenstand ist Da die Klienten häufig nur eine sehr ungenaue Vorstellung über das Angebot ihres Therapeuten haben, besteht die Gefahr, dass sie einfach zugreifen, ganz gleich, wie unklar formuliert das Angebot auch sei Das therapeutische Angebot sollte ganz klar definiert sein, und ebenso eindeutig sollten die Bedingungen sein, unter denen der Vertrag als erfüllt gelten soll Wenn dem Klienten das Angebot unklar ist, dann sollte man zunächst einen kurzfristigen Kontrakt abschließen, für etwa vier bis sechs Wochen, damit in dieser Zeit der Therapeut die Situation des Klienten einschätzen kann, und der Klient sich mit dem Therapeuten und seinen Methoden vertraut machen kann Nach Ablauf dieses kurzen Vertrages können beide Seiten wieder versuchen, eine Übereinkunft über einen klar definierten Gegenstand zu erzielen Die beiderseitige Übereinkunft ist sehr wichtig Viele Menschen werden durch ihre Familien oder auch durch Gerichtsbeschlüsse in eine Therapie gedrängt, wobei der Therapeut Gefahr läuft, ein beiderseitiges Einverständnis einfach vorauszusetzen Drei Transaktionsschritte führen zu dem erforderlichen Einvernehmen 1. Nachfrage nach Therapie 2. Angebot von Therapie 3. Abschluss des Kontraktes Häufig fehlen ein oder mehrere dieser Transaktionsschritte Hier als Beispiel das folgende Eingangsinterview mit einem Alkoholiker Therapeut Was führt Sie zu mir, Mr. Jones? Mr. Jones Ich bin gekommen, um meine Alkoholabhängigkeit behandeln zu lassen Therapeut Gut Ich habe jeden Montag um 10 Uhr Vormittagszeit für Sie Mr. Jones Gut Dann komme ich nächsten Montag Dieses Gespräch beinhaltet nur scheinbar ein gegenseitiges Einverständnis Bei näherer Betrachtung kann sich herausstellen, dass die Nachfrage des Patienten, zwischen den Zeilen gelesen, folgenden Inhalt hatte Therapeut Was führt Sie zu mir, Mr. Jones? Mr. Jones Meine Frau droht mich zu verlassen, und ich habe ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer, und meine Frau, meine Mutter und der Richter sagen, dass ich in Behandlung muss Deshalb bin ich gekommen, um meine Alkoholabhängigkeit behandeln zu lassen So formuliert, wünscht Mr. Jones gar keine Behandlung Wahrscheinlich wird hier schon ein Rettungsspiel signalisiert Dem Therapeuten, der sich auf dieses Spiel nicht einlassen will, bleibt nur eine Antwort Er muss dem Klienten klar machen, dass er gar keine Therapie möchte Hier eine weitere Variante Therapeut Was führt Sie zu mir, Mr. Jones? Mr. Jones Ich trinke zu viel Durch das Trinken bin ich körperlich krank geworden, ich verliere meine Frau, und mir droht der Führerscheinentzug Ich möchte mit dem Trinken aufhören und mich behandeln lassen Therapeut Gut Ich habe jeden Montag um 10 Uhr Vormittags Zeit für Sie Mr. Jones Gut, dann komme ich nächsten Montag Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine echte Nachfrage, aber um kein Angebot Der Therapeut sagt nichts über das, was er zu tun beabsichtigt, und welches Ziel er anbietet Mr. Jones kann sich unter dem Angebot alles Mögliche vorstellen, und gedanklich den Therapeuten in jede beliebige Rolle versetzen Wahrscheinlich denkt er an eine der Rollen im Spiel Alkoholiker, siehe das Buch von Claude Steiner aus dem Jahr 1971 Auch hier konnte bereits der erste Schritt in einem Spiel Rettungsaktion gemacht worden sein, in dem der Therapeut schließlich zum Retter wird Ohne eine Spezifikation des Vertragsgegenstandes, würde jede weitere Interaktion zwischen Klient und Therapeut, die beiden tiefer in das Spiel hineinziehen Bestandteil des Angebotes ist auch, dass der Therapeut zur Mitarbeit bereit ist, und dass er sich für fähig hält, die Behandlung mit Erfolg durchzuführen Es ist ja durchaus möglich, dass eine Person Therapie für ein Leiden sucht, mit dem der Therapeut nicht umgehen kann In diesem Fall kann der Therapeut kein therapeutisches Angebot machen Es kommt auch vor, dass Personen mit einem schweren Hauptleiden, nur ein therapeutisches Angebot für ein kleines Nebenleiden suchen, zum Beispiel Drogenabhängigkeit und Eheprobleme Auf dem Hintergrund der Drogenabhängigkeit, ist ein Angebot zur Behandlung der Eheprobleme ebenso fragwürdig, wie eine Schönheitsoperation bei einem Sterbenden Solche Angebote sollte man nicht machen, weil Abhängigkeit derart destruktives Verhalten begründet, dass eine Behandlung des Nebenproblems ständig durch die Abhängigkeit unterlaufen würde Ich möchte nicht, dass diese Haltung mit einer ganz anderen verwechselt wird, der Haltung einiger Therapeuten nämlich, dass Symptombehandlung, zum Beispiel Trinken, Impotenz, Frigidität, eine Phobie, unsinnig sei, weil solchen Störungen eine tiefere Dynamik zugrunde liege, und die Symptombehandlung nicht nur wertlos, sondern auch auf mysteriöse Weise schädlich für den Patienten sei Die Begründung mag ungefähr wie folgt aussehen Diese junge Frau möchte wegen ihrer Frigidität behandelt werden Aber ihre Unfähigkeit, Sexualität zu genießen, entspringt einer tief verwurzelten Feindschaft gegen Männer, von der sie immer dann überwältigt wird, wenn sie Freude an der Sexualität zu gewinnen beginnt In dieser Situation wird sie psychotisch Daher können wir nicht ihre Frigidität, sondern nur ihre Männerfeindschaft behandeln Die betroffene Person erfährt von dieser merkwürdigen und keineswegs unüblichen Argumentation nichts Diese Denkweise erinnert mich an eine Person, die in einem Laden einen Scheuerlappen kaufen möchte Wenig später verlässt sie das Geschäft mit einem Fünfjahresvertrag von einer Reinigungsfirma, einem Staubsauger und einem Berg von Reinigungsmitteln, die für ein ganzes Jahr ausreichen Wenn die Frau Therapie haben möchte, um ihre Sexualität ganz und mit Freude zu genießen, dann muss der Therapeut entweder diesen Wunsch akzeptieren, oder die Frau nach Hause schicken Es ist ihm nicht freigestellt, insgeheim eigene Ziele zu verfolgen, ganz gleich, wie überzeugt er von seiner Theorie ist Hier nun das letzte Gesprächsbeispiel zwischen Mr. Jones und dem Therapeuten Therapeut Was führt sie zu mir, Mr. Jones? Mr. Jones Ich trinke zu viel Durch das Trinken bin ich körperlich krank geworden, ich verliere meine Frau, und mir droht der Führerscheinentzug Ich möchte mit dem Trinken aufhören und mich behandeln lassen Dies ist eine Nachfrage Therapeut Gut, Mr. Jones, ich glaube, da können wir zusammenarbeiten Während Sie in Therapie sind, werden Sie einmal in der Woche zur Gruppe gehen, und gelegentlich machen wir auch mal ein Einzelgespräch Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sobald wie möglich abstinent werden, und dies mindestens ein Jahr lang bleiben, da nach meiner Erfahrung ein früheres Trinken meist zum Rückfall führt Wenn Sie während Ihrer Therapiezeit ein ganzes Jahr lang trocken bleiben, dann werden Sie wahrscheinlich wieder kontrolliert trinken können, das heißt, dass das Trinken für Sie kein Problem mehr sein wird Zu unserer Abmachung gehört, dass Sie nicht nur abstinent bleiben, sondern in jeder Hinsicht aktiv an der Behandlungsarbeit mitarbeiten müssen Ich als Therapeut arbeite mit Ihnen an Ihrem Problem, solange Sie dies wünschen Jeden Montag um 10 Uhr vormittags habe ich Zeit für Sie Dies ist ein Angebot Mr. Jones Gut, ich komme nächsten Montag Dies ist die Annahme des Angebotes Dieses sehr verkürzte Beispiel beinhaltet eine Nachfrage nach Therapie, ein Angebot, und die Annahme des Angebotes Hier sind alle Bedingungen für ein gegenseitiges Einverständnis in einem therapeutischen Kontrakt erfüllt Das Einverständnis beinhaltet auch gemeinsame Anstrengungen Wann immer ein Mensch einem anderen hilft, und daher für den Augenblick dieser Handlung dem zweiten überlegen ist, hat die unterlegene Person dennoch ein Mindestmaß an Kraft und Fähigkeit Um aus dieser Situation Gewinn ziehen zu können, muss auch derjenige dem geholfen wird, alle ihm zur Verfügung stehende Kraft zusammennehmen und einsetzen Kurz Der Klient muss alles was er hat in die Situation eingeben Mr. Jones wird also nicht nur pünktlich zu den Gruppensitzungen kommen müssen, sondern er muss sich aktiv eingeben, auch außerhalb der Therapiezeiten an sich arbeiten, und in allem was er tut, muss sichtbar werden dass er den Kontrakt erfüllen will Wenn er in seinen Anstrengungen nachlässt, dann ist die Therapie keine gemeinsame Arbeit auf Gegenseitigkeit mehr, und wird zum Spiel Rettungsaktion Das gilt für jede Situation in der einer Person geholfen wird, und auch dann, wenn es so scheint, dass die hilfsbedürftige Person gar nichts mehr kann Ein Beispiel Ein Mann ist von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden Solange er bewusstlos ist, kann er zu den Hilfsleistungen nichts beitragen Es arbeiten lediglich die Krankenwagenfahrer, die Ärzte, die Schwestern, und so weiter Aber sobald er wieder bei Bewusstsein ist, kann er seine Energie und die ihm verbliebene Kraft, mit in den Heilungsprozess eingeben Tut er dies nicht, so gerät jede Hilfeleistung zu einem einseitigen Rettungsspiel Unter Kapitel 20.2 Leistung und Gegenleistung Der Helfende vollbringt eine Leistung Die Person, der geholfen wird, muss eine Gegenleistung erbringen, damit aus der Transaktion kein Rettungsspiel wird Jeder Kontrakt, verbindliche Vereinbarung oder Vertrag, muss bindende Angaben über die Gegenleistung enthalten Die Gegenleistung wird zwischen Therapeut und Klient ausgehandelt und vereinbart und bezieht sich auf die Leistung des Therapeuten Die Leistung des Therapeuten ist der fachkundig durchgeführte Versuch, eine Störung zu beheben Wenn der Klient, der Therapeut, und die Mehrheit der Gruppenmitglieder, übereinstimmend feststellen, dass das zuvor definierte Problem nicht mehr besteht, dann hat der Therapeut seine im Kontrakt festgelegte Leistung erbracht Hieraus wird schon sichtbar, dass ohne eine genaue Beschreibung der Problemlage zu Beginn der Therapie, im weiteren Verlauf nicht festgestellt werden kann, ob und wann die vereinbarte Leistung erbracht ist Die Gegenleistung des Klienten kann nach Art und Umfang verschieden sein Hier ein Beispiel für einen Ausbildungsvertrag Mr. Smith ist ausgebildeter Pianist Charlie geht zu Mr. Smith, um das Klavierspiel zu erlernen Mr. Smith könnte für seinen Unterricht einen Zehner pro Stunde verlangen Er könnte aber auch als Gegenleistung fordern, dass Charlie die Gartenpflege übernimmt Mr. Smith seinerseits hatte das Klavierspiel bei einem Pianisten gelernt, der den jungen Mr. Smith für sehr begabt hielt, und den Unterricht in der Erwartung ohne Honorar erteilte, dass sein Schüler das Erlernte später wieder an begabte junge Leute weitergibt Mr. Smith könnte also als Gegenleistung für seinen alten Lehrer seinerseits, den talentierten Charlie umsonst unterrichten Vielleicht verspricht sich Mr. Smith auch Ansehen und andere Vorteile in der Gemeinde, in der er lebt, und verlangt aus diesem Grund kein Geld von Charlie Schließlich ist es auch möglich, dass Mr. Smith so viel Spaß am Unterricht mit Charlie hat, dass ihm der Unterricht als solcher schon genug Gegenleistung ist Charlie ist geradezu genial begabt, oder er hat andere Eigenschaften, die seinen Lehrer begeistern Denkbar ist auch, dass Charlie seinerseits dem Klavierlehrer etwas beibringt, und ihn auf diese Weise honoriert Jede der aufgezählten Möglichkeiten kann, sofern sie von beiden Seiten anerkannt wird, eine solide Geschäftsgrundlage bilden Sind Leistung und Gegenleistung nicht ausbalanciert, dann entsteht ein Rettungsspiel Bei Therapien besteht die Gegenleistung des Klienten üblicherweise aus einer Geldzahlung Dennoch ist jede andere Variante als Grundlage eines therapeutischen Kontraktes denkbar, wenn auch unwahrscheinlich Unter Kapitel 20.3, die Geschäftsfähigkeit In bestimmten Fällen ist die Geschäftsfähigkeit des Klienten eingeschränkt 1. Minderjährige Nach dem Gesetz können Minderjährige keine gültigen Verträge abschließen Ein solcher Kontrakt, verbindliche Vereinbarung oder Vertrag, wird in den meisten Fällen auch nur dann zustande kommen, wenn auch die Eltern Vertragspartner sind Diese Voraussetzung wird immer dann aktuell, wenn die Erziehungsberechtigten oder der Vormund, aus welchem Grund auch immer, die Therapie abbrechen wollen Ein solcher Grund kann zum Beispiel sein, dass sich das Verhalten des Kindes im Laufe der Therapie nach Meinung der Eltern, nicht bessert, sondern verschlechtert Skripttheoretisch ist das leicht zu verstehen, da das Verhalten des Kindes, das zur Therapie kommt, an den Wünschen der Eltern orientiert ist Verlässt das Kind die engen Grenzen der elterlichen Einschärfungen, dann ist dies für die Eltern ein negativer therapeutischer Effekt Bei minderjährigen Klienten müssen also auch die Eltern als Kontraktpartner einbezogen werden Ich habe in meiner praktischen Arbeit mit der folgenden Regel gute Erfahrungen gemacht Im Kontrakt, verbindliche Vereinbarung oder Vertrag, wird mit den Eltern vereinbart, dass das Kind nur dann die Therapie abbrechen soll, wenn die Eltern und das Kind dies wünschen 2. Geschäftsunfähigkeit Mit Klienten, die den Inhalt und die Folgen der Vertragsvereinbarungen, nicht überblicken und verstehen können, lässt sich keine Therapie auf Kontraktgrundlage durchführen Hierzu gehören Personen, die über kein Erwachsenen-Ich verfügen, wie zum Beispiel Klienten mit akuten, kurzfristigen, Psychosen, oder erheblich retardierte Personen, in der körperlichen oder geistigen Entwicklung zurückgeblieben 3. Personen unter unmittelbarem Drogeneinfluss Personen unter dem Einfluss von bewusstseinsverändernden Drogen, und einem hierdurch beeinträchtigten Erwachsenen-Ich, sind ebenfalls geschäftsunfähig, da kein arbeitsfähiges Einverständnis zwischen ihnen und dem Therapeuten möglich ist Kommt dennoch ein Kontrakt zustande, so ist er ungültig Ganz gleich, ob es sich um Alkohol, Beruhigungsmittel oder Stimulanzmittel handelt, der Klient muss vor Vertragsabschluss entgiftet sein Dennoch gibt es auch für Personen mit eingeschränkter Geschäftsfähigkeit, andere, nicht kontraktgebundene therapeutische Hilfen Das oben Gesagte bezieht sich auf vertraglich vereinbarte Behandlungen, die jedoch nur einen Teil der Hilfen darstellen, die einem Klienten zur Verbesserung seiner Befindlichkeit verhelfen können Unter Kapitel 20.4 Vertragsgegenstand und geltende Gesetze Ohne Kontrakt lässt sich keine sinnvolle Transaktionsanalyse von Skripts durchführen, Da die Grundlagen der Transaktionsanalyse, siehe Einführung, eine Behandlung ohne gegenseitige Übereinkunft nicht zulassen Mit dem Kontrakt als Arbeitsvoraussetzung unterscheidet sich die Transaktionsanalyse von allen anderen Therapieformen und insbesondere auch von der Psychoanalyse, in der es zwar auch einen Kontrakt gibt, jedoch in einem ganz anderen Sinn Siehe das Buch von Karl Menninger aus dem Jahr 1958 Der Kontrakt in der Psychoanalyse bindet nur den Klienten, nicht aber den Analytiker Kapitel 21 Strategien der Skriptanalyse Vielleicht ist sich jeder erfahrene Therapeut darüber im Klaren, dass er sich in seiner Arbeit vor den drei Rollen, Ankläger, Retter, und Opfer hüten muss, und trotzdem weiß er vielleicht nicht, wie diese Rollen zusammenhängen In der Absicht, diese Rollen aus der therapeutischen Arbeit herauszuhalten, nehmen viele Therapeuten Zuflucht zu einer passiven und scheinbar unverbindlichen Haltung Unglücklicherweise wirft der Psychotherapeut, der in seiner emotionslosen Erwachsenen-Ich-Haltung verharrt, einen ganzen und für die wirksame Therapie unentbehrlichen Verhaltensbereich über Bord Dies gilt erst recht für die Skripttherapie Spiele und Skripts werden vom Eltern-Ich oder Kindheits-Ich geführt Eine Therapie, die dort ansetzen will, braucht auch einen Therapeuten, der mit Fleisch und Blut mitarbeitet Er muss ganz da sein Der Therapeut, der nur mit dem Kopf anwesend ist, und nur sein Erwachsenen-Ich sprechen lässt, der sein Eltern- und Kindheits-Ich zurückhält, hat aus Angst vor dem Rettungsspiel gewissermaßen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet Ohne Transaktionen, bei denen auch das Eltern-Ich und das Kindheits-Ich beteiligt sind, lässt sich keine wirkungsvolle Skriptanalyse durchführen Mit Hilfe der Transaktionsanalyse lassen sich die einzelnen Transaktionsschritte der therapeutischen Arbeit nach ihrer Herkunft, Erwachsenen-Ich, Eltern-Ich, Kindheits-Ich, bestimmen und analysieren Hierdurch stehen dem Therapeuten über die Erwachsenen-Ich-Erwachsenen-Ich-Arbeit hinaus, weitere Strategien und Beziehungsmöglichkeiten zur Verfügung, die zur Skriptarbeit unentbehrlich sind Diese therapeutischen Strategien, Antithese, Lust, Vorschlag und Geleitschutz, siehe unten, sind nur mit dem Eltern-Ich und Kindheits-Ich des Therapeuten möglich, und ergänzen die Arbeit, siehe unten, in der Therapie Sie sind den Beziehungsformen im Rettungsdreieck ähnlich, dürfen mit diesen jedoch nicht verwechselt werden Unter Kapitel 21.1 – Die Ebene Arbeit Ab Bildung 14a Die Ebene Arbeit Der Therapeut sagt, im Erwachsenen-Ich, warum bist du unglücklich? Er antwortet, im Erwachsenen-Ich, ich glaube, weil ich einsam bin Transaktionen auf der Arbeitsebene, siehe Ab Bildung 14a, sind besonders denjenigen Therapeuten geläufig, die den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf rationale Erkenntnis legen Arbeit wird in der Kommunikation zwischen Erwachsenen-Ich und Erwachsenen-Ich geleistet Hierbei werden 1. Daten gesammelt, die Lebensgeschichte des Klienten, die Art des Leidens, Ereignisse aus Kindheit oder jüngster Vergangenheit, Träume des Klienten 2. Die Daten werden ausgewertet, Traumdeutung, Diagnosen der Ich-Zustände, Spiele und Skripts, Deutung von Abwehr 3. In der Sprache des Erwachsenen-Ich werden als logische Folgerungen oder Vorhersagen, Hinweise und Empfehlungen gegeben Zum Beispiel, nach dem was sie mir bisher gesagt haben, sieht es so aus, dass sie die Kontrolle über das Trinken verloren haben Oder, offensichtlich schadet ihnen ihre Liebesbeziehung zu Jack sehr Wahrscheinlich werden sie sich erst besser fühlen, wenn sie den Kontakt zu ihm abbrechen Die meisten Transaktionen während der Gruppenarbeit, spielen sich auf der Arbeitsebene ab, und laufen gewöhnlich nach einem ganz bestimmten Schema ab Meist steht bei der Arbeitstransaktion ein Gruppenmitglied im Mittelpunkt, sei es, dass die entsprechende Person selbst darum gebeten hat, sei es, dass sie durch die Intervention eines anderen Gruppenmitgliedes dran ist Dran sein heißt nicht zwangsläufig heißer Stuhl, hier konzentriert sich jede Interaktion ausschließlich auf eine Person, sondern lediglich, dass ein Gruppenmitglied im Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit steht Die erste Phase der Arbeit heißt Abklärung, siehe Kapitel 23, und unter Kapitel 23.1 Entweder trägt eine Person ein Problem vor, oder ein anderes Gruppenmitglied äußert die Vermutung, dass ein bestimmtes Problem anliegt Und dann muss abgeklärt werden, ob wirklich eine Arbeit zu leisten ist Das eingebrachte Problem kann ein Knochen sein, den jemand in die Runde wirft Es kann sich aber auch um ein sehr ernstes Problem handeln, ein ängstigendes oder nur schwer aussprechbares Thema Der Arbeitsvorschlag eines Dritten kann sich als Projektion oder Missverständnis herausstellen In jedem Fall dauert die Abklärung so lange, bis alle Beteiligten das Gefühl haben, dass es sich um ein echtes Problem handelt, dessen Lösung möglich oder wünschenswert ist Der nächste Schritt ist die Herausforderung Offen oder in indirekter Form wird die Frage aufgeworfen Du weißt jetzt was dein Problem ist, und was machst du jetzt damit? Gewöhnlich hat die betroffene Person keine Lösung parat, oder sie ist nicht bereit, die angebotenen Lösungsvorschläge anzunehmen Eine liebgewordene alte Verhaltensweise kommt wieder zu Tage, eine elterliche Einschärfung macht sich bemerkbar, und das angepasste Kindheits-Ich-Will-Sich-Quer-Legen Unser Gruppenmitglied ist also an seine alten Grenzen gestoßen, die es ohne zusätzlichen Druck nicht überschreiten wird Diesen Druck kann nur das Kindheits-Ich oder das Eltern-Ich eines anderen Gruppenmitglieds beisteuern, vergleiche das Buch von Fritz Pöhrls aus dem Jahr 1969 Ein Therapeut der für sich auf der Arbeitsebene beharrt, muss nun darauf hoffen, dass eines der Gruppenmitglieder den Saft, der Eltern- und Kindheitsebene beisteuert Der Transaktionsanalytiker wechselt jedoch selbst die Transaktionsebene, und bringt sich mit einer Erlaubnis ein, siehe unter Kapitel 21.7, wenn er die Erwachsenen-Ich-Ebene verlassen will Der therapeutische Prozess tritt nun von der Herausforderung, in die Phase der Klimax ein, sofern die Person den Vorschlag akzeptiert, oder in die Phase der Antiklimax, wenn die Person abwehrt Die Annahme eines Vorschlags wird von der ganzen Gruppe meist als angenehmes Hochgefühl und als Nähe erlebt Gewöhnlich folgt nun eine kurze Schweigepause, nach der sich der gesamte Vorgang mit einer anderen Person im Mittelpunkt wiederholt Wenn die Person die Erlaubnis nicht nur annimmt, sondern sie unmittelbar in Anwesenheit aller anderen Gruppenmitglieder in die Tat umsetzt, in offene Wut oder Weinen ausbrechen, ehrlich sein, um Streicheleinheiten bitten, dass Schweineeltern Ich einbringen, dann ist sie anschließend häufig sehr erschüttert, und braucht Wärme, Nähe und Geleitschutz, siehe unter Kapitel 21.8 Zuweilen hat ein Gruppenmitglied zu einem angesprochenen Thema so viel Angst, dass es schon bei der Abklärung oder Herausforderung ins Stocken gerät Es wehrt ab, fühlt sich nicht okay, empfindet Schuld, Scham oder Wut In diesem Fall sollte man die Arbeitsebene verlassen, und Geleitschutz, Wärme und Nähe geben Manche Therapeuten setzen in solchen Augenblicken einen Angriff ein, eine Leihgabe von Synanon, der weltweit ersten Selbsthilfeorganisation von Drogenabhängigen, um die Abwehr des Klienten zu brechen Zum Gebrauch des Angriffs Attack Therapy Folgt weiter unten ein gesonderter Abschnitt, siehe unter Kapitel 21.4 An dieser Stelle möchte ich nur sagen, dass ich es für richtiger halte, wenn man einem Klienten in abwehrschützendes Geleit gibt, statt die Arbeit fortzusetzen oder einen Angriff zu starten Die Begegnung mit der Grenze führt nicht immer zu einer Klimax oder Antiklimax Gelegentlich beginnt auch das Spiel, warum nicht? Ja aber In diesem Fall stellt sich dem Therapeuten ein strategisches Problem Soll er weiter Druck ausüben, oder soll sich die Gruppe einer anderen Person zuwenden? In einer intensiv arbeitenden Gruppe ist der Therapeut immer unter Zeitdruck, und muss dafür Sorge tragen, dass keine Zeit verschwendet wird, und dass möglichst keine Dinge unerledigt liegen bleiben Der erfahrene Therapeut wird geschickt zwischen diesen beiden Klippen durchsteuern, während sich der Neuling entweder endlos und ohne Erfolg an einem Problem aufhält, oder gerade dann das Handtuch wirft, wenn der Klient den letzten und entscheidenden Anlauf zum Durchbruch nimmt Wie auch immer ein Thema abgeschlossen wird, die Spannung in der Gruppe nimmt ab, man schweigt eine Weile, und schließlich wendet sich die Gruppe einem anderen Mitglied zu In einer Gruppe, deren Mitglieder gut zusammenarbeiten, sind alle Beteiligten, und nicht nur der Therapeut, für die Entscheidung, weiter Arbeit oder Themenwechsel, verantwortlich In meinen Gruppen benutzen wir eine Tafel, auf die jeder, der arbeiten will, seinen Namen schreiben kann Von allen Mitgliedern wird erwartet, dass sie ihre Zeit intensiv nutzen und nicht übermäßig viel davon in Anspruch nehmen Unter Kapitel 21.2 Spielen statt Arbeiten Der Gruppenleiter braucht viel Geschick, damit die Arbeit der Gruppe nicht in Spiele abgleitet Solche Spiele können vielerlei Gestalt haben In einer Situation, in der sich ein Gruppenmitglied als Opfer anbietet, kann die Gruppe in das Spiel Rettungsaktion verfallen und sich zu Tode retten Eine solche Gruppe verliert sich leicht in Spielen wie, warum nicht? Ja aber, tu mir was, das tu ich ja nur für dich, oder für ihn oder sie Im Allgemeinen führen solche Gruppenstunden nur dazu, dass schließlich Opfer und Retter umso frustrierter und ärgerlicher werden Sehr häufig werden die Retter zu Anklägern, und werfen sich auf das Opfer Es folgen nun die Spiele, auf Ruhe, schlag doch zu, jetzt hab ich dich endlich, du Schweinehund, dümmchen, und so weiter Vielleicht wird das Opfer auch zum Ankläger und spielt, niemand hat mich lieb, oder, so weit hast du mich gebracht Alle Teilnehmer durchlaufen schließlich jede der drei Rollen, ein endloses Bäumlein wechsle dich Es ist ganz natürlich, dass der Gruppenleiter am leichtesten in die Rolle des Retters verfällt Für jede Minute, durch die er sich als Retter gequält hat, wird er sich später ebenso lange als Ankläger abmühen müssen Der Therapeut muss sich im Klaren darüber sein, dass sich nicht jedes Gruppenmitglied fest an den Kontrakt hält Verbindliche Vereinbarung oder Vertrag Verlässt ein Gruppenmitglied während der Arbeit den Rahmen des Kontraktes, dann sollte der Therapeut abbrechen Bis ein neuer Kontrakt erarbeitet worden ist Die Neigung der Gruppenleiter, in die Retterrolle zu verfallen, verdanken sie ihrer Neigung zu Schuldgefühlen und einem übertriebenen Verantwortungsbewusstsein den Klienten gegenüber Ein Gruppenleiter kann dieser Gefahr aus dem Wege gehen, wenn er auf seinem Standpunkt beharrt Ich helfe dir bei der Lösung deines Problems, solange du ebenso hart daran arbeitest wie ich Das Anklagen von größerem Übel ist, als Retten, braucht nicht besonders betont zu werden Ich bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass Therapie ohne Brüllen, Schreien, Angreifen, Hetzen und andere therapeutische Tricks möglich ist Die allesamt wahrhaft sadistische Versionen des Spiels sind, ich will dir ja nur helfen, und die man sich sparen kann, wenn man gelernt hat, die Klienten aus einer menschlichen und freundschaftlich zugetanen Haltung heraus, mit ihren Problemen zu konfrontieren Unter Kapitel 21.3 Antithese oder Befehl Abbildung 14b Die Ebene Antithese oder Befehl Der Therapeut sagt, im Eltern-Ich, sei ruhig Marie antwortet, im Kindheits-Ich, ja Hierbei handelt es sich um eine Transaktion vom Eltern-Ich zum Kindheits-Ich, die der Therapeut einsetzen kann, wenn er einen bestimmten Transaktionsablauf abbrechen oder unterbrechen möchte, weil er ihn für gefährlich hält Die Antithese oder der Befehl stellen also eine Art Notbremse dar, siehe Abbildung 14b Wenn beispielsweise ein junges Mädchen, das nach enttäuschenden sexuellen Erlebnissen in die Gruppe kam, und ein älterer verheirateter Mann zu flirten beginnen, dann kann es der Therapeut für angemessen halten, von seinem Eltern-Ich zum Kindheits-Ich der beiden, spontan und kategorisch zu sagen Lasst die Finger voneinander, auch außerhalb der Gruppe Bei einer anderen Gelegenheit greift ein Gruppenmitglied mit seinem Schweine-Eltern-Ich, ein anderes Mitglied an, und der Therapeut möchte ihn unterbrechen Ein anderer Teilnehmer schließlich steht unter dem Einfluss von Drogen und unterbricht ständig die Arbeit, sodass der Therapeut schließlich kurz und diktatorisch sagt Halt den Mund Besonders bei Menschen mit selbstzerstörerischen Skripts gehören solche kurzen und kategorischen Kommandos zum notwendigen Repertoire des Therapeuten, wenn sich der Klient unmittelbar am Abgrund bewegt In solchen Situationen hat sich die antithetische Transaktion sehr bewahrt Passend zum jeweiligen, selbstzerstörerischen, Skript, gehören bestimmte Antithesen schon zur Routine Bring dich nicht um, oder Du sollst deine Kinder nicht schlagen Suizidale oder zur Gewalttätigkeit neigende Klienten haben später berichtet, dass ihnen immer dann, wenn sie zu dicht an ihren Abgrund kamen und sich töten wollten oder gewalttätig zu werden drohten, die antithetische Einschärfung des Therapeuten gegenwärtig war Bei diesen Personen hat der Befehl des Therapeuten also auch später eine positive Wirkung Unter Kapitel 21.4 Angriff Auch bei der Angriffstransaktion handelt der Therapeut aus seinem Eltern-Ich heraus Der Angriff ist ebenso wie Antithese oder Befehl, eine kritische und autoritäre Intervention Dennoch besteht ein großer Unterschied zwischen Befehl und Angriff Meiner Überzeugung nach ist der Angriff eine grausame Methode Er verstärkt den Druck des Schweineeltern-Ich, und er ist vor allem therapeutisch wertlos Ich lehne die Angriffsstrategie grundsätzlich ab Mir sind viele Todesfälle aus Gruppen bekannt, in denen mit Angriff gearbeitet wurde Viele Klienten bekommen hierdurch Angst vor Gruppenarbeit, und sind deutlich erleichtert wenn ich ihnen sage, dass in meinen Gruppen anders gearbeitet wird Andere Klienten haben gelernt, sich auf die Angriffsmethode einzustellen, sind defensiv geworden, verschlossen, verschanzen sich hinter einem Schutzpanzer, und sind kaum noch für Feedback empfänglich Mir sind Fälle bekannt, in denen bei Strafgefangenen, Transaktionsanalyse missbräuchlich in Angriffstherapien einbezogen wurde Unter solchen Bedingungen, wo der Klient noch nicht einmal das Feld verlassen kann, wird der Angriff zur traumatischen Erfahrung Man kann mir sicherlich entgegenhalten, dass es Fälle gibt, in denen der Angriff wirklich geholfen hat, und dass der Angriff auch aus einer Haltung der fürsorglichen Zuwendung heraus eingesetzt werden kann Das mag sein Trotz allem hat nach meiner Überzeugung der Angriff in der therapeutischen Arbeit nichts zu suchen Der Angriff ist für mich eine Art Viehprügel, auch wenn er, zumeist, nur als Zeigestock verwendet wird In der Transaktionsanalyse hat der Angriff nichts zu suchen Unter Kapitel 21.5 Die Ebene Lust Abbildung 14c Die Ebene Spaß Der Therapeut macht Im Kindheits-Ich He he Bob reagiert Im Kindheits-Ich He he Auf der Ebene Lust erfolgen Transaktionen von Kindheits-Ich zu Kindheits-Ich Die Ebene Kindheits-Ich Kindheits-Ich vermittelt den Gruppenmitgliedern Spaß am Zusammensein, siehe Abbildung 14c Auch erfahrene Therapeuten meiden häufig diese Ebene, weil sie der destruktiven Galgen-Transaktion sehr ähnlich ist Sicherlich Eine gute therapeutische Arbeit lässt sich auch ohne Lust und Spaß erledigen Andererseits jedoch halte ich Interaktionen auf der Kindheits-Ich-Ebene, für therapeutisch unverzichtbar Nach meiner Erfahrung lässt sich die Arbeit beschleunigen, wenn ich in der Gruppe die Ebene Lust zulasse Wenn ich Lust zulasse, dann macht mir meine Arbeit als Therapeut mehr Spaß, und ein zufriedener, und zuweilen auch witziger, Therapeut, wird seltener krank und depressiv als ein Therapeut, der in seiner Arbeit nur ernst und humorlos ist Spaß äußert sich meist in Gelächter Ein Gruppenmitglied oder Therapeut, der nicht wenigstens einmal pro Sitzung herzhaft lacht, sollte sich ernsthaft Gedanken über seine Verdrossenheit machen und überprüfen, ob er nicht in die Retterrolle verfallen ist Unter Kapitel 21.6 Die Galgen-Transaktion Im Gegensatz zur Lust-Transaktion sind mit dem Galgen solche Transaktionen gemeint, in denen ein Gruppenmitglied die anderen, und zuweilen auch den Therapeuten, über ein Skriptverhalten zum Lächeln verleitet Bei hamartischen Skripts ist selbstzerstörerisches Verhalten stets mit einem Lächeln verbunden Erklärungen wie Ich lächle, weil mein Verhalten unheimlich ist Ich lache, um nicht zu weinen oder Ich lächle aus Verlegenheit Grenzen an Selbstbetrug Lächeln hat etwas mit Vergnügen zu tun, genauer gesagt, mit Wohlbefinden Ein Kind lächelt, weil es sich wohlfühlt Im Falle der Galgen-Transaktion stammt das Vergnügen vom Schweine-Eltern-Ich, dass das Kindheits-Ich für ein selbstzerstörerisches Verhalten belohnt Wenn der Therapeut oder die Gruppenmitglieder mitlachen, dann verstärken sie das Grinsen des Schweine-Eltern-Ich, über die wieder einmal wirksam gewordene Einschärfung So kommt zum Beispiel Weiß, ein selbstzerstörerischer Alkoholiker, in die Gruppe und sagt Ich hatte gestern Nacht einen wahnsinnigen Autounfall, haha Der verbale Gehalt dieses Satzes liegt auf der Ebene, Erwachsenen-Ich Erwachsenen-Ich Das Haha, gehört auf die Ebene, Kindheits-Ich-Kindheits-Ich, Kindheits-Ich-Eltern-Ich, oder auf die Ebene, Eltern-Ich-Kindheits-Ich Das Haha von Weiß, richtet sich hauptsächlich an das Schweine-Eltern-Ich Das Kindheits-Ich lernt durch Verstärkung, und Verstärkung ist reizabhängig Das Lächeln der Gruppenmitglieder ist nichts anderes als ein verstärkender Reiz für das selbstzerstörerische Verhalten des Kindheits-Ich Ein Therapeut, der mit selbstzerstörerischen Klienten arbeitet, muss das skriptabhängige selbstzerstörerische Verhalten genau identifizieren können Niemals darf er hierüber lachen Wenn man in einer Gruppe erklärt, was eine Galgentransaktion ist, und ihr dadurch einen Riegel vorschiebt, dann sind viele Gruppenmitglieder zunächst einmal verwirrt und betroffen Und das Kindheits-Ich der angesprochenen Person, reagiert häufig so als wäre der Therapeut ein Stimmungskiller, der auf einer Schummerparty das Licht anknipst und die Getränke wegräumt Galgentransaktionen aus der therapeutischen Arbeit herauszuhalten, heißt nicht, dass während der Arbeit Lachen verboten ist, sondern lediglich, dass Selbstzerstörung nichts Lustiges ist Ohne Galgentransaktion kann die Gruppe über jedes lustige Verhalten lachen, und dadurch mithelfen, dass ein Mitglied mit hamartischem Skript, konstruktive Verhaltensweisen entwickelt, und für destruktives Verhalten keine Streicheleinheiten mehr erhält Unter Kapitel 21.7 Die Ebene Erlaubnis Permission Abbildung 15a Die Ebene Erlaubnis Der Therapeut sagt, im Eltern-Ich, hör auf mit dem Trinken Jack antwortet, im Kindheits-Ich, ja Der Therapeut sagt, im Erwachsenen-Ich, um deinen Arbeitsplatz zu erhalten, musst du trocken bleiben Jack antwortet, im Erwachsenen-Ich, das ist richtig Das erste der drei P's der Transaktionsanalyse Permission Erlaubnis Protection Geleitschutz Potency Gegengewicht Bezieht sich auf eine Transaktion, die mit der Skripttheorie unmittelbar zusammenhängt, siehe Abbildung 15a Die Erlaubnis als Methode, habe ich im Laufe meiner Arbeit mit Alkoholikern entwickelt, siehe das Buch von Claude Steiner aus dem Jahr 1971 Einige Therapeuten haben die Vorstellung entwickelt, dass man Alkoholikern dadurch helfen kann, dass sie lernen, ohne Schuldgefühle zu trinken Hierbei wird unterstellt, dass die Schuldgefühle des Alkoholikers beim Trinken dazu führen, dass er sich nicht okay fühlt, und ihn hierdurch zu weiterem Trinken verleiten Die Skriptanalyse führt zu der wenig überraschenden Einsicht, dass man dem Alkoholiker erlauben muss nicht zu trinken, weil er zwanghaft trinkt Der Alkoholiker ist in ein Skript verstrickt, das seinerseits ein Ergebnis der elterlichen Einschärfung ist Insofern ist die Schlussfolgerung nur folgerichtig und nicht besonders originell Der Alkoholiker steht also theoretisch unter dem ständigen Befehl zu trinken, und er braucht die Erlaubnis, damit aufzuhören Das Konzept Erlaubnis lässt sich an einem praktischen Beispiel erläutern Ein junger Alkoholiker arbeitet in einem Betrieb, in dem seine Mitarbeiter ständig und viel trinken Wenn er wegen der gesundheitsschädigenden Auswirkung keinen Alkohol mehr anrühren würde, dann wäre dies für ihn mit einer Gefährdung des Selbstbewusstseins verbunden Dieser junge Mann braucht eine Erlaubnis, das Trinken sein zu lassen, und sich gegen die offenen und versteckten Aufforderungen seiner Mitarbeiter und Saufkumpanen zur Wehr zu setzen Unter Erlaubnis verstehen wir also eine Transaktion, mittels der der Therapeut seinen Klienten wieder auf den früheren skriptfreien Zustand seines natürlichen Kindheits-Ich zurückzuführen versucht Die Transaktion Erlaubnis beinhaltet zwei Ebenen Erstens, die Ebene Eltern-Ich-Kindheits-Ich, auf der ein Befehl, siehe oben, hör auf zu trinken, ausgesprochen wird Und zweitens, die Ebene, Erwachsenen-Ich-Erwachsenen-Ich, auf der der Befehl rational und logisch erklärt wird, Wenn du nicht aufhörst zu trinken, dann verlierst du deinen Arbeitsplatz, oder Wenn du nicht aufhörst zu trinken, dann verlässt dich dein Mann Eine Erlaubnis setzt die Mitarbeit des Erwachsenen-Ich des Klienten voraus Wenn das Erwachsenen-Ich nicht von der Aussage des Therapeuten überzeugt ist, dann wird aus der Erlaubnis ein einfacher Befehl, und der Befehl wird möglicherweise verweigert In einzelnen Fällen bedarf die getrübte Urteilsfähigkeit des Erwachsenen-Ich einer Stütze Die Klientin zum Beispiel, deren Arbeitsplatz gefährdet ist, wird die Erwachsenen-Ich-Erwachsenen-Ich-Erklärung Wenn du nicht aufhörst zu trinken, wirst du deinen Arbeitsplatz verlieren, nicht akzeptieren, weil sie glaubt, dass zum Erhalt ihres Arbeitsplatzes das Trinken in Gesellschaft gehört In diesem Fall wird mit Erlaubnis nichts auszurichten sein Der Therapeut muss sich zunächst einmal mit diesem Widerspruch auseinandersetzen Jede in einem Skript enthaltene Einschärfung erfordert eine gesonderte Erlaubnis Wenn die tiefgreifendsten Einschärfungen beseitigt sind, dann werden andere weniger einschneidende Einschärfungen sichtbar, und müssen ebenfalls bearbeitet werden Ein Beispiel Eine Alkoholikerin, die bereits ein ganzes Jahr lang trocken geblieben war, und deren Befinden sich ganz deutlich gebessert hatte, hatte während dieses ganzen Jahres keine eigenen Sozialkontakte angeknüpft Die Initiative zu sozialen Kontakten überließ sie vollständig ihren wenigen Bekannten Als sich dies herausstellte, wurde offensichtlich, dass sie eine Erlaubnis brauchte, selbstständig von anderen Menschen Streicheleinheiten zu fordern Als Hausaufgabe bekam sie den Auftrag mit, von sich aus jemanden anzurufen und ihn ins Kino einzuladen Diese Aufgabe fiel ihr derart schwer, dass sie erst nach einigen Wochen den Telefonanruf wagte Ihr Skript hatte ihr Verhalten an einer Stelle eingegrenzt, die erst jetzt therapeutisch verarbeitet werden konnte Ohne diese Grenze zu überwinden, wäre ihre gebesserte Lebenssituation labil geblieben Der Therapeut blieb eisern und beharrte auf der Erledigung der Hausaufgabe Schließlich gelang ihr der Durchbruch, wodurch sie die Einschärfung Verschweige deine Bedürfnisse Überwinden konnte Genau dieser Punkt erwies sich für ihr weiteres Wohlergehen als entscheidend Wir dürfen nicht vergessen, dass die Erlaubnis vom Erwachsenen Eltern Ich 2 kommen muss und nicht vom Eltern Ich im Kindheits Ich, Eltern Ich 1 in Kindheits Ich 2, siehe Abbildung 2 Der Unterschied zwischen beiden Formen des Eltern Ich wurde in Kapitel 13 dargestellt Ich möchte hier jedoch anmerken, dass das Eltern Ich im Kindheits Ich, die Rolle des erfolglosen Retters oder Anklägers spielt Eltern Ich 1 in Kindheits Ich 2 verfügt im Gegensatz zu Eltern Ich 2, nicht über die Kraft eine elterliche Einschärfung zu überwinden Der Therapeut sollte sich dieser beiden Ich-Zustände stets bewusst sein, da er mit seinem Eltern Ich 1 in Kindheits Ich 2, schnell in Schwierigkeiten kommen kann Er würde sein Schweine Eltern Ich, als Retter oder Ankläger ins Spiel bringen Unter Kapitel 21.8, die Ebene Geleitschutz Abbildung 15b Die Ebene Geleitschutz Jill sagt, im Kindheits Ich, ich hab Angst Der Therapeut antwortet, im Eltern Ich, keine Sorge, es wird schon gut ausgehen Der therapeutische Geleitschutz gehört heute untrennbar zur skriptanalytischen Methode Begründet und eingeführt wurde er von Patricia Grossmann, im Jahr 1966 Wenn eine Person mit der Erlaubnis des Therapeuten, über ihre alten Verhaltensgrenzen hinausgeht, und dabei mit den alten elterlichen Einschärfungen zu kämpfen hat, dann steht sie häufig ganz alleine, voller Angst und ohne die schützende Hand ihrer Eltern, in unbekanntem Gebiet Auf diese Situation des existenziellen Vakuums und der Angst, muss sich der Therapeut gefasst machen, und in der Lage sein, während der ersten Schritte außerhalb der alten Skriptgrenzen, den gewohnten Schutz der Eltern zu ersetzen Ohne diese Hilfe würde die Person wieder in die sicheren Grenzen ihres alten Verhaltens, und erneut in den Bann der bösen Hexe zurückfallen Sie säße wieder fest in den Gleisen des alten Skripts, psychologisch gesehen hätte sie die Erfahrung machen müssen, dass der Therapeut schwächer als die böse Hexe ist, und dass man ihm nicht trauen kann, wenn es wirklich darauf ankommt Da sich die in therapeutischer Arbeit befindliche Person, auf den Geleitschutz des Therapeuten verlassen können muss, ist schon für die Erlaubnis, die Wahl des richtigen Augenblicks wichtig Eine Erlaubnis sollte nur dann erfolgen, wenn Therapeut und Klient gleichermaßen einen Geleitschutz für möglich halten Kurz vor den Ferien, oder wenn die Sprechstunden des Therapeuten auf absehbare Zeit ausgebucht sind, sollte keine wichtigere Erlaubnis gegeben werden Das Bedürfnis nach Geleitschutz kann jederzeit aufkommen Therapeuten, die sich außerhalb der Sprechstundenzeiten isolieren, können häufig keinen Geleitschutz geben Da die auf eine Erlaubnis folgende Panik nicht immer genau auf einen verabredeten therapeutischen Termin fällt, wird Geleitschutz häufig per Telefon gegeben Nach meiner Erfahrung muss ein Therapeut, der mit etwa 40 Klienten arbeitet, zweimal wöchentlich außerhalb der vereinbarten Sprechstunden, Geleitschutz geben Alle meine Klienten kennen meine private Telefonnummer, ein Umstand, der mir bislang kaum Schwierigkeiten bereitet hat Jeder Verzweiflungsanruf kann entweder mit einer Aufforderung zu einer Rettungsaktion verbunden sein, oder einen echten Hilferuf um Geleitschutz bedeuten Es ist ziemlich einfach, die Spielgespräche von der echten Bitte um Geleitschutz zu unterscheiden Meist dauert ein Geleitschutzgespräch weniger als eine Viertelstunde und bedeutet für beide Seiten eine echte Genugtuung Ein Rettungsspielanruf verursacht völlig andere Gefühle, weil jeder Vorschlag des Therapeuten mit einem Ja, aber Beantwortet wird Und zu einer endlosen Kette weiterer Rettungsvorschläge führen kann Wenn ein Klient ganz offensichtlich versucht, den Therapeuten in direkte Rolle zu ködern, dann sollte der Therapeut das Gespräch möglichst schnell beenden, und den Klienten an seine eigene Verantwortung für sein Tun erinnern Hier ein Beispiel Jane Hallo Therapeut Hallo Jane Jane Weint Ich habe Angst Therapeut Was liegt denn an? Jane Ich weiß nicht Ich habe solche Angst, und ich glaub ich bring mich um Therapeut Ich verstehe Es macht viel Angst, wenn du gegen dein Skript handelst Ruf doch einen Freund an und gehe heute Abend ins Kino Jane Das klingt ganz gut Ich versuche es mal Therapeut Gut Halt die Ohren steif, und du kannst mich immer anrufen, wenn die Angst wieder kommt Jane Es geht schon besser Danke Therapeut Alles Gute Jane Tschüss Dieses Gespräch enthält eine typische Geleitsschutztransaktion Wichtig hierbei ist, dass Jane bereit ist, die Verantwortung für ihre Gefühlslage anzunehmen Und sie ist bereit, den Rat des Therapeuten anzunehmen Jane hat wirklich Angst, und spricht auf die Intervention des Therapeuten recht schnell an Hier ein Gegenbeispiel Jane Hallo Therapeut Hallo Jane Weint Ich habe Angst Therapeut Was liegt denn an? Jane Jane Ich habe zehn Nächte nicht mehr geschlafen und könnte mich umbringen Therapeut Ich verstehe, wie es dir geht Es macht viel Angst, wenn du gegen das Skript handelst Ruf doch einen Freund an und gehe heute Abend ins Kino Jane Ach, das möchte ich nicht Ich habe gar keine Freunde Was soll ich bloß tun? Wenn du keinen anderen Rat weißt, dann nehme ich alle Schlaftabletten, die ich in der Wohnung habe Therapeut Was möchtest du von mir? Jane Ich möchte, dass du mit mir sprichst oder andere Tabletten gibst oder irgendwas Therapeut Ich möchte dir schon helfen, aber was machst du aus der Situation? Jane Ich weiß nicht, ich glaub, ich mach Schluss Therapeut Hm, ich hoffe nicht Aber ich verstehe nicht genau, was du von mir möchtest Ich schlag dir vor, auszugehen und ins Kino zu gehen Jane Ja, aber, und so weiter In diesem Gespräch versucht Jane, den Therapeuten in die Retterrolle zu drängen Wenn der Therapeut darauf eingeht, kann das Gespräch stundenlang so weitergehen und ohne Ergebnis bleiben Spielt der Therapeut nicht mit, dann gibt Jane vielleicht auf Wahrscheinlich wird sie dann im Therapeuten keinen möglichen Retter sehen, künftig in ähnlichen Fällen um Geleitschutz bitten, und das Hilfsangebot annehmen Der therapeutische Gehalt des Geleitschutz, ist ein anderer als der der Übertragung in der Psychoanalyse, deren therapeutischer Effekt durch eine längere intensive Verbindung mit dem Therapeuten zustande kommt Im Allgemeinen braucht der Klient, wenn er eine Skripteinschärfung überwunden hat, höchstens drei Monate lang eine Stütze durch das Geleitschutzangebot Sollte der Klient über diesen Zeitraum hinaus Angst empfinden und auf die Stütze seines Therapeuten nicht verzichten können, dann hat sich der Therapeut wahrscheinlich in ein Rettungsspiel eingelassen Geleitschutz ist eine Funktion des nähernden Eltern-Ich Auch wenn es nicht sehr sinnvoll ist, die verschiedenen Ich-Zustände nach ihrer Bedeutung zu ordnen, so stünden doch die beiden Erwachsenen-Ich-Zustände Erwachsenen-Ich ein Erwachsenen-Ich zwei, an erster Stelle, das nähernde Eltern-Ich dich darauf an zweiter Stelle, und das Kindheits-Ich an der, immer noch wichtigen, dritten Stelle Das Schweine-Eltern-Ich ist für therapeutische Arbeit wertlos Ein starkes Erwachsenen-Ich, das rational und intuitiv urteilen kann, ein liebendes und schützendes, näherndes Eltern-Ich, und ein fröhliches Kindheits-Ich Dies sind die wichtigsten Eigenschaften eines Skript-Analytikers Sein Schweine-Eltern-Ich sollte er an der Garderobe abgeben, und wenn es dennoch einmal auftaucht, dann liegt es in der Verantwortung des Therapeuten, für Abhilfe bei einem beratenden Berufskollegen zu sorgen Unter Kapitel 21.9, die Ebene gegen Gewicht Potency Die Hauptarbeit des Therapeuten spielt sich also ab auf der Erwachsenen-Ich-Erwachsenen-Ich-Ebene, also Arbeit, und auf den vier anderen genannten Ebenen, also Antithese oder Befehl, Erlaubnis, Geleitschutz und Lust Durch diese vier zusätzlichen Handlungsebenen erhält der Therapeut genügend Flexibilität und Handlungsspielraum, um seinem Einsatz ausreichend Gewicht gegen die Widerstandskraft der zu behandelnden Skripts zu geben Mit therapeutisches Gewicht meine ich die Fähigkeit des Therapeuten, ein Leiden schnell und wirksam zu behandeln Dem Gewicht der elterlichen Einschärfung muss der Therapeut ein Gegengewicht entgegensetzen Wenn wir von Potency Sprechen, über die der Transaktionsanalytiker in möglichst hohem Maße verfügen sollte, dann meinen wir damit das hier beschriebene therapeutische Gegengewicht Eric Bern, im Jahr 1974, schreibt in diesem Zusammenhang Ein furchtsamer Therapeut ist ebenso wenig geeignet, ein wütendes Eltern-Ich in den Griff zu kriegen, wie ein furchtsamer Cowboy sich zur Zähmung eines jungen Hengstes eignet Wird der Therapeut abgeworfen, dann landet er genau auf dem Kindheits-Ich des Patienten Zu einer wirksamen therapeutischen Durchsetzungskraft gehört, dass der Therapeut wirklich willens ist, das Problem zu beseitigen, dass er hierauf alle seine Kraft konzentriert, und dass er die hierfür notwendige Zeit und den entsprechenden Aufwand richtig einschätzt Hierzu gehört auch, dass er den Patienten mit seinen alten Grenzen konfrontiert, Druck ausübt, und im Bedarfsfall Geleitschutz bietet Im Zusammenhang mit Potency wird häufig unterstellt, dass der Therapeut einen Omnipotenzanspruch habe Der Unterschied zwischen dem, was in der Psychoanalyse mit Omnipotenz-Fantasien gemeint ist und dem, was in der Transaktionsanalyse Potensie heißt, ist eindeutig Der Transaktionsanalytiker ist sich seiner Grenzen sehr wohl bewusst, weil seine Potensie dort endet, wo die Rettungsaktion beginnt Im Bestreben, die therapeutische Arbeit voranzutreiben und hierfür dem therapeutischen Gegengewicht Nachdruck zu verleihen, kann der Transaktionsanalytiker drei Techniken einsetzen Erlaubnisgruppen, Marathons, und Hausaufgaben 1. Erlaubnisgruppen Die übliche therapeutische Gruppensitzung ist in ihrer Wirksamkeit begrenzt Die Gruppensitzung, mit bis zu zehn Teilnehmern, findet meist in einem kleineren geschlossenen Raum statt, und dient hauptsächlich der verbalen Auseinandersetzung zwischen den Teilnehmern Außerdem ist die zur Verfügung stehende Zeit begrenzt, und viele Therapeuten sind aus ethischen Gründen nicht bereit, den körperlichen Kontakt mit ihren Patienten über ein Minimum hinaus zu intensivieren Um in bestimmten Fällen das therapeutische Gegengewicht verstärken zu können, haben wir Erlaubnisgruppen eingeführt, die von einem gesonderten Lehrer geleitet werden, siehe das Buch von Claude Steiner aus dem Jahr 1968, und das Buch von Huggy Wickhoff aus dem Jahr 1971 Diese Gruppen werden zusätzlich für solche Klienten angeboten, deren elterliche Einschärfungen nicht nur das Denken und Sprechen blockieren, hierfür reicht die normale Gruppenarbeit aus, sondern auch die physische Bewegungsfreiheit Hierzu gehören zum Beispiel Die Fähigkeit andere Menschen zu berühren oder sich berühren zu lassen Die Fähigkeit zu ausgreifender und kratziler Bewegung Ausdrucksbewegung Lachen oder Weinen Tanzen und regungsloses Verharren Bewegungen mit sexuellem oder aggressivem Ausdruck Entspannung Erlaubnisgruppen sollten möglichst in den Unterrichtsräumen von Tanzschulen mit Spiegeln an den Wänden und Bodenmatten stattfinden Jeder Klient kommt mit einem ganz speziellen Kontrakt, verbindliche Vereinbarung oder Vertrag, zu diesen Gruppenstunden, zum Beispiel Erlaubnis zu tanzen, Erlaubnis andere zu berühren, Erlaubnis zu sexuell eindeutigem Verhalten, Erlaubnis zum Führen statt zum Folgen 2. Marathons Mit Marathon werden therapeutische Gruppenzusammenkünfte bezeichnet, die zwischen 8 und 36 Stunden dauern Marathons haben sich nach meiner Erfahrung besonders für solche Klienten als nützlich erwiesen, die nach mehreren Monaten therapeutischer Arbeit an eine Grenze stoßen, über die sie in der bisherigen Gruppenarbeit nicht hinweggekommen sind Solche fortgeschrittenen Klienten, die an einem bestimmten Punkt stecken geblieben sind, fordern wir zur Teilnahme an einem Marathon auf Marathons können ganz unterschiedlichen Zielen dienen Erlaubnis-Marathons sind erweiterte Erlaubnisgruppen Hucki Wickhoff, im Jahr 1973, beschreibt Amazon Power Marathons In denen Frauen ihre Körperkräfte erfahren lernen Es gibt Marathons, in denen die Teilnehmer lernen, die Ökonomie der Streicheleinheiten, siehe Kapitel 8, zu durchbrechen Stroke City Körper Marathons sollen den Teilnehmern helfen, wieder Kontakt zu ihrem Körper zu bekommen Im Marathon Schweine schlachten, können die Klienten lernen, ihr Schweineeltern nicht abzuschütteln Hucki Wickhoff im Jahr 1971 Jeder Marathon beginnt mit einer Diskussion über die Ziele, die jeder einzelne Teilnehmer, während des Marathons erreichen möchte Diese Ziele werden auf eine große Wandzeitung geschrieben, die für alle sichtbar aufgehängt wird Fußnote 1 Die übrige Zeit des Marathons dient ausschließlich der Erreichung dieser Ziele Am Ende der Veranstaltung schätzt jeder Teilnehmer seine Fortschritte ein und schreibt seine Einschätzung neben sein Ziel auf die Wandzeitung Fußnote 1 Die Idee für diese Technik hatte Dr. Franklin Ernst, im Jahr 1968 Der therapeutische Wert des Marathons ist unbestreitbar Im Anschluss an solche Veranstaltungen sind die Teilnehmer meist stolz und wissen, was sie geschafft haben Häufig verlassen sie die Gruppe mit einer geradezu euphorischen Stimmung, die ein bis zwei Wochen anhält Durch den Marathon erhält die übliche Gruppenarbeit meist neuen Schwung und kommt umso besser voran 3. Hausaufgaben Hausaufgaben werden mit den Gruppenmitgliedern für die Zeit zwischen den Gruppentreffen vereinbart Oft arbeiten die Klienten auch ohne ausdrückliche Aufforderung durch den Therapeuten, außerhalb der Therapiestunden an der Erfüllung ihres Kontraktes weiter Wer so verfährt, profitiert wahrscheinlich besonders viel von solchen Therapiestunden, die sich hauptsächlich mit dem Geschehen während der Sitzung selbst beschäftigen, im Hier und Jetzt Der Teilnehmer, der sich seine Hausaufgaben selbst stellt, zeigt selbst Verantwortlichkeit für seine Situation und nimmt seinen Teil der Arbeit an An anderer Stelle habe ich mich gegen die diagnostischen Etikettierungen und Kategorien gewandt, mit denen Klienten üblicherweise klassifiziert werden Eine sinnvolle Klassifizierung fällt mir lediglich beim Stichwort Hausarbeit ein, die Einteilung in Klienten die Hausarbeit übernehmen, und solche, die ihre Angelegenheiten unter der Woche auf sich beruhen lassen Mit der zweiten Kategorie sind jedoch nicht unmotivierte Personen gemeint Viele Klienten, die man üblicherweise als motiviert bezeichnet, weil sie regelmäßig und pünktlich an den Gruppen teilnehmen, und das Honorar bezahlen, gehören zur zweiten Kategorie Motivation ist nur ein hypothetisches Konstrukt Ein Klient dagegen der konkret mitarbeitet, nutzt die Hinweise des Therapeuten und die der anderen Gruppenmitglieder, probiert und wägt ab, verwirft das Untaugliche, und eignet sich das Brauchbare an Eine solche Mitarbeit ist die beste Voraussetzung für einen therapeutischen Erfolg Ich habe aktiv mitarbeitende Klienten erlebt, die zwar von anderen Therapeuten als hoffnungslos psychotisch eingeschätzt wurden, das Ziel ihrer Arbeit jedoch innerhalb eines Jahres erarbeitet hatten Dagegen kenne ich viele Klienten mit kleineren neurotischen Leiden, die sich lediglich auf das Geschehen während der therapeutischen Sitzungen verließen, und nach einem oder gar zwei Jahren kaum weitergekommen waren Mit der Einteilung in Arbeiter und Nicht-Arbeiter, soll die zweite Gruppe keineswegs als nicht okay bezeichnet werden Ich sehe nur, dass die Skripts der ersten Klientengruppe eine aktive Mitarbeit an einer Besserung zulassen Das Erwachsenen-Ich der Klienten, arbeitet mit, Feedback wird aufgenommen, Vorschläge werden erprobt, und so weiter Dagegen haben es Menschen, deren Skript ein solches Verhalten, nicht zulässt, viel schwerer, eine Besserung zu erzielen Eine der ersten und zugleich schwierigsten Aufgaben des Therapeuten bei der Behandlung von Nicht-Arbeitern ist es, eine Erlaubnis zum Arbeiten einzusetzen Voraussetzung hierfür sind ein guter Vertrag, und die strikte Beachtung der Regel, dass Rettungsspiele nicht zugelassen sind Der Inhalt der Hausaufgaben richtet sich ganz nach der Art des Problems Die Aufgabe kann darin bestehen, soziale Ängste durch systematische Desensibilisierung abzubauen Ein Verfahren, das der Verhaltenstherapie entliehen ist Hierbei erhält ein ängstlicher Klient zunehmend schwierigere Aufgaben im zwischenmenschlichen Bereich, wobei er mit sehr einfachen Schritten beginnt Die erste Aufgabe kann darin bestehen, in einer belebten Straße andere Menschen um die Uhrzeit zu fragen Jede Hausaufgabe enthält mehrere Aufgaben, die jeweils mehrmals gelöst werden müssen Von Hausaufgabe zu Hausaufgabe steigt der Schwierigkeitsgrad Nach der Uhrzeit fragen, einen komplizierten Weg erfragen Leute in der Straße anlächeln, einzelnen Menschen ein Kompliment wegen ihres Aussehens machen Kurze Unterhaltungen durchstehen, und so weiter Auf diese Weise soll der Klient lernen, Streicheleinheiten zu bekommen Eine weitere Art Hausaufgaben zielt auf Selbstbehauptung, gegenüber wichtigen Personen des alltäglichen Lebens Die Übungen können darin bestehen, dass man den Chef um eine Gehaltserhöhung bittet Dem Ehemann ankündigt, dass man von nun an gelegentlich eine Nacht weg bleibt Die Schwiegermutter bittet, sich eine eigene Wohnung zu nehmen Oder sich mit jemandem, den man gerne mag, verabredet Zuweilen werden die hierbei nötigen Gespräche in der Gruppe geprobt Das macht, ebenso wie das Ausarbeiten von Hausaufgabenthemen, meistens großen Spaß Gelegentlich müssen Klienten mit einer Störung ihres Erwachsenen Ich, zum Beispiel, ich tauge nichts, wer mich lobt, lügt nur, um mir einen Gefallen zu tun Die Mitglieder dieser Gruppe sind kommunistische Agenten, Aufsätze schreiben, in denen sie den entsprechenden Gegenstand vertreten Ich bin ein wertvoller Mensch, die Leute mögen mich, die Mitglieder dieser Gruppe sind genauso ordentliche Leute wie ich auch Eine Frau, die sich selbst als Monster bezeichnete, musste dieses Monster malen, weil sie es nicht mit Worten beschreiben konnte Als das Bild fertig war, konnte sie sehen, was für ein verzerrtes und unwirkliches Bild sie von sich selbst hatte Andere Klienten üben anhand ihrer Hausaufgaben, ihre Zeit sinnvoll einzuteilen oder, durch Aufgabe eines Spieles, freigewordene Zeit zu nutzen Einen Stundenplan für die Freizeit einhalten, schöne Dinge tun, oder alte Bekannte wieder einmal aufsuchen Hausaufgaben können so vielfältig sein, wie die Probleme der Klienten Liebesbriefe schreiben, Masturbation, oder 1.000 Dollar ausgeben, können genauso dazu gehören, wie Fasten oder eine ganze Nacht aufbleiben Bestandteil jeder Hausaufgabe ist auch ein Bericht in der folgenden Gruppensitzung Wenn ein Gruppenmitglied seine Aufgaben nicht gemacht hat, dann werden diese nochmals aufgegeben Geschieht dies zu oft, dann wird seine Bereitschaft zur Mitarbeit in der Gruppe diskutiert Häufig stellt sich heraus, dass der Schwierigkeitsgrad zu hoch war, und dass die Aufgabe neu gestellt werden muss Diese Hilfstechniken zur Ergänzung der gruppentherapeutischen Arbeit, verstärken das Gegengewicht des Therapeuten gegen die Macht des alten Skripts Im Laufe der weiteren Arbeit werden sicherlich auch noch weitere Techniken entwickelt werden, und weitere Verfahren, die dem therapeutischen Erfolg dienen, werden zu den bereits erprobten und hier Dargestellten hinzukommen Unter Kapitel 21.10 Negative Gefühle äußern Mit zwei Hindernissen, die eine arbeitsfähige Gruppeninteraktion häufig zu blockieren drohen, beschäftigt sich der letzte Abschnitt in diesem Kapitel Die Hindernisse sind erstens Rabattmarken oder angestauter Groll Und zweitens Paranoide Fantasien, die Gruppenmitglieder gegeneinander hegen Diese Gefühle und Verdächtigungen lassen sich zu Beginn einer Gruppensitzung, oder auch mitten in der therapeutischen Arbeit, in ritualisierter Form aussprechen und freisetzen Angestauter Groll Dieses Verfahren habe ich im Askleipion gelernt, einer therapeutischen Gemeinschaft im Staatsgefängnis von Marion, Illinois Dieses Verfahren ermöglicht es den Klienten, bei früherer Gelegenheit gegeneinander angestauten Groll zu äußern, und damit zu entschärfen Die Transaktionsanalyse nennt solche Gefühle, Rabattmarken, die durch Spiele entstehen, siehe Kapitel 1 Das Sammeln von Rabattmarken erschwert Arbeit und ungehinderte Kommunikation zwischen Bezugspersonen Der Rücktausch von Rabattmarken zwischen zwei Personen lässt sich zuvor in einem Schnellvertrag vereinbaren, wodurch die Entladung meist reibungslos und sanft vor sich geht Der Empfänger hat die Rabattmarke anzunehmen und zu schweigen Hat er den Inhalt der Rabattmarke nicht richtig verstanden, so kann er nachfragen Ein Beispiel Jack Ich habe eine Rabattmarke für dich, Fred Nimmst du sie? Fred Gut, ich nehme sie Jack Ich bin noch sauer auf dich, weil du mich letzte Woche mitten in der Arbeit unterbrochen hast Fred Ich erinnere mich nicht War das, als du zu Marie gesprochen hast Jack Nein, ich sprach zu John, und dann fingst du plötzlich mit deinem eigenen Kram an Fred Ich habe verstanden Fred Fred muss also nur verstehen, um was es sich handelt Sein Einverständnis ist nicht nötig Sollen mehrere Rabattmarken zurückgetauscht werden, dann sollte man darauf achten, dass nicht die gleichen Personen mehrmals hintereinander geben oder nehmen Paranoide Fantasien Paranoide Fantasien sind Verdächtigungen, Gefühle des Misstrauens, oder auch die Erwartung, dass jemand böse Absichten habe In aller Regel haben paranoide Fantasien einen wahren Kern Wer solche Fantasien pflegt, hat es meist schwer, offen und ungehindert an sehr persönlichen Problemen zu arbeiten Daher müssen solche Verdächtigungen offen ausgesprochen werden Wird eine solche Verdächtigung geäußert, dann sollte das Gegenüber den Gehalt dieser Fantasie sorgfältig überprüfen, um den wahren Kern der Angelegenheit herauszuarbeiten Wird die paranoide Fantasie insgesamt geleugnet, dann verstärkt sie sich nur, und das Hemmnis wird umso größer Ein Beispiel Fred Ich möchte dir eine paranoide Fantasie mitteilen Jack Ja, ich nehme sie an Fred Ich glaube, dass du eifersüchtig auf mich bist und mich zutiefst hast Ich glaube, dass du ganz besonders wütend darauf bist, dass ich mit Marie zusammen bin Jack Nachdenklich Ich hasse dich nicht Du gehst mir auf die Nerven, und ein wenig eifersüchtig bin ich auch Zu meiner Eifersucht gehört, dass Marie dir ganz anders zuhört als mir Fred Danke Das ist es wohl Kroll und paranoide Fantasien abzuladen, ist nicht nur in der Gruppentherapie sinnvoll Jede Art von Zusammenarbeit kann gewinnen, wenn die Beteiligten zuvor die negativen Gefühle, die sie gegeneinander hegen, zum Ausdruck bringen Wenn wir in der Lage sind unseren Ärger auszudrücken, und den wahren Kern zwischen menschlicher Verdächtigungen zu klären, dann verbessert sich das therapeutische Arbeitsklima und die Arbeit, siehe oben, kommt besser voran Kapitel 22 Die Therapie der drei grundlegenden Skripts Die Therapie der Depression Depression entsteht dann, wenn grundlegende Lebensbedürfnisse nicht befriedigt werden Der Mensch braucht Nahrung, Obdach, Raum, Sicherheit, genießbares Wasser, gute Luft, und Kontakt zu anderen Menschen, also Streicheleinheiten Hunger, zu wenig Lebensraum, Angst und Entfremdung, machen den Menschen traurig und unglücklich Dies ist ein Laienausdruck für Depression, ganz gleich, welche anderen Umstände sein Leben noch beeinflussen mögen Die Verknappung kann durch natürliche Ereignisse hervorgerufen oder künstlich hergestellt sein Wettbewerb erzeugt Knappheit für viele und Reichtum für wenige Ich sage dies, obwohl unsere Propaganda Tag für Tag das Gegenteil behauptet, nämlich das Wettbewerb zu Überfluss führe In Wahrheit bringt Wettbewerb, so wie er in westlichen Gesellschaften getrieben wird, lediglich erhöhte Produktivität, die nur wenigen Privilegierten zugute kommt, und den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft gerade so viel lässt, dass sie den Wettbewerb weiter in Gang halten können Dieses Buch richtet sich an den Durchschnittsbürger der USA Hier hat der Durchschnittsbürger genug zu essen, ein Obdach, wahrscheinlich auch genug Raum, Sicherheit, Wasser, und noch einigermaßen genießbare Luft Unter dieser Leserschaft entsteht Depression meist durch eine künstliche Verknappung von Streicheleinheiten Daher zielt auch mein Abschnitt zur Therapie von Depressionen, speziell auf diesen Mangel Unter den Therapiesuchenden in den USA, sind die an Depression Leidenden die zahlenmäßig größte Gruppe Sowohl die leichtere, banale, als auch die schwerere, tragische, Depression, entsteht aus einem Mangel an Streicheleinheiten Wenn der Therapeut sich die Mühe macht, den Klienten selbst nach der Ursache seiner Depression zu fragen, dann wird er in den meisten Fällen, außer von solchen Therapiegeschädigten, die ihrem eigenen Urteil nicht mehr vertrauen, folgende Gründe hören können Der Klient hat keine Freunde oder Liebesbeziehungen, oder die bestehende Liebesbeziehung ist unbefriedigend Häufig verlieren depressive Menschen erst dann die Ursachen ihres Leidens aus den Augen Wenn die Depression bodenlos geworden ist, und auch zu körperlichen Symptomen wie Apathie, Schlaflosigkeit oder dauerndem Schlafbedürfnis, Fresssucht oder Appetitlosigkeit, ständigem Weinen oder Selbsttötungsgedanken geführt hat Aber in den meisten Fällen von Depression erkennt der Klient sehr wohl, dass er die Depression überwinden könnte, bekäme er nur von einer ganz bestimmten Sorte Mensch oder einem bestimmten einzelnen Menschen, ganz bestimmte Formen von Streicheleinheiten Die Therapie der Depression muss dem Klienten also Wege aufzeichnen, wie er die gewünschten Streicheleinheiten bekommen kann Unter Kapitel 22.1 Überwindung der Ökonomie der Streicheleinheiten Der Hauptteil der therapeutischen Arbeit besteht darin, die alten Regeln der künstlichen Verknappung von Streicheleinheiten zu durchbrechen Wir müssen also die Ökonomie der Streicheleinheiten überwinden Für den Klienten heißt das, dass er sich all der Einschärfungen entledigt, die bislang zu einer künstlichen Verknappung, und damit zu einem Mangel an Streicheleinheiten geführt haben Jeder Einschärfung muss eine Erlaubnis entgegengesetzt werden, die die Versorgung wieder in Gang bringt und schließlich der Depression ein Ende setzt Den Wunsch nach Streicheleinheiten äußern, Streicheleinheiten annehmen und geben, unerwünschte Streicheleinheiten zurückweisen, und auch sich selbst mit Streicheleinheiten versorgen Der Klient muss lernen, welche Art von Streicheleinheiten er wirklich braucht Streicheleinheiten lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen Körperliche und verbale Umarmungen, Küsse, den Rücken streicheln, sich liebevoll festhalten oder drücken, berühren oder zärtlich streicheln, sind Beispiele für körperliche Streicheleinheiten, die ihrerseits heftiger oder sanft, sinnlich oder einfach freundschaftlich, behütend oder auch neckend sein können Verbale Streicheleinheiten können sich auf die äußere Erscheinung eines Menschen beziehen, Gesicht, Körper, Körperhaltung, Bewegungen, oder auf seine Persönlichkeit, Intelligenz, Liebenswürdigkeit, Empfindlichkeit, Mut, und so weiter Niemandem von uns ist es gleich, welche Art von Streicheleinheiten wir bekommen Wir verschweigen aber häufig unseren Wunsch, weil wir uns scheinbar unerfüllbare Wünsche schämen So wie sich Hungernde ihre Armut schämen, so schämen wir uns häufig unseres Mangels und unserer Bedürftigkeit nach Streicheleinheiten Je größer unser Verlangen wird, umso sorgfältiger verbergen wir unsere Wünsche Wer viele körperliche Streicheleinheiten bekommt, wer oft geküsst und umarmt wird, dem fällt es nicht schwer, noch mehr zu fordern Auch hier wird der Reiche immer reicher Wer aus welchen Gründen auch immer, nur sehr wenig körperliche Streicheleinheiten bekommt und unter diesem Mangel leidet, wird sich sehr wahrscheinlich seiner Bedürfnisse schämen und sie verbergen Solon de Samuels, im Jahr 1971, schreibt, dass viele Menschen diejenige Art von Streicheleinheiten, die sie selbst benötigen, als Signal für ihre Bedürfnisse, anderen Menschen geben Dies ist ganz offensichtlich eine sehr ineffektive Methode, und sie verschärft nur den bereits bestehenden Mangel Ein Beispiel hierfür In einer Partnerbeziehung möchte der Mann sexuelle Streicheleinheiten, während seine Frau verbale Streicheleinheiten haben möchte In der Folge erhält sie sexuelle Streicheleinheiten, die sie gar nicht haben möchte, und er erhält verbale Streicheleinheiten, die er nicht möchte Je mehr unerwünschte Streicheleinheiten sie bekommt, umso unzufriedener wird sie, und je weniger verbale Streicheleinheiten sie bekommt, umso ärgerlicher wird sie Sie gibt das, was sie selbst haben möchte, und bekommt von alledem nichts zurück, und ihr Hunger wird immer größer Das gleiche gilt für ihren Mann Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, ganz genau zu sagen, was man haben möchte, und auch genau das zu geben, was der andere wünscht In der therapeutischen Gruppenarbeit dient die Erlaubnis, dem Erlernen von Ungehorsam gegenüber all den Einschärfungen, die den Mangel an Streicheleinheiten verschärften Hier einige Hinweise zur therapeutischen Arbeit Vertrauen in die Natur des Menschen Therapeuten befürchten häufig, dass bestimmte Klienten auch dann keine Streicheleinheiten bekommen werden, wenn sie ihren Wunsch ausdrücklich äußern Aus dieser Furcht heraus wagen sie es häufig nicht, mit solchen Klienten entsprechende Übungen zu machen Diese Haltung zeigt nur, dass auch die Therapeuten, wie alle anderen Menschen auch, das Grundnahrungsmittel Streicheleinheiten für eine Ware halten, die aus natürlichen, und nicht aus veränderbar künstlichen, Gründen knapp ist Tatsächlich aber ist es höchst unwahrscheinlich, dass in einer Gruppe mit acht verschiedenen Menschen nicht wenigstens einer ist, der einem ausgesprochenen Wunsch nach einer bestimmten Streicheleinheit nicht entsprechen konnte Es kann zwar sehr wohl vorkommen, dass ein Gruppenmitglied enttäuscht wird, wenn es einen ganz speziellen Wunsch an eine ganz bestimmte Person richtet Ist der Wunsch jedoch weniger spezifisch, und richtet er sich zugleich an die ganze Gruppe, dann wird er sicherlich nicht unerfüllt bleiben Zuneigung und Liebe sind ursprüngliche und natürliche Eigenschaften des Menschen Die Aufgabe des Therapeuten ist es, das Vertrauen in diese natürlichen Eigenschaften zu stärken Hat er dies geleistet, dann ist er stark genug, um sich dem Kampf gegen die künstliche Verknappung von Streicheleinheiten, selbstsicher und ohne Befürchtungen zu stellen Unterernährung Menschen die durch Streicheleinheiten wirklich gesättigt sind, sind selten Deshalb lässt sich auch das Verhalten eines in dieser Hinsicht ganz zufriedenen Menschen nur schwer beschreiben Gewiss würde ein solcher Zustand auf eine neue, ungewöhnliche und in sich selbst ruhende Lebensbefindlichkeit deuten Ein wirklich bis zur Sättigung gestreichelter Mensch, wäre wahrscheinlich vom Zwang zur Jagd nach Streicheleinheiten befreit und könnte sich aus der Haltung des Ich bin okay, du bist okay, ganz anderen Dingen zu wenden Wahrscheinlich schwindet in diesem Zustand auch das Bedürfnis nach Ersatzbefriedigungen durch Konsum Zum Beispiel, neue Autos, neue Kleider, Kosmetika, und so weiter Da auch negative Streicheleinheiten bei intensivem Hunger nach Streicheleinheiten, zu einer gewissen Sättigung führen können, gibt es auch Menschen, die derartige Zuwendungen annehmen Es hängt also vom Hungerzustand und einem relativen Vergleichsniveau ab, siehe das Buch Survival Quotient, von Hedges Carpers und Glen Holland aus dem Jahr 1971 Ob ein Mensch bestimmte negative Streicheleinheiten schluckt oder zurückweist Von einem ausgehungerten Menschen kann man nicht erwarten, dass er falsche Kuscheltücher zurückweist, siehe Kapitel 8 Und unter Kapitel 8.1 Wer an Hunger zu sterben droht, akzeptiert auch verdorbene Nahrung Manche Menschen leiden an Unterernährung, weil sie gute und tatsächlich verfügbare Streicheleinheiten nicht annehmen, siehe das Buch von Solon de Samuels aus dem Jahr 1971 Ein Beispiel hierfür ist unser Playboy, siehe unter Kapitel 15.3, dessen Geschmack durch die Massenmedien derart pervertiert ist, dass er nur noch auf äußerst spezielle Streicheleinheiten anspricht, und diese auch nur noch in einer Aufmachung akzeptiert, wie sie zum Beispiel das Playboy-Magazin bietet Die Streicheleinheiten echter und realer Frauen weist er zurück, und hungert vor gefüllten Speisekammern Ein solches Schicksal ähnelt dem des Stadtmenschen, der sich in die Natur verirrt hat und nun hungern muss, weil er die Früchte des Feldes nicht erkennt Streicheleinheiten annehmen und ablehnen Wie die Nahrungsaufnahme, so ist auch die Annahme und Aufnahme von Streicheleinheiten ein biologischer Vorgang, der eine gewisse Zeit braucht Eine Streicheleinheit braucht Zeit um einzusinken Der Vorgang ist mit dem Wässern eines Blumentopfes vergleichbar Je trockener die Erde ist, umso länger dauert es, bis die Erde gut durchfeuchtet ist So haben auch unterschiedliche Streicheleinheiten und unterschiedliche Menschen, ihre ganz besonderen Einsinkzeiten Jede Streicheleinheit braucht etwa 5 bis 15 Sekunden, oder auch mehr, bis sie wirklich aufgenommen ist Eine Streicheleinheit kann auf verschiedene Weise abgelehnt werden Zuweilen ist die Ablehnung unmittelbar an der Gestik und Mimik ablesbar, Achselzucken, Grimassieren, oder offene verbale Ablehnung In der Gruppenstunde sagt ein Klient zum anderen Ich finde, du bist sehr intelligent Er erhält die Antwort Ach was Das sagst du bloß so Du willst mir ja nur etwas Nettes sagen Ich weiß jedenfalls, dass ich nicht intelligent bin Du nimmst mich auf den Arm In diesem Fall ist die Ablehnung offenkundig Die Ablehnung kann jedoch auch weniger leicht erkennbar sein Daher lohnt es sich, eine gestreichelte Person genau zu beobachten und zu sehen Wie sie die Streicheleinheiten annimmt Und ob sie sie wirklich aufnimmt oder insgeheim doch noch zurückweist Auf eine Ablehnung können die feinsten Nuancen von Gestik, Körperhaltung, Verzögerung des Redeflusses, Augenbewegungen ebenso hindeuten, wie die Art der Erwiderung einer Streicheleinheit oder ein flüchtiges Danke Viele Menschen hören unmittelbar beim Empfang einer Streicheleinheit einen abwertenden Kommentar ihres Schweineeltern Ein solcher Kommentar lässt sich meist an winzigen Änderungen des Gesichtsausdrucks oder der Körpermuskulatur erkennen Solche Abwertungen und Leugnungen sollten möglichst aufgedeckt werden Und der Inhalt eines solchen Schweinekommentars sollte unbedingt offengelegt werden Das zuverlässigste Zeichen dafür, dass eine Streicheleinheit angenommen und aufgenommen wurde Ist ein wortloses, breites und zufriedenes Lächeln des Angesprochenen Unerwünschte Streicheleinheiten müssen sofort und eindeutig zurückgewiesen werden Oft fällt die Entscheidung schwer, ob eine Streicheleinheit wirklich echt und sauber ist Besonders dann, wenn sich das Schweineeltern-Ich einschaltet In solchen Zweifelsfällen sollten wir deutlich machen, dass wir, zumindest vorerst, die Streicheleinheit nicht annehmen können Erst wenn wir uns für eine Klärung Zeit nehmen, können wir zu einem der folgenden Schlüsse gelangen Die Streicheleinheit war echt, und unsere Zurückweisung lag am Kommentar des Schweineeltern-Ich Sie war echt, aber nicht erwünscht Die Streicheleinheit war nicht echt und nicht sauber Eine solche Entscheidung lässt sich am besten in der Gruppe fällen, wo wir mit Hilfe der zumeist objektiven Beobachter Zwischen den verschiedenen Möglichkeiten abwägen können Streichelnahrung und Nahrungsreserven Genau genommen werden Streicheleinheiten von Mensch zu Mensch übertragen, obgleich man auch von Tieren Streicheleinheiten bekommen kann Wir können Streicheleinheiten wie Nahrung und Wasser speichern, und uns auf diese Weise eine Zeit lang selbst versorgen Dinge unseres Lebensbedarfs können wir in unterschiedlichem Umfang speichern Unser Körper kann Sauerstoffbedarf für etwa drei Minuten speichern, und Nahrung und Wasser für viele Tage oder gar Wochen Auch Streicheleinheiten lassen sich speichern Die Veröffentlichung Strokes in the Credit Bank for David Cupper Von Vanita Englisch aus dem Jahr 1971 Hat den Ausdruck Stroke Bank Bank für Streicheleinheiten Geprägt Nach meiner Auffassung übernimmt hierbei das Eltern-Ich die Aufgabe des Speicherns Das Näheren der Eltern-Ich speichert die positiven Streicheleinheiten Und das Schweine-Eltern-Ich speichert die negativen Streicheleinheiten Menschen mit einem Skript haben ein starkes Schweine-Eltern-Ich, das stets bereit ist, das Kindheits-Ich niederzukämpfen Das Näheren der Eltern-Ich ist bei diesen Menschen schwach entwickelt und verfügt über keine Reserven für schwere Zeiten Obwohl wir ständig auf Nachschub angewiesen sind, kann uns doch ein gut sortiertes Lager unseres näherenden Eltern-Ich helfen Durch zeitweise Selbstversorgung, unser Ich-Bin-OK-Gefühl aufrecht zu erhalten Letztlich bleiben wir jedoch in unserer Versorgung an Streicheleinheiten, von der Außenzufuhr abhängig, ohne die niemand eine Ich-Bin-OK-Haltung lange aufrecht erhalten kann Besonders dann nicht wenn wir nur negative Streicheleinheiten bekommen In einigen Fällen sammeln sich zwar im näherenden Eltern-Ich streicheleinheiten an, die jedoch nicht verwertbar sind, weil sie für dritte Personen bestimmt sind Mutter ist die Beste, siehe unter Kapitel 14.1, ist ein gutes Beispiel dafür Die meisten Menschen müssen erst lernen, wie sie sich mit Streicheleinheiten selbst versorgen können Hierfür gibt es Übungen, die ich weiter unten darstelle Künstliche kalte und echte warme Kuscheltücher Der Echtheitsgrad von Streicheleinheiten kann variieren Es gibt Streicheleinheiten, die nur schlecht verpackte Kritik sind Im Vergleich zu anderen dicken Leuten, bist du sehr schön, oder, du gibst dir wirklich alle Mühe Andere Streicheleinheiten beinhalten einen Vergleich, und verursachen Konkurrenzgefühle Du bist die Schönste in dieser Gruppe, oder, ich liebe dich mehr als jeden anderen, anstatt, du bist sehr schön, oder, ich liebe dich Wir müssen erst lernen, echte und saubere Streicheleinheiten zu geben, die nicht mit Konkurrenzdruck und Anteilen des kritischen Eltern-Ich-durchsetzt sind Und saubere Streicheleinheiten nennen wir falsche Kuscheltücher Solche falschen Kuscheltücher sollten wir niemandem zustecken Wir sollten auch lernen, sie konsequent zurückzuweisen Besonders in Situationen, in denen wir uns ohne besonderen sonstigen Anlass zum Streicheln verpflichtet fühlen, geben wir häufig leere und falsche Streicheleinheiten Sei es, dass wir direkt darum gebeten werden, oder häufiger noch, dass wir als Retter von einem Opfer geködert wurden, und aus dieser Lage heraus eine Streicheleinheit springen lassen In solchen Situationen produzieren wir immer wieder Streicheleinheiten, die wir gar nicht so meinen In einem System ohne künstliche Verknappung, wird derartiges nie geschehen Auf einem freien Markt der Streicheleinheiten ist es ganz in Ordnung, wenn man ohne echten Anlass keine Streicheleinheiten vergibt, da sich mit Sicherheit jemand anderes finden wird, der ein echtes und warmes Kuscheltuch zu vergeben hat Körperliche Berührung In der therapeutischen Arbeit ist körperliche Berührung ein sehr starkes Mittel, das wegen der damit verbundenen Probleme in Misskredit geraten ist Körperliche Berührung ist ein ebenso zweischneidiges Mittel wie Lust und Spaß während der therapeutischen Arbeit An anderer Stelle haben wir sorgfältig das produktive und befreiende Gelächter von der Galgentransaktion, mit ihren schädlichen Folgen unterschieden Ebenso sorgfältig sollten wir die Vorteile und Gefahren von körperlicher Berührung abwägen Berührung ist die unmittelbarste Form der Transaktion Bei der Arbeit mit tragischen Skripts halte ich sie für unentbehrlich Bei Depressionen ist körperliche Berührung ein sehr wirksames Gegenmittel, abgesehen von den äußerst seltenen Fällen organisch verursachter Depression Die negativen Folgen körperlicher Berührung sind noch wenig erforscht Daher sollten wir dieses wirksame Mittel nur mit Vorsicht gebrauchen In meiner Gruppenarbeit vermeide ich es, meine Klienten zu berühren Berührungen der Klienten untereinander lasse ich gerne zu Ich vermeide auch soziale Kontakte zwischen meinen Klienten und mir Außerdem fordere ich meine Klienten auf, außerhalb der therapeutischen Gruppenarbeit keine intimen Kontakte untereinander zu pflegen Dagegen ermuntere ich sie, auch außerhalb der Gruppenzeiten untereinander in Verbindung zu bleiben, in der Hoffnung, dass sie sich in Krisenzeiten unterstützen und einander Geleitschutz geben können Unter Kapitel 22.2 Streicheleinheiten Versorgung im Alltag Innerhalb der therapeutischen Arbeitsgruppe gibt es keine künstliche Verknappung durch die herrschende Ökonomie der Streicheleinheiten Mit der Zeit lernen die Gruppenmitglieder, auf diesem freien Markt miteinander umzugehen Die therapeutische Gruppe stellt jedoch einen künstlichen und nicht alltäglichen Rahmen dar, der für einen depressiven Menschen mit seinen Versorgungsproblemen, keine echte und dauerhafte Lösung sein kann Ein solcher Klient muss nicht nur in der Gruppe, sondern auch in seiner eigenen sozialen Umwelt Streicheleinheiten erhalten können Es ist also auch die Aufgabe der Therapie von Depressionen, dem Klienten beizubringen, wie er außerhalb der Gruppe unter den geltenden Gesetzen der Ökonomie der Streicheleinheiten seine Bedürfnisse befriedigen kann Hierzu muss der Klient seine Bezugspersonen sorgfältig auswählen Er muss mit seinen Freunden und Partnern die Frage der Ökonomie der Streicheleinheiten abklären Gerade für depressive Menschen ist es wichtig, Menschen im Bekanntenkreis zu haben, die mit Streicheleinheiten offen und großzügig umgehen Ohne solche Kontakte außerhalb der therapeutischen Gruppe, lässt sich das Skript keine Liebe nicht überwinden Wer ein solches Skript hat und therapeutisch an dessen Überwindung arbeitet, muss sich außerhalb der Gruppe einen Freundeskreis schaffen, der den Austausch von Streicheleinheiten ohne künstliche Verknappung zulässt Erst wenn der Klient gelernt hat, Streicheleinheiten zu fordern und zu geben, sie zurückzuweisen und sich selbst zu versorgen, wenn er gelernt hat, Beziehungen so zu gestalten, dass er von anderen Menschen Streicheleinheiten erhält, erst dann wird er sein Skript keine Liebe aufgeben können Die nun folgenden Übungen haben sich als nützlich erwiesen, die Ökonomie der Streicheleinheiten zu überwinden Unter Kapitel 22.3 Übungen Erstens Streicheleinheiten geben Das Gruppenmitglied, das das Geben von Streicheleinheiten erlernen soll, nennen wir Schüler Der Schüler geht im Kreis herum und gibt jedem Gruppenmitglied eine Streicheleinheit Er kann sich auch ein bestimmtes Gruppenmitglied aussuchen, und diesem so viele Streicheleinheiten geben, wie ihm einfallen Oder der Schüler wird von jedem Gruppenmitglied um eine ganz bestimmte Art von Streicheleinheit gebeten, und der Schüler folgt dieser Aufforderung, sofern er wirklich hinter der entsprechenden Streicheleinheit stehen kann Besonders diese dritte Übung ist schwierig und erfordert sorgfältigen Geleitschutz Zweitens Streicheleinheiten fordern Der Schüler steht in der Mitte des Raumes und erhält von den Gruppenmitgliedern Streicheleinheiten Der Schüler muss lernen, die Streicheleinheiten so zu nehmen, wie sie gegeben werden Oder der Schüler fordert von einer bestimmten Person eine ganz bestimmte Art Streicheleinheit, die er bislang nur schwer annehmen konnte, und lernt dabei, Streicheleinheiten anzunehmen Während beider Übungen achtet die ganze Gruppe sorgfältig auf falsche Kuscheltücher und darauf, wie die Streicheleinheiten einsinken Gleichzeitig stützt die Gruppe den Schüler mit Erlaubnis und Geleitschutz Drittens Selbstversorgung und nährendes Eltern-Ich Der Schüler steht in der Mitte des Raumes und formuliert positive Aussagen über sich selbst Hierbei helfen ihm die anderen mit Vorschlägen Sie kontrollieren, ob unechte oder unreine Streicheleinheiten darunter sind, und sie loben den Schüler, wenn eine Streicheleinheit gut sitzt Diese Übung heißt Selbstlob Selbstlob kann mit der zweiten Übung kombiniert werden Gleichzeitig lässt sich hierbei das Ablehnen unerwünschter Streicheleinheiten üben Hucki Wickhoff, im Jahr 1971, beschreibt eine Übung, die das nährende Eltern-Ich entwickeln und stärken soll Hier nachschreiben zwei oder mehr Personen mit der linken Hand, Rechtshänder, ideale Eigenschaften ihres nährenden Eltern-Ich, auf eine große Tafel, zum Beispiel, warm, großherzig, sanft, großzügig, voller Liebe, und so weiter Anschließend schreiben die Schüler neben diese Eigenschaften Aussagen, die sie von ihrem näherenden Eltern-Ich gerne hören möchten Zum Beispiel, ich liebe dich, du bist schön, freu dich an dir selbst Anschließend liest jeder Schüler das Geschriebene laut vor, und bemüht sich hierbei seine Gefühle in die Stimme zu legen Fußnote 1 Wir nehmen an, dass das Erwachsenen-Ich, die zumeist rechte, Schrifthand steuert Daher bitten wir den Klienten, mit der zumeist linken, nicht bevorzugten Hand zu schreiben Die anderen Gruppenmitglieder helfen, die Streicheleinheiten von Unreinheiten zu befreien Sie nehmen versteckte Kritik, Vorbehalte, Erwartungen, und andere Schweineeltern-Ich-Anteile, aus den Sätzen heraus Hier nachtauschen die Schüler ihre Listen aus, und lesen einander die Texte vor, wobei sie sich anfassen und gegenseitig streicheln Die Schüler können sich ihre Streicheleinheiten vor einem Spiegel auch selbst vorlesen Diese Übung ist besonders für Männer geeignet und andere Klienten, die ein Skript vom Typ keine Lust haben, und unfähig sind, ihr näherendes Eltern-Ich für sich selbst und andere einzusetzen 4. Massage Zuweilen ist ein Klient aus Mangel an Streicheleinheiten derart ausgehungert, dass er verbale Streicheleinheiten gar nicht mehr annehmen kann In diesen Fällen kann eine Massagegruppe sinnvoll sein Eine solche Massage soll nicht der persönlichen Vermittlung von Gefühlen dienen, und sie muss insbesondere ohne sexuellen Bezug ablaufen Sie bietet eine Fülle von Streicheleinheiten am Kopf, am Nacken, am Rücken, an den Beinen und Füßen Diese Nutration, beinhaltet wahrscheinlich die schönsten Streicheleinheiten, die man sich denken kann, und hilft dem Klienten später auch, spezifischere und persönlichere Streicheleinheiten annehmen zu können Häufig ist Massage das einzige Mittel, das Erwachsenen-Ich des Klienten in Bewegung zu bringen Die hier beschriebenen Übungen sind für die Arbeit in der Gruppentherapie gedacht Aber auch außerhalb der therapeutischen Arbeit lassen sich diese Übungen durchführen und wiederholen, Streicheleinheiten fordern, Streicheleinheiten geben, Streicheleinheiten annehmen und zurückweisen, und die Selbstversorgung Wie oben schon erwähnt, müssen die Klienten ihre Erfahrungen und Lernschritte auf ihren eigenen Alltag übertragen Jede dieser Übungen lässt sich zu Hause, am Arbeitsplatz, im Bus und beim Einkauf durchführen Zwar bietet der Alltag keinen so sicheren Rahmen wie die gruppentherapeutische Situation Aber mit einigem Geschick ist es doch möglich, die Ökonomie der Streicheleinheiten auch außerhalb der Gruppe zu durchbrechen Außerhalb der Gruppe sollte man vielleicht statt Streicheleinheiten andere Worte gebrauchen, etwa Kompliment und Liebkosung Außerdem muss man sich immer auf Ablehnungen gefasst machen Aber obwohl es durchaus möglich ist, dass man draußen in der bösen kalten Welt, auf Widerstand stößt, zeigt sich doch in der Praxis meist, dass sich die Menschen über Streicheleinheiten und warme Kuscheltücher freuen, mit gutem Willen und Großzügigkeit antworten, und jeden Versuch, die Ökonomie der Streicheleinheiten zu durchbrechen, mit Freude aufnehmen Die Klienten sollten mit ihren Ehepartnern oder anderen Personen, mit denen sie intimen Umgang pflegen, ausdrückliche Absprachen über ein gemeinsames Projekt, freie Streicheleinheiten treffen Hier ein Beispiel Das Gruppenmitglied Marie besprach schon während der Eingangsphase ihrer therapeutischen Arbeit, mit ihrem Ehemann Jack die Frage von Streicheleinheiten und warmen Kuscheltüchern Sie sprachen auch über die bestehenden Einschärfungen, die auch bei ihnen zu einer Verknappung geführt hatten Er stimmte seiner Frau zu und war zur Mitarbeit bereit Er hatte Schwierigkeiten damit verbale Streicheleinheiten zu geben, und sie hatte Schwierigkeiten, nicht verbale sexuelle Streicheleinheiten zu geben Marie und Jack besprachen sich, ihre Probleme gemeinsam zu bearbeiten, und obwohl Jack kein Mitglied in der therapeutischen Gruppe war, gelang es schließlich beiden Partnern, die Wünsche des anderen zu befriedigen Kapitel 23 Wie bereits ausgeführt, ist Wahnsinn das Ergebnis lang andauernden systematischen Leugnens, siehe Kapitel 9, und unter Kapitel 9.2 bis 9.5 Leugnen ist eine Transaktion Wie in jeder anderen zwischenmenschlichen Situation gehören auch zur Leugnung zwei Seiten, der Leugnende und der Geleugnete Der Leugnende verweigert eine Reaktion auf die Aussage des Geleugneten Der Geleugnete ist seinerseits bereit, sich auf die Leugnung seines Gegenübers einzulassen, akzeptiert das Ausbleiben einer Reaktion, und belässt es bei der Leugnung Aus diesem Grund erleben bestimmte Menschen mehr Leugnungen als andere Sie sind bereit, Leugnungen ihrer Aussagen hinzunehmen Darüber hinaus unterstützt der Leugnende seine Leugnung mit Powerplay, so dass der Geleugnete häufig zum Unterlegenen wird, und die ständigen Machtproben, siehe Kapitel 17, regelmäßig verliert Menschen die häufig geleugnet werden, werden verwirrt, und in Einzelfällen schließlich verrückt In der therapeutischen Arbeit müssen diese Menschen die Antithese zur Leugnung, also Abklärung, und den Umgang mit Powerplay erlernen Unter Kapitel 23.1 Die Abklärung Durch die Abklärung wird eine Leugnung neutralisiert Die Gefühle, um deren Klärung es geht, werden ernst genommen und erwidert Hier ein schon bekanntes Beispiel, siehe Kapitel 9, und unter Kapitel 9.2 Jill Du hältst mich für dumm Jack Ich halte dich nicht für dumm Im nun folgenden Gespräch ist Jill nicht mehr bereit, die Leugnung und die hieraus resultierende Verwirrung einfach hinzunehmen Sie versucht nun, den Wahrheitsgehalt ihrer Gefühle abzuklären Sie fordert von ihrem Gegenüber eine Abklärung Jill Aber wenn du mich nicht für dumm hältst, warum habe ich dann das Gefühl, dass du mich für dumm hältst? Ich werde es dir sagen Willst du es hören? Jack Ja Jill Du unterbrichst mich ständig in der Mitte vom Satz, und ganz selten nur stimmst du mit meinen Ansichten überein Wenn ich versuche, dir etwas zu erklären, dann haben deine Augen einen ganz leeren Blick und du guckst durch mich hindurch Und außerdem nennst du mich dauernd und scheinbar im Scherz, Dümmerchen, Blöd, und Kindskopf, und du sprichst auch vor deinen Freunden so über mich Deswegen glaube ich, dass du mich für dumm hältst Und jetzt will ich es wissen Hältst du mich für dumm? Ganz offensichtlich reagiert nun Jill auf Jack Leugnung nicht mehr mit Verwirrung, verwirrenden Selbstgesprächen, und konfusen Antworten Stattdessen nennt sie systematisch die Gründe für ihren Eindruck, und fordert zugleich von Jack, an diesem Klärungsprozess teilzunehmen Jack muss nun antworten und entweder zugeben, dass er Jill für dumm hält Anderenfalls muss er sein Verhalten erklären In jedem Fall wird er kaum ihre Gefühle leugnen können, und Jill hat durch ihre klärende Antwort die Verwirrung vermieden, die sonst den Geleugneten befällt Am häufigsten kommt es zur Leugnung, wenn ein Partner den anderen um Streicheleinheiten bittet, etwa so Jill Liebst du mich? Jack Was meinst du mit Liebe? Vielleicht versucht es Jill noch einmal Jill Ach, ich glaub, du liebst mich gar nicht Jack Um Gottes Willen, wie oft soll ich dir denn noch sagen, dass ich dich liebe? Hier haben wir es mit einem Powerplay zu tun, das Jill von ihrer Frage abbringen soll Gleichzeitig handelt es sich um eine Leugnung Lässt Jill sich durch Jacks Powerplay nicht bremsen, dann kann der Dialog wie folgt weitergehen Jill Ich glaube, du liebst mich nicht, und ich werde dir sagen warum In den letzten fünf Jahren hast du mir kein einziges Mal von dir ausgesagt, dass du mich liebst Immer hab ich dich fragen müssen Und wenn du es gesagt hast, dann warst du auch noch brummig Geschenke habe ich nur zu meinem Geburtstag bekommen Die ganze Zeit hast du dich so verhalten, als wäre nur ich mit dir verheiratet, und du nicht mit mir Offensichtlich tut dir alles, was du für mich tust, leid Deshalb habe ich das Gefühl, dass du mich nicht mehr liebst Ich möchte das jetzt wissen, so oder so Abklären lässt sich am besten im Rollenspiel lernen Der Lernende spielt seine Situation mit einem Leugner als Partner, dessen Aufgabe es ist, nach Kräften eine Abklärung zu verhindern Sehr häufig wird der Geleugnete in diesem Rollenspiel von Leugnung zu Leugnung sprachloser und weiß schon bald nicht mehr, wie er in seiner Sache weiterkommen soll An diesem Punkt können die übrigen Gruppenmitglieder Vorschläge für den besten Umgang mit der jeweiligen Leugnung machen Unter Kapitel 23.2 Leugnung mit Powerplay Wenn man das Abklären der eigenen Gefühle lernt, dann muss man in aller Regel auch den Umgang mit Powerplay üben, da der Leugner häufig mit einem Bombardement von Powerplay, siehe Kapitel 17, seine Leugnungen absichert Der Klient sollte also nicht nur lernen, seine Gefühle so darzustellen, dass sie abklärbar sind, sondern er muss auch die Powerplay des Leugners durch Gegenmanöver Powermanövers stoppen können Häufig weigert sich der Leugner, das Gespräch fortzusetzen, wenn er mit einer Forderung nach Abklärung konfrontiert wird Der Leugner verlässt beleidigt das Zimmer, oder er erklärt das Gespräch für beendet, oder er wechselt das Thema Durch jede dieser Varianten wird die Leugnung mit einem Powerplay untermauert Der Geleugnete muss also lernen, mit Powerplays umzugehen Die Grundvoraussetzung für ein Gegenmanöver bei Leugnungen mit Powerplay ist, dass der Geleugnete auf der Ebene des Erwachsenen-Ich bleibt, und jede weitere Kooperation in der Beziehung so lange verweigert, bis die Leugnung geklärt ist Ein Beispiel Jill fühlt sich verletzt, weil Jack das Mittagessen kritisiert hat Nun fordert sie eine Abklärung, worauf er, ihre Verletztheit leugnend, aus dem Esszimmer stürmt Indem er die Diskussion einseitig beendet, hat sich Jack eines weit verbreiteten Powerplay von oben nach unten bedient Die Sitzung ist vertagt Am Abend, wenn Jack ins Bett geht und Jill zum Beispiel Schlaf auffordert, dann muss Jill die Leugnung erneut ansprechen, eine Abklärung verlangen, und erst dann wieder zum üblichen Eheleben zurückkehren, wenn ihre Gefühle abgeklärt sind Der Kampf um die Abklärung kann sich emotional sehr zuspitzen Aus diesem Grund braucht ein Klient, der am Problem Abklärung arbeitet, viel Gutes zu reden und gute Rückendeckung, Erlaubnis und Geleitschutz, von seiner Gruppe Zwischen Partnern, die eine kooperative Beziehung miteinander pflegen, siehe Kapitel 25, verläuft eine Abklärung meist glatt, und ist zudem für beide Teile eine angenehme und lohnende Form der Auseinandersetzung Ist der Leugnende jedoch nicht zur Kooperation bereit, und blockiert jeden Klärungsversuch mit einem Powerplay, von oben nach unten, dann kommt es nie zu einer Abklärung In diesem Fall hat der geleugnete Partner keine andere Wahl, als die Beziehung abzubrechen Solange keine Abklärung möglich ist, leistet eine derartige Beziehung dem Warnskript nur Vorschub und beschleunigt es Es gibt zwar Menschen, die den Wahnsinn dem Alleinesein vorziehen, eine Entscheidung, die bei jedem Einzelnen liegt Aber wie Depression nur durch einen Bruch mit der Ökonomie der Streicheleinheiten überwunden werden kann, so kann auch Wahnsinn nur dann geheilt werden, wenn jede einzelne Leugnung wirklich abgeklärt wird Unter Kapitel 23.3 Abklärung und Paranoia Ein Therapeut, der seinen Klienten gegenüber als Leugner auftritt, kann keine sinnvolle Arbeit im Umgang mit dem Warnskript leisten Therapeuten leugnen ihre Klienten in vieler Hinsicht So machen sich zum Beispiel viele Therapeuten im Laufe der ersten Therapiephase ein Bild über das Leiden des Klienten und deren Ursache, ohne die möglicherweise gegensätzlichen Vorstellungen des Klienten zu berücksichtigen Der Klient könnte etwa der Meinung sein, dass an seinem Arbeitsplatz der unangenehme Chef, und zu Hause die Nachbarschaft, für seine Probleme verantwortlich sind Der Therapeut kann dagegen der Meinung sein, dass die echten Gründe ganz woanders liegen Die Probleme am Arbeitsplatz sind für den Therapeuten vielleicht die Folge der homosexuellen Neigung seines Klienten dem Vorgesetzten gegenüber Der Klient sollte also an seiner Veranlagung arbeiten Den vom Klienten erwünschten Umzug in einen anderen Stadtteil, konnte der Therapeut als Fluchtmanöver diffamieren, denn in Wirklichkeit treibe ihn nur die latente Homosexualität zu diesem Wunsch, weshalb ein Wohnungswechsel überhaupt nicht in Frage käme Als Transaktionsanalytiker könnte der Therapeut das Problem darin sehen, dass der Klient nicht genügend Streicheleinheiten bekommt Wenn der Therapeut seine Diagnose ungeachtet der Meinung seines Klienten aufrecht erhält, dann liegt eine Leugnung vor Wenn der Therapeut die Leugnung so weit treibt, dass er seine abweichende Meinung dem Klienten noch nicht einmal mitteilt, dann fügt er seiner Leugnung noch eine Lüge hinzu Der kleine Professor des Klienten, siehe Kapitel 9, und unter Kapitel 9.3 über die Intuition, wird die Leugnung und die Lüge durchschauen, und der Klient wird umso verwirrter, misstrauischer und hoffnungsloser werden Der Therapeut darf also in keinem Fall und in keiner Hinsicht seine Klienten leugnen, und er muss immer zur Abklärung bereit sein Der Therapeut muss erkennen, dass die Meinungen und die Gefühle seines Klienten für die therapeutische Arbeit unverzichtbar sind Ein Therapeut, der das nicht einsieht, sollte seine Haltung noch einmal rational und unvoreingenommen überprüfen In unserem Beispiel klagt der Klient in der therapeutischen Gruppe nur über die Gemeinheiten seines widerwärtigen Chefs Der Therapeut sieht die Dinge anders, und es kommt zu folgender Transaktion Jack Ich bin immer noch sauer? Mein Chef wird immer schlimmer? Gestern hat er mich für den Fehler eines anderen beschimpft Ich kann den Chef nicht mehr ertragen Und am Tag vorher Therapeut Unterbricht Jack Jack, ich möchte wissen, ob du diese Woche schon Streicheleinheiten bekommen hast Jack Streicheleinheiten Ich bin froh, wenn ich niemanden sehe Ich muss einfach woanders hinziehen Therapeut Hmm, ich glaube das Problem liegt darin, dass du nicht genügend Streicheleinheiten bekommst Wenn das nicht geregelt ist, wird sich auch für dich nichts ändern In diesem Beispiel aus der Transaktionsanalyse leugnet der Therapeut Jacks Gefühle Doch selbst wenn der Therapeut mit seiner Sichtweise Recht hat, wird er bei Jack nie landen können, weil er einen viel wichtigeren und vordringlicheren Faktor übersieht Jacks gegenwärtige Sichtweise und seine gefühlsmäßige Einstellung zum aktuellen Problem Jacks Gefühle jetzt, sind für jede weitere Arbeit wichtig Sie haben einen wahren Kern, müssen ernst genommen und abgeklärt werden Hier ein anderer Gesprächsverlauf Jack Ich bin immer noch sauer? Mein Chef wird immer schlimmer? Gestern hat er mich für den Fehler eines anderen beschimpft Ich kann den Chef nicht mehr ertragen Und am Tage vorher Therapeut Jack, ich möchte dich unterbrechen Ich weiß, dass du Schwierigkeiten mit deinem Chef hast Und dass es dir schwer fällt, in deiner jetzigen Nachbarschaft zu leben Ich glaube nicht ganz daran, dass dein Chef und deine Nachbarschaft die wirklichen Gründe für dein Leiden sind Ich glaube, dass es dir viel besser ginge, wenn du einige Streicheleinheiten bekommen könntest Und ich glaube, du kriegst überhaupt keine Im Gegenteil Ich erlebe dich so wütend über deinen Chef und deine Nachbarn, dass du wahrscheinlich immer weniger Streicheleinheiten bekommst Jack Ich möchte Streicheleinheiten haben Aber ich halte die ganze Situation nicht mehr aus Du solltest mal meine Nachbarn sehen Das ist nicht so wie hier Hör mal Therapeut Ja, vielleicht müssen wir wirklich einmal klären Wie du mit deinem Chef besser umgehen kannst und auch mit deinen Nachbarn Vielleicht wirst du auch umziehen müssen Ich werde dir helfen, daran zu arbeiten Aber ich möchte auch, dass du bereit bist, deine Versorgung mit Streicheleinheiten zu bearbeiten Ohne das, so fürchte ich, wird sich gar nichts ändern Ist das ein Angebot? Jack Gut, aber die Sache mit meinem Chef möchte ich zuerst bearbeiten Therapeut Gut, fangen wir damit an Ein Therapeut muss den Gefühlen und Einschätzungen seiner Klienten Rechnung tragen Und sich darüber klar sein, dass alle Meinungen und Gefühle über die Ursachen seines Leidens Wichtige Informationen für die weitere therapeutische Arbeit sind Eine Ausnahme hiervon gibt es nur dann, wenn der Klient lügt Und zuweilen bei Zwangsbehandlungen in öffentlichen psychiatrischen Einrichtungen Die schwierigsten und ausführlichsten Abklärungen muss der Therapeut bei der Behandlung von Paranoia einleiten und durch Arbeiten helfen Üblicherweise hält der Therapeut die paranoiden Wahnideen und Fantasien seiner Klienten lediglich für psychotische Symptome, die keinen Bezug zur Realität haben Entsprechend werden die Äußerungen des Paranoikers vom Therapeuten ignoriert, wobei er ständig um sie her umarbeiten muss, oder er versucht die Wahnideen systematisch zu widerlegen Beide Verfahren führen zu keinem Erfolg Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei der Behandlung von Paranoia, einzig und allein eine sorgfältige Abklärung des, größeren oder kleineren, Wahrheitsgehaltes der paranoiden Fantasien weiterhilft Wenn eine Frau zur Therapie erscheint und völlig besessen ist von wahnhafter Eifersucht auf ihren Mann, und ihn anklagt, er schlafe mit allen Frauen aus der Nachbarschaft, und wolle sie vergiften Dann muss sich der Therapeut, ganz gleich wie besessen sie auch erscheinen mag, auf den möglichen Wahrheitsgehalt ihrer Fantasien, und nicht auf die offensichtliche Irrealität ihrer Verdächtigungen konzentrieren Der Therapeut muss herausfinden, weshalb diese Frau glaubt, ihr Mann wolle sie vergiften und schlafe mit allen Frauen in der Nachbarschaft In allen Fällen von Paranoia, die mir bislang begegnet sind, fand sich immer ein Körnchen Wahrheit, das zuvor geleugnet worden war Der Ehemann schläft zwar nicht mit allen NachbarInnen, aber er flirtet mit einigen, und zu einer der Frauen fühlt er sich besonders hingezogen Spricht ihn seine Frau hierauf an, dann leugnet er ständig und behauptet, an alledem sei nichts wahr Zwar versucht der Ehemann nicht, seine Frau zu töten, aber vielleicht trägt er sich mit dem Gedanken, sich scheiden zu lassen, oder sie in die Psychiatrie zu stecken, und wenn sie ihm ihren Verdacht vorhält, dann wird er wieder alles leugnen In beiden Fällen bereitet der Mann durch seine Leugnung den Boden für die akute Paranoia seiner Frau Erst wenn dieser Hintergrund abgeklärt ist, wird die Paranoia abklingen können Der Therapeut muss einen gesunden Respekt gegenüber den Gedanken seiner Klienten haben Alle bizarren Fantasien, unangemessenen Affekte, und wirren Gedanken, sind Teil eines Geisteslebens, das auf dem Hintergrund der zu klärenden Leugnungen und Lügen, verständlich und legitim erscheint Der Therapeut der aus einer wirklichkeitsfernen und distanzierten Haltung heraus, nur Symptome einer psychischen Krankheit sieht, wird dem Klienten nicht helfen können und das Leiden nur noch vertiefen Die hier dargestellte therapeutische Arbeitsweise hat sich bei allen Fällen von Irresein, in psychiatrischen Kreisen, Schizophrenie, als schnell und wirksam erwiesen Hiervon ausgenommen sind nur diejenigen Fälle, die zuvor schon durch die destruktive Maschinerie der psychiatrischen Anstalten, mit ihren Psychopharmaka-Behandlungen und Schocktherapien gegangen waren Ein Patient der diese Art von Behandlung über ein gewisses Maß hinaus durchleiden musste, ist nach meiner Erfahrung sehr viel schwieriger zu therapieren Die Qual der psychiatrischen Behandlung und Unterdrückung, hinterlässt tiefe Narben in der Psyche der Behandelten, die nur durch viel Liebe, Zuwendung und Hingabe heilbar, und durch Zuversicht und Wohlbefinden überwindbar sind Menschen mit einem Warnskript, sollten jede Art psychiatrischer Behandlung besonders dann vermeiden, wenn sie nicht absolut freiwillig ist Mit absoluter Freiwilligkeit meine ich eine Behandlung ohne abgeschlossene Tür, mit vollständiger Freizügigkeit des Patienten, und ohne therapeutische Verfahren, die gegen den Willen des Klienten durchgeführt werden, oder zur Voraussetzung für einen weiteren Verbleib in der Einrichtung gemacht werden Wird eine Hospitalisierung erforderlich, dann sollte der Patient den Namen und die Telefonnummer eines engagierten Rechtsanwaltes haben, der sich sofort für seinen Mandanten einsetzen kann, wenn die Behandlung plötzlich gegen den Willen des Patienten fortgeführt wird Trotz aller Vorkehrungen, kann sich der Patient in der Psychiatrie nur schwer dem informellen Druck zur Freiwilligkeit entziehen Kapitel 24 Die Therapie der Lustlosigkeit Ein unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit mit Drogenabhängigen, ist die Konzentration auf die Körperempfindungen, damit der Klient wieder Kontakt zu den Lustgefühlen und Schmerzgefühlen seines Körpers bekommt, siehe Kapitel 10 In der Skriptanalyse ist die Anwendung von Körperarbeit noch in den Anfängen Trotzdem gibt es schon genügend Erfahrungen, die für den Leser, bei aller Vorläufigkeit, von Nutzen sein können Die Körperarbeit zur Konzentration auf die Körperempfindungen setzt voraus, dass sich der Klient den Kontakt zu seinen Körperfunktionen systematisch erarbeitet Die Atemfunktion spielt hierbei eine wesentliche Rolle, da Atmen sowohl willkürlich als auch unwillkürlich gesteuert werden kann Meist atmen wir unwillkürlich Der Atem funktioniert wie unser Herzschlag, die Darmbewegungen, und die Filtrierarbeit der Nieren, von alleine Im Gegensatz zu den anderen Funktionen kann der Atem jedoch auch willkürlich gesteuert werden Aus diesem Grund sind Atemübungen ein sehr guter Anfang, um auch mit den anderen Körperfunktionen wieder Verbindung aufzunehmen Meist atmen wir flach und unzureichend Wenn wir kräftig durchatmen, zuerst in den Bauch, dann in die Brust, und hoch bis zu den Schultern, und anschließend ausatmen, dann erhält unsere Lunge ungewöhnlich viel Sauerstoff, der über die Blutgefäße schließlich das Zellgewebe unseres ganzen Körpers erreicht Einzelne Körperbereiche, die von unserem Selbst abgetrennt, kaum gespürt werden, erhalten durch diese Hyperventilation zusätzliche Energie Die kräftige Sauerstoffversorgung all der von unserem Selbst abgespaltenen Körperbereiche, hilft uns, diese wieder wahrzunehmen Bis dahin waren diese Körperbereiche für uns praktisch tot, und ihr überspannter oder schlaffer Zustand wird erst jetzt für uns spürbar Wir erleben diese Körperbereiche so, wie sie tatsächlich sind Gelähmt, inaktiv, schwerfällig, verkrampft, verdreht, abgekoppelt, und so weiter Hier ein Beispiel Anne hatte sehr schöne lange Beine, die sie höchstens dann wahrnahm, wenn andere Menschen darauf schauten oder wenn sie sich lange Kleidung anzog, um sie zeigen oder verbergen zu können Sie selbst hielt ihre Beine nicht für schön, sondern für blöd und hässlich Sie hatte auch kein richtiges Gefühl in ihren Beinen, es sei denn, sie schmerzten vom vielen Gen Ihre Beine waren einfach da unten, und bewegten sich, und trugen an Da sie beim Gehen ihr Gewicht auf die Zehen und nicht auf den ganzen Fuß verteilte, wirkte ihre Körperhaltung linkisch Sie hatte zu ihren Beinen ein Verhältnis, wie andere Menschen zu einem Fahrrad Für sie waren die Beine ein Fortbewegungsmittel und kein Teil ihrer selbst Ihr Verhältnis zu Gesicht, Kopf, Schultern und Brüsten, war ganz anders, mit ihnen fühlte sie sich verbunden, und dort spürte sie auch das Zentrum ihrer selbst Als sie tief atmete und ihre Beine reichlich mit Sauerstoff versorgte, fühlte sie plötzlich ihre Beine Für einen kurzen Zeitraum war die Trennung zwischen ihren Beinen und ihrem Selbst aufgehoben Sie wusste nun, wie sich ihre Füße fühlten, und dies war eine Erfahrung, die ihrem Kopf, ihrem Zentrum, bisher entgangen war Zum ersten Mal spürte sie, dass sich ihre Beine tot anfühlten, als ob sie eng umschnürt wie eine Mumä wären Sie spürte auch das Verlangen ihrer Beine nach großen Schritten Sie spürte, dass ihre Beine nackt sein wollten und sich Wind und Sonne wünschten, und sie spürte auch, dass ihre Beine es hassten, immer wieder von gierigen Männerblicken angestarrt zu werden Als das lebendige Beingefühl wieder schwand, bewahrte sie sich doch ein ganz reales Gespür für ihre Beine Ganz besonders bewusst blieb ihr das Verlangen ihrer Beine, nach Klettern, Gehen und Laufen, in Luft und Sonne Sie wurde sich ihrer im Wesentlichen geschlechtsrollenbezogenen Körpereinschärfungen bewusst Spreize die Beine nicht, das ist sexy, entblöße deine Beine nicht, das provoziert, du darfst nicht rennen, das tut eine Dame nicht Sie spürte auch Zuschreibungen wie zum Beispiel, du hast schöne Beine, setz dich ruhig hin und lass die Herren schauen Sie entschloss sich zum Kauf kurzer Turnhosen, und sie lief, wohin sie wollte Wenn die Leute auf ihre Beine sahen, dann verbarg sie sie oder freute sich über die Blicke, gerade so, wie ihr zumute war Ihre Beine machten eine körperliche Veränderung durch Sie wurden sicherer und anmutiger Viel wichtiger war jedoch, dass ihre Beine nun zu ihrem Zentrum gehörten, dass sie Spaß an ihren Beinen hatte, und dass Anne, sich über die Beachtung, die ihre Beine fanden, freuen konnte Wahrscheinlich wird Anne noch im hohen Alter anmutig und sicher auf ihren Beinen gehen, während ihre Mutter schon mit 65 Jahren nur noch einher schlurft, und kein Gespür mehr dafür hat, dass ihre Beine zum schwungvollen Gehen bestimmt sein könnten Dieses Beispiel für die Konzentration auf einen Körperteil durch Atmung, zeigt nur eine der vielen Möglichkeiten, wie eine derartige Körperarbeit mit dazu beitragen kann, banale und tragische Skripts zu überwinden Ich weiß, dass die obigen Ausführungen unvollständig sind, und besonders zur Frage der Atemtechnik ergänzt und vertieft werden müssten Mein Wissen zu diesem Thema und zu dieser therapeutischen Technik ist, wie gesagt, unvollständig Weitaus mehr Erfahrung auf diesem Gebiet haben die Bioenergetiker, unter anderem Wilhelm Reich, oder Alexander Luven Der interessierte Leser mag sich zur weiteren Ausbildung oder zur Therapie an solche Kollegen wenden Auch in diesem Fall rate ich zu einer bewussten und kritischen Auswahl des Therapeuten, siehe unter Kapitel 18.3 Einige Techniken zur Konzentration des Bewusstseins auf den Körper, habe ich in der therapeutischen Gruppenarbeit mit Erfolg ausprobiert Sie sollen im Folgenden beschrieben werden Unter Kapitel 24.1 Atmung Wie schon ausgeführt, können wir durch tiefes Atmen, Kontakt zu unserem Körper und zu unseren Gefühlen herstellen Durch Atmung können wir erfahren welche Teile unseres Körpers tot und welche lebendig sind Im Idealfall atmen wir langsam und tief, wobei wir die Lungen vollständig füllen und wieder blähen Dies ist die beste Methode den ganzen Körper mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen Stattdessen atmen die meisten Menschen viel zu schnell, und entweder nur ganz flach oder extrem tief, und halten den Atem völlig an, wenn sie Angst haben Bei manchen Menschen scheint es, als umklammere eine riesige Hand ihre Brust, und verhindere dadurch das tiefe Einatmen und die Beatmung Andere wiederum atmen nicht vollständig aus Wenn wir unvollständig einatmen oder ausatmen, dann müssen wir umso schneller atmen, und die Sauerstoffversorgung bleibt ständig unzureichend Viele Menschen atmen nie vollständig aus Wenn sie doch einmal tief ausatmen oder husten, dann ist ihr Atem stickig und alt Mit prall gefüllten Lungen lässt sich zwar gut schreien und heulen, aber kaum bitten, weinen oder flüstern Wer niemals vollständig einatmet, wird zwar leicht flüstern oder weinen, aber kaum mit voller Stimme und Überzeugungskraft sprechen können Wenn ich den Eindruck habe, dass einer meiner Klienten zarte Gefühle ausdrücken möchte, dann bitte ich ihn, mehrmals tief auszuatmen Im umgekehrten Fall, wenn ein Klient zornig, deutlich oder mit Überzeugungskraft sprechen möchte, dann fordere ich ihn auf, mehrmals ganz tief einzuatmen In der Gruppenarbeit passiert es häufig, dass sich ein Klient in langen und emotionslosen Reden ergeht, aus denen niemand so recht schlau wird Die Worte scheinen fast automatisch aus dem Mund zu quellen, während der Körper ohne jeden Zusammenhang mit den gesprochenen Worten, gespannt vor Furcht oder Schmerz neben den Sätzen steht In solchen Fällen genügt es, wenn ich den Klienten zu tiefer Atmung auffordere, um ihm den Kontakt zu seinem Körper zu erleichtern und ihm dadurch zu einem klaren Ausdruck seiner Befindlichkeit zu verhelfen Wenn der Klient drei oder vier Minuten tief geatmet, und hierdurch den Kontakt zu seinen Gefühlen gewonnen hat, dann wird seine Rede verständlich und echt Die Worte werden klar, und man spürt, was mit ihnen gemeint ist Die anderen Gruppenmitglieder können nun mitfühlen und verstehen Die Gruppe kann mit dem Gesagten umgehen und arbeiten Diese zwei Techniken sind die einzigen, die ich auf dem Hintergrund meiner bisherigen Erfahrung als gesicherte therapeutische Arbeitshilfen empfehlen kann Unter Kapitel 24.2 Zentrierung Immer wieder ist in diesem Kapitel von Zentrierung, von der Konzentration auf die Körperempfindungen und der Notwendigkeit, die Rede, den Körper und seine Empfindungen in Kontakt mit unserem Selbst zu bringen Hierzu nun einige Erläuterungen für die praktische therapeutische Gruppenarbeit Im Rahmen meiner skriptanalytischen Arbeit bin ich derzeit mit der Vertiefung dieser Methode intensiv beschäftigt, und verfüge augenblicklich nur über die wenigen hier angeführten Techniken Ich kann also nur Hinweise auf die Vorzüge dieser Methode geben Wenn wir uns von Körpereinschärfungen und Zuschreibungen befreien können, dann wird es uns nach meiner Überzeugung möglich, unseren Körper ebenso frei zu gebrauchen, zu üben und zu kontrollieren, wie wir dies auch im Umgang mit unserem Verstand gelernt haben Unter dieser Voraussetzung müsste es möglich werden, den Herzschlag und den Blutdruck, die Verdauung und den Stoffwechsel bewusst zu steuern Frauen wären bei entsprechender Übung in der Lage, den Rhythmus ihrer Menstruation selbst zu bestimmen, und Männer könnten die Ejakulation kontrollieren Wenn wir erst einmal gelernt haben, unsere Körperfunktionen ausreichend selbst zu steuern, dann wären wir auch in der Lage, durch eine gezielte Kontrolle unserer Durchblutung, bösartige Tumore zu bekämpfen Weitaus wirksamer als bisher müsste es uns möglich werden, Infektionen zu bekämpfen und giftige Substanzen auszuscheiden Wir könnten schließlich mit unserem Körper Dinge tun, die unsere heutige Medizin als Wunder bezeichnet Andererseits würden wir weitaus empfindsamer gegen Schmerz und abträgliche Reize Wir wären nicht mehr bereit, exzessiv zu rauchen oder zu trinken, oder Unterdrückung und Verfolgung hinzunehmen, geschweige denn Gefallen daran zu finden, ohne uns ständig der Schädlichkeit dieser Einflüsse Wir würden die Nebenwirkung von Rauschmitteln bewusst spüren, und wären nicht mehr dazu in der Lage, sie zu verdrängen Wir wären wieder in der Lage, auch ohne Rauschmittel in Kontakt zu unserem Körper zu leben Wir würden unseren Körper genießen können Bewegung, Atmung, Stehen, Laufen, Schlafen, Anspannung, Entspannung, Weinen, Ausscheidungen, Sexualität und Orgasmus, all dies wären ganzheitliche organische Funktionen, die unser ganzes Selbst befriedigten Ohne Zuschreibungen würden wir unseren Körper nicht mehr einseitig strapazieren oder einzelne Teile unseres Körpers, etwa den Kopf überentwickeln und den übrigen Teil vernachlässigen In unserer eingesunkenen Brust würde unser Herz nicht mehr frühzeitig verkümmern müssen Unser Leib wäre nicht mehr aufgeblasen und dick, da wir unsere Gefühle frei äußern könnten Menschen deren Geist und Körper gut miteinander kommunizieren können, nenne ich, im Gegensatz zum unvermittelten Nebeneinander, zentriert In diesem Zustand sind alle Körperfunktionen aufeinander abgestimmt und verlaufen harmonisch Der ganze Körper ist auf ein Ziel ausgerichtet Diese Fähigkeit ist seit Jahrhunderten Kernstück jeder körperlichen Kampftechnik Wenn sich ein geübter Judoka verteidigen will, dann konzentriert er all seine Fähigkeiten und Funktionen nur auf das Ziel der Verteidigung Der Atem, der Herzschlag, der Kreislauf, Sehen, Hören und alle anderen Sinne und die gesamte Muskulatur, konzentrieren sich auf Selbstverteidigung Keine innere Stimme wird ihn von diesem Ziel ablenken, zum Beispiel, das ist dein Tod, lauf lieber weg Die Beine zittern nicht, und keine Regung deutet auf Flucht oder Unterwerfung Wenn er einen Streich abwehrt, erhält oder austeilt, dann geschieht dies mit größtmöglicher Konzentration Seine Kraft ist furchterregend und jede seiner Handlungen geschieht bewusst, und wird durch keinen gegensätzlichen Impuls behindert So wie der Judoka kämpft, können wir auch denken, spielen, lieben, wahrnehmen, sprechen, hören, oder in vollständiger Ruhe verharren Zentrierte Menschen haben eine Ausstrahlung, die von manchen als Aura und gelegentlich auch als Charisma bezeichnet wird Stets üben sie einen Einfluss auf andere Menschen aus, meist begeisternd, gelegentlich auch feindselig Zentrierung verleiht dem Menschen eine Kraft, die in Verbindung mit tiefer Liebesfähigkeit, rationalem und intuitivem Denkvermögen, eine sichere Basis für ein autonomes Leben darstellt Kooperative Beziehungen zwischen autonomen Menschen, stellen nun meiner Meinung nach die Grundlage für ein gutes Leben dar Hierzu mehr im folgenden Abschnitt Ich hoffe, in den kommenden Jahren viel zum Thema Zentrierung zu lernen, und stelle dem Leser anheim, ähnliche Erfahrungen zu sammeln Teil 5 Das Gute Leben Kapitel 25 Kooperation Vor etwa 3000 Jahren stieg Moses mit den 10 Geboten vom Berg Sinai Eines dieser Gebote lautet, Du sollst nicht töten Für die Menschen der damaligen Zeit war es ein neuer Gedanke, dass man nicht jedermann nach Belieben töten darf Die Menschen konnten dieses Gebot damals nur als ein Gebot Gottes akzeptieren Vielleicht kommen wir heutzutage an einen Punkt in der Weltgeschichte, von dem Antöten nicht nur nicht erlaubt ist, sondern tatsächlich auch nicht mehr vorkommen wird Wenn Töten und Foltern nicht mehr zum Repertoire zwischenmenschlichen Verhaltens gehören, dann könnte der nächste Schritt die Befreiung von Lüge und Täuschung sein Vielleicht wird eines Tages auch dem Missbrauch psychischer Macht, also Powerplay, ein Ende gesetzt Vielleicht werden dann die Menschen in der Überzeugung leben, dass alle Menschen von Geburt an gleich sind, und vielleicht wird diese Haltung eines Tages wirklich die Gefühle und Handlungen der meisten Menschen bestimmen Die Kooperation zwischen autonomen, unabhängigen und kraftvollen Menschen, wäre dann nicht mehr die Ausnahme sondern die Regel Bis zum kooperativen Miteinander zwischen den Völkern ist noch ein weiter Weg Trotzdem sind auch heute schon unter bestimmten Bedingungen kooperative Beziehungen zwischen einzelnen Menschen möglich Und soweit ich sehe, ist Kooperation in einem größeren Zusammenhang nur dann möglich, wenn viele Einzelne in vielen kleinen Gruppen gelernt haben, miteinander zusammenzuarbeiten Wie können wir, die wir in einer Gesellschaft des Überflusses leben, auch tatsächlich in den Genuss dieses Überflusses kommen? Die Antwort lautet Durch Kooperation Unter Kooperation verstehe ich eine Form zwischenmenschlicher Beziehung, die unter der Voraussetzung ausreichender Basisressourcen, Nahrung, Obdach, Raum, die Bedürfnisbefriedigung aller Mitglieder einer Gesellschaft sichert In der Paarbeziehung lässt sich der Kampf gegen Individualismus und Konkurrenz streben, und für Kooperation sehr gut erlernen In einer intimen und auf lange Zeit angelegten Zweierbeziehung, verursacht die Neigung zu Individualismus und Konkurrenz streben, viel Unglück, und gleichzeitig lässt sich diese Gefahr wirksam bekämpfen Ein individualistisches Leben in Konkurrenz streben lässt sich am einfachsten führen, wenn man alleinstehend ist Ohne irgendwelche Bindungen spürt der Alleinstehende am wenigsten von der destruktiven Kraft des Individualismus und des Wettbewerbs Deutlich wird diese destruktive Kraft erst in einer Zweierbeziehung oder in einer Familie Die Paarbeziehung ist für uns das alltäglichste und am leichtesten zugängliche Übungsfeld zwischen menschlichen Verhaltens Gleichzeitig verwenden wir besonders viel Energie in derartige Beziehungen Kooperatives Verhalten lässt sich also am leichtesten in einer Paarbeziehung erarbeiten Zudem lässt sich Kooperation leichter zwischen zwei Menschen, als zwischen drei oder mehr Personen erreichen Folglich beschäftigt sich dieser Abschnitt im Wesentlichen mit der Kooperation zwischen zwei Menschen Das hier Gesagte lässt sich jedoch auf jede größere Gruppe übertragen Wenn zwei Menschen in eine kooperative Beziehung miteinander eintreten wollen, dann müssen sie sich über fünf Punkte einig sein 1. Kein Mangel Beide Partner haben einander in ausreichendem Maße das zu geben, was sie voneinander erwarten Zu diesem Punkt ist nicht in jedem Fall eine Übereinkunft möglich, da manche Menschen einfach nicht über die von einem anderen, gewünschten Gaben verfügen Sie können ihrem Partner nicht die gewünschte Freiheit, Sicherheit, Unterstützung, Bildung und Großzügigkeit geben, die er braucht Vielleicht wünscht sich der eine Partner zweimal täglich Geschlechtsverkehr und der andere lehnt jegliche Sexualität grundsätzlich ab Ist die Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen beider so groß, dass kein Kompromiss möglich ist, dann ist die Mangelsituation nicht behebbar Die Partner in unserem Beispiel werden wahrscheinlich keine kooperative Lösung finden können In den meisten Fällen jedoch sind die Bedürfnisse nicht derart gegensätzlich Dann ist ein kooperativer Kompromiss möglich Sehr viel häufiger sind Fälle in denen ein Partner täglich Geschlechtsverkehr wünscht, während der andere nur wöchentlich zweimal das Bedürfnis hierzu hat In diesem Fall erscheint die Knappheit überwindbar, ein Kompromiss möglich und eine Beziehung denkbar, in der beide Partner zufrieden sein können So wäre es zum Beispiel denkbar, dass sich der Partner mit den stärkeren sexuellen Wünschen zur Masturbation entschließen kann, wobei ihn der andere mit Zärtlichkeiten begleitet Auf diese Weise könnte beiden der Druck genommen werden Schließlich könnten sich auch ihre sexuellen Bedürfnisse einander angleichen Wie wir weiter oben gesehen haben, kann aus dem, was zunächst wie ein knappes Gut aussieht, eine echte Fülle werden Wir haben gesehen, in welchem Maße Knappheit künstlich hergestellt werden kann Unser Paar hatte ein sexuelles Problem, das sich sehr schnell für den männlichen Partner zu einem Fall von Impotenz hätte entwickeln können Wenn sich seine Furcht vor ihren sexuellen Anforderungen, zu einer lähmenden Angst entwickelt hätte Das Ergebnis wäre ein vollständiger Mangel an sexuellen Streicheleinheiten für beide Ihr Problem rührte jedoch von der konsequenten Anwendung der Ökonomie der Streicheleinheiten her Die, insbesondere bei Anwesenheit einer zweiten Person, eine sexuelle Selbstversorgung mit Streicheleinheiten nicht zulässt Als er ihr jedoch seine Bedürfnisse mitgeteilt hatte und sie zu einem Kompromiss bereit war Da waren die Regeln des alten Marktes durchbrochen Und es waren genügend Streicheleinheiten für die sexuellen Bedürfnisse beider Partner da 2. Gleichberechtigung Vorausgesetzt, dass für beide Seiten genug da ist, um auszukommen, heißt die zweite Übereinkunft Beide Partner haben das gleiche Recht auf Sättigung und Befriedigung Und ein gleiches Maß an Verantwortung für die Kooperation innerhalb der Beziehung Der eine Partner ist sich vielleicht durchaus bewusst, dass beide Partner mit dem vorhandenen Recht gut auskommen könnten, weigert sich aber zu teilen, und sich für eine gerechtere Verteilung des Vorhandenen einzusetzen So begünstigen zum Beispiel, die geschlechtsrollenspezifischen Skripts mit ihrer ungleichen Chancenverteilung den Mann Von einer Frau wird erwartet, dass sie mehr Hausarbeit als der Mann leistet, und dies auch, wenn beide berufstätig sind Auch wenn sie im Haushalt ebenso lange und hart arbeitet wie er am Arbeitsplatz, dann wird ihm trotzdem noch mehr Freizeit zugebilligt als ihr Der Mann wird durchaus zugeben, dass er mehr Freizeit hat, und wird gleichzeitig auf seinem Privileg bestehen Wenn nicht offen, so wird Männern doch unterschwellig das Privileg zugesprochen, mehr Zuwendung zu erhalten als zu geben Typischerweise geben sie dies auch offen zu, ohne jedoch bereit zu sein, von ihrem Privileg abzurücken Es gibt jedoch auch eine Reihe von Ungleichheiten, die zu Lasten des Mannes gehen Von den Männern wird zum Beispiel erwartet, dass sie die Hauptverantwortlichkeit für das sexuelle Leben der Frau tragen Vom Mann wird erwartet, dass er die sexuelle Beziehung aufnimmt, verantwortlich leitet, und zu einem glücklichen Abschluss führt Mit dieser Ungleichheit konfrontiert, weigern sich viele Frauen, ihr Privileg aufzugeben und zu einer Änderung beizutragen Hier das Beispiel eines Paares, dass sich eine kooperative Beziehung erarbeitet hat Immer wenn sie Angst hatte oder krank war, forderte die Frau Zuwendung und Schutz von ihrem Mann Obwohl er dies wusste, ging er auf ihr Bedürfnis niemals ein Er war nicht bereit, von sich aus einen Schritt auf sie zuzugehen Nur wenn sie entsprechend darum bat, gab er ihr Streicheleinheiten Von sich aus und ohne ihre Forderung war er zu keiner Zuwendung bereit Es lag ihm nichts daran, die Streicheleinheiten, die er sehr wohl für sie zur Verfügung hatte, auch anzubringen Eine Zeit lang gab sie ihm keine Streicheleinheiten mehr, in der Hoffnung, auf diese Weise das Problem lösen zu können Die Folge war jedoch nur eine Verschärfung des Mangels, ohne dass sich an ihrem Problem etwas änderte Lediglich die Bilanz der Streicheleinheiten war ausgeglichener Einige Zeit später lösten sie das Problem dadurch, dass beide von ihren Privilegien abrückten Hier ihre Vereinbarung Er war bereit, an sich zu arbeiten, um ihr mehr Streicheleinheiten zu geben Sie dagegen war bereit, an ihrer Eifersucht zu arbeiten, die sie immer dann verspürte, wenn er anderen Menschen, einschließlich anderen Frauen, Streicheleinheiten gab Er war bereit, seine Streicheleinheiten gerechter zu verteilen, und sie war bereit, ihm wieder die alte Zuwendung zukommen zu lassen Drittens Kein Powerplay Eine kooperative Beziehung wird nur dann Bestand haben, wenn sich beide Seiten darin einig sind, in keinem Fall zum Powerplay zu greifen In einer kooperativen Beziehung ist eine Nötigung kein zulässiges Mittel, um einen Wunsch durchzusetzen Da Powerplay als Antithese kooperativen Verhaltens, auf der Annahme von Konkurrenzstreben und Mangel beruht Nur auf den ersten Blick scheint, kein Powerplay, eine problemlose Übereinkunft zu sein In der Praxis zeigt sich, dass diese Vereinbarung besonders schwer einzuhalten ist Die Furcht vor Knappheit sitzt zu tief in uns Außerdem sind wir zur Durchsetzung unserer Wünsche derart an den Einsatz von Macht gewohnt, dass wir viel leichter zu Drohungen, schlechter Laune, Jammergeschrei, Türenknallen, Leugnen, und ähnlichen Mitteln greifen, als zu Gespräch und Verhandlung Um die Vereinbarung, kein Powerplay, einzuhalten, müssen beide Partner bereit sein, auf Powerplay zu achten und sich gegenseitig zurück zu pfeifen, sobald sich ein Powerplay ankündigt Viertens Nichts verschweigen In einer kooperativen Beziehung darf es keine Geheimnisse geben, insbesondere keine Geheimnisse über die Bedürfnisse der Partner Zu keinem Zeitpunkt darf ein Bedürfnis heruntergeschluckt und verschwiegen werden, siehe das Buch von Hucki Wickhoff aus dem Jahr 1973 Wer seine Bedürfnisse nicht kennt, oder sie nicht klar und offen aussprechen kann, neigt zum Powerplay Der Grund hierfür liegt darin, dass man in den gewohnten Wettbewerbssituationen, durch die Bekanntgabe der eigenen Wünsche, den Konkurrenten über das Ziel informiert und hierdurch die Angst vor Knappheit schürt Folglich sind wir in Situationen des Einer gegen Alle, darauf gedrillt, unser Ziel nicht zu verraten, da wir anderenfalls unmittelbar von der Versorgung mit den erwünschten Gütern abgeschnitten würden In einer kooperativen Beziehung dagegen müssen wir unsere Bedürfnisse klar und deutlich äußern, um sie befriedigen zu können In einer Situation in der alle Seiten zur Aufgabe des Konkurrenzdrucks bereit sind, besteht der erste Schritt zu diesem Ziel, in der freien Äußerung der Bedürfnisse Dieser erste Schritt wird alle Beteiligten dazu veranlassen, zur Erfüllung der geäußerten Wünsche beizutragen Eines der größten Probleme auf dem Weg zu einer kooperativen Beziehung, besteht gerade darin, dass die Beteiligten entweder ihre Wünsche nicht aussprechen, oder sie noch nicht einmal kennen, und infolgedessen enttäuscht das gemeinsame Vorhaben aufgeben Wenn wir in jedem Augenblick jeden unserer Wünsche unmittelbar aussprechen, dann scheint dies ein reichlich individualistisches und von Konkurrenz streben diktiertes Verhalten zu sein Paradoxerweise liegt hierin jedoch eine Grundvoraussetzung für den Kampf gegen Konkurrenzstreben und Individualismus Die eigenen Wünsche jederzeit offenlegen hat jedoch nichts damit zu tun, dass man anderen Menschen das Gewünschte entreißt, abschwatzt, oder durch List entwendet Unsere Regel bedeutet nichts anderes, als die eigene Position deutlich zu machen, so dass alle anderen, die ihre Position ebenso gekennzeichnet haben, kooperieren und verhandeln können Das hier Gesagte bedeutet nicht, dass wir in einer kooperativen Beziehung, jeden Wunsch unmittelbar erfüllt bekommen Trotzdem ist es schon interessant zu erleben, wie sich bei Partnern in einer kooperativen Beziehung, die Bedürfnisse wandeln und miteinander vereinbart werden, so dass sich wie durch ein Zauberwort, eine anfängliche Mangelsituation in Lebensverhältnisse kehrt, die für alle Beteiligten ein gutes Auskommen sichern Mir scheint, dass das Bedürfnis des Menschen nach Kooperation ebenso groß ist, wie dessen Bedürfnis nach Nahrung, Obdach, und Streicheleinheiten Hieraus ergibt sich, dass sich die Bedürfnisse nach Nahrung, Obdach oder Streicheleinheiten, durch das Bedürfnis nach Kooperation weitgehend modifizieren lassen Das Näheren der Eltern-Ich, hierher rührt der Instinkt zur Kooperation, lässt uns Vergnügen an der Bedürfnisbefriedigung unserer Mitmenschen finden Dieser Spaß an der Zuwendung für andere, ist häufig stärker als das eigene Bedürfnis nach Sexualität, Nahrung und anderen materiellen Gütern Häufig schwindet das Bedürfnis nach knappen Gütern angesichts solcher Güter, die wir gemeinschaftlich teilen können, während die von der Marktwerbung künstlich geschürten Konsumbedürfnisse in den Hintergrund treten Besonders in größeren Gruppen wird die Wirkung von Kooperation auf Konsumbedürfnisse sichtbar Die Bevölkerung dieses Landes setzt sich fast ausschließlich aus Ehepaaren mit Kindern zusammen, die jeweils unter einem eigenen Dach, mit eigenem Kühlschrank, eigenem Heizsystem, eigener Waschmaschine und privaten Autos leben Acht Erwachsene könnten, zusammen mit ihren Kindern, ebenso gut leben, wenn sie gemeinsam einen Kühlschrank, ein Heizsystem, eine Waschmaschine und vielleicht drei Autos hätten Hierzu müssten sie jedoch kooperieren Gleichzeitig würde hierbei der Konkurrenzzwang abnehmen, was der Nachbar hat, muss ich auch haben Schließlich würden auch die Streicheleinheiten weniger knapp werden, so dass die Konsumbedürfnisse, die durch den Hunger nach Streicheleinheiten entstehen Kosmetika, Suchtmittel, neue Kleidung, Automobile, und so weiter, ebenfalls sinken würden Bestandteil der Vereinbarungen in einer kooperativen Beziehung ist auch, dass ein unbefriedigter Partner seine Bedürfnisse so oft wie möglich erneut ausspricht und deutlich macht, wenn er zufrieden ist Unterdrückte und verschwiegene Unzufriedenheit würde anderenfalls wieder zu angestautem Groll führen, zu Zorn- und Hassgefühlen, und schließlich wieder Individualisten, Konkurrenz streben, und Gier hervorbringen Es gehört zu den Regeln einer Wettbewerbsgesellschaft, und damit zum Inhalt der Skripts, dass man sich einen Mangel selbst zuschreibt So halten arme Menschen ihre Armut häufig für selbst verschuldet, eine Auffassung, für die sie bei den Reichen Beifall finden Man sagt dann, dass die Armen zu wenig Initiative und Willenskraft haben Wer hungrig ist, schämt sich häufig seines Hungers Menschen mit unerfüllten sexuellen Bedürfnissen, schämen sich ihrer Bedürftigkeit Die Selbstanklage und die Meinung, man sei selbst und ganz alleine schuld am eigenen Unglück, muss überwunden werden Wir müssen unsere Schamgefühle und Minderwertigkeitsgefühle ablegen, und unsere Bedürfnisse deutlich artikulieren Eine kooperative Gesellschaft basiert auf der Voraussetzung, dass alle okay sind, dass jeder seinen Beitrag leistet, und dass jeder einen Anspruch auf die Befriedigung seiner Bedürfnisse hat Fünftens Keine Rettungsaktionen Die fünfte Voraussetzung für eine wirksame Kooperation lautet Keine Rettungsspiele Der Erwartung, dass alle Beteiligten stets und unmittelbar ihre Bedürfnisse äußern, steht die Forderung gegenüber, dass niemand ohne die ausdrückliche Artikulation seiner Bedürfnisse bedient wird Niemand darf sich durch Schamgefühle oder Schuldgefühle, oder durch ein fehlgeleitetes Zuwendungsbedürfnis, zu einer unerbittenen Hilfeleistung hinreißen lassen Eine Rettungsaktion liegt dann vor, wenn man gegen seinen Willen etwas tut oder erträgt, wenn man vermutet, dass der andere, das Opfer, nicht für sich selbst sprechen kann, und irgendetwas braucht Mit einer solchen Rettungsaktion verletzen Retter und Opfer, die vierte dieser fünf Vereinbarungen Eine Rettungsaktion mündet schnell wieder in einem Powerplay, indem man den anderen mit Schuld und Schamgefühlen für die nächste Runde erpressbar macht Andererseits dürfen sich die Partner auch nicht durch eine Art Anti-Rettungsspiel das Leben schwer machen, indem sie jegliches Gefühl für die Bedürfnisse des anderen unterdrücken Das Anti-Rettungsspiel hat selbst anklagenden Charakter Eine Ehefrau, die bislang die Bedürfnisse ihres Mannes routinemäßig und ohne, dass er darum bitten musste, befriedigt hatte, entschloss sich plötzlich, jede Zuwendung an ihren Mann einzustellen Sie entschied sich, nicht mehr aus seinen Gedanken zu lesen, und nahm einen harten Anti-Rettungs-Standpunkt an, worauf er erschreckt und wütend reagierte Die Lösung des Problems war ihr nur unvollständig gelungen In der Gruppentherapie erarbeitete sie sich eine Haltung, aus der heraus sie weder Anklägerin noch Retterin sein musste, sich ein Gespür für seine Bedürfnisse bewahrte, ohne ihm jedoch ratlos und selbstverständlich, und ohne seine ausdrückliche Anerkennung, einen Wunsch zu erfüllen Außerdem vereinbarte sie mit ihm eine Art Tauschhandel, um künftig selbst Zuwendung zu erhalten Die hier gefundene Lösung stellt kein Rettungsspiel dar, da sie nichts mehr ungebeten tat Gleichzeitig beinhaltet diese Lösung keine Tendenz zur Anklage, da sie auch eine Brücke für seine Bedürfnisse enthält Unter Kapitel 25.2 Kooperationskrisen Selbst wenn beide Partner relativ reibungslos an der Entwicklung einer kooperativen Beziehung arbeiten, passiert es immer wieder, dass sich einer der Partner nur widerstrebend an die Kooperationsregel hält, oder zeitweilig gar die Kooperation einstellt In diesem Augenblick sollte der andere Partner seine Enttäuschung ganz deutlich zum Ausdruck bringen Die Weigerung, weiterhin gemeinsame Sache zu machen und zu teilen, ist ein legitimes Gegenmanöver zur unkooperativen Haltung des Partners Dies gilt insbesondere auch für das Zusammenleben mit Kindern, die häufig ein kooperatives Verhalten verweigern oder überhaupt jede Kooperation einstellen In diesen Fällen ist es nur legitim, die eigene Kooperationsbereitschaft aufzukündigen Wenn ein solches Manöver ernst gemeint und offen angekündigt wird, dann ist es auch kein Powerplay Mit unkooperativen Menschen möchte man nichts teilen und auch nicht zusammenarbeiten Es gilt also Sofern man sich an die Regel hält, alle Bedürfnisse stets offen auszusprechen, ist auch ein solches Manöver zulässig In einem kooperativen Haushalt mit Kindern, wird von den Kindern erwartet, dass sie zum gemeinsamen Ganzen beitragen Hausarbeit, Handreichungen, vorausschauend mitdenken, nicht ins Wort fallen, sich an Gesprächen und Spielen beteiligen, und auf sich selbst achten All dies sind Möglichkeiten für Kinder, sich am gemeinsamen Leben kooperativ zu beteiligen Kinder die sich an der Haushaltsarbeit beteiligen, werden geachtet und gemocht Mit solchen Kindern ist man gerne zusammen, und man ist auch gerne bereit, für sie etwas zu tun Gegenüber kooperationsunwilligen Kindern verhält man sich ganz anders Man mag sie nicht, und will sich auch nicht so recht für sie einsetzen So stellten zum Beispiel die Eltern eines zehnjährigen Mädchens ihre vielen kleinen alltäglichen Hilfen ein Als das Mädchen seine Mitarbeit versagte Sie machten keine Extratouren mehr mit ihr, unterließen die gewohnten kleinen Geschenke, fuhren sie nicht mehr zu ihren Freunden, nahmen sie nicht mehr ins Kino mit, und sie nahmen auch beim Essen keine besondere Rücksicht mehr auf ihr Kind All dies geschah ohne Zorngefühle und Rachegefühle, und allein deshalb, weil all diese Zuwendungen nicht mehr zum Verhalten des Kindes passten Als das Kind sah was es durch seine mangelnde Kooperationsbereitschaft alles zu verlieren hatte, entschloss es sich bald wieder zur Zusammenarbeit Unter Kapitel 25.3 Die Gruppengröße 2, 3 oder mehr Wie schon weiter oben gesagt, lässt sich kooperatives Verhalten am leichtesten in Paarbeziehungen erarbeiten Aber auch eine Familie mit Kindern oder eine Gruppe von drei, vier oder mehr Personen, können sich eine entsprechende Beziehung erarbeiten In jedem Fall müssen die oben angeführten fünf Vereinbarungen eingehalten werden Die Paarbeziehung hat sicherlich den Vorteil, dass die Partner einander stärker verpflichtet sind, und auftretende Schwierigkeiten hierdurch leichter überstehen können Trotzdem ist ein solches Ziel auch für größere Gruppen erreichbar Die Kooperation in einer Paarbeziehung ist nur ein erster und verzichtbarer Schritt, da die Schwierigkeiten mit der Zahl der beteiligten Personen wachsen Meine Einschätzung nach muss zunächst einmal in der Paarbeziehung, Konkurrenzstreben durch Kooperation und Individualismus, durch Gruppenarbeit ersetzt werden, um von hier aus größere Gruppen zu gestalten Kapitel 26 Autonomie als Erziehungsziel Hält man sich die Skriptmatrix, Abbildung 5 und 7, vor Augen, so kann man sich jeweils in die Lage des Kindes oder der Eltern versetzen Zwar beschäftigt sich die Transaktionsanalyse hauptsächlich mit den Schwierigkeiten, die einem Menschen während der Kindheit widerfahren, aber im Zusammenhang mit der Skriptbildung stellt sich für den Erwachsenen unausweichlich die Frage Wie kann ich als Vater oder Mutter meine Kinder, diesen Erkenntnissen entsprechend erziehen? Was soll ich meinen Kindern beibringen und sagen? Wo sind die Grenzen in der Disziplinierung der Kinder? Wie weit kann ich meine Kinder sich selbst überlassen? Was soll ich meinen Kindern verbieten oder erlauben? Eine Einschärfung verursacht Schaden, aber muss ich nicht Kinder von bestimmten gefährlichen Verhaltensweisen abhalten? Was tun, damit unsere Gefühle den Kindern gegenüber, nicht insgeheim zu Lebensprogrammen werden, denen sie gegen ihr eigenes besseres Wissen folgen müssen? Wie lassen sich Kinder zu einer möglichst großen Selbstständigkeit erziehen, ohne in der Erziehung jedoch auf Selbstdisziplin, Ziele, Werte oder Ideale verzichten zu müssen, und ohne die Kinder zu vernachlässigen? Wie erziehe ich die Kinder zu freien Menschen, ohne dass sie zu freibeutern werden? Wie schon an anderer Stelle gesagt, liegt die Lösung im Vertrauen in die menschliche Natur. Alle Menschen, also auch Kinder, sind okay, und werden sich auch weiter so entwickeln, wenn man ihnen die Chance dazu gibt. Wenn man sich an diesem Grundsatz konsequent hält, dann bedeutet Kindererziehung nichts anderes, als dass wir sie bei der Entdeckung ihrer eigenen Bedürfnisse begleiten, und hierbei ihre Spontanität, ihre Wahrnehmungsfähigkeit, und ihre Unmittelbarkeit im Umgang mit ihrer Umwelt nicht behindern. Ein Kind, das in seiner Entscheidung frei ist und ohne jeden Druck wählen kann, tut mit Sicherheit das, was richtig für es ist. Kinder muss man zu ihrem Glück nicht zwingen. Sie wissen selbst, was für sie richtig ist. Hier ein Beispiel eines achtjährigen Mädchens, das an einem Werktag bis spät in die Nacht hinein aufbleiben möchte, um fern zu sehen. Die Eltern wissen, dass das Kind etwa zehn Stunden Schlaf braucht, um am nächsten Tag wieder ganz da zu sein. Die meisten Eltern setzen deshalb eine Schlafenszeit fest und bestehen auf deren Einhaltung. Marie, das achtjährige Mädchen, muss zwar um sieben Uhr morgens aufstehen, möchte aber am Abend über neun Uhr hinaus aufbleiben. Was sollen die Eltern tun? Sollen sie die Einhaltung der Zubettgehzeit unter Einsatz von Machtmitteln erzwingen, Zuwendung entziehen, schimpfen, Fernsehgerät ausschalten, prügeln, das Kind gegen seinen Willen ausziehen und ins Bett schleppen? Tatsächlich haben die meisten Kinder nichts dagegen, um neun Uhr ins Bett zu gehen, es sei denn, sie werden hierzu gezwungen. Wir nehmen aber trotzdem an, dass sich Marie in unserem Beispiel dagegen wehren wird, an diesem Abend schon um neun Uhr ins Bett gehen zu müssen. Ihren Eltern kommen Zweifel an ihren Glauben an die menschliche Natur. Unter der Voraussetzung, dass Marie ein intelligenter Mensch ist, der sich um seine eigenen Angelegenheiten verantwortungsvoll kümmern kann, unter dieser Voraussetzung würde ich sie als Vater dazu ermuntern, diese Fähigkeiten zu erproben, und ihr Glauben, dass sie schon die richtige Entscheidung finden wird. Meiner Meinung nach sollte Marie so lange aufbleiben dürfen, wie sie mag, so wenig Schlaf haben, wie sie mag, und auch das Recht haben, während des folgenden Tages verschlafen und missgelaunt zu sein. Der Leser mag einwenden. Aber was, wenn sie verschläft, und den Schulbus verpasst, und dann entweder von der Mutter oder mit einem Taxi zur Schule gefahren werden muss, oder vielleicht sogar den ganzen Tag zu Hause bleiben wird? Ihr abendlicher Eigensinn kann dazu führen, dass sie die Schule versäumt oder den Eltern am nächsten Morgen eine Menge Unannehmlichkeiten bereitet. Ja, das stimmt. Die Antwort auf die Frage lautet, dass Autonomie nicht die Freiheit beinhaltet, anderen Menschen Schmerzen oder Unannehmlichkeiten zu bereiten. Solange eine Person mit ihrer Entscheidung niemand anderen beeinträchtigt, soll sie sich entscheiden, wie sie mag. Beeinträchtigt sie jedoch mit ihrer Entscheidung andere Personen, Dann haben diese Personen das Recht von ihr künftig die Unterlassung des entsprechenden Verhaltens zu fordern. Wenn Marie am Abend aufbleibt und am nächsten Morgen verschläft, ihren Schulbus nicht mehr erreicht, und zur Schule gefahren werden muss, dann, aber nur dann, können die Eltern sie zu einer bestimmten Schlafenszeit verpflichten. Marie ist also aufgeblieben und hat am nächsten Morgen verschlafen. Einige Tage später möchte sie wieder lange aufbleiben. Die Eltern nehmen diesen Wunsch zur Kenntnis und fordern sie auf, ins Bett zu gehen. Marie, ich möchte, dass du ins Bett gehst. Es ist schon nach 9 Uhr, aber ich möchte noch den Film sehen, und der ist erst um 11 Uhr aus. Das finde ich nicht gut, Marie, weil du beim letzten Mal verschlafen hast, und ich musste dich extra zur Schule fahren. Morgen werde ich aber nicht verschlafen. Ich stelle den Wecker. Die Mutter könnte sich nun auf eine Machtprobe mit Marie einlassen und sie zum Schlafengehen zwingen. Sie könnte aber auch dieses Mal die Entscheidung ihrer Tochter überlassen, allerdings mit einer gemeinsamen Absprache. Gut, Marie. Aber ich finde das so nicht in Ordnung. Ich fürchte, dass du wieder verschlafen wirst. Aber du sollst tun, was du für richtig hältst. Nur diesmal werde ich dich nicht aufwecken und nicht zur Schule fahren. Und wenn du verschläfst, musst du das Taxi aus deiner Sparbüchse bezahlen oder zur Schule laufen, egal wie spät es dann ist. Einverstanden. Gut, Mami. Kann ich mir das Taxi mit Abwaschen verdienen? Okay, viel Spaß bei der Sendung. Es ist denkbar, dass Marie rechtzeitig aufwachen und pünktlich in der Schule sein wird. Wenn sie verschläft und zur Schule laufen muss, wird sie wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht mehr riskieren, zu spät ins Bett zu gehen. Dieses Beispiel zeigt, dass man Marie durchaus die Entscheidung überlassen kann, und dass sie die Folgen ihrer Entscheidung selbst erfahren kann, ohne dass sie gleichzeitig andere Menschen mit ihrer Entscheidung in Mitleidenschaft ziehen muss. Wenn sie in vielen derartigen Situationen schon von früh an selbstständig entscheiden konnte, dann wird sie als Erwachsene daran gewöhnt sein, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Ihre Entscheidung wird immer auch ihre Verantwortlichkeit gegenüber den anderen berücksichtigen. Kinder, die nur gehorsam sind und nur auf Befehl handeln, gewöhnen sich daran, nur noch auf Veranlassung Dritter zu handeln, und dies, ohne nach dem Grund zu fragen. Von Kindern, die nach diesem Schema erzogen werden, wird häufig erwartet, dass sich an der Schwelle des Erwachsenseins ganz geheimnisvoll die Emanzipation entfaltet, sodass sie plötzlich in der Lage sind, sich selbstständig zu entscheiden. In den meisten Fällen haben die Kinder gar keine Möglichkeit zur eigenen Entscheidung, und keine Chance, die Konsequenzen ihrer Entscheidung zu erfahren, weil sie keine Leerzeit zur kooperativen Entscheidungsfindung hinter sich haben. Sie haben nicht gelernt, eigene Entscheidungen mit Rücksicht auf die Rechte anderer Menschen zu fällen. Vielleicht hat Marie aber auch ganz andere Gründe, wenn sie lange aufbleiben möchte. Vielleicht möchte sie gar nicht zur Schule gehen und viel lieber fernsehen, als sich für den nächsten Schultag auszuschlafen. Vielleicht hofft sie insgeheim, zu verschlafen und nicht zur Schule gehen zu müssen. Was sollen Eltern mit einer Marie machen, die wirklich gerne verschläft und den Bus versäumt, und noch nicht einmal zur Schule gefahren werden möchte? In diesem Fall ist die Sache komplizierter als in der ersten Version. Wie sollen sich Eltern verhalten, wenn Kinder gar nicht gerne zur Schule gehen, und alles daran setzen, sich um die Schule zu drücken? Hierzu eine Gegenfrage. Was ist Ihnen wichtiger, Freiheit oder Schulbesuch? Möchten Sie Ihre Kinder so erziehen, dass Sie Dinge gegen Ihren Willen tun, die zudem nicht einmal gut für Ihre Kinder sind? Wenn das Kind nicht gerne zur Schule geht, dann ist möglicherweise die Schule der falsche Platz für Ihr Kind. Aus dem Vertrauen in die menschliche Natur folgert auch, dass Kinder dann gerne lernen, wenn das Lernen interessant ist, und dass Kinder dann gerne zur Schule gehen, wenn die Schule für sie der richtige Platz ist. Es ist leicht einsehbar, dass Kinder nicht gerne in eine Schule gehen, die hässlich ist, an der ein harter Wettbewerb besteht, die von Rassenkämpfen und Klassenkämpfen beherrscht wird, deren Klima autoritär ist, und wo Spontanität, Wahrnehmungsfähigkeit, und unmittelbares Erleben verboten sind. Aber der Schulbesuch ist gesetzliche Vorschrift. Was sollen die Eltern tun? An dieser Stelle droht das Problem ins Uferlose zu wachsen. Wer seine Kinder so erziehen will, dass sie von keinem Skript niedergehalten und unterdrückt werden, wird sich um sehr viel mehr zu kümmern haben, als nur um ein paar Leitsätze für kooperatives Verhalten im Elternhaus. Auch wenn die Familiensituation auch noch so kooperativ ist, der Fähigkeit zur Selbstbestimmung ist es sicherlich nicht dienlich, wenn ein Kind zum Besuch einer schlechten Schule gezwungen wird. Die Eltern haben also nur die Wahl, entweder ihr Kind von der Schule fernzuhalten, es also zu einer besseren Schule zu schicken, die sie sich möglicherweise gar nicht leisten können, oder den Schulbesuch insgesamt zu boykottieren. Oder aber sie treten mit Forderungen an die Schule ihres Kindes heran, sie schließen sich mit anderen Eltern zusammen und gründen eine Initiative mit dem Ziel, die Schule so zu verbessern, dass die Kinder gerne dorthin gehen. Freiheit der Persönlichkeit, Selbstbestimmung, und ein Leben ohne die Zwänge eines Skripts, lassen sich nicht auf einer Insel mitten in einer unterdrückenden Umwelt erreichen. Unsere Kinder werden erst dann ohne Skript aufwachsen können, wenn wir ihnen eine Gesellschaft bieten können, in der sie sich frei entscheiden können. Wo die Eltern Tag für Tag hart arbeiten müssen und gar nicht über die Mittel verfügen, ihren Kindern erträgliche Lebensumstände zu bieten, wo Familien isoliert voneinander, in gegenseitiger Konkurrenz leben, und jeder seinen eigenen, einsamen und verzweifelten Kampf, um Nahrung, Schlaf und Überleben, Tag aus Tag einführen muss, da ist kaum Platz für Bewusstseinsbildung, Spontanität oder Intimität. Aber dort, wo ein Mindestmaß an Wohlstand herrscht, wo die Eltern nicht überarbeitet und unterbezahlt sind, wo die Qualität der Schulen brauchbar ist, und wo schließlich genug Raum, Nahrung und Muße vorhanden ist, da hat ein kooperatives Familienleben, und eine Erziehung zur Selbstbestimmung, eine Chance. Unter den zuletzt geschilderten Bedingungen sind die Eltern tatsächlich in der Lage, kooperativ mit ihren Kindern zusammenzuleben und zu arbeiten. Hier ist es auch möglich, die Kinder weitgehend frei von Einschärfungen und Zuschreibungen aufwachsen zu lassen. Dies soll heißen, dass sie nicht an der Erprobung ihrer Wünsche gehindert werden, und dass man sie nicht gegen ihren Willen zu bestimmten Handlungen zwingt. Unter diesen Bedingungen können die Kinder ihr Verhalten an ihren Bedürfnissen, und an ihrem Wunsch nach Kooperation, mit den Bedürfnissen anderer Menschen ausrichten. Sie werden freiwillig auf die Befriedigung eines Bedürfnisses verzichten, wenn ein ihnen nahestehender Mensch, das entsprechende Verhalten nicht ertragen kann. Die Wünsche dieser Kinder werden weitgehend mit denen ihrer Eltern übereinstimmen. Diese Übereinstimmung entspringt nicht einer Angst vor Strafe, oder einem Kalkül des Belohntwerdens, sondern dem Wunsch zur Kooperation mit den geliebten Familienmitgliedern. Sie werden nicht immer den Wünschen ihrer Eltern entsprechend handeln, und zuweilen werden sie sich gerade für das entscheiden, was ihren eigenen Wünschen mehr entspricht als den Wünschen ihrer Eltern. Aber die Eltern werden solche Entscheidungen als einen akzeptablen Preis dafür verstehen und hinnehmen können, dass ihre Kinder nicht passiv, abhängig und ohnmächtig, sondern selbstbestimmt und selbstständig sind. Auf dem Hintergrund eines solchen Familienmilieus und einer solchen Erziehung, werden die Kinder jedoch niemals zu einem Verhalten bereit sein, das ihnen schadet, Schmerzen verursacht und ihnen nicht wohl tut. Diese Kinder werden schlechte Schulen boykottieren, sie werden unter drückenden Gesetzen nicht gehorchen, sie werden verlangen, dass man ihnen zuhört, sie werden jederzeit und unmittelbar ihre Bedürfnisse äußern, und sie werden schließlich fordern, dass ihre Bedürfnisse denen der erwachsenen Familienmitglieder gleichgestellt werden. So ungereimt es klingen mag. Die Eltern solcher Kinder haben eine Vielzahl von Vorteilen. Vor allem müssen sie nicht mit Opfern zusammenleben, die bei jeder Gelegenheit gerettet werden müssen. Stattdessen leben sie mit Menschen zusammen, die einen echten Anteil an der Gestaltung dieses Lebens tragen. Die Kinder werden alle ihre Kräfte und Fähigkeiten an die Verwirklichung ihres angeborenen Wunsches nach Kooperation setzen. Wenn diese Kinder einmal herangewachsen sind, dann sind sie wirklich selbstständig und autonom, und in besonderem Maße in der Lage, sich selbst zu schützen, und auf den eigenen Beinen zu stehen. Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Lügen und Ausbeutung, werden sie nicht dulden. Und schließlich werden die Eltern, die sich zu einem solchen Erziehungsstil entschlossen haben, sicher sein können, dass ihre Kinder der natürlichen konstruktiven Veranlagung zum Okay-Sein folgend, ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen, und hierbei ungebunden von einem Skript, weisen Gebrauch von ihrer Entscheidungsfreiheit machen. Menschen, die eine solche Erziehung genossen haben, die nicht über lange Jahre hinweg hilflose Opfer zahlloser Rettungen und Anklagen sein mussten, solche Menschen werden ihre Eltern lieben und achten, und ihnen dankbar sein, anstatt sie nach all den Jahren auch noch anzuklagen. Ich schreibe dies mit einer Überzeugung, die sich auch auf eigene Erfahrung stützt, da ich selbst Vater von zwei Kindern bin. Mimi, 13 Jahre alt, und Eric, 10 Jahre alt. Allein und ohne gleichgesinnte Familien in der gleichen Wohngemeinde, lässt sich das Erziehungsziel Autonomie nicht erreichen. In einem Wohnbezirk in dem alles Leben auf Wettbewerb, Individualismus, Leugnung, Rettung und Anklage ausgerichtet ist, wird ein einzelner Haushalt kaum in der Lage sein, sich mit völlig anderen Beziehungsregeln zu behaupten. Deshalb müssen sich Gleichgesinnte zusammenschließen, einander die Grundregeln kooperativen Lebens vermitteln, unter Umständen auch alternative Schulen gründen, und sich gegenseitig darin unterstützen zu einer guten Lebensform zu finden. Niemand kann die Anwendung des Erlernten genießen, wenn alle anderen Menschen in Unterdrückung leben. Ein Einzelner wird sich kaum eine Handbreite über die anderen erheben können. Um sich vollständig zu befreien, muss nicht nur der Einzelne, sondern auch alle anderen um ihn herum, müssen den gleichen Weg gehen und die gleichen Vorzüge genießen können. Unter Kapitel 26.1 10 Regeln für die Erziehung zur Autonomie Erste Entschließe dich nur dann zu einem Kind, wenn du 18 Jahre lang Zuwendung und Schutz bieten kannst. Ist das Kind einmal da, dann setze alles daran, die Zeit seiner Abhängigkeit von dir zu verkürzen, indem du es seinen Fähigkeiten entsprechend zur Autonomie anleitest. Zweite Um autonom zu werden, muss das Kind insbesondere die Freiheit haben, sein Bewusstsein, die Fähigkeit zu unmittelbarer Nähe und zu Spontanität, zu erproben und zu stärken. Kein anderes Ziel, Disziplin, gutes Betragen, Selbstkontrolle, und so weiter, ist wichtiger als Autonomie. Wo die Eltern dennoch solche Ziele haben, dürfen sie niemals dem Ziel der Autonomie zuwiderlaufen. Dritte Die Fähigkeit zu unmittelbarer Nähe und Offenheit, wird durch die Ökonomie der Streicheleinheiten untergraben. Halte dein Kind niemals davon ab, Liebe oder ein Bedürfnis danach, frei und offen auszudrücken. Unterstütze dein Kind, wenn es Streicheleinheiten geben, fordern, annehmen oder zurückweisen möchte. Erlaube deinem Kind, sich selbst zu loben. Vierte Bewusstsein wird durch Leugnung untergraben. Die rationalen oder intuitiven Urteile und die Gefühle deines Kindes, dürfen nicht abgewertet und verleugnet werden. Zeige deinem Kind, wie man einen gefühlsmäßigen Verdacht abklärt, Abklärung, siehe Kapitel 23, und unter Kapitel 23.1, und lasse dich auf Abklärungen ein, wenn das Kind dies wünscht. Fünfte Belüge dein Kind niemals, weder ausdrücklich noch durch Auslassung. Wenn du deinem Kind eine bestimmte Wahrheit nicht sagen möchtest, dann kläre es darüber auf, und begründe dein Schweigen ehrlich. Sechste Spontanität wird durch willkürliche Einschränkungen der körperlichen Bewegung untergraben. Ein Kind muss sich frei bewegen können, und frei sein im Sehen, Hören, Berühren, Riechen und Fühlen. Diese Freiheit darfst du nur dann beschneiden, wenn sie dich in deinem eigenen Wohlergehen beeinträchtigt, oder das Kind in offensichtliche Gefahr bringt. In diesen Fällen musst du die Interessen abwägen und erklären können. Denke daran, dass du fast immer die größere Erfahrung im Umgang mit körperlichen Fähigkeiten hast. Nimm die Ratschläge von Experten, Erzieher, Ärzte, nicht allzu ernst. Sie haben bisher geirrt und werden auch künftig irren. Niemals und in keinem Fall darfst du dein Kind schlagen, körperlich angreifen, oder an der Unversehrtheit des kindlichen Körpers rühren. Tust du es dennoch, so entschuldige dich sofort und rückhaltlos. Mache den Fehler nicht dadurch schlimmer, dass du aus Schuldgefühlen heraus zum Retter wirst. Bekenne dich zu deinen Handlungen und wiederhole kein Verhalten, das du missbilligst. 7. Keine Rettung mit anschließender Anklage Tue für deine Kinder nichts gegen deinen Willen. Ist dir ein solcher Fehler unterlaufen, dann verschlimmere ihn nicht durch eine anschließende Anklage. Bevor du hilfst, muss es eine Chance haben, sich selbst helfen zu können. 8. Lehre deine Kinder kein Konkurrenzverhalten Im Fernsehen und in den Zeitungen werden sie genug davon mitbekommen. 9. Bringe ihnen stattdessen bei, wie man gemeinschaftlich etwas tut, also kooperiert. 9. Lasse nicht zu, dass deine Kinder dich unterdrücken. Du hast ein Recht auf eigene Zeit, auf eigenen Raum und auf ein eigenes unabhängiges Liebesleben. Fordere von deinen Kindern, dass sie deine Bedürfnisse respektieren. Sie werden sich aus Liebe zu dir daran halten. 10. Vertraue in die Natur des Menschen und Glaube an deine Kinder. Sie werden dir dieses Vertrauen mit Liebe lohnen. Kapitel 27 Die Befreiung von Mann und Frau Die Übertreibung der Geschlechtsunterschiede zwischen Mann und Frau, die sich in banalen geschlechtsspezifischen Skripts ausdrückt, wurde samt ihrer unterdrückenden Folgen, von Hucki Wickhoff in Kapitel 13 dargestellt. Die Emanzipationsbewegung der Frau Women's Liberation Movement Greift die Überbetonung der Geschlechtsunterschiede aus einer anderen Perspektive an. Viele Frauen haben Angst vor den Emanzen Women's Lib Wie sie in den Massenmedien genannt werden. In der Anfangsphase der Frauenbewegung gelang es den Massenmedien, durch geschickte und aus dem Zusammenhang gerissene Darstellung, die Arbeit der radikaleren Emanzen bis zur Unkenntlichkeit lächerlich zu machen. Der Emanzipationsbewegung der Frau, im Unterschied zu dem, was in den Massenmedien als Emanzentrum ausgegeben wird, gelang es mit der Zeit, eine ständig wachsende Zahl amerikanischer Frauen zu vereinigen, von denen derzeit etwa die Hälfte in Organisationen zusammengeschlossen ist, die an der Statusverbesserung der Frau arbeiten, siehe das Buch von Kremsteines und anderen im Jahr 1974. Meiner Erfahrung nach stimmen fast alle Frauen den Zielen der Frauenbewegung zu, wenn man diese Ziele anhand alltäglicher Beispiele und unmittelbar aus dem praktischen Leben der Frau definiert. Ich bin selbst ein überzeugter Feminist. Mein Beitrag zur Emanzipation der Frau besteht im Wesentlichen darin, dass ich mich in die Arbeit der Frauen nicht einmische. Im Laufe meiner praktischen Beschäftigung mit dem Thema, konnte ich erfahren, wie privilegiert der Mann im Vergleich zur Frau ist und wie sehr er seine Privilegien zum Nachteil der Frauen ausnutzt. Bei näherem Hinsehen zeigt sich aber auch, dass sich die meisten Männer durch die Ausnutzung ihrer Privilegien selbst schaden. Der Mann braucht die Frau als Lebenskameratin, Freundin, um Streicheleinheiten und Liebe zu erleben und zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Mit einer unterlegenen, passiven, sklavischen und verkrämt frustrierten Frau lassen sich diese Bedürfnisse nicht erfüllen. Der Mann zahlt für die Überlegenheit seiner Herrenrolle, mit dem Preis der Abstumpfung seiner Gefühle, seiner Unfähigkeit zur Liebe und dem damit verbundenen Schuldgefühl. Die Frauenbewegung kann für sich selbst sprechen. In diesem Kapitel möchte ich der Emanzipation des Mannes das Wort geben, von der Befreiung meiner Brüder, die ihre alten Privilegien gegen ein glückliches Leben eintauschen könnten, wenn sie gemeinsam mit den Frauen für eine Befreiung beider Geschlechter kämpfen würden. Die Motivation der Männer für den Kampf gegen Sexismus hat keine genau beschreibbaren Konturen. Im Unterschied zur Frauenbewegung, die sich aus der Erfahrung des Unterlegenseins auflehnt, und ihre verstandesmäßigen und gefühlsmäßigen Ziele klar definiert hat, hat der Kampf der Männer gegen den Sexismus, kein derart ausgeprägtes Selbstverständnis. Wenn wir Männer uns in die Frauenbewegung einmischen, um den Frauen zur Freiheit zu verhelfen, oder, noch schlimmer, den Frauen die Freiheit geben wollen, dann sind wir wieder die alten Herren, und sollten uns besser um uns selbst kümmern. Wenn wir uns als untergeordnete Hilfskräfte der Frauenbewegung anbiedern, dann kehren wir nur das alte, erniedrigende und unproduktive Rollenverhältnis um. Wir verstehen nicht, was bei der ganzen Bewegung für uns herauskommen soll, obgleich wir zu diesem Thema stundenlang intellektuelle Kopfarbeit leisten können. Uns ist einfach nicht klar, welchen Nutzen die ganze Bewegung hat, für uns. Uns ist es schon recht, wenn die Frauen unabhängiger werden, besonders, weil sie uns dann nicht mehr so belasten, und auch sexuell ansprechbarer sind. Weniger gern haben wir es, wenn uns eine befreite Frau ins Gesicht sagt. Verdufte, Knabe, wenn du erwachsen bist, kannst du wiederkommen. Wir mögen es auch nicht, wenn sich Frauen mehr für Frauen interessieren und uns einfach links liegen lassen. Warum eigentlich sollten wir gegen den Sexismus kämpfen? Warum sollten wir unsere Verfügungsgewalt über die Frau aufgeben? Welchen Grund haben wir, unsere Position der Überlegenheit aufzugeben, wenn die Frauen feindselig werden, und unsere Männlichkeit nur noch mit Geringschätzung betrachten? Ich möchte die Männer in mehrere Gruppen einteilen. Es gibt den männlichen chauvinistischen Bullen, und den männlichen Chauvinisten. Der männliche chauvinistische Bulle kann unverblümt brutal oder hinterlistig sein. Der brutale männliche chauvinistische Bulle weiß, dass er der männliche Herrscher ist, und er ist stolz darauf. Er ist ein ehrenwerter Spießer, Norman Meiler ist sein König und Bobby Riggs der Hofnah. Die hinterlistige Version des männlichen chauvinistischen Bullen gibt Lippenbekenntnisse zur Frauenbewegung ab, solange es sich nicht um mehr als um gleichen Lohn bei gleicher Arbeit handelt, und sofern er nicht selbst Arbeitgeber ist. Zuweilen macht er sich aber einen Spaß daraus, Frauen grinsend, Girls zu nennen, und sie in Gespräche zu ziehen, in deren Verlauf er sie als Emansen verulgt. Durch ihren verdeckten Chauvinismus sind sie noch repressiver als ihre brutalen Brüder. Beide, die offenen und die heimlichen Chauvinisten, beharren auf ihren männlichen Privilegien und nutzen sie nach Kräften aus. Ein Mann, der seinen Bullenstatus verlassen will, muss sich hierzu die Unterdrückung der Frau durch den Mann, ohne Verbrämungen vergegenwärtigen, seinen Anteil an dieser Unterdrückung erkennen, und wirklich ernsthaft dagegen angehen. Wir alle sind von Geburt an unter dem Mythos der männlichen Überlegenheit erzogen worden, und es wird uns wohl kaum gelingen, die militantesten Mitglieder der Frauenbewegung eingeschlossen, uns dieser Indoktrination jemals völlig zu entziehen. Das Problem besteht nicht darin, dass die Mehrzahl der Männer, 51% und darüber, chauvinistische Bullen sind, und dass sie nicht bereit wären, ihren Chauvinismus und ihre Privilegien aufzugeben. Die Schwierigkeit liegt vielmehr darin, dass die meisten Männer sich ihres Chauvinismus gar nicht bewusst sind. Sie wissen gar nicht, was sie damit anrichten, und sie haben keinerlei Vorstellung von den Vorteilen einer echten Gleichberechtigung. Meiner Meinung nach haben wir Männer große Schwierigkeiten, im Kampf um Gleichberechtigung unser eigenes Interesse zu erkennen. Obwohl wir wissen, dass die Unterdrückung auch auf uns lastet, spüren wir sie nicht. Wir haben nicht nur unsere Freiheit verloren, sondern auch das Bewusstsein dieses Verlustes. Vielmehr noch, wir glauben sogar, der gegenwärtige Zustand sei vorteilhaft für uns. Der Mythos unserer Männlichkeit stützt sich auf eine Reihe lächerlicher Privilegien, die Hosen tragen, am Kopfteil des Tisches sitzen, die unser unterdrücktes Leben schmücken. Wir können uns zwar nicht vorstellen, in welcher Hinsicht es uns durch den Verzicht auf unsere Privilegien besser gehen könnte, aber wir wissen ganz genau, was wir dadurch verlieren würden. Das Recht auf das erste und das letzte Wort, und unsere Machtposition der Frau gegenüber. Was soll uns das Ganze nun bringen? Wie soll man einem Blinden einen Lichtstrahl erklären? Wie kann man einem Tauben von den Klängen der Liebe erzählen? Wir müssen mit der Unzulänglichkeit der Worte auskommen. Vielleicht knüpfen sie an längst vergessene Erinnerungen der Kindheit, und an zufällige Episoden von Einfühlungsvermögen und Freiheit an, und erwecken wieder unser Gefühl für ein ganzheitliches Dasein, und damit für den Sinn, den eine Befreiung für den Mann haben kann. Der Leser mag es für sich selbst ausprobieren, ob ihn die Vorstellung eines freien Liebesvermögens ohne Argwohn- und Schuldgefühle, anrührt, ob der Gedanke an ein leichtes und angenehmes Leben ohne selbstzerstörerische Arbeit, in ihm eine angenehme Erinnerung weckt, ob er den Gedanken an das unmittelbare Erlebnis von Liebe, Hass, Furcht und Freude ohne Schamgefühle annehmen kann. Der Leser mag sich prüfen, ob ihn nicht eine partnerschaftliche und kooperative Beziehung zu einer Frau lockt, wo beide Partner gleich viel geben und nehmen. Wäre es nicht schön, sich nicht um alles und jedes kümmern zu müssen. Verstehst du, was gurgelndes Lachen sein kann, wenn einem die Tränen die Backen herunterlaufen und der ganze Leib zittert? Möchtest du nicht auch all die Last von deinen Schultern werfen, wild sein, ohne jemanden zu verletzen oder zu töten, und stark sein, ohne andere zu unterdrücken? Was rührt das in dir an? Unter den Lesern wird sicher niemand mehr so tief im Chauvinismus verwurzelt sein, denn, dass er noch immer an den natürlichen Schwachsinn der Frau glaubt, oder noch ernsthaft die Meinung vertritt, dass Frauen aus natürlichen Gründen emotionaler und daher auch unstabiler als Männer sind, oder, im Gegensatz zum Mann, durch Hausarbeit glücklich werden. Ich unterstelle auch niemandem, dass er noch an das Märchen der Frau glaubt, die nur in Abhängigkeit und Unterwerfung als Hausmutter glücklich werden kann. Wer sich dennoch in dieser Gedankenwelt heimisch fühlt, lebt in einer anderen Welt als der meinen. Wir werden uns mit diesem Kapitel voneinander verabschieden müssen. Unser Hauptproblem ist der subtile und heimtückische Chauvinismus. Männer oder Frauen, die zur Gruppe der subtilen Chauvinisten zählen, glauben zwar an die Gleichheit der Geschlechter, hinter vielen ihrer Handlungen verbirgt sich jedoch die systematische Unterdrückung der Frau. Männer, die zur Gruppe der subtilen Chauvinisten zählen, sind in aller Regel gleichzeitig auch Befürworter der Frauenemanzipation. Viele Frauen, die mit einem solchen Mann zusammenleben, wundern sich, dass ihr Mann zwar für die Frauenbewegung eintritt und entsprechende Parolen verbreitet, dass er aber ihr Gegenüber in der Position des Überlegenen verharrt und keine Anstalten zu einer realen Gleichberechtigung macht. Worin liegen die Gründe hierfür? Unter Kapitel 27.1 Unterdrückung durch geschlechtsspezifische Rollenmuster Kein Mann kann sich wirklich frei entfalten. Unsere Erziehung in geschlechtsspezifische Rollenmuster, als Basis unserer banalen Skripts, verschließt uns den Zugang zu einer Vielzahl menschlicher Entfaltungsmöglichkeiten. Wenn auch in geringerem Umfang, so wird auch der Frau durch die geschlechtsspezifische Erziehung ein Teil ihres Entwicklungspotenzials genommen. Unmittelbar nach der Geburt werden die Menschen in zwei Gruppen eingeteilt. Der einen Säuglingsgruppe sagt Mann. Wenn du groß bist, bist du eine Frau. Als gute Frau solltest du viel Liebe und Zuwendung geben. Wann immer ein Mitglied deiner zukünftigen Familie etwas braucht, du wirst es haben und geben. Um diesen Aufgaben auch wirklich gerecht zu werden, muss die Frau ein gutes Einfühlungsvermögen haben, und besonders ihrem Mann möglichst jeden Wunsch von den Augen ablesen können. So wird sie ihm unnötiges Reden ersparen. Da du als Frau hauptsächlich für Zuwendung, Wärme und Liebe zuständig sein wirst, wirst du auf Urteilskraft und Denken weitgehend verzichten können. Rationalität verträgt sich nicht mit Zuwendung und Liebe. In bestimmte Dinge solltest du dich erst gar nicht einmischen. Der zweiten, männlichen, Gruppe sagt Mann. Wenn du groß bist, dann bist du ein Mann. Ein guter Mann sollte hart arbeiten können, um etwas Rechtes zu werden. Er muss klar und logisch denken können und die Gesetze der Natur verstehen, da er für die Bewältigung schwerer Aufgaben zuständig ist, insbesondere für Fragen der Macht und deren Ausweitung. Mit Dingen wie Empfindsamkeit und Einfühlungsgabe solltest du dich nicht beschäftigen, da dir deine Gefühle und die der anderen Menschen beim logischen Denken nur hinderlich wären. Würdest du Rücksicht auf die Gefühle deiner Mitmenschen nehmen, dann litte hierunter dein Machterwerb. Zuwendung und Wärme sollst du anderen überlassen, sie passen nicht in die Welt des Mannes. Emotionalität und Einfühlungsvermögen sind Sache der Frau. Diese Einschärfungen und Zuschreibungen führen dazu, dass die Frau alle ihre Energien auf die Zuwendung zum Mann konzentriert, während der Mann seine Energien nach außen richtet und zur Mehrung seiner Macht verwendet. Diese Funktionstrennung durch geschlechtsspezifische Skriptbildung wird durch den Mythos wahrer Männlichkeit und Weiblichkeit gerechtfertigt und hindert beide Geschlechter an der vollen Entfaltung ihrer menschlichen Fähigkeiten. Die Liebesunfähigkeit des Mannes verhindert einen gleichen und gerechten Austausch von Streicheleinheiten und führt schließlich zu einem Defizit von Streicheleinheiten auf Seiten der Frau, siehe Kapitel 13. Andererseits fällt es dem an den Umgang mit Macht gewöhnten Mann leichter, sich draußen in unserer Gesellschaft durchzusetzen. Auch innerhalb einer Paarbeziehung hat es der Mann leichter, einen Wunsch von seiner Frau erfüllt zu bekommen, als umgekehrt. In der Beziehung zwischen Mann und Frau zeigen sich diese beiden Ungleichheiten zwar meist nur untergründig, sie verheeren jedoch wenigstens jeden zweiten ernst gemeinten heterosexuellen Beziehungsversuch. Es gibt also zwei Bereiche, in denen der Mann an sich arbeiten muss, um die entstellenden Wirkungen der sexistischen Skriptbildung wieder auszugleichen. 1. Der Mann muss lieben lernen. Hierzu muss er seine Zuwendungsfähigkeit und seine Fähigkeit zu spontaner Erkenntnis, Intuition, entwickeln. 2. Der Mann muss lernen, seine Macht ohne Missbrauch einzusetzen. Hierfür muss er kooperatives Verhalten erlernen, und Konkurrenzstreben und Individualismus aufgeben. Der Mann wird alle seine verdrängten und unterdrückten Fähigkeiten nur dann wieder entdecken und entwickeln können, wenn er unbeirrt und mit viel Energie, einen mühsamen Prozess des Wandels durchsteht. Ein Kind, das in einer lesekundigen und schreibkundigen Welt aufwächst, wird ohne Schwierigkeiten lesen lernen. Der Mann, der seine verdrängten Fähigkeiten entwickeln will, hat es in unserer sexistischen Gesellschaft ungleich schwerer. Zuwendungsfähigkeit und Intuitionsgabe bedingen einander, und bilden die Voraussetzung für die Liebesfähigkeit des Menschen. Unter Intuition verstehen wir die Fähigkeit des Menschen, sein Gegenüber zu erkennen und zu verstehen, und hierbei insbesondere die Gefühlslage des anderen richtig einzuschätzen. Nur wenn man sich ausreichend und ohne langwierige Erklärungen, in die Gefühle des Partners einfühlen kann, wird man auch die angemessene Zuwendungsform finden. Zuwendungsfähigkeit hängt vom Einfühlungsvermögen ab. Das eine geht nicht ohne das andere. Unter Kapitel 27.2 Eine Vertrauensübung für Männer Acht Männer bilden einen Kreis. Jack stellt sich in die Mitte, schließt seine Augen und geht langsam auf den Rand des Kreises zu. Er geht steif und unbeholfen und lächelt tapfer, bis er einen der umstehenden Männer anstößt. Er schreckt zurück. Er macht kehrt und geht nochmals quer durch den Kreis. In der Mitte des Kreises angekommen ruft ihm Fred zu. Du siehst ängstlich aus. Hast du Angst? Jack antwortet schnell. Nein. Schweigen? Schließlich fragt Jack sich doch noch. Hab ich Angst? Ich fühl mich ein bisschen mulmig. Du siehst ängstlich aus, sagt John. Ich glaube du hast recht. Vor was hast du Angst? Ach, es ist dumm, aber ich fürchte, dass mir gleich jemand ein Bein stellt. Ed. Hier stellt dir keiner ein Bein. Garantiert? Keine Angst. Jack geht weiter und prallt mit Ed zusammen. Ed nimmt ihn in den Arm. Macht nichts, Bruder. Ein solcher Kreis ist eine gute Übung für Männer. Jack erkennt seine Angst, Scham und Misstrauen, und er lernt, diese Gefühle auszudrücken. Ed, John und Fred lernen, sich in Jack hinein zu versetzen. Sie denken sich in seine Gefühle ein, sie unterstützen ihn und geben ihm Zuwendung und Wärme. Zuwendung und Wärme stärken sein Vertrauen in die anderen und geben ihm Sicherheit. Feedback wird eine Technik genannt, durch die man lernen kann, sich in einen anderen Menschen einzufühlen und seine Befindlichkeit unmittelbar zu erkennen, also Intuition. Dieses Verfahren ähnelt dem Biofeedback, durch das eine Person unwillkürliche und unbewusste Körpervorgänge über einen Monitor-Mechanismus rückgemeldet erhält. Beim Feedback gibt es kein Monitor-Gerät, sondern eine zweite Person, die die Einfühlungsversuche des Partners bestätigt oder verwirft. Selbstverständlich müssen hierzu alle Beteiligten bereit sein, ihre Gefühle frei zu äußern, sonst gibt es kein Feedback. Jack muss wirklich ehrlich sein. Die Mitspieler müssen Jack Vertrauen einflößen, damit er sich in seiner Ehrlichkeit auch sicher fühlen kann. Unter Kapitel 27.3 Die großen Plagen des Mannes Verantwortungsbewusstsein und Schuldgefühl Männer können sich nicht nur schlecht in die Gefühle anderer Menschen eindenken, sondern sie reagieren auch mit Schuldgefühlen, wenn ein anderer Mensch, vor allem Frauen, in ihrer Gegenwart Gefühlsausbrüche hat. Das Skript des Mannes schreibt ihm vor, die Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, und eher ein Rettungsspiel in Gang zu setzen, als die Verantwortung beim Gegenüber zu belassen. Ein Beispiel Ein Mann und eine Frau begegnen sich in einem Park. Insgeheim haben sie beide ganz ähnliche Wünsche. Sie möchten einander bei der Hand nehmen, über die Wiese laufen, das Haar des anderen streicheln, die Haut des anderen berühren, und sich gegenseitig voneinander erzählen. Könnten sie frei und natürlich handeln, so würden sie ihren Wünschen entsprechend verfahren, bis schließlich der eine oder die andere aufhören möchte. Sie würden dann entweder etwas anderes tun oder auseinander gehen. Im Allgemeinen läuft die Begegnung jedoch völlig anders ab. Aus der Sicht des überlegenen Mannes gerät die einfache Handlung, ihre Hand nehmen, ihr in die Augen schauen, ihr Haar streicheln, zur animalisch-fleischlichen Sinneslust, wird von diesem Bewusstsein sofort zensiert und durch Schuldgefühle ersetzt. Er wird sich einreden, dass er sie erst besser kennenlernen muss. Er muss sie erst einmal ins Kino und zum Abendessen einladen und ihr irgendetwas schenken, bevor sie ihm die körperlichen Streicheleinheiten zukommen lässt, die er so gerne haben möchte. Vielleicht hält er auch seinen spontanen Wunsch nach körperlicher Nähe, für sexistisch und verwerflich. Die Frau könnte zum Sexualobjekt werden, und die Beziehung würde dann ausschließlich auf der körperlichen Ebene stattfinden. Er verbietet sich also seinen ursprünglichen körperlichen Verhaltenswunsch, und ersetzt ihn durch ein akzeptableres Verhalten, das seine Schuldgefühle lindern hilft. Wenn sie ihn mag und ihm ihre Liebe, Zärtlichkeit, ihre Wünsche und Vorbehalte frei eingesteht, dann reagiert er häufig panisch. Plötzlich packt ihn sein Verantwortungsbewusstsein, denn nun muss er ja ihre Liebe erwidern, und alle ihre Bedürfnisse erfüllen. Vielleicht wird er sich auch schuldig fühlen. Höchstwahrscheinlich wird er sich in sein Schicksal fügen und nach dem Motto handeln. Den Schuldigen hat es mal wieder erwischt, siehe die Veröffentlichung von Rick de Gaulia aus dem Jahr 1973. Der Mann reagiert auf seine Schuldgefühle durch Rückzug in eine passive intellektuelle Haltung, aus der heraus er seine große Stärke, die Rationalität, ausspielen kann. Ein Mann, der seine wahren Gefühle seinen Schuldgefühlen opfert, wird anschließend schwerste Kopfarbeit leisten, um herauszubekommen, was er denn nun wollen soll. Vielleicht glaubt er nun, dass er statt ihres Körpers ihren Geist lieben soll. Vielleicht glaubt er auch, dass er sie heiraten und mögen soll. Vielleicht, sein Kopf arbeitet fieberhaft, soll er auch einfühlsam zu ihr sein wollen. Oder er glaubt, seinen Chauvinismus bekämpfen wollen zu müssen. All dies spielt sich in seinem Kopf ab. Er denkt über die Angelegenheit nach. Er spricht über die Angelegenheit. Er tut alle möglichen Dinge, durch die er sich von seinen Verpflichtungen glaubt entlasten zu können. Er sucht einen Ausweg aus seinen Schuldgefühlen. Dieser Vorgang endet meistens in einer Katastrophe. Das natürliche körperliche Bedürfnis beider Menschen ist verdrängt, obgleich es beide Partner zur gewünschten Erfüllung hätte führen können. Meist führen die Wünsche der Frau zu einer Vertiefung und Bereicherung der Beziehung, in der nicht nur ihre oberflächlichen körperlichen Reize zum Tragen kommen, sondern auch alle weiteren Schichten ihrer Persönlichkeit, die in einer vertieften Beziehung offenbar werden. Der Mann sucht eine Beziehung, in der er sich ungezwungen geben kann, und nicht fürchten muss, in eine Falle zu laufen. Stattdessen tut der Mann Dinge, die er zwar nicht will, die jedoch von ihm erwartet werden. Aus dieser Situation heraus vergrößert sich allmählich seine Distanz zum Partner, er wird der Beziehung überdrüssig und beginnt die Frau zu belügen. Die Folge sind umso heftigere Schuldgefühle. Schließlich gerät die Beziehung ins Wanken, und alles, was in ihr noch möglich gewesen wäre, wird im Keim erstickt. Da er nicht tut, was er gerne tun möchte, sondern, von seinem Verantwortungsgefühl getrieben, nur das, was er nicht tun möchte, sammeln sich beim Mann Ärger und Verdruss. Die Frau reagiert enttäuscht und zunehmend verwirrt. Ungeachtet seiner eigentlichen Wünsche, passt er sich weiter an, und schämt sich immer mehr seiner wahren Gefühle. Nach einiger Zeit endlich bricht er die Beziehung plötzlich ab, und entflieht einer unbefriedigenden und unerträglich gewordenen Situation. Die hier dargestellte Entwicklung einer Beziehung hängt jedoch nicht nur vom banalen Skript des Mannes ab. Das Skript der Frau ergänzt das des Mannes recht gut und verstärkt seine Schuldgefühle. Häufig sind auch die Frauen der Meinung, dass körperliche Lustgefühle ein unangemessener Beginn für eine Beziehung sind, und Schuldgefühle rechtfertigen. Sie haben häufig das Bedürfnis nach Garantien des Mannes. Er muss mehr als Sex wollen, er muss mich heiraten wollen oder mich schützen wollen. Immer mehr Frauen jedoch haben keine Erwartungen dieser Art, und reagieren verständnislos und verärgert, wenn der Mann auf Verantwortungsbewusstsein und Schuldgefühle besteht. Die Frau möchte gerne Hand in Hand gehen, sie mag über die Wiese toben, und sie sagt es sogar, aber er beharrt auf seinem Schuldbewussten Verhalten und kommt damit nicht rüber. Unsere Eltern lehren uns, Schuldgefühle zu haben und unterdrücken uns damit. Durch Schuldgefühle lässt sich Kindern das Verlangen nach Dingen abgewöhnen, die die Eltern nicht wünschen. Von jungen Männern erwartet man, dass sie bald heiraten und eine Familie gründen. Unsere Gesellschaft lebt von arbeitenden Männern, die sich ausbeuten lassen. Diese Gesellschaft braucht Männer, die zusammen mit Frau und Kindern in einem Einfamilienhaus oder in einer isolierten Mitzwohnung unentrinnbar gefangen sind. Eine solche Beziehung kann am ehesten gewährleisten, dass sich der Mann acht Stunden am Tag für seinen Arbeitgeber abarbeitet. Nach der Arbeit hat er acht Stunden Zeit, um sich einigermaßen zu erholen. Dann schläft er acht Stunden und geht wieder zur Arbeit. Um während der Arbeitszeit optimal ausgebeutet werden zu können, muss er zu Hause eine Frau haben, die ihn während der verbleibenden acht Wachenstunden wieder in Schwung bringt. Am Tage steht er in der Fabrikhalle und wenn er nach Hause kommt, versorgt ihn seine Frau mit Zuwendung und Streicheleinheiten. Anschließend schlafen sie, möglichst ohne hierbei sexuelle Energie zu verbrauchen, und am nächsten Tag ist er wieder einsatzfähig und weitaus brauchbarer als ein alleinstehender Mann. Aus diesem Grund hat man dem Mann das Pflichtgefühl eingeimpft, sich in die feste Beziehung zu einer Frau einbinden zu lassen. Männer, die aus diesem Schema ausbrechen wollen, und nicht heiraten und keine Kinder haben, leiden unter erheblichen Schuldgefühlen. Die Emanzipation des Mannes vom Sexismus folgt meist einem ganz bestimmten Schema. Beim Versuch, den eigenen Chauvinismus zu überwinden, entstehen meist Schuldgefühle. Diesen Schuldgefühlen folgt eine Phase der Passivität, während der der Mann seine Energie und Macht zurückhält, um die von ihm ausgehende Unterdrückung zu reduzieren. Diese passive Haltung ist Ausdruck der Schuldgefühle wegen des eigenen Chauvinismus. Sie ist zwar ein Fortschritt im Vergleich zur bisherigen Rolle, aber doch nur ein erster Schritt. In dieser Phase neutralisiert der Mann seine Energie, wendet sie nach innen und weiß nicht wohin damit. Er wird furchtsam, defensiv, argwöhnisch und verkniffen. Gleichzeitig behauptet er jedoch noch seine alte Machtposition, die er zwar nicht mehr offen, und brutal, aber immerhin noch mit subtileren Formen des Powerplay aufrecht erhält. Diese passive Phase ist häufig mit dem kindlichen Spiel Alles oder Nichts verbunden. Sein Verhalten verliert an Konturen und wird ineffektiv, während er sich auf hohem intellektuellem Niveau und unter vollem Einsatz seiner rationalen Fähigkeiten, der Illusion hingibt, sein Chauvinismus sei völlig überwunden und kein Thema mehr. In Wahrheit befindet er sich erst am Anfang des langen Weges zu seiner Befreiung. Stärke und Kraft werden häufig fälschlicherweise mit Gewalt in Zusammenhang gebracht. Viele Männer verwechseln daher ihre Energie, Stärke und Kraft, mit einem Begriff, der sich auf die körperliche Unterwerfung der Frau und anderer Menschen bezieht. Wer Energie hat und stark ist, ist nicht notwendigerweise auch ein Unterdrücker. Im Gegensatz zur Gewalt, lassen sich Energie, Stärke und Kraft sinnvoll anwenden, und stellen daher positive menschliche Eigenschaften dar. Auch Frauen möchten über diese Eigenschaften verfügen. Der Mann sollte auf die Angriffe der Frau nicht mit Rückzug in Passivität reagieren, sondern lernen, wie er seine Kraft und Energie auch ohne die Unterdrückung anderer Menschen einsetzen kann. Auf die Phase von Passivität und Rückzug muss eine Wiedergeburt von Stärke, ohne offenes oder heimliches Powerplay, und frei von männlichen Rollenzwängen folgen. Die Stärke des Menschen beruht auf der vollen Nutzung aller menschlichen Fähigkeiten, Wärme und Zuwendung, Rationalität, Intuition und Spontanität. Kooperation ist die Antithese zum Missbrauch von Macht und Stärke. Wenn der Mann wieder lernt, mit Männern zusammenzuarbeiten, statt mit ihnen nur zu konkurrieren, dann ist er auch wieder fähig, sich mit ganzer Energie und vollem Bewusstsein zu entfalten, diesmal jedoch ohne die Last von Schuldgefühlen. Unter Kapitel 27.4 Lebensstile in Emanzipierten Beziehungen Wer ein selbstbestimmtes, kooperatives Leben in Gleichberechtigung führen will, muss deswegen nicht mit einem Partner des anderen Geschlechts zusammenleben. Eine Frau kann auch, ohne zur Selfmade-Frau zu werden, siehe Kapitel 14, Karriere machen. Sie kann auch ein ganzes Haus voller Leute bemuttern und in einer großen Küche arbeiten, ohne zu dicken, Mutter ist die Beste, siehe Kapitel 14, zu werden. Ein Mann muss kein Playboy sein, siehe Kapitel 15, wenn er als Junggeselle zu mehreren Frauen aufrichtige, warme und gleichgewichtige Beziehungen unterhält. Er kann auch verheiratet sein und viele Kinder haben, ohne zum allmächtigen Vater, siehe Kapitel 15, zu werden. Ein Mann kann 100 Jahre alt werden und eine Frau kann bis zu ihrem Tode schön sein. Frauen können Athletinnen und Chirurginnen sein und Männer können Pfleger und Hausmänner sein. Die Menschen können auch gleichgeschlechtliche Beziehungen miteinander pflegen, ohne sich aus Angst vor Entdeckung in den Gestank öffentlicher Toiletten zurückziehen zu müssen. Wir können alleine leben oder mit einem geliebten Partner, siehe das Buch von Hucki Wickhoff aus dem Jahr 1973. Regeln für eine emanzipierte Beziehung Wir können auch zu mehreren in einer Kooperative leben. Der Mensch kann homosexuell sein, bisexuell oder heterosexuell. Der Mensch hat nicht nur die wenigen Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung, die ihm in banalen Skripts aufgezwungen werden. Häufig muss ein neuer Weg erst erkämpft werden, aber das gute Leben lohnt den Kampf. Ich habe in diesem Buch eine Reihe menschlicher Lebensziele vorgestellt, die ich für brauchbare Alternativen zu unseren alltäglichen, repressiven und banalen Lebensstilen halte. Diese idealen Ziele möchte ich hier noch einmal zusammenstellen. Gleichheit Ich bin okay, du bist okay. Autonomie Freie Entscheidung statt Skript Ehrlichkeit und Offenheit statt Lüge Geheimnissen und Spielen Kooperation statt Konkurrenzstreben und Powerplay Liebe frei austauschbare Streicheleinheiten statt künstlicher Verknappung durch einen kontrollierten Markt Kapitel 28 Und wenn die Zeit der Skripts vorüber ist Seit es Menschen gibt, hat jedes neugeborene Kind zuerst einmal seine zivilisierten Eltern erwartungsvoll angelächelt. Mit jeder Generation hat die Menschheit eine neue und unverbrauchte Chance. Sich selbst zu verwirklichen Bis zu dieser Selbstverwirklichung wird vielleicht noch einige Zeit vergehen, aber der Tag wird mit Gewissheit kommen. Die Anpassungsfähigkeit des Neugeborenen ist fast unbegrenzt. Es überlebt auch die entsetzlichsten Qualen, die ihm die Mitmenschen bereiten mögen. Ebenso groß wie die Anpassungsfähigkeit sind auch die Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen. Jede neue Elterngeneration kann sich entscheiden, ob sie ihre Nachkommenschaft mit jahrhundertealten Hexensprüchen unterdrückt, oder ob sie die Spontanität ihrer Kinder bewahrt, ihr Bewusstsein und ihre Wahrnehmungsfähigkeit stärkt, und selbst auf die kleinsten Bedürfnisse so eingeht, dass ihre Kinder sich voll entfalten können. Der Kern aller Menschen bleibt von Generation zu Generation als mögliche Quelle eines Neubeginns erhalten. Die guten und hoffnungsvollen Eigenschaften des Menschen sind ihm angeboren, und werden immer wieder von den Eltern auf die Kinder weitergegeben. Auf dieser Einsicht gründet die Hoffnung der ganzen Menschheit, ohne die es keine Hoffnung für jeden Einzelnen von uns gäbe. Stichwort Register Literatur Stichwort 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 Stichwort